sondern unterbreiten, dass man sagt, ich bin bereit, ich bin bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen, das Mandat, die Entscheidung darüber, müssen andere fällen. Und das finde ich großartig, denn es zeigt noch einmal, mit welcher Haltung du insgesamt Politik machst, mit einer großen Empathie für die Menschen, gerade für die Schwächsten in der Gesellschaft, mit der großen Erfahrung und politischen Klugheit, die du hast, mit der Erkenntnis, wie ein Landeshaushalt funktioniert und wie man über Geld und über Geld die Wirtschaft steuern kann zum Reichtum der Gesellschaft. Liebe Monika, die Grünen und das Land, sie sind bei dir in guten Händen. Liebe Freunde, liebe Freunde, ich freue mich wirklich auf diesen Wahlkampf, uns allen einen erfolgreichen Abschluss der Wahl der Landesliste und dann ein gutes Programm und dann auch in einen Wahlkampf, der die Eigenständigkeit, das Selbstbewusstsein, aber auch die Bereitschaft zu dienen in Schleswig-Holstein noch einmal unterstreicht. Ich glaube, es kann ein richtig, richtig guter Wahlkampf werden. Ich will gerne helfen, so gut ich kann. Ja, guten Morgen. Das ist jetzt ein komischer Bruch, ehrlich gesagt, direkt nach Robert irgendwie einzusteigen. Lieber Robert, wenn du uns noch hörst, irgendwie, lieber hätte ich dich hier stehen. Vielen Dank für deinen Start, den du uns mit deiner Rede in diesen Tag gebracht hast. Heute ist es so, wir sind noch weniger Leute als das letzte Mal in diesem Raum. Deswegen rede ich die Kolleginnen an, das Präsidium. Heute haben wir erstmals Gebärdendolmetscherinnen hier, die Technik, den Landesvorstand und ein, zwei Kandidatinnen sitzen hier im Raum, die sich im Laufe des Tages vorstellen. Also um euch einmal hier so eine räumliche Situation vielleicht ein bisschen vorstellbar zu machen. Meine Aufgabe ist jetzt trotzdem noch mal die Mandatsprüfung zu machen. Das, was wir, wie wir heute starten, ist die Fortsetzung des Parteitags am 11.12.21. Also die ganzen formalen Grundlagen dazu liegen sozusagen bei dem Termin. Wir setzen das heute fort, haben allerdings eine wahlgesetzliche Änderung, die ihr in den E-Mails bereits auch mitgeteilt bekommen habt. Das Präsidium wird da gleich noch mal genauer drauf eingehen, damit alle wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Und klar ist, was wir heute genau tun. Dazu äußert sich das Präsidium. Ich will noch einmal die Mandatsprüfung insofern wiederholen. Ich habe sie gemacht im Dezember und ich habe sie tatsächlich bezogen auf die Delegierten wiederholt, dass ihr als Delegierte wahlberechtigt seid im Sinne des Landeswahlgesetzes. Das habe ich überprüft. Das kann man inzwischen in unserer Mitglieder-Datenbank und ich kann feststellen, dass alle Delegierten stimmberechtigt sind, also sprich wahlberechtigt und damit stimmberechtigt, wahlberechtigt zur Landtagswahl am 8. Mai diesen Jahres. Das ist ein Punkt, den ich sagen möchte. Alles andere wäre eine Wiederholung von Dezember und dann kann ich jetzt außerdem feststellen, dass um 9.15 Uhr 110 Delegierte über Abstimmungsgrün ihre Stimmkarte bereits angenommen haben, sodass sie abstimmungsfähig sind. Damit sind wir beschlussfähig, der Parteitag ist beschlussfähig, wenn 44 Delegierte anwesend sind. Das ist also weit, weit überschritten. Toll, dass ihr alle da seid. Und dann bleibt mir jetzt im Moment nichts weiter zu sagen, als um Abstimmung zu bitten zur Mandatsprüfung. Ich bitte euch also einmal dem zuzustimmen, dass die Prüfung stattgefunden hat, dass die Einberufung, die Einladung etc. alles entsprechend unserer Satzung an euch rausgegangen sind. Wir sehen jetzt, ich sehe das jedenfalls, ich hoffe, ihr an euren Bildschirmen zu Hause auch, das Abstimmungsergebnis, die Abstimmung läuft. Das sieht gut aus, ihr seid fit, entsprechende Klicks zu machen. Ich würde euch lieber sehen, ehrlich gesagt. Aber das kommt dann vielleicht eines Tages auch mal wieder, dass wir uns dann gegenüber sitzen. Wie viele Stimmen hast du jetzt? Ich sehe es nicht. Ja, das hört sich doch gut an. Also ich sehe keine Nein, also 110 abgegebene Stimmen, jetzt 111, aber also das ist eindeutig. Und möglicherweise läuft gerade noch jemand in der Küche rum und holt sich einen Kaffee, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Abstimmung ist eindeutig. 111 Ja-Stimmen, keine Nein und keine Enthaltung. Damit habt ihr der Mandatsprüfung zugestimmt. Und insofern ist der Punkt hier abgeschlossen. Jetzt räume ich nicht das Feld, sondern rufe gleich den nächsten Antrag auf zur Wahl des Präsidiums. Das Präsidium hatten wir eben auch beim letzten Mal schon gewählt und in großen Teilen, also sagen wir mal genau zu zwei Dritteln, besteht es aus dem Präsidium wie im Dezember auch. Es hat zwei Wechsel geben müssen, weil Lydia Rudow und Julia Löffler leider verhindert sind heute. Stattdessen haben sich bereit erklärt, einen Platz im Präsidium einzunehmen. Friederike Löffler-Pokates und Nina Schneider. Schon mal im Vorhinein vielen Dank dafür, aber natürlich auch an alle anderen, die bereit sind, hier uns durch den Tag zu führen. Ich sage einmal nochmal die Namen. Nicole Derber, die beiden Frauen, anderen Frauen habe ich gerade genannt. Dann Jan Pohl, Steffen Regis und Rasmus Andresen und ich bitte euch um Abstimmung für das Präsidium des heutigen Tages. Abstimmung könnte geöffnet werden oder ist schon auf? Super. Wer kann die Abstimmung sehen? Kann man die einblenden? Ah, das ist super. Das sieht auch schon richtig gut aus. Wenn man sich immer vorstellt, dass die Zahlen jetzt durch den virtuellen Raum fliegen, um dann hier auf dem Bildschirm zu landen, das ist so abstrakt. Genau. Also jetzt haben wir 105 abgegebene Stimmen. Dann würde ich sagen, schließen wir jetzt den Wahlgang. Und mit 107 abgegebenen Stimmen habt ihr bei zwei Nein-Stimmen und null Enthaltungen der Besetzung des Präsidiums für den heutigen Tag zugestimmt. Vielen Dank und dann übergebe ich auch jetzt gleich den beiden, die da schon bereit sind, Björn und Friederike. So, jetzt sehen wir uns auch selbst. Vielen Dank, liebe Dörte. Auch wir möchten euch noch einmal ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Friederike und ich, Jörn Pohl. Wir haben die Ehre, euch heute durch den ersten Teil unseres Parteitags zu führen. Wir hoffen, ihr habt euch, egal ob in Nordfriesland oder am Hamburger Rand, alle bequem zu Hause eingerichtet und freut euch auf den heutigen Tag genauso wie wir. Wir haben wieder einiges vor. Die Fortsetzung der Wahl unserer Landesliste für die Landtagswahlen, die mit großen Schritten, dazu hat Anna ja einiges einleitend ausgesprochen. Und vielleicht noch den rechtlichen Hinweis, den Dörte eben angesprochen hat nach unserem Parteitag in Neumünster. Im vergangenen Jahr gab es eine Änderung der rechtlichen Grundlagen durch eine Sondersitzung des Landtags am 10. Januar dieses Jahres, die es uns nun ermöglicht, nach § 35a des Landeswahlgesetzes heute eine Wahlversammlung durchzuführen. Wie immer gehen wir die Sache gemeinsam ganz entspannt an. Für uns alle sind diese digitalen Parteitage ja mittlerweile leider, muss man sagen, überhaupt nichts mehr Neues. Wir wollen es nicht verpassen, uns auch an dieser Stelle bereits noch einmal bei allen denjenigen zu bedanken, die auch diesen Parteitag im Hintergrund wieder möglich gemacht haben. Wir wollen da einmal das gesamte Team der Landesgeschäftsstelle nennen, allen voran Dörte, den Landesvorstand, das Technikteam, das uns auch heute wieder hier begleitet, den Gebärdendolmetscherinnen ganz herzlich danken. Schön, dass ihr dabei seid. Euch Delegierten natürlich, aber vor allen Dingen auch allen Kandidierenden, die heute sich zur Wahl stellen, für uns ein Angebot machen und denen wir ganz viel Erfolg wünschen. Ihr alle kennt das, wie immer vor Behandlung der ersten Anträge und dem Einstieg in die Wahlversammlung kommt es uns neben den Dingen, die Dörte jetzt eben schon gesagt hat, auch noch mal zu, ein paar Formalia mit euch durchzugehen und damit wollen wir nun beginnen. Euch allen liegt die Tagesordnung und ein Verfahrensvorschlag für den heutigen Tag vor. Wenn wir gleich darüber abstimmen, stimmen wir wie immer unter anderem auch über eine Redezeitbegrenzung von je drei Minuten bei Aussprachen zu den Anträgen ab. Und bevor wir gleich abstimmen über diese Tagesordnung und den Verfahrensvorschlag, kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit. Uns liegt ein Dringlichkeitsantrag auf Änderung der Tagesordnung von Philipp Schmalgold vor. Da geht es um die Vergabe eines Votums der Landesdelegiertenkonferenz für die Wahlen zum Bundesvorstand auf der nächsten Bundesdelegiertenkonferenz. Und bevor wir über diese Dringlichkeit und die Änderung der Tagesordnung abstimmen, stellt uns gleich Philipp den Antrag einmal vor. Wir stimmen also zunächst über diesen Antrag auf Änderung der Tagesordnung ab, dann erst über die geänderte Tagesordnung und den Verfahrensvorschlag und würden jetzt an dieser Stelle Philipp die Möglichkeit geben, seinen Antrag einmal kurz vorzustellen. Wir gucken einmal zur Technik rüber. Philipp, wir holen dich jetzt, probieren dich reinzuholen. Vielleicht könntet ihr für das Präsidium immer das Bild so darstellen, dass wir sehen, ob Philipp schon da ist. Hallo, moin moin. Guten Morgen, lieber Philipp. Jetzt sehen wir dich sehr schön. Du hast jetzt die Gelegenheit, deinen Änderungsantrag für die Tagesordnung einmal kurz vorzustellen und die Dringlichkeit vor allen Dingen zu begründen, bitte. Genau. Ich mache meinen eigenen Ton einmal leise, also müsst ihr mir einfach ein Zeichen geben, wenn ich aufhören soll zu reden. Also wir haben eine neue Situation, der Bundesvorstand verändert sich fast komplett. Das heißt, durch die Regierungsbeteiligung werden Robert und Annalena den Bundesvorstand verlassen. Das Ganze passiert schon am nächsten Wochenende. Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit für neue Bewerberinnen in den Bundesvorstand nachzurücken. Und das hat sich alles sozusagen relativ kurzfristig ergeben. Es ist auch deswegen dringlich, weil es doch eine Konkurrenz gibt aus, ich sage mal, den neuen Bundesländern, also ein Kandidat aus Leipzig, ein Kandidat aus Thüringen oder Jena, genauer gesagt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, als Nordbundesländer oder in dem Fall Schleswig-Holstein, weiterhin im Bundesvorstand vertreten zu sein, dann hat das natürlich Vorteile für die kommende Landtagswahl für die nächsten zwei Jahre. Und ich würde mich sehr freuen, den Job zu machen. Ich habe nicht den Listenplatz gekriegt zur Landtagswahl. Das heißt, ich bin auch frei darin, diese Funktion auszuüben und würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal beschließt, dieses Votum zu vergeben. Dafür müsst ihr jetzt einmal den Dringlichkeitsantrag annehmen und dann irgendwann im späteren Abend wahrscheinlich dann nochmal darüber abstimmen. Aber ich denke, es hätte verschiedene Vorteile, wenn wir das so machen, wie ich das hier vorschlage. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch diese Vorgehensweise anschließen könntet. Vielen Dank und gute Beratung. Herzlichen Dank, lieber Philipp. Genau, ihr merkt, wir stellen uns hier auch noch ein bisschen ein. Das war sozusagen die Vorstellung des Anliegens und die Begründung der Dringlichkeit durch Philipp. Und eine Gegenrede wird jetzt Anna Franziska halten. Ja, guten Morgen, Philipp. Wir haben heute ja eh einen sehr straffen Zeitplan, sehr wenig Zeit. Deshalb versuche ich mich heute kurz zu halten und spreche das auch deshalb gegen so einen Votenpart. Die Dringlichkeit besteht vermutlich, weil wir in dieser kuriosen Besetzung sind, dass das eigentlich der Parteitag vom Dezember ist. Andererseits, er steht nicht in Antragsgrün, du hast ihn jetzt heute vorgetragen, ist es ja sehr spontan. Und wir haben in der letzten Woche eine Vorstellungsrunde gehabt, schleswig-holsteinweit für alle Delegierten und Mitglieder. Da ging es noch überhaupt nicht drum rum. Es ist also so ein bisschen so eine gefühlte Dringlichkeit heute. Wir haben im Landesvorstand eine theoretische Runde vor einiger Zeit über Voten zur Bufo-Wahl gedreht. Wir haben das ja bisher gemacht fürs Europäische Parlament, wo es ja extrem viel mehr Sitze gibt. Und dieses jedes Bundesland sollte vertreten sein, irgendwie auch eine gewisse Logik hat. Im Bufo gibt es sechs Personen und wir haben 16 Bundesländer. Das geht also schon nicht auf, sozusagen, dass jedes Bundesland dort ein Votum vergibt. Soweit ich weiß, vergeben sämtliche anderen Bundesländer, zumindest nicht auf einem Landesparteitag, Voten. Die erwähnten Menschen aus Ostdeutschland, die du nanntest, haben zum Teil ein Go des Landesvorstandes bekommen. Das ist aber natürlich ein Unterschied. Und noch mal sechs Personen, 16 Bundesländer. Ich finde, es geht im Bundesvorstand um sehr viel mehr Kriterien als den regionalen Proports. Und wie gesagt, es ist auch unüblich. Wir haben noch nie Voten vergeben für die Bufo-Wahl. Haben aber ja trotzdem auch schon, gerade mit Robert im Moment, noch jemanden im Bufo. Und eins möchte ich euch auch bitten zu bedenken, wenn wir tatsächlich heute ein Votum vergeben. Erstmal bittet Philipp ja nur für sich um eines. Wir wissen aber auch, wir haben noch einen Kandidierenden aus Schleswig-Holstein. Finde ich auch so ein bisschen schräg. Und dieses Votum, selbst wenn wir es heute vergeben, hat, glaube ich, keine große Bedeutung. Nochmal die Rechnung, sechs Personen im Bufo, 16 Bundesländer. Wenn du dich aber hier für ein Votum zur Wahl stellst, Philipp, und bekommst das nicht, dann wäre es für deine Kandidatur für den Bufo sicherlich schädlich, ein Votum zu bekommen. Halten wir aber nicht für hilfreich und würden deshalb gerne diesen Part einfach auslassen und die Zeit sparen. Danke. Danke dir, liebe Anna. Das war die Gegenrede, Anna, für den Landesvorstand. Das heißt, wir kommen jetzt direkt zur Abstimmung über den Antrag von Philipp Schmalgold auf Änderung der Tagesordnung und die Einführung oder Einfügung eines Tagesordnungspunktes zur Vergabe eines Votums für die kommende BDK. Wir schauen einmal rüber zur Technik, die gibt uns den Daumen nach oben, das heißt, die Abstimmung ist offen und ihr könnt jetzt eure Stimme abgeben. Danke. 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 euch vorlag. Ich gucke auch hier wieder einmal rüber zur Technik. Das sieht gut aus. Dann eröffnen wir hiermit die Abstimmung über die Tagesordnung und den Verfahrensvorschlag, wie vorgestellt. So, es wurden 94 Stimmen abgegeben. Wir warten noch einen kleinen Moment und bitten diejenigen, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, das jetzt zu tun. Vielen Dank. So, 108 Stimmen wurden mittlerweile abgegeben. Wir würden euch noch 10 Sekunden die Chance geben, auch eure Stimme abzugeben. Es kommen vereinzelte Stimmen jetzt gerade noch dazu. Und dann schließen wir hiermit die Abstimmung und auch hier ein sehr eindeutiges Ergebnis, das ich jetzt leider gerade nicht mehr angezeigt bekomme. Vielen Dank. Mit 104 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung ist damit die Tagesordnung und der Verfahrensvorschlag angenommen. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir jetzt gleich von Dörte nochmal das Wahlverfahren vorgestellt bekommen, kommen wir zunächst jetzt zur Wahl von Vertrauenspersonen für den Wahlvorschlag. Dort liegt ein Vorschlag vor, den wir euch gerne einmal vorstellen würden. Und zwar werden vorgeschlagen Dörte Schnitzler und als Vertretung Henning von Schöning beide arbeiten in der Landesgeschäftsstelle. Und auch hierüber würden wir gerne einmal kurz abstimmen lassen und bitten die Technik auch diese Abstimmung bereitzustellen. Das ist jetzt der Fall und ihr könnt jetzt abstimmen. Vielen Dank. So, hier wurden mittlerweile 113 Stimmen abgegeben. Auch hier die letzte Chance, 114 Stimmen. Und damit schließen wir diesen Wahlgang und gucken uns auch hier gemeinsam das Ergebnis an. Von 114 Stimmen waren 113 für den Vorschlag eine Gegenstimme bei keiner Enthaltung. Ganz herzlichen Dank. Und dann kommen wir jetzt zur angekündigten Vorstellung des Wahlverfahrens durch Dörte Schnitzler. Genau. Noch mal kurz ich. Dieses Wahlverfahren, was euch ja in Antragsgrün vorliegt und wir das letztes Mal auch schon verabschiedet haben, also beschlossen haben, rufen wir jetzt hier ein weiteres Mal auf, weil, wie schon beschrieben, wir uns jetzt heute formal wahlrechtlich in der Aufstellungsversammlung gleich befinden werden. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir das sozusagen die Grundlagen dafür, auch wenn sie parteiinterne Verabredungen sind, einmal noch mal von euch bestätigen lassen. An unserem Wahlverfahren, also dazu gibt es keine Änderungsvorschläge. Ihr habt das mit großer Mehrheit, ich weiß jetzt nicht mehr die Abstimmung, aber mit sehr großer Mehrheit angenommen im Dezember. Insofern muss ich das nicht wiederholen, was hier alles drin steht. Und wir haben es ja x-fach auch schon angewandt. Und so Stück für Stück werdet ihr euch erinnern, wie war das noch mal im Dezember? Wir steigen ja gleich ein und ich glaube, dann sind wir auch schnell wieder drin. Wir haben eine Besonderheit, die jetzt hier nicht drin steht. Und die liegt daran, dass wir ja den Parteitag nicht wie sonst üblich in einem Rutsch durchmachen, allenfalls vielleicht unterbrochen durch eine Nacht. Sondern hier liegen jetzt vier, ungefähr vier Wochen dazwischen, als wir das letzte Mal uns gesehen und gehört haben. Und es ist ja so, dass es eine Vielzahl von Kandidatinnen gegeben hat, die im Dezember kandidiert haben auf einer der schon gewählten Plätze und heute aber erneut antreten auf den folgenden Plätzen. Und natürlich soll es und ist es wichtig und richtig, dass diejenigen sich mit einer weiteren Rede in Erinnerung rufen können. Und das sehen wir selbstverständlich vor und haben eben gesagt, es macht Sinn, erstens vielleicht sich die Bewerbungen noch mal auf der Seite anzugucken. Die stehen da ja alle und die Kandidatinnen haben sich ja alle sehr viel Mühe gegeben mit ihren Bewerbungen. Man kann das dann noch mal nachlesen und jeder und jede, die heute wieder kandidieren will, hat die Gelegenheit, das in vier Minuten aufzufrischen sozusagen und an die Rede im Dezember anzuknüpfen. Also das ist eine Besonderheit, weil eben der Parteitag aufgrund dieser ganzen Corona-Lage so sein muss, wie er eben ist. Wir wollen das alle nicht, können es aber nicht ändern. Ich bitte euch um Abstimmung noch mal sozusagen um Bestätigung des vorliegenden Wahlverfahrens und frage, ob es, ja vielleicht gäbe es Fragen, vermutlich nicht. Die werden vielleicht auch vorher schon aufgetreten, weil die Informationen sind auch schon alle über die Mail gelaufen, über diverse Mails. Dann würde ich sagen, wir öffnen die Abstimmung. Und ich sehe, dass die Abstimmung geöffnet ist und ich bitte euch weiter, also wiederum den Button zu klicken, den ihr klicken wollt. Das sieht schon ziemlich gut aus. Und die Zahlen sagen auch, dass es zunehmend mehr Delegierte gibt, die ihre Stimmkarte im System, wie nennt man das eigentlich, angenommen hat. Normalerweise hättet ihr jetzt eine Stimmkarte, vielleicht gibt es einige unter euch, die einen Präsenzparteitag noch nie erlebt haben. Dann hat man nämlich eine Stimmkarte in der Hand und einen Stimmblock. Das würde dann für alle gelten, die erst nach Beginn der Pandemie Mitglied geworden sind und jetzt Delegierte sind. So, wir haben jetzt 118 abgegebene Stimmen. Noch 10 Sekunden. So, ich habe jetzt innerlich runtergezählt. Ich schließe den Wahlgang. Es gibt 118 abgegebenen Stimmen. Keine Nein. Drei Enthaltungen. Damit ist ja das Wahlverfahren erneut mit sehr großer Mehrheit angenommen worden. Und so wollen wir jetzt auch verfahren. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Listenaufstellung jetzt weiter voranschreiten können. Ich drücke allen Kandidatinnen die Daumen für ihre Rede und viel und gutes Gelingen. Ganz herzlichen Dank, liebe Dörte. Nun haben wir das Wahlverfahren mit großer Mehrheit angenommen. Und bevor wir zum einzigen am heutigen Tag vorliegenden Antrag kommen, haben wir einen letzten Punkt sozusagen. Und das ist die Vorstellung des Awareness-Teams, das euch auch bei diesem Parteitag wieder zur Verfügung steht. Und das stellt uns jetzt Mayra aus dem KV Nordfriesland kurz vor. Liebe Mayra, du hast das Wort. Wie man losgehen kann, stelle ich euch jetzt noch mal kurz das Awareness-Team vor. Das habe ich auch schon auf dem Parteitag im Dezember für uns gemacht. Das Awareness-Team ist ein Angebot des Landesvorstandes und ist eigentlich auf allen großen Veranstaltungen dabei. So auch heute auf dem Landesparteitag. Und ist einfach als AnsprechpartnerInnen vor Ort. Denn wir Grünen setzen uns für eine Welt ein, die frei von Vorurteilen, Rollenbildern und aller Art der strukturellen und individuellen Diskriminierung ist. Und deswegen setzen wir im Politischen eben auch auf Themen wie Antirassismus, Feminismus, Gleichheitsgerechtigkeit und die konsequente Einhaltung der Grundfreiheiten. Genau, auch heute ist noch mal für viele Menschen ein extrem spannender und aufregender Tag. Und gerade deshalb bitten wir euch, auf einige Dinge Acht zu geben. Denn Menschen haben auf diesen Veranstaltungen unterschiedliche Bedürfnisse und vor allen Dingen unterschiedliche Wahrnehmungen. Und gerade heute bei so einer digital-hybriden Veranstaltung ist das besonders wichtig. Und deshalb haben wir auch, glaube ich, in der vorletzten Mail noch mal etwas zum Awareness-Team rumgeschickt, was es ist. Und vor allen Dingen, wie man sich auf so digitalen Parteitagen verhält. Gerade bei so digitalen Veranstaltungen ist es ja ganz klar, dass so Seitengespräche und Randgespräche fehlen. Und deswegen müssten es ja natürlich Austauschmöglichkeiten geben. Aber dennoch bitten wir euch in diesen digitalen Chatgruppen, euch angemessen zu verhalten. Und wenn ihr jetzt noch nicht die Möglichkeit hattet, euch diese Etikette durchzulesen, dann nehmt euch doch gleich noch einen Augenblick und nehmt diese wahr. Genau. Denn ob eine Rede kritisch oder aggressiv ist, nehmen wir eben alle unterschiedlich wahr. Und deshalb ist das Awareness-Team bei jeglicher Grenzüberschreitung für euch ansprechbar. Wir wollen, dass sich hier heute alle wohlfühlen. Und deshalb stellen wir uns auch gegen jegliche Art der Diskriminierung. Im Awareness-Team befinden sich heute Elisabeth Horst-Kütters, Sven Gebhardt, Juliane Michel und ich. Ihr könnt uns einfach unter der gerade schon die ganze Zeit eingeblendeten Nummer erreichen. Und ich nenne die Nummer jetzt auch noch einmal 01522 37 51848. Genau. Wenn ihr mit einer speziellen Person sprechen möchtet, dann sagt uns einfach Bescheid. Wir werden uns abwechseln. Genau. Und scheut euch nicht, dieses Angebot wahrzunehmen. Und jetzt will ich uns nicht länger aufhalten und wünsche uns allen einen schönen und aufregenden Landesparteitag. Vielen Dank, Mayra, für die Vorstellung und vielen Dank an das Awareness-Team für euren Einsatz. Wir kommen jetzt zum Antrag Speicherkrog, dem einzigen inhaltlichen Antrag, den wir heute behandeln wollen. Vorstellen wird ihn uns Tanja Mattis aus dem KV Dithmarschen. Dann ist Tanja da und kann sie zugeschaltet werden? Wunderbar. Super. Es ist heute so, dass ihr bitte anfangen müsst zu sprechen. Dann sieht man euch auch, nicht umgekehrt. Also schieß los. Dann fange ich mal an. Ja, vielen lieben Dank. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, dass der Antrag zum Speicherkrog es diesmal auf die Tagesordnung geschafft hat. Und danke besonders, weil es der einzige Sachantrag ist. Das ist nicht selbstverständlich. Im Mai hatten wir als Einzelperson den Antrag gestellt. Er ist daraufhin zurückverwiesen worden in die Landesarbeitsgemeinschaften Natur und Umwelt und die LAG Tourismus. Wir haben in den LAG'en unsere Hausaufgaben gemacht, hatten zunächst im Juni einen gemeinsamen Ortstermin im Speicherkrog Dithmarschen und haben in den Wochen darauf diskutiert und recht schnell eine gemeinsame Formulierung gefunden, die nun hier heute zur Abstimmung steht. Für alle, die beim Parteitag im Mai nicht dabei waren und vielleicht auch für alle anderen nochmal, möchte ich den Antrag auch inhaltlich kurz begründen. Tourismus ist eine wichtige und wachsende Branche in Schleswig-Holstein und die Förderung ist zur Vermeidung von Fernreisen auch im Sinne des Klimaschutzes. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass der touristische Ausbau oder der Ausbau der touristischen Infrastruktur auch naturverträglich gestaltet wird. Zum einen, um unsere Biodiversitätsziele zu erhalten, zum anderen aber auch, um die Grundlage für den Tourismus selbst zu erhalten. Denn die Menschen kommen hier, um die Landschaft, die Natur und die Artenvielfalt bei uns zu genießen. Dazu müssen wir hochwertige Naturgebiete mit angepassten Konzepten in Wert setzen und ihrer Schutzbedürftigkeit gerecht werden und effektiven Schutz gewährleisten. Der Dittmacher Speicherkug liegt an der Westküste zwischen Büsum und Friedrichskug in Höhe der Meldorfer Bucht. Und im Nordteil, um den es bei uns am Antrag geht, befinden sich zwei Naturschutzgebiete, die zusammen mit dem angrenzenden Wattenmeer auch FFH-Gebiet sind. Das gesamte Gebiet ist Teil eines Vogelschutz, also EU-Vogelschutzgebiets und damit auch von Natura 2000. Der Speicherkug hat als Brut- und Rastgebiet internationale Bedeutung und ist ein wichtiges Brutgebiet für teilweise vom Aussterben bedrohte Arten. Zum Beispiel die scheuen- und störungsempfindliche Uberschnäpfe und Kampfläufer. Die seht ihr im Hintergrund. Die schönen, auffälligen Männchen und ein Weibchen, das den Männern die kalte Schulter zeigt. Genau, aber auch typische Küstenarten wie Säbel, Schneeblau und Auslandfischer brüten dort, für die wir eine ganz besondere Bedeutung haben hier am Wattenmeer. Nicht ohne Grund ist das Gebiet Teil des Wiesenvogelschutzprojekts der Stiftung Naturschutz, welches leider demnächst endet. Drei Gemeinden, zu denen der Nordteil gehört, nutzen den Speicherkug touristisch. Gegen eine gewisse touristische Nutzung ist auch gar nichts einzuwenden. Allerdings erfolgt diese schon jetzt dermaßen ausufernd und unkontrolliert, dass wir in den vergangenen Jahren wirklich heftige Probleme hatten, hier dem Artenschutz und Naturschutz gar noch gerecht zu werden. Hinzu kommt, ich habe gesagt, dass das gesamte Gebiet Schutzgebiet ist. Das stimmt nicht ganz. Es gibt drei Ausnahmen. Wie kleine Inseln inmitten dieses Vogelschutzgebiets sind die Badestelle Norder-Meldorf, der Meldorfer Hafen und die Badestelle Elpersbüttel. Ja, da darf diesen also Nichtschutzgebiet und dazu darf eben auch auf einer Wasserfläche Binnendeichs gesurft werden und Außendeichs wird gekitet, ist Kitesurfen erlaubt. Und der NABU-Bundesverband hat das in seinem Positionspapier zum Kitesurfen als Negativbeispiel genannt. Bisher ist die touristische Nutzung auf den Tag beschränkt. Die drei Gemeinden planen allerdings im Hafen einer Ferienhaus-Siedlung und an den Badestellen weitere Wohnmobilstellplatz und weitere Übernachtungsmöglichkeiten mit Zeltplatz zu errichten. Insgesamt sollen 300 bis 400 Betten geschaffen werden. Und ein Flächennutzungsplan ist inzwischen auch beschlossen mit Zustimmung der Landesregierung. Das war jetzt im Januar, weshalb wir wirklich dringend jetzt mal darüber abstimmen sollten. Schon jetzt halten sich die Besucher nicht an Regeln. Betreut wird das Gebiet nur ehrenamtlich durch den NABU, der schon jetzt eben nicht in der Lage ist, die Natur vor den Auswirkungen des massiven Tourismus dort zu schützen. Betretungsverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen werden nicht eingehalten, was zu massiven Störungen oder eben auch Verkehrsopfern geführt hat. Jetzt an windigen, sonnigen Tagen gleicht der Speicherkrug teilweise schon einem Freizeitpark, sodass hier dringend eine professionelle hauptamtliche Betreuung, die bereits in anderen Gebieten notwendig ist. Für die Vogelschutzgebiete gilt nicht nur ein Verschlechterungsverbot, sondern ein Verbesserungsgebot. Und wir müssen diesen Auftrag endlich ernst nehmen. Und Übernachtungsmöglichkeiten in so einem sensiblen Gebiet gehören definitiv nicht dazu. Eine gewisse touristische Nutzung tagsüber ist unproblematisch mit dem Naturschutz vereinbar, wenn und sofern eine Lenkung stattfindet und das Freizeit- und Erholungsangebot sich an den Bedürfnissen der Schutzgebiete orientiert. Nachts jedoch ist die Natur besonders empfindlich und es gibt keine Notwendigkeit, die Menschen in so einem sensiblen Gebiet auch noch nachts sich aufhalten zu dürfen und dort übernachten zu lassen. Vor allem nicht mit der Begründung der Planer dort, nämlich die Innenstadt Meldorfs beleben zu wollen. Wir haben in Schleswig-Holstein wegen der Einmaligkeit des Zusammenspiels von Wattenmeer und Naturschutzkögen eine besondere Verantwortung für genau diese Gebiete. Es ist höchste Zeit, diese Gebiete konsequent zu schützen, den Tieren die erforderliche Ruhe und Ungestörtheit zu gewähren und kommerzielle Interessen hinten anzustellen. Wo Schutzgebiet dran steht, muss auch Schutzgebiet drin sein. Und ein Satz, den ich zuletzt gehört habe, war, der Mensch zerstört, was er liebt, indem er es findet. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Schutzgebiete nicht zerstören. Vielen Dank. Vielen Dank, Tanja. Dann kommen wir jetzt zur Gegenrede, die hält Jan Philipp Albrecht. Ist Jan da? Super, Jan, wenn du redest, müsstest du auch zu sehen sein. Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, wir hören dich. Super, also erst einmal einen schönen guten Morgen in die Runde und auch vielen Dank für die Diskussion zu dem Thema. Wir hatten die ja nun schon häufiger auf dem Parteitag und haben ja auch viele Gespräche immer wieder geführt. Und ich würde gerne an der Stelle vor allen Dingen eines sagen wollen, und zwar, dass dieses Thema, das habe ich ja auch schon mehrfach in Gesprächen deutlich gemacht, eigentlich keines wirklich ist, dass man an das Land und unsere Landesgrünen sozusagen richten muss, sondern das ist ein Thema, das im Kreis in Dithmarschen zu lösen ist. Denn die allermeisten Aufträge, die in diesem Land, in diesem Antrag formuliert sind, richten sich an die dortige untere Naturschutzbehörde im Kreis oder eben auch an die entsprechenden Planungen mit Blick auf den Bau oder die Errichtung von oder Genehmigung von touristischen Einrichtungen oder den Vollzug eben von Recht und Gesetz auch durch die Ordnungsbehörden vor Ort. Und das ist eine Situation, die wir so in vielen Kreisen in Schleswig-Holstein haben und die häufig stattfindet, dass also durchaus festgestellt wird, dass bestimmte Defizite bei der Durchsetzung zum Beispiel von Regeln vor Ort existieren. Und das ist deswegen auch richtig, das zu thematisieren. Aber ich denke, wir sollten das an der richtigen Stelle machen und auch dort, wo wir wirklich entsprechend die Entscheidung auch treffen können. Die Schutzgebietsbetreuung, die sozusagen regelt, dass generell Naturschutzverbände wie hier zum Beispiel der NABU die Schutzgebietsbetreuung in unseren Schutzgebieten im Land übernehmen. Die ist natürlich landesweit geregelt und auch die Frage zum Beispiel die Förderung von Infrastruktur, touristischer Infrastruktur in den Kreisen ist im Land geregelt, weil das EU-Mittel zum Beispiel sind, die entsprechend verausgabt werden. Aber die Entscheidungen darüber treffen nicht die Behörden auf Landesebene, denn diese Regeln, die werden allgemein gesetzt, sowohl für die Betreuung als auch für die Förderung, sondern die werden dann am Ende natürlich dadurch getroffen, ob man generell eine solche Schutzgebietsbetreuung will. Das wird auch vor Ort geregelt oder ob man generell eine bestimmte touristische Infrastruktur haben will. Und diese politische Entscheidung, die kann die Landesebene, der Kreisebene und sollte sie auch nicht abnehmen. Und insofern würde ich euch darum bitten, dem Antrag hier an der Stelle nicht zuzustimmen und das auch weiter zu diskutieren auf Kreisebene, gerne auch unter Beteiligung der Landesebene, falls da Fragen sind. Wir stehen da jederzeit zur Verfügung, die zu beantworten. Aber mein Eindruck war auch in den Gesprächen und Diskussionen, die ich durchaus ja auch vor Ort mitführen durfte, dass da durchaus auch noch Diskussionsbedarf im Kreisverband selber existiert zu den Fragen. Und dann sollten wir das nicht hier sozusagen auf den Landesparteitag verlagern. Danke. Danke, Jan. Uns liegen jetzt zwei weitere Wortmeldungen vor. Einmal nochmal Tanja und Bernd Voss. Tanja, dann hast du direkt nochmal für drei Minuten das Wort. Danach Bernd Voss, drei Minuten und dann würden wir die Redeliste schließen und zur Abstimmung kommen. Tanja. Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Ja, Jan Philipp. Es liegt viel Zeit hinter der ersten Antragstellung. Zum ersten Mal, also erstens wurde im September 2019 im Kreisverband Büsum ein Beschluss gefasst, dass wir diese Ferienhaussiedlung so ablehnen. Im Herbst war in Büsum damals 2019 der Parteitag. Da ist ein Antrag gestellt worden. Der kam, weil so viele Anträge gestellt waren, nicht zur Abstimmung. Wir haben dann den Antrag neu gestellt jetzt. Wir haben jetzt den Antrag gestellt durch die Landesarbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt, in der du ebenso wie Bernd Voss übrigens Mitglieder seid. Ich habe bei den Diskussionen zuletzt, insbesondere seit dem letzten Parteitag und dem Ortstermin, wo wir jetzt den gemeinsamen Antrag abgestimmt haben, weder gemerkt, dass du oder Bernd Voss euch irgendwie in die Diskussion eingebracht habt. Vielleicht ging es an mir vorbei, würde mich aber irgendwie wundern. Und ich frage mich einfach, wir sind hier eine Partei der Basisdemokratie. Die LAG Tourismus hat einstimmig beschlossen, den Antrag zu stellen. Beim Naturschutz gab es Enthaltungen, aber eben auch keine Gegenstimme. Da waren neue Mitglieder dabei, die das Thema halt auch einfach noch gar nicht kannten. Und du hast recht, teilweise betrifft es nicht die Zuständigkeit des Landes, teilweise aber eben doch. Es geht hier um eine hauptamtliche Schutzgebietsbetreuung zum Beispiel. Und eben beim Bauleitverfahren ist eine Zustimmung der Landesregierung notwendig. Da sehe ich durchaus eine Verantwortung auch der Grünen auf der Ebene. Hinzu kommt, dass auf Kreisebene schon sehr viel gemacht wird. Wir sind zum Glück beim Kreis mit den Grünen auch vertreten, in den Gemeinden eben nicht. Wir haben zwar bald die Kommunalwahlen und hoffen dann auch zum Beispiel im Stadtrat der Meldorf vertreten zu sein. Aber so weit sind wir nicht. Und ich verstehe einfach nicht, was spricht denn dagegen, jetzt darüber abzustimmen. Also wir diskutieren jetzt so weiter. Das geht alles von unserer Zeit ab für die Landesliste. Und ich verstehe nicht, was dagegen spricht. Einfach, dass die Grünen nach außen ein Signal setzen und sagen, solche Projekte möchten wir nicht. Danke, Tanja. Dann hat jetzt Bernd Voss das Wort. Bernd, versuch mal zu sprechen. Bernd müsste gleich kommen. Wir warten noch eine Sekunde. Bernd, du müsstest annehmen, dass du sprechen darfst. Versuch das mal. Bernd, du müsstest annehmen, dass du dich bist. Du bist freigeschaltet. Versuch mal, was zu sagen, bitte. Jetzt müsste es gehen. Bernd? Wir können dich nicht hören. Kannst du deine Stummschaltung aufheben, Bernd? Bernd, du musst deine Kamera freigeschalten. Und dich entstummen, dann müsstest du sprechen können. Wir warten jetzt noch mal einen Moment. und gucken, ob das dann klappt. Oh, entschuldigt bitte. Jetzt ist das der dritte Versuch, aber ich hoffe, das wird jetzt klappen. Wir hören dich, Bernd. Viele spannende Tourismusorte von Sylt bis Travemünde. Wir haben aber auch im Binnenland und an der Küste viele Orte, in denen Tourismus stattfindet, in denen Tourismus möglich ist. Und wir ermöglichen dadurch vielen Menschen, ohne zu fliegen, ohne weiter Autofahrten zu machen, Urlaube einzulegen. Und das, denke ich, sollten wir weiterentwickeln. Und wir haben mit dem Speicherkogen, der ist in den 70er Jahren eingedeicht worden, auch daher ist so der größte Bauhof des Landesamtes für Küstenschutz nach wie vor da drin. Und ist zugleich ein Gebiet, wie bereits geschildert wurde, für Tourismus, aber auch mit wertvollen Naturschutzflächen. Daher ist im Grunde, wenn man jetzt beobachtet, wie Tourismus da stattfindet, eine Besucherlenkung, eine Gestaltung dringend erforderlich. Und die Gemeinden haben sich in den letzten Jahren oder seit über zehn Jahren auf den Weg gemacht, das hinzubekommen. Auch unter anderem die langjährige grüne Bürgermeisterin von Meldorf mit dabei, um einfach eine Besucherlenkung in einem Gesamtprojekt da zu ermöglichen, aber auch den Tourismus noch besser zu gestalten. Wir haben FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht seit einem Jahr vor. Die ist ganz eindeutig. Es geht. Es geht ohne große Auflagen. Es ist im Grunde alles gängig und selbstverständlich machbar und die Bauleitplanung läuft. Ich will mich jetzt nicht in die vielen juristischen Dinge und verwaltungstechnischen Dinge verlieren, wer, wo, welche Sache gestalten muss. Bund, Land, Gemeinde. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss ich sagen, wir sind eine Partei, die nicht blockiert, die nicht verhindern will. Wir sind eine Partei der Nachhaltigkeit, des Naturschutzes, des Gestaltens und auch des Dialogs. Und ja, es ist richtig. Es hat im Sommer einen Termin stattgefunden im Speicherkook der LAG Naturschutz. Auch danach haben verschiedene Gespräche stattgefunden, was ich einfach und deswegen auch der Dialog vermisse und schon beim Parteitag vor einem guten halben Jahr angemerkt habe und angemahnt habe, dass man doch mit den Gemeinden dringend reden muss über das Projekt, sich das Projekt erklären lässt und vielleicht auch gegenseitig in die Gedankensicht dabei treibt. Das erwarte ich einfach auch von einer LAG Naturschutz. Wir sind Regierungspartei. Wir wollen Regierungspartei bleiben. Und von daher ist es einfach unverzichtbar, dass der Dialog mit der Gemeinden stattfindet und hier nicht dieser Antrag so durchgeht, der Subventionen in dem Bereich blockiert, der im Grunde sagt, bleib mal da raus und lass das gestalten sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Bernd. Dann hatten wir vorhin die Redeliste geschlossen, laut Verfahrensvorschlag uns zehn Minuten vorgenommen. Die haben wir jetzt. Es haben sich jetzt noch zwei Männer eingeworfen, auch noch sprechen zu wollen. Da die Redeliste aber schon zu war, würden wir es dabei jetzt belassen und zur Abstimmung kommen. Ich frage mal, ist vorbereitet? Wunderbar. Dann kann die Abstimmung eröffnet werden. Und ihr könnt jetzt bitte für oder gegen den Antrag Speicherkook abstimmen. Dann kann die Abstimmung eröffnet werden. Wir haben jetzt 122 abgegebene Stimmen. Ich warte noch mal ein paar Sekunden und dann schließen wir die Abstimmung. Vielen Dank. Bei 123 abgegebenen Stimmen haben wir 55 Stimmen für den Antrag, 40 Stimmen gegen den Antrag, bei 29 Enthaltungen. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank. Jetzt würde Dörte gerne kurz noch was sagen. Ja, aber eigentlich nur für die Leute, die hier im Raum sind. Nein, dann nutzt das nichts. Aber es geht um euer leibliches Wohl. Und ich möchte euch einmal sagen, dass ihr draußen an dem langen Tisch gleich ein Catering vorfindet, an dem ihr euch frei bedienen könnt. Und außerdem steht da Kaffee und Getränke. Nehmt euch, was ihr nehmen wollt und lasst es euch schmecken. Danke Dörte. Ich weiß nicht, ob ihr das durch mein Mikrofon jetzt mithören könntet. Wir werden hier versorgt mit Essen und Getränken. Ich hoffe, ihr habt euch selbst zu Hause auch ein Buffet aufgebaut. Wir kommen jetzt zu Top 3. Lasst mich vorher noch einmal Namen von Mayra und dem Awareness Team an das Awareness Team erinnern und noch einmal ergänzen, dass ihr an die vorhin eingeblendete Handynummer natürlich auch SMS schicken könnt, wenn euch zwischendurch danach sein sollte. Wunderbar. Wir kommen dann jetzt zu Top 3 der Fortsetzung der Wahl zur Landesliste zur Landtagswahl 2022 und damit in die Aufstellungsversammlung nach Paragraf 35a Landeswahlgesetz. Dörte und Jörn haben es vorhin bei der Vorstellung des Verfahrens ja schon mal erläutert. Heute können wir die im Dezember nominierten KandidatInnen bestätigen. Und um euch noch einmal in Erinnerung zu rufen, für wen ihr euch im Dezember bereits entschieden habt, wurde hier ein kleines Video vorbereitet. Ich nenne euch aber auch noch einmal alle Namen derjenigen, die im Dezember auf den Plätzen 1 bis 14 nominiert wurden. Das sind auf Platz 1 Monika Heinold, Platz 2 Aminata Touré, Platz 3 Eker von Kalben, Platz 4 Lasse Petersdotter, Platz 5 Silke Baxen, Platz 6 Joschka Knut, Platz 7 Nelly Waldeck, Platz 8 Jasper Balke, Platz 9 Katharina Nies, Platz 10 Dirk Kock-Rover, Platz 11 Uta Röpke, Platz 12 Jan Kirschner, Platz 13 Anna Langsch und Platz 14 Malte Krüger. Ich schlage vor, dass wir jetzt das Video schauen. Passt das gerade? Kommt sofort. Dann könnt ihr die Bilder auch noch mal sehen und habt die Leute vor Augen. Ich möchte eine starke grüne Stimme sein und diese Perspektive ins Parlament einbringen. Ich stehe heute hier als Anna Langsch, eine Person mit Erfahrungs- und Fachwissen. Es muss schneller anders werden. Auch dafür will ich eure Stimme sein. Pien, Schleswig, Holstein gemeinsam grüner und vor allem kreativer machen. Bäuerinnen und Bauern hören mir zu. Aufenthaltsrecht und Gewaltschutz müssen endlich zusammengedacht werden. Es ist Zeit, gerade jenen Menschen eine Stimme zu geben, die im Gesundheitswesen zu lange vergessen wurden. Mobilität ist ein Grundrecht und eine Voraussetzung für soziale Teilhabe. Wir haben auf den Weg gebracht, auch über den Koalitionsvertrag hinaus ein Sportfördergesetz. Für mich sind diese drei Themen, Naturschutz, Landwirtschaft und Klimaschutz, sehr eng miteinander verknüpft. Kein Fußbreit den Faschisten gilt unfair ändert. Die Erhöhung der Qualität in den Kitas durch mehr Personal. Dafür habe ich auch in zwei Haushalten hintereinander mehr Geld erkämpfen können. Und die logische Konsequenz aus unseren grünen Erfolgen und das Wissen darum, was wir noch erreichen können, ist, selbstbewusst zu beanspruchen, stärkste Kraft im Land zu werden. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, das tut unserem Land verdammt gut, wenn Frauen ganz vorne mitmachen. Vielen Dank für das Video. Wie ihr wisst, ist in dieser Zeit alles ein bisschen anders und wir müssen die im Dezember getroffenen Entscheidungen nochmal bestätigen. Das können wir heute tun und nach diesem Verfahren werden wir dann auch den zweiten Teil der Liste wählen. Damit alles richtig seine Ordnung hat, müssen wir euch jetzt trotz des bereits durchgeführten Parteitags im Dezember nochmal fragen. Gibt es für die Plätze 1 bis 14 weitere Bewerbungen? Im System werden jetzt gerade keine Wortmeldungen angezeigt. Das scheint also nicht der Fall zu sein. Sehr schön, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung der nominierten Listenplätze 1 bis 14 für die Landtagswahl 2022 in verbundener Einzelwahl. Die Abstimmung ist vorbereitet und ist eröffnet. Wunderbar, dann macht euch ans Werk. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bislang sind 120 Stimmen abgegeben. Die Letzten mögen noch ihre Kreuzchen machen. Einen Moment warten wir noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben jetzt 126 abgegebene Stimmen. Dann können wir die Abstimmung schließen. Alles klar, wunderbar. Die Abstimmung ist geschlossen. Ich lese einmal die Ergebnisse vor der Reihe nach. Auf Listenplatz 1 hat Monika. Auf Listenplatz 1 hat Monika Heinoldt 118 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und eine Enthaltung und ist damit gewählt. Auf Listenplatz 2, auf Listenplatz 2, auf Listenplatz 2, auf Listenplatz 3 Eker von Kalben mit 112 Ja-Stimmen mit 112 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen gewählt. Auf Listenplatz 4, 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 auf Listenplatz 5 gewählt ist Silke Baxen mit 109 Ja-Stimmen mit 109 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Auf Listenplatz 6, 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 auf Listenplatz 7 gewählt ist Nelly Waldeck mit 95 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. Auf Listenplatz 6, auf Listenplatz 7, auf Listenplatz 7, auf Listenplatz 7, auf Listenplatz 7, auf Listenplatz 9 gewählt ist Katharina Nies mit 102 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Auf Listenplatz 10 gewählt ist Dirk Kockrover mit 101 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Auf Listenplatz 11 gewählt ist Uta Röpke mit 101 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Auf Listenplatz 12 gewählt ist Jan Kirschner mit 101 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. Und auf Listenplatz 13 ist gewählt Anna Langschmidt mit 95 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Und Moment, auf Listenplatz 14 gewählt ist Malte Krüger mit 96 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Gut, damit haben wir den Anfang, also nämlich die Bestätigung derjenigen, die wir im Dezember schon nominiert hatten, bereits geschafft. Vielen Dank dafür, herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten. Das ist sehr schön, dann können wir doch mit diesem Wind im Rücken weitermachen mit Vorstellung und Wahl von Listenplatz 15. Wir haben auf Listenplatz 15 eine Reihe von Kandidaturen und eine Reihe von erneuten Kandidaturen. Ich sage nochmal, eben diejenigen, die sich bereits im Dezember vorgestellt haben für die Liste, haben das da mit 8 Minuten tun können, dürfen sich jetzt mit 4 Minuten in Erinnerung rufen. Alle, die sich im Dezember noch nicht vorgestellt haben, haben natürlich heute 8 Minuten Zeit, das zu tun. Ich verlese einmal die neuen Kandidaturen. Das ist Ann-Christin Hahn aus dem KV Pinneberg, Kerstin Hansen aus dem KV Dithmarschen, Vera Telissi aus dem KV Nordfriesland, Kirsten Wegner aus dem KV Kiel. Und als erneute Kandidaturen haben wir hier Susanne Baumann aus dem KV Herzogtum Lauenburg, Kirsten Bock aus dem KV Plön, Sina Chlorius aus dem KV Schleswig-Flensburg, Annabelle Luisa Pescher aus dem KV Flensburg, Ulrike Teck aus dem KV Segeberg und Irina Petersen aus dem KV Nordfriesland. Ich stelle jetzt die Frage, ob es noch weitere Bewerbungen gibt, die uns noch nicht vorliegen. Dörte erklärt uns gerade, dass Kirsten Wegner, die vermutlich gerade hektisch versucht, sich zu melden, erst auf Platz 17 kandidieren möchte, also aus der Liste wieder raus muss. Wir gucken noch einmal, ob es sonst noch weitere Bewerbungen gibt und gucken noch mal ganz in Ruhe, ob die Liste jetzt so richtig ist. So, dann haben wir jetzt die Liste, so wie ich sie vorhin verlesen habe, aber ohne Kirsten Wegner. Wir werden euch jetzt in alphabetischer Reihenfolge, so wie es der Vorschlag vorsieht, die Möglichkeit zur Vorstellung geben. Diejenigen, die sich bereits einmal vorgestellt haben, bitte mit vier Minuten und alle, die das noch nicht getan haben, haben acht Minuten Zeit. Und es beginnt, mal sehen, ob das jetzt klappt, es beginnt Susanne Baumann. Versuch mal zu sprechen, Susanne. Okay, die Technik sagt gerade, wir müssen noch einen Moment warten. Das tun wir dann, bis es soweit ist. Susanne Baumann, versuch mal anzunehmen. Und dann zu sprechen. Ich glaube, es funktioniert. Wunderbar, wir können dich hören. Schieß los. Es ist ein schwieriger Schulstart in diesem neuen Jahr 2022. Immer noch haben wir keine normalen Bedingungen an unseren Schulen. Geprägt von Hygienekonzepten, Tests, Quarantäne und anderen Maßnahmen ist dieser Schulalltag aber trotzdem so immens wichtig für Kinder und Jugendliche in unserer heutigen Zeit. Das Schulleben hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert und gerade deshalb sind Schulen für die jungen Menschen in unserem Land von so großer Bedeutung. Sie sind Lebensorte geworden, in denen sich die Kinder und Jugendlichen bis zu zehn Stunden am Tag aufhalten, weil sich ihre Familienstrukturen verändert haben. Und mit dem Rechtsanspruch auf den Ganztag haben wir in der Zukunft eine der großen bildungspolitischen Aufgaben im Land zu bewältigen. Liebe grüne Freundinnen, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Dieses Zitat stammt von Nelson Mandela und beschreibt die große Chance für die Gestaltung unserer aller Zukunft. Die Digitalisierung beeinflusst inzwischen alle Lebensbereiche, wie wir arbeiten, kommunizieren und lernen. Und besonders alle Bildungsinstitutionen stehen jetzt vor der Herausforderung, diese Veränderungsprozesse zu bewältigen. Denn eine zukunftsfähige Bildung muss unsere jungen Menschen dazu befähigen, den Herausforderungen eigenständig, verantwortungsvoll und kompetent zu begegnen. Es geht dabei um einen lebenslangen Lernprozess, der wesentlicher Bestandteil unseres Alltags ist. Mit meinen schulischen Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung, in meiner täglichen Arbeit als Schulleiterin in einem multiprofessionellen Team und mit meiner Kompetenz als DATS-Kreisfachberaterin kann ich sowohl Praxiswissen als auch konstruktive neue Impulse in die Bildungspolitik bringen. Die Bereiche Nachhaltigkeit, interkulturelle Bildung und Erziehung, demokratische und gesellschaftliche Bildung sowie lebenspraktische Inhalte müssen in unseren Schulen einfach mehr Berücksichtigung finden. Im Schülerparlament meiner Grundschule in Nusse im Kassertzüttung Laumburg wird gerade geplant, wann endlich die langersehnten Schulhühner angeschafft werden können. Eltern und Kinder haben gemeinsam ein Außengehieb gebaut und den Stall errichtet. Nun soll auch in diesem Sommer noch der Schulhof lebendiger gestaltet werden. Und ich finde, das ist wirkliches Schulleben. Ich möchte die Grammatik von Schule, den gesamten Bildungsbereich neu denken und endlich auch das lebenslange Lernen in den Mittelpunkt stellen. Außerdem stehe ich für eine neue Form des Dialogs in unserer Wirtschaft. Die Sprache, nicht nur in der Politik, mehr noch in den sozialen Medien und auf der Straße, ist geprägt von Polarisierung und Missgunst. Nur wenn wir dafür sorgen, dass Menschen wieder richtig miteinander ins Gespräch kommen, ihre Meinung austauschen, Kompromisse finden, sich wertschätzend und respektvoll begegnen, wird sich unsere Gesellschaft verändern. Die Gründung von Bürgerräten könnte hier eine wichtige Brücke für unsere Demokratie werden. Die Zeit für einen Wandel ist jetzt gekommen. Einerseits durch die Pandemie und ihre Auswirkungen, aber auch durch die rasant fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche. Nutzen wir jetzt unsere Kompetenzen und die Ressourcen für diese Transformation in unserem Land. Und deswegen stehe ich nochmal hier, weil ich mit euch diese Herausforderung annehmen will und bitte daher um eure Stimme. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und die Unterstützung. Vielen Dank Susanne, das war super gut in der Zeit. Wir kommen dann zur nächsten Kandidatin und Kirsten Bock. Du hast vier Minuten Zeit, dich in Erinnerung zu rufen. Ist Kirsten da? Kirsten, du kannst sprechen. Mal sehen, ob wir dich dann sehen können. Ja, guten Morgen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stellen ein tolles Wahlprogramm auf die Beine und ihr habt schon viele tolle Menschen mit vielen ambitionierten Plänen auf unsere Landesliste gewählt. Damit alle Themen und alle Pläne besonders wirkungsvoll umgesetzt werden können, brauchen wir gute Gesetze. Anders als früher genügen gute Themen und Gesetze aber allein nicht mehr aus, damit wir unsere Klimaschutzziele, den Umweltschutz, die Migration, unsere Schul- und Bildungspolitik umsetzen können. Dafür brauchen wir eine gute Digitalpolitik und wir brauchen gute Gesetze, die sich in der digitalen Welt einfügen und dazu passen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, denn für die Umsetzung sind die technischen Voraussetzungen wichtig. Und dabei soll der Mensch im Mittelpunkt stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Kirsten Bock. Ich bin Datenschutzjuristin. Ich kümmere mich seit 20 Jahren um die Digitalisierung und um datenschutzfreundliche Gesetze und Verfahren. Was wir gerade erleben, ist eine zweite industrielle Revolution. Diesmal nicht mit Dampfmaschinen, sondern durch die Informationstechnologie. Ich möchte, dass wir bei der Digitalisierung in Schleswig-Holstein nicht unbeabsichtigt digitalen Schmutz verursachen. Ich möchte, dass wir unseren Enkeln eine freie Welt hinterlassen, in der sie unbeobachtet aufwachsen und ihre Persönlichkeiten entfalten können. Eine Welt, in der sie keine Angst vor staatlicher oder privater Überwachung haben müssen. Es ist wichtig, dass wir anfangen, anders über Privatsphäre und Datenschutz zu denken. Datenschutz ist Arbeitnehmerschutz, damit Whistleblower nicht entlassen werden, wie es bei Google jetzt geschehen ist. Datenschutz ist eine smarte öffentliche Verwaltung. Datenschutz ist Umweltschutz, der Unternehmen, die Daten über den Globus transportieren wollen, daran hindert, empfindliche Ökosysteme zu zerstören. Ich möchte, dass in der Fraktion die Fachkenntnisse vorhanden sind, die gebraucht werden, um die Digitalisierung nicht der FDP zu überlassen. Eine Fraktion, die Gutachten und Berichte selbst fachlich gut beurteilen und einschätzen kann, damit sie nicht allein auf Beratungsunternehmen angewiesen ist. Ich habe diese Fachkenntnisse. Mein Name ist Kirsten Bock. Ich bin Datenschützerin, Vorsitzende im KV Plön, stellvertretende Kreispräsidentin mit reichlich Erfahrung. Und ich bewerbe mich als datenschutzpolitische Sprecherin der Fraktion und bitte um eure Unterstützung für den Platz 15, gegen Überwachung, für einen guten Datenschutz und für die Freiheit. Ich danke euch. Liebe Kirsten, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich bitte dann als nächstes Sina Chlorius, sich in Erinnerung zu rufen und kann schon mal an Christine Hahn vorwarnen, dass sie die nächste danach ist. Haben wir Sina da? Vielen Dank. Sina, du bist von der Technik nicht auffindbar. Kann es sein, dass du nicht mit deinem Klarnamen bei Zoom angemeldet bist? Versuch dich mal umzunennen oder zu erkennen zu geben, damit wir dich aufrufen können. Sina, wir haben dich gefunden. Jetzt kannst du dich entstummen und das Video anmachen. Und dann müsste es losgehen können. So, da bin ich. Vielen Dank. Liebe Leute, wir haben jetzt 14 kompetente Menschen auf die Landesliste gewählt. Aber darunter ist noch niemand, der oder die das Thema erneuerbare Energien vertritt. Und wir wollen innerhalb der nächsten 20 Jahre sämtliche Industrieanlagen, Verkehr, Heizung, Schiffe, Waschmaschinen, die einfach alles ausschließlich mit erneuerbaren Energien betreiben. Das heißt, wir brauchen viel mehr Solaranlagen auf Dächern, auf Feldern. Wir müssten allein in Schleswig-Holstein jedes Jahr mindestens 160 Windenergieanlagen bauen. Da wird es Konflikte geben. Und ich bin überzeugt, dass wir Grünen die einzigen sind, die Brücken bauen können, zwischen der Energiewende auf der einen Seite, dem Naturschutz auf der anderen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern. Denn wir wissen, für unsere Zukunft müssen wir das Klima und die Artenvielfalt retten. Wir dürfen uns nicht erzählen lassen, wo ein Rotmilan auftaucht, kann kein Windrad mehr gebaut werden. Das ist doch Unsinn. Wo die CDU auftaucht und ihren Wählerinnen und Wählern erzählt, wir brauchen neue Abstandsregeln, da kann kein Windrad mehr gebaut werden. Dabei finden viele Menschen es total in Ordnung nah, an einem Windpark zu wohnen, wenn sie daran mitverdienen dürfen. Wir müssen mehr Bürgerenergieprojekte ermöglichen. Die erneuerbaren Energien leisten außerdem einen wichtigen Beitrag dazu, dass Jobs auf dem Land entstehen. Geschäftsführerbüros in ehemaligen Scheunen oder Windkrafttechniker neben der Ostenfelder Meierei. Ich finde es wichtig, dass nicht alle zur Arbeit in die Stadt pendeln müssen. Ich habe 20 Jahre lang auf einer Warft in Nordfriesland gewohnt. Jetzt wohne ich in Schleswig, aber mein Herz schlägt immer noch für die Landeier hier in Schleswig-Holstein. Ich möchte Sie im Landtag vertreten, denn der echte Norden ist mehr als Kiel. Das muss jetzt mal gesagt sein, liebe Kielerinnen und Kieler. Ich bin studierte Biologin und arbeite seit zehn Jahren bei der Wirtschaftsförderung Nordfriesland für die erneuerbaren Energien. Ich bin Sina Chlorius, 48 Jahre alt, war in Nordfriesland im Kreistag, bin jetzt im Vorstand des Kreisverbands Schleswig-Flensburg und ich bin Direktkandidatin für den Wahlkreis 5 Schleswig und außerdem Sprecherin der LAG Ökologie. Ich möchte eure Windmühlenkämpferin und Rotmilan-Flüsterin im Landtag sein. Und dafür bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Sina. Dann bitte ich jetzt Ann-Christin Hahn, wenn die Technik sie gefunden hat. Ann-Christin Hahn. Ann-Christin, du kannst loslegen. Versuch's mal. Du kannst sprechen. Das ist ja Duster, das habe ich vorher nicht gesehen. Wird man nicht, hallo. Ja, wir hören dich, wir sehen dich wunderbar. Leg los. Alles klar. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht das hübscheste Bild. Da bitte ich drüber hinwegzusehen. Und ich danke ganz herzlich für die Gelegenheit, mich vorzustellen. Ich bin Ann-Christin, meine Tochter nennt mich auch manchmal Ann-Christin Hahn. Die hat gerade den Nachnamen entdeckt. Die ist drei Jahre alt. Ich starte mal ganz kurz damit, was ihr über mich wissen solltet. Ich wohne mit meiner kleinen Familie in Tornisch im Kreis Pinneberg und bin seit der letzten Kommunalwahl dort Ratsfrau und Fraktionsvorsitzende der Grünen. Im vergangenen Jahr hat mich meine Fraktion zusätzlich als Vertreterin der Grünen-Fraktion in den Aufsichtsrat der Stadtwerke entsandt. Ich bin 41 Jahre jung, also genauso alt wie unsere Partei. Geboren in Rendsburg, aufgewachsen in Neumünster. Als erste von drei Geschwistern. Habe mein Abitur an der Klaus-Botschule in Neumünster gemacht. An der Nordakademie in Emshorn Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Später dort mein MBA gemacht. Also quasi ein Master in Unternehmensführung, wenn man das so sagen darf. Ich habe nach sehr wenigen Jahren in Anstellung 2004 mich selbstständig gemacht. Bin seit 17 Jahren Inhaberin der Firma Lasermobil. Wir sind inzwischen zehn Personen, die sich um das Thema Beschriftung, Lasergravur und so weiter kümmern. Das bringt mir großen Spaß, macht mir große Freude und ist eine große Verantwortung. Und mein Herz schlägt dadurch natürlich auch für das Unternehmertum. Ich habe mich darüber hinaus immer ehrenamtlich engagiert. Anstelle von klassischen Hobbys habe ich immer eher so Betätigungsfelder mit Impact gesucht. Das ist mir anfangs gar nicht so bewusst gewesen. Aber im Rückblick wird das dann doch sehr klar. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Besonders viel gelernt habe ich bei den Wirtschaftsjunioren, die es deutschlandweit gibt. Und bei denen sich junge Menschen vernetzen, die vor allem beruflich hohe Ziele verfolgen. Besonders stolz bin ich auf die Gründung des Vereins Mentor, die Leselernhelferkreis Pinneberg. Mit inzwischen über 100 LeselernhelferInnen für ein 1 zu 1 Coaching von Grundschulkindern, die beim Lesen, Lernunterstützung gebrauchen können und die zu Hause im Zweifel nicht bekommen. Und als wir vor einigen Jahren eine große Zahl an Geflüchteten aufgenommen haben und auch jetzt in der Pandemie, wie leisten diese Ehrenamtlichen noch einmal mehr einen Beitrag, den man gar nicht genug herausheben kann, weil der so wertvoll ist. Als besondere Ehre empfinde ich meine Wahl und auch wieder Wahl in die Vollversammlung und aus der Vollversammlung heraus zur Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Kiel. Aber zurück zur Politik und zur anstehenden Landtagswahl. Meiner Fraktion, meinem Ortsverband und Kreisverband habe ich vergangenen Sommer mitgeteilt, dass ich mich für eine Landtagskandidatur interessiere. Und für den Wahlkreis 21, Elmshorn-Tornisch, hat mich unsere Kreismitgliederversammlung als Direktkandidatin nominiert. Wir sind heute alle hier oder online, weil wir Verantwortung übernehmen wollen. Jeder und jede von uns engagiert sich für eine bessere Zukunft. Dafür geht man in die Politik. Wenn alles schon perfekt ist, macht man das ja nicht. Wir wollen die Gesellschaft weiterentwickeln zu einem Umgang im Einklang mit unserer Natur und nicht auf Kosten der Zukunft des Planeten. Und auch wenn sich das für viele Menschen immer noch als Luxusproblem anfühlen mag, haben wir ja verstanden, dass wir damit auch klar in unser allereigenem Interesse handeln. Klimaschutz, Artenschutz und Erhalt der Lebensräume ist für uns unsere Zukunft. Das werden wir nur gemeinsam erreichen. Und damit möchte ich den Boden zurückspannen zur Wirtschaft. Die Wirtschaft in unserem schönen Land ist geprägt vom Mittelstand. Und genau wie wir, die an einem Samstag die Weichen stellen für die Zukunft unseres Landes, übernehmen UnternehmerInnen ebenfalls große Verantwortung. Verantwortung für ihr Unternehmen, für ihre MitarbeiterInnen, für die Strukturen, in denen sie sich bewegen. UnternehmerInnen, das sind die Leute, die die Themen, die ihnen alles abverlangen, nicht weiter nach oben durchreichen. Bei ihnen landet alles, was in der Arbeitsebene nicht geklärt werden konnte. Und UnternehmerInnen sind deshalb Menschen, die diese Verantwortung angenommen haben und sich ihr stellen. Und das sollte auch unsere Sicht auf Unternehmertum sein. Dafür werbe ich sehr. Und damit sind UnternehmerInnen, uns engagierten PolitikerInnen natürlich ähnlicher, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Denn mit der Bewerbung auf ein Mandat im Landtag, bewerbe ich mich auch auf eine Stellung, in der Verantwortung wahrzunehmen ist und nicht durchzuleichen. Mein zweites Herzthema neben der Wirtschaft ist die Gleichberechtigung. Eine Gleichberechtigung können wir am wirkungsvollsten, oder können am wirkungsvollsten ja wir einfordern, die selbst betroffen sind von einer nicht perfekten Gleichberechtigung. Wir Frauen dürfen nicht darauf warten, dass man uns die Chancengleichheit auf einem Silbertablett hinterher trägt. Wir müssen darauf pochen und konkrete Forderungen stellen. Das ist uns allen hier klar. Euch muss ich nicht überzeugen. Vor dem Gesetz haben alle Bürgerinnen und Bürger gleiche Rechte, aber der Lebensalltag bietet nicht allen Menschen die gleichen Möglichkeiten. Das wurde und wird nach wie vor in der Pandemie besonders schmerzhaft sichtbar und es zieht sich durch alle Bereiche des Alltags. Meine Tochter ist drei Jahre alt. Über fehlende und kurzfristig ausfallende Betreuungssituationen kann ich ein Lied singen. Und meistens nehmen wieder nicht die Väter den nötigen unbezahlten Urlaub. Frauen werden wegen der Ausfallzeiten oft schlechter bezahlt, wegen der Ausfallzeiten, die auftreten. Wegen der Ausfallzeiten, die auftreten könnten, sind sie in einer schlechteren Verhandlungsposition. Männer fallen in ihrem Beruf weniger aus, weil sie diejenigen oft mit der besseren Bezahlung sind. Und das ist ein Henne-Ei-Problem. Da müssen wir grundsätzlich ran. Das ist nicht mit dem Knopfdruck gelöst. Und wenn ich noch was kurz sagen darf, dann bitte zum Thema Bürokratie. Lasst uns die Dinge nicht umständlicher machen, als sie sind. Damit ist allen geholfen, ihr Lieben. Und jetzt freue ich mich auf Fragen. Vielen Dank an Christine. Dann bitten wir jetzt Kerstin Hansen, sich in Erinnerung zu rufen. Kerstin, bist du da? Kerstin, dann schieß los. Kerstin, versuch mal, dich zu entstummen. Dann sollte es klappen. Ist die Kamera denn an? Nein, noch nicht. Doch, jetzt. Ich sehe dich und ich habe dich auch gehört. Leg los. Soll ich nochmal anfangen oder weitermachen? Wir haben noch nichts gehört. Wir fangen jetzt an, die Zeit zu stoppen. Nur ist ab jetzt vier Minuten. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, guten Morgen aus Dithmarschen. In Dithmarschen stehe ich hier vielleicht schon knietief im Wasser in zehn Jahren. Aber jetzt bin ich noch da. Und meine Themen, die ich bis dahin vertreten möchte, sind der ländliche Raum, Bildungs-, Sozial- und Frauenpolitik. Ich will landesweit das Schülerinnen-Ticket einführen, das wir in Dithmarschen im letzten Jahr umgesetzt haben. Jede Schülerin und jeder Schüler soll an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, in Schleswig-Holstein mit dem ÖPNV kostenfrei unterwegs sein können. Das ist mein Ziel. Aufgrund meiner fachlichen Kompetenz kann ich noch die noch fehlenden Themen im Rahmen der Sozialpolitik gut vertreten. Es ist mir wichtig, soziale Gerechtigkeit im Blick zu behalten. Ich habe als ehemalige Mitarbeiterin eines gemeinnützigen Trägers Menschen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt begleitet. Hier habe ich mit einem Kollegen vom Jobcenter erlebt, dass eine alleinerziehende Frau eine Berufstätigkeit nicht aufnehmen konnte, weil die Kita erst um 7.45 Uhr geöffnet hat, Arbeitsbeginn jedoch schon um 7.30 Uhr war und sie mittags auch nicht rechtzeitig zurückkommen konnte, weil der Bus nicht zur richtigen Zeit fuhr, weil die Taktung sehr breit ist. Wir können nicht einerseits als Gesellschaft versprechen, dass alle einer Berufstätigkeit nachgehen können und auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen dafür nicht schaffen. Als Geschäftsführerin im Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik war ich nicht nur mit der Umsetzung des Kita-Gesetzes beschäftigt, sondern auch quasi täglich mit dem Problem des Fachkräftemangels. Hier ist es für Dithmarschen so, dass es ausreichend Bewerberinnen gibt. Das Nadelöhr in dieser Stelle sind die fehlenden Lehrkräfte an der Erzieherinnenfachschule. So folgt aus dem einen Mangel der nächste. Es ist unsere Aufgabe als Politik, für gleiche Bedingungen zu sorgen und dafür Lösungen zu finden. Seit 1996 habe ich als Frauenhausmitarbeiterin und als Koordinatorin des Netzwerkes zum Thema häusliche Gewalt immer wieder erlebt, dass Frauen mit ihren Kindern aus ihrem Zuhause fliehen mussten. Ich habe nicht verstanden, wie Gesellschaft das mittragen konnte. Der Täter bleibt, das Opfer muss sein Zuhause verlassen. Mit dem Gewaltschutzgesetz 2002 und dem Motto, wer schlägt, der geht, hat sich einiges verbessert. Aber immer noch wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Als Landtagsabgeordnete will ich mich stark machen für die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Mein besonderes Anliegen heute ist, auch Dithmarschen braucht einen grünen Platz im Landtag. Man muss zwar Fähren und Brücken nutzen, um nach Dithmarschen zu kommen oder um es auch wieder zu verlassen, aber wir sind keine Insel, die abgekoppelt werden sollte. Neben all den Schwierigkeiten, die der ländliche Raum birgt, finden in Dithmarschen auch gerade enorme innovative Fortschritte im Bereich der erneuerbaren Energien, Stichwort Wasserstoff, statt. Diese werden auch dadurch getrieben, dass sich in Dithmarschen bei Brunsbüttel das größte zusammenhängende Industriegebiet in Schleswig-Holstein befindet. Das müssen wir als Grüne vor Ort eng begleiten. Meiner Meinung nach sollten in einem Landesparlament möglichst viele Regionen auch vertreten und themenkompetent besetzt sein. Es besteht nicht nur ein nennenswerter Unterschied zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum an sich, sondern auch zwischen den ländlichen Teilen Schleswig-Holsteins. Im Speckgürtel von Hamburg gibt es andere Interessen und Schwerpunkte als in einer Region an der Westküste, die insgesamt oft unbeachtet bleibt und außerdem auch noch den Ruf einer sturen Bevölkerung hat. Stur oder beharrlich bin ich auch. Ich will grüne Politik mitgestalten. Mit euch für die Menschen in Schleswig-Holstein und für Dithmarschen. Dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kerstin. Das war zeitlich eine Punktlandung. Wunderbar. Dann hat jetzt als nächstes Annabelle Luisa Pescher die Möglichkeit, sich in Erinnerung zu rufen. Ist sie schon da? Okay, wir warten einfach kurz. Ich kann ja schon mal sagen, dass danach Irina Petersen und dann Ulrike Teck an der Reihe sind. Und ich nutze die kurze Pause auch noch mal zu sagen, dass uns hier inzwischen aufgefallen ist, dass ihr beim Video der Vorstellung der Kandidaten 1 bis 14 gar keinen Ton gehört habt. Ihr könnt euch das Video natürlich auf der Internetseite des Landesverbands noch mal anschauen, wenn ihr nicht mitlesen konntet, was gesagt wurde. Wunderbar. Dann versuchen wir es jetzt noch mal. Annabelle Luisa Pescher, bist du da? Moin, ich bin da. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ja, wunderbar. Dann leg los. Du hast vier Minuten. Liebe Freundinnen, vor gut einem Monat durfte ich mich euch bereits einmal vorstellen und habe euch von mir und meinen Visionen für eine echte inklusive Gesellschaft erzählt. Aber was ist eigentlich Inklusion? Inklusion bedeutet, dass alle Menschen dazugehören und dass keiner außen vor ist. Dass jeder Mensch verschieden ist, ist in einer inklusiven Gesellschaft selbstverständlich. Auf unserem letzten Landesparteitag wurde viel darüber geredet, wie sich die Zukunft uns des Landes vorgestellt wird, wie Stadt, Land, Schleswig-Holstein sein soll. Mir stellt sich dabei immer die Frage, was müssen wir als Politik in Zukunft dafür tun, dass wirklich alle Menschen mitgedacht werden und Inklusion nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Denn dafür mache ich Politik. So vielfältig wie unsere Gesellschaft, so vielfältig sind auch die Unterstützungsbedarfe in dieser. Während für mobilitätseingeschränkte Personen jede Bordsteinkante ein Hindernis darstellt, brauchen sehbehinderte Menschen eine Tastkante für den Nackenstock. Für diese Problematik lässt sich eigentlich eine einfache Lösung finden. Doppelquerungen in der Straßenplanung als Standard etablieren. Es braucht aber Menschen, die diese verschiedenen Bedürfnisse im Blick haben und Lösungen dafür anbieten und die diese Sichtweisen an den entscheidenden Stellen einbringen. Durch meine Arbeit als Sonderpädagogin, bei meinem Engagement in der Nordkirchensynode, in der Jugendarbeit und natürlich im politischen Dialog mit euch, konnte ich meinen inklusiven Blick schärfen. Mir wurde aber auch deutlich, wo die Grenzen meines lokalen Engagements sind, wenn ich wirklich etwas verändern möchte. Als Flensburger Direktkandidatin konnte ich meine inklusive Sichtweise in den letzten Wochen bereits aktiv einbringen. Im Austausch mit Unternehmen und Vereinen vor Ort hat sich dabei meine eigene Gretchenfrage etabliert. Wie haltet ihr es eigentlich mit der Inklusion? Auf diese Frage wurde meistens mit Verwunderung reagiert. Die Antworten reichen von, ja, wir zahlen eine Ausgleichsabgabe über wir vergeben Aufträge an Werkstätten, bis hin zu, niemand verhindert hier aktiv, dass sich Menschen mit Behinderung bewerben. Das zeigt, wie mangelhaft das Verständnis und das Bewusstsein für Inklusion in unserer Gesellschaft ist. Wir als Grüne sind daher aufgefordert, für einen echten Wandel zu sorgen. Denn Sondersysteme wie Werkstätten oder Wohnheime für Menschen mit Behinderung können den Ansprüchen einer inklusiven Gesellschaft nicht gerecht werden. Erst wenn auch der Zugang zu Arbeit, Freizeit und dem Zuhause so gestaltet ist, dass alle teilhaben können, leben wir auch in einer inklusiven Gesellschaft. Wie sieht Inklusion in der konkreten Umsetzung also aus? In einer inklusiven Gesellschaft können alle Menschen soziale Beziehungen in Alltag und Zuhause erleben. Inklusives Wohnen bedeutet, dass Menschen teilhabend leben und sich gegenseitig unterstützen. So können in inklusiven Wohngemeinschaften junge Menschen als Assistenz für Seniorinnen eingesetzt werden. Diese profitieren im Gegenzug von einer geringeren Miete und dem gemeinsamen Austausch. In einer inklusiven Gesellschaft haben alle Menschen Zugang zu wichtigen Informationen. Leider schließen wir durch die Verwendung von Fremdwörtern und Fachsprache häufig Menschen aus. Verwaltungen müssen daher daran geschult werden, leichte Sprache zu verwenden und Mehrsprachigkeit wertzuschätzen. Ihr seht, Inklusion betrifft uns alle. Von Arbeitsmarktpolitik über Bildung bis hin zu Katastrophenschutz, Tourismus und Zeitpolitik. Inklusion muss immer Teil unseres politischen Handelns und Denkens sein. Und dafür möchte ich im Landtag kämpfen. Dafür, dass Inklusion als eigenständiges Querschnittsthema in die politische Beachtung bekommt, die das Thema verdient. Und damit unser Schleswig-Holstein noch lebenswärter wird, weil alle Menschen daran teilhaben können. Als Bodenträgerin der grünen Jugend- und Direktkandidatin in Flensburg bin ich schon mittendrin im Wahlkampf. Und möchte wahnsinnig gerne mit den 14 bereits gewählten Listenkandidatinnen unsere Politik gestalten. Ich bin Annabelle, ich bin 25 und ich bitte dafür um euer Vertrauen und um eure Stimme. Vielen Dank, Annabelle. Ihr macht das alle super mit der Zeit. Auch dafür nochmal vielen Dank. Nach Annabelle bitte ich dann jetzt Irina Petersen, sich in Erinnerung zu rufen. Wir warten kurz. Das sieht gut aus. Irina, versuch mal zu sprechen, ob wir dich hören. Jetzt müssen wir klappen. Ja, du hast ab jetzt vier Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Bewerbung beim Landesparteitag im Dezember war ein spontaner Entschluss, aus dem Gefühl heraus, etwas zur Vielfalt und Bandbreite der zukünftigen Fraktionen beitragen zu können. Viele tolle, engagierte Menschen verschiedensten Alters und aus vielfältigen Fachbereichen wurden gewählt. Aber immer noch vermisse ich die Parität der Gesellschaftsschichten und sehe hier eine Lücke. Dem Grünen wird oft vorgeworfen, eine Akademiker und Studentenpartei zu sein. Als Kreislandsvorsitzelmitglied in Nordfriesland weiß ich, dass dem nicht so ist. Denn Klima- und Naturschutz, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Vielfalt bewegen viele in diesem Land quer durch alle Bevölkerungsschichten. Deshalb möchte ich diesem Ruf entgegentreten. Ich möchte, dass, wenn die neue Landesliste gewählt ist, sich alle unsere Mitglieder wiederfinden. Auch die Krankenschwestern, Handwerker und Gärtnerinnen, die Busfahrer und Verkäuferinnen. Sie brauchen hier eine Stimme und ich könnte die Person sein, die diese Lücke schließt. Ich bin in einem schwäbischen Dorf groß geworden, bin ein echtes Landei und für diesen ländlichen Bereich möchte ich mich im Besonderen einsetzen. Er ist für mich sinnbildbar für Lebensqualität und ihn zu schützen, muss oberstes Gebot sein. Ich möchte mich daher einsetzen für die erneuerbaren Energien und vor allem auch deren Akzeptanz. Wir müssen auf Landesebene daran arbeiten, Plan- und Genehmigungsverfahren für Windeln und Solarpacks zu vereinfachen und beschleunigen. Aber wir dürfen nicht vergessen, parallel dazu die Bevölkerung mitzunehmen. Wir müssen, um es mal platt zu sagen, über die Dörfer tingeln und um Zustimmung werben. Bürgerbeteiligung muss Pflicht sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass auf den Dörfern jeder etwas davon hat. Von der direkten Beteiligung, auch für die, die kein Eigenkapital haben, bis hin zum kostenfreien Aufladen der E-Autos für Gemeindemitglieder. Es gäbe viele Möglichkeiten, die Akzeptanz zu steigern. Die Gemeinden profitieren alle und können ihre eingenommenen Gewerbesteuer in Schwimmbäder und Vereine investieren. Mobilität spielt hier auf dem Land eine entscheidende Rolle. Und nein, leider ist Beruf Bus keine Losung, weil er in der jüngeren Generation schlicht keine Akzeptanz hat. Das sehe ich an meinen erwachsenen Kindern. Das Auto bedeutet für sie eine Form von Freiheit und Unabhängigkeit und kann durch keinen Bus ersetzt werden, wohl aber durch ein E-Auto. Unsere Rolle als Grüne ist es, ohne wenn und aber für den Ausbau der erneuerbaren Energien einzutreten und keine, ich sage es mal auf Deutsch, nicht von meiner Haustürmentalität zuzulassen. Denn auch wir sind alle täglich auf Straßen unterwegs, die an vielen, vielen Haustüren vorbeiführen. Und die meisten von uns haben schon mal in einem Flieger gesessen, der über ein Wohngebiet geflogen ist. Eine Frage der Solidarität also. Gerade hier in Nordfriesland mit seinen Inseln Heiligen ist das Erreichen der Klimaziele überlebensnotwendig. Der Anstieg des Meeresspiegels ist real und für die Menschen an der Küste eine echte Bedrohung. Die Familie meines Mannes lebt seit Jahrhunderten auf Halligoland und durch meine Zeit dort weist ich um die Verletzlichkeit unserer Küste. Seit langem können Veränderungen im Bereich des Wattenmeers beobachtet werden. Wir müssen hier vorausschauend agieren und entsprechend handeln. Die Zeit drängt. Auch dürfen die Errungenschaften des Nationalparks nicht durch wirtschaftliche Interessen besonders im Tourismus unterwandert werden. Wir brauchen einen Stopp des massiven Ausbaus von Hotels und Ferienanlagen und eine Begrenzung des Tagestourismus. Alle Küsten Schleswig-Holstein sind hiervon betroffen. Wir brauchen also ein Schleswig-Holstein-übergreifendes Konzept für nachhaltigen Tourismus. Und wir müssen den Ausverkauf unserer Küstendörfer Einhalt gebieten. Sie dürfen nicht zu großen Ferieneinlagen verkommen, in denen junge Familien nur noch Störfaktor sind. Die Probleme in Schleswig-Holstein sind vielfältig. Und nur wenn Landes-, Kreis- und Kommunalebene sich noch deutlich besser vernetzen und ohne Vorbehalte zusammenarbeiten, kann es gelingen, diese vielfältigen und großen Aufgaben zu meistern. Hierfür möchte ich mich einsetzen und bitte darum um eure Stimme. Ich bin Irina Pedersen, 54 Jahre alt und habe sechs Kinder. Ich bin Hauswirtschafterin und sozialpädagogische Assistentin in einer Jugendhilfeeinrichtung in Liebe. Wohnhaft bin ich in Flixby und auf Hallig-Rohland. Danke. Vielen Dank, Irina. Dann möchte ich als nächstes Ulrike Teck bitten, sich in Erinnerung zu rufen. Ist Ulrike schon da? Jetzt könntest du sprechen, Ulrike. Hallo, kann man mich sehen? Kann man mich hören? Ja, beides. Wunderbar. Du hast vier Minuten Zeit. Ja, danke. Liebe Freundinnen, als ich mich das letzte Mal vorstellte, habe ich für meine Themenkreislaufwirtschaft beworben. Vor allem der Kampf gegen die Plastikflut liegt mir am Herzen. Heute aber will ich meine energiepolitische Seite zeigen. Ich bin Ingenieurin und war viele Jahre in der Industrie im Kraftwerksbau für Energie tätig. Ich war Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energiepolitik von 2017 bis 2019. Wir haben viele erfolgreiche Anträge auf den Weg gebracht. Zum Beispiel Atomkraft. Nein, danke. Auch in Europa. Unser Antrag wurde 2018 vom Landesparteitag beschlossen. Er ist so aktuell wie nie zuvor. Denn Atomkraftbefürworter kramen jetzt in der Schmuddelkiste der Argumente. Sie erzählen den Menschen, dass bei ihnen das Licht ausgeht. Und sie werden alles versuchen, die Atomkraft wieder hochfähig zu machen. Deshalb müssen wir Grüne jetzt eine eindeutige Aussage machen. Atomkraft? Nein, danke. Am Montag war bei mir in Burstedt und der Umgebung ein Stromausfall. Für ein paar Sekunden. Und schon hörte man die Stimmen sagen, die Energiewende ist schuld. Liebe Freundinnen, dies sind die Menschen, mit denen die uns auch auseinandersetzen müssen. Die Situation der Energiewende ist ermutigend. In unserem wunderschönen Land zwischen den Meeren produzieren wir mehr als 60 Prozent unseres Stromes aus erneuerbaren Energien. Wir werden diesen Weg weitergehen. Wir werden dies schneller tun. Unser Ziel ist 100 Prozent erneuerbare Energie für Strom, Mobilität, Wärme und Wirtschaft. Fläche ist ein knappes Gut für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das zusammenzubringen, Naturschutz, Landwirtschaft und Energie. Wir Grünen haben die Kompetenzen dafür. Das machen wir gemeinsam und das zeigen wir im Wahlkampf, dass wir das können. Wir müssen die Menschen von der Energiewende überzeugen und sie daran teilhaben lassen. Ich sehe es vor mir, wie die Menschen ihre eigene Energie nutzen, günstig und klimaneutral. Zum Beispiel Energiegenossenschaften und Mieterstrom können einen großen Beitrag leisten zu sozial gerechter Energieverteilung. Und seit kurzem gibt es Rückenwind von der Europäischen Union. Der Ausschreibungszwang für Bürgerenergie wurde abgeschafft. Dies wird wieder Schwung in den Ausbau bringen, der von unserem Landtag begleitet werden muss. Hierfür kandidiere ich. Liebe Freundinnen, ich bin Ulrike Teck, Kreis Segeberg. Ich will die erneuerbaren Energien in unserem Land voranbringen. Gegen Atomkraft, gegen den Klimawandel. Für die Energiewende und für die Menschen in unserem Land. Ich danke euch. Liebe Ulrike, wir danken dir und bitten dann zum Abschluss auf Platz 15 Vera Telissi sich vorzustellen. Ist Vera da? Ich habe hier Vera Handel. Vera, du bist in der Liste nicht zu finden. Kann es sein, dass du anders heißt? Kannst du dich mal bemerkbar machen, damit die Technik dich freischalten kann? Wir warten einen kurzen Moment, bis wir Vera erreicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vera, wenn du den Zoom-Account, den du gerade nutzt, umbenennst in den Einstellungen zu deinem Namen, dann ist es für uns leichter, dich zu finden. Telefonisch bist du leider nicht zu erreichen. Alle anderen können ja mal in sich gehen, ob sie noch Fragen an die Kandidatinnen haben. Vielen Dank. 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 Ja ich sag jetzt was. Ich kann auch loslegen, wenn ihr wollt. Das Moment, ich erläuter das noch mal kurz, das Mikrofon war gerade noch ausgeschaltet. Vera hat Schwierigkeiten reinzukommen in die Zoom-Konferenz und versucht jetzt am Telefon durch mein Mikrofon sich euch vorzustellen. Vera, dann hast du jetzt acht Minuten Zeit und wir brauchen, wenn möglich, eine Rückmeldung, ob jemand sie hört. Schieß los. Genau. Hallo und moin, ich bin Vera Tillissi, 51 Jahre und komme vom Land. Ich wohne mit meiner Familie, meinen drei Katzen und meinem Hund hinter dem Dattel auf Eiderspät. Vom Beruf bin ich Diplom-Psychologin, erstaunlicherweise mit Beginn der Pandemie arbeitslos. Mein politisches Vorbild ist Petra Kelly, die Gründungsmitglied der Grünen ist und als Umwelt-Menschenrechtsaktivistin auf sich aufmerksam machte. Und meine Mutter. Hört ihr mich eigentlich? Sehr gut. Ja. Gut. Und meine Mutter. Meine Mutter. Im Januar 1945 als neuntes Kind auf einem Bauernhof geboren. Sie war stets eine politisch denkende Frau. Nach dem frühen Tod meines Vaters, als Diplom-Sozialpädagogin an einer Schule für geistig behinderte Menschen arbeiten und nach der Arbeit engagiert bei Amnesty International und den Grünen. Warum erzähle ich das alles? Ja, unser Wohnzimmer wurde Ort von Ortsverbandsstreffen und der regionalen Amnesty-Gruppe. Das politische Umfeld damals tiefschwarz. Das geografische unter dem Tagebau von Garzweiler 1 und 2 schwindend. In dieser Region zwischen Aachen und Köln in Nordrhein-Westfalen wuchs ich auf und die Landschaftsbilder sind prägend. Meine Mutter und ihr damaliger Lebensgefährten gründen diese Landschaft mit ihrem ehrenamtlichen Engagement. Ich wurde früh politisiert und demonstrierte vor der Abbax-Base in Gallenkirchen und auf der legendären Hofgartendemo in Bonn. Das zu dem biografischen Hintergrund von mir. Und das sollte erst mal reichen. Nun zu einem meiner Herbsthemen. Der Idee von einer vielfältigen Gesellschaft. Mir ist klar, dass dieses Thema viel Zeit für sein Wachsen brauchen wird und auch kontrovers diskutiert werden kann. Ich bin eine studierte, weiße, körperbehinderte, mittelalte Frau. Bei meiner Vorbereitung auf die Bewerbung für dieses Mandat ist mir aufgefallen, dass auf der Kreisebene der Redeanteil der männlichen Mitglieder nach wie vor höher ist. Schlüsselerlebnis war eine Kreismitgliederversammlung, die von einer Frau geleitet wurde und wo sie sehr geübt die Quotierung der Redezeiten einhielt. Diese Sitzung hat sich in meinem Kopf eingraviert, da ich mich sehr schnell wohler und auch gesehener fühlte. Durch die Quotierung hat unsere Partei Parteistrukturen geschaffen, die auf Landesebene die erste weibliche Doppelschwitze möglich gemacht haben. Frauen im öffentlichen Raum, im öffentlichen politischen Raum sind in Deutschland mehr geworden. Unsere Partei ist dabei ein Leuchtturmprojekt. Strukturen wie zum Beispiel Monitoringprogramme sind auch für das Thema Diversität notwendig, sonst bleiben wir in unseren eigenen Denkblasen gefangen. Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Einschränkungen und Behinderungen, Menschen egal welcher Religion, Religionsgemeinschaft sowie Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, können sich paritätisch im politischen Raum bewegen. Und auch Menschen egal welcher Ethnie. Das bedeutet Veränderung für die Mehrheitsgesellschaft auch in unserer Partei. Da wird manch einer aufstöhnen und sich bewegen müssen. Bündnis 90 Die Grünen sind in erster Linie eine weiße intellektuelle Partei. Bei Analysen der Wählergruppen anlässlich der letzten Bundestagswahl ist dies für mich sehr deutlich geworden. Jetzt kommt ein Zitat. Es ist ungeheuer respektlos, wenn über die Körperlichkeit eines Menschen spekuliert und diese denunziert wird. Das verrät alle Grundwerte der Frauenbewegung auf Selbstbestimmung und körperliche Integrität. So äußerten sich Britta Hasselmann und Ulle Schaus. Auch die Nürnbergerin Tessa Ganserer spricht neben Themen der Umwelt- und Verkehrspolitik über queerpolitische Themen und engagiert sich für Zukunftskonzepte. Sie fordert für die Bundesebene einen nationalen Aktionsplan für Vielfalt. Ich kann mich dieser Forderung nur anschließen und möchte diese Strukturveränderung auch für die Landesebene sehen. Ich bin Delegierte des Kaisers Nordschließlands zur Vorbereitung eines Landesvielfaltrates oder Vielfaltstadtrutes. Das heißt, diese Dinge auf Landesebene runterzubrechen und irgendwann auch auf Kommunalebene und dafür Strukturen zu schaffen. Ein weiteres für mich wichtiges Thema ist es, eine gewisse Wehrhaftigkeit gegenüber rechten Tendenzen auf dem Land in den politischen Diskurs zu bringen und lebendig zu halten. Stichwort Landvolkbewegung. Ich möchte immer wieder das Thema, nein, Eiderstedter Bäuerinnen und Bauern stellten mit ihren Traktoren das Symbol der Landvolkbewegung auf einem Acker in Ollenswort nach. Mit dabei einer der Bürgermeister einer Gemeinde auf Eiderstedt, auf Kanälen besungen von hier ansässigen MusikerInnen. Selbst nach Berlin reichte die Reise. Ich bin es meinen Großeltern schuldig, die einen Bauernhof im Emsland bewirtschafteten, diese Entwicklung in der Bäuerinnenschaft als das zu benennen, was es ist. Eine braune Soße. Lasst uns Position beziehen. Darüber hinaus bin ich für eine Förderung bäuerlicher Existenzen in der Umstellung von konventioneller auf ökologischer Landwirtschaft. Ökologischer Landbau muss sich lohnen. Es kann nicht sein, dass meine Freundin, die Biolandwirtin, nicht zu den WohlverdienerInnen gehört. Nun zum Thema Energie- und Naturschutz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf Landes- und Kommunalebene ein zukunftswirksames und neues Regelwerk brauchen. Auch auf Eiderschalt müssen erneuerbare Energien vermehrt ausgebohrt werden. BürgerInnen-Initiativen auch als Ausdruck basisdemokratischer Strukturen können sich gründen und ihrer Stimme Raum geben. Wir brauchen weitere regionale Konzepte, sozialverträglich und ökologisch. Dabei muss der Arten- und Biotopschutz mitgedacht werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Energiewende auf dem Land nur durch den Ausbau von Großflächen, Photovoltaikanlagen und dem Ausbau der Windenergie schaffen können. Ich weiß, dass das gerade in der Region, wo ich herkomme, Eiderstedt und Dithmarschen, ein unpopuläres Thema ist und uns als Partei um die Ohren fliegen kann. Doch sich nichts zu positionieren, geht nicht. Wir können nicht für eine stabile Einnahmequelle durch den Tourismus an der Westküste sein und andererseits den Strom in Dithmarschen oder sonst wo durch die Windkrafträder herstellen lassen. Es fühlt sich für mich einfach ungerecht an, dass bestimmte Landstriche an der Westküste beim Ausbau der Windenergie tabu zu sein scheinen. Und mit Begriffen wie Kulturlandschaft Eiderstedt Spaltung unter engagierten Menschen betrieben wird. Kultur wird von Menschen gemacht. Frauen und Männer sind Kulturschaffende. Das heißt, es geht um eine Bewegung, nichts Statisches. Alles ist in Bewegung, wandelt sich und bildet sich neu. Das ist ein grundlegender Lebensprozess. Genau wie zum Beispiel unsere Verdauung. Alles ist ständig in Bewegung und wird immer wieder neu. Wir sind Stadt, Land, Schleswig-Holstein. Vielen Dank, Vera. Wir haben dich alle gehört. Das hat funktioniert. Vielen Dank für diese kreative Lösung, Dörte und Vera. Ich weiß, das Handygeräusch hat ein bisschen gestört. Ich hoffe, ihr habt Vera trotzdem alle verstanden. Und danke ganz persönlich für die Möglichkeit, dass meine Kinder mich jetzt ganz lange am Laptop sieht konnten. Wir haben damit jetzt alle Bewerbungen für den Listenplatz 15 gehört. Ich frage trotzdem noch mal, gibt es noch Bewerbungen, die wir verpasst haben könnten? Und ich bitte euch, wenn ihr Fragen habt, diese jetzt einzuwerfen. Uns liegen bislang zwei Fragen von Frauen vor. Wir warten einen kurzen Moment, ob sich das noch ändern kann. Und ich bitte euch, wenn ihr Fragen habt, diese jetzt einzuwerfen. Wunderbar. Also, uns liegen zwei Fragen von Frauen vor. Entschuldigt. Die eine Frage von Kerstin Mock-Hofelitz geht direkt an Vera Telisi. Und sie fragt, ich weiß, dich treibt der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sehr um. Was denkst du, wie wird sich dieser in Zukunft auf unsere Gesellschaft auswirken? Während ich nun die Frage an alle BewerberInnen vorlese, Dörte, versuch du doch bitte Vera schon mal wieder anzurufen, damit sie ihre Antwort auf diese Frage und auch auf die nächste Frage von Hildegard Bedarf dann als erste vortragen kann. Also, die nächste Frage an alle KandidatInnen lautet, wie sollen wir mit den Konflikten zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits und dem Naturschutz, dem Flächenverbrauch und Widerständen aus der Bevölkerung andererseits umgehen? Habt ihr konkrete Vorschläge? Von Hildegard aus dem KV Pinneberg. Wir werden die Antworten, eure Antworten auf die Fragen nun in umgekehrter Reihenfolge hören. Das heißt, wir beginnen mit Vera. Sobald Dörte sie erreicht hat, kommt sie mit ihrem Handy her und wir können starten. Danach ist dann Ulrike Tech hoffentlich über die normale Zoom-Konferenz dabei. Ja, also es gibt eine Frage von Kerstin Morkofeditz, nur an dich Vera. Die heißt, ich weiß, dich treibt der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sehr um. Was denkst du, wie wird sich dieser in Zukunft auf unsere Gesellschaft auswirken? Und dann gibt es noch eine Frage an alle Kandidatinnen von Hildegard Bedarf, die fragt, wie sollen wir mit den Konflikten zwischen dem Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits und dem Naturschutz, dem Flächenverbrauch und Widerständen aus der Bevölkerung andererseits umgehen? Habt ihr konkrete Vorschläge? Vera. Gut, dann antworte ich jetzt mal gerne auf die erste Frage. Das ist ein heißes Thema. Ich bin vor zwei Wochen aus der katholischen Kirche ausgetreten wegen des Missbrauchsskandales. Und hätte ich es nicht schon gemacht, wie ich es heute tun. Und finde aber, das ist eigentlich so ein überdecktes Thema. Weil es geht ja darum, um eine Ermittlung systemischer Ursachen von selbstverständlich zu brauchen an Kindern. Und das eigentliche Thema ist ja die sexuelle Gewalt überhaupt in unserer Gesellschaft. Oder sexualisierte Gewalt und Überdeckung. Und das ist ein viel... Also man kann nicht sagen, das eine ist weniger wichtig. Aber es zeigt nicht viel mehr. Und wenn wir, die Stadt, im Bundesamt für Familie, Senioren, ach dieses lange Ministerium halt, wenn man sich die Zahlen anschaut und sieht, wie viele, nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder und Jugendliche täglich Opfer von Übergriffen werden, dann kann einem nur übel werden. Der Papst, der Josef Ratzinger mit normalen Namen als Kardinal oder der damalige Papst und mit kirchlichem Namen Papst Benedikt. Und was das Benedikt bedeutet, soweit ich weiß, im Lateinischen sowas auch wie barmherzig zu sein. Und mit Barmherzigkeit hat das alles gar nichts zu tun. Und ja, das treibt mich da ziemlich um. Und ich finde, da ist es wichtig, dass halt systemische Statistiken zur Partnerschaftsgewalt erfasst werden. Das macht das BKA seit 2015. Und dieses Bundesministerium für Familie... Liebe Vera, du musst bitte zum Ende kommen. Die zwei Minuten sind rum. Gut, dann will ich das eigentlich nur noch mal dazu sagen, was mich dabei umtreibt. Alles klar. Vielen Dank, Vera. Ich lege dann jetzt auf und hoffe, dass du im Livestream weiterverfolgen kannst, wie es weitergeht. Ja, danke. Dann bitte ich jetzt Ulrike Teck mit der Beantwortung der Frage weiterzumachen. Ulrike, bist du da? Ja, hallo, ich bin da. Kann man... Ist okay? Ja, wir hören dich. Okay, super. Die Frage, wie man die Konflikte Energie und Naturschutz und was die Bürgerinnen bewegt zusammenbringen kann. Ich fange mit den Bürgerinnen an. Ich habe in der Rede auch schon erwähnt. Ein besonders wichtiger Schlüssel ist die Beteiligung der BürgerInnen. Dass man sagt, sie können am Strom, sie können an den Vorteilen teilhaben. Sie können ihren eigenen Strom nutzen. Und dieser muss dann auch günstiger sein. Und er wird dann auch günstiger werden. Das spüren die Menschen. Aber die Menschen müssen auch in die BürgerInnen und Kommunen, müssen auch bei Investorprojekten schon in der Vorprojektphase eingebunden werden, wenn es schon um die Ideen geht. Zu der Vereinbarkeit mit dem Naturschutz. Meine Meinung ist, dass wir als erstes die erneuerbaren Energien auf Flächen bauen sollten, die bereits von Menschen genutzt werden. Zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Dächern. Und auch, und das finde ich total wichtig, die Verbindung von erneuerbarem Energieausbau mit der Landwirtschaft, liebe Freundinnen. Hierzu gab es ein ganz fantastisches Paper von Gerd Kemmer, einem lieben grünen Freund von uns. Dieses Paper möchte ich da aufgreifen, wie man Energie und die Landwirtschaft zusammenbringen kann. Erneuerbare Energieausbau kann durchaus eine Steigerung der Biodiversität bedeuten. Natürlich nicht nur, weil es gegen den Kampf des Klimahandels ist, sondern auch, wenn wir uns vorstellen, Photovoltaikanlagen in Verbindung mit blühreichen Grünflächen. Wichtig sind auch Technologien wie Abschaltmechanismen der Windkraftanlagen. Hierzu haben wir gerade erst in der Landesarbeitsgemeinschaft Mensch und Tier und Energie eine wunderbare Präsentation gehört zu einem System, welches die Windkraftanlagen mit Kamerasystemen beobachtet und abschalten kann. Und zugleich wir sogar wertvolle Daten über das Verhalten der Greifhöhe. Ulrike, kommst du bitte zum Ende? Ich bin damit auch fertig. Ich danke dir. Dann haben wir nach Ulrike Irina Petersen und ich sage schon mal, dass danach Annabelle Luisa Pescher dran ist. Irina, bist du da? Jetzt sollte es klappen. Ja, und ich glaube, diesmal bin ich auch zu sehen, tatsächlich. Ja, zwei Minuten, kann losgehen. Ja, also das meiste hat Ulrike Tech ja gerade schon gesagt und da die Zeit knapp ist, möchte ich das nicht alles nochmal im Detail wiederholen. Also der Hauptpunkt ist einfach Bürgerbeteiligung, hatte ich ja auch schon in meiner Rede erwähnt, eben auch einfach Ermäßigungen im Strompreis und so weiter. Und was auch wichtig ist, ist glaube ich einfach, dass man zum Beispiel bei diesen ganzen Solarenergieanlagen einfach darauf achtet, dass die Fläche naturnah gestaltet wird. Da gibt es relativ einfache Maßnahmen, der Abstand der Module, das Regenwasser drunter kommen kann. Also da gibt es ja auch ein großes Projekt da an der Autobahn, also das naturnah gestaltet ist und da, wo eine ziemlich große Vielfalt, ein Artenreichtum auch einfach schon wieder da ist. Also das muss aber eben, weiß ich auch, da gibt es noch keine Vorschriften, da gibt es keine Regelungen. Das wird viel durch die Gemeinden gemacht, aber ich weiß eben auch, dass die Bürgermeister oft auch damit überfordert sind und Hilfe suchen in den Kreisen und einfach da auch gerne an die Hand genommen werden wollen. Und da muss man auch einfach sozusagen Leitbilder mitgeben. Ja, meine Meinung dazu. Vielen Dank, Irina. Annabelle, dann bist du als Nächste dran. Annabelle, versuch mal zu sprechen, das müsste jetzt klappen. Mache ich. Also zuerst könnte ich einmal sagen, dass ich mit Kerstins Frage deutlich mehr anfangen kann. Als Synodale haben wir uns ja auch auf der evangelischen Kirchenfreien Synode sehr ausgiebig mit dem Thema Missbrauch in der Kirche beschäftigt. Und als Lehrbeauftragte einer Universität betreue ich auch gerade einige Arbeiten zum Thema sexuelle Gewalt an Frauen mit Behinderung. Deshalb wäre das eher mein Thema gewesen, aber die ging ja nicht an mich, deshalb nur einmal so weit. Zu Hildegards Frage, ganz klar, haben meine Vorrednerinnen jetzt auch schon gesagt, der Dialog mit Bürgerinnen vor Ort, aber natürlich auch die Einbindung von Naturschutzverbänden muss immer mitgegeben sein, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energie geht. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen, auch gerade bei uns in Schleswig-Holstein, damit wir unsere Klimaziele auch einhalten können. Das ist ganz klar. Dabei sollten wir, denke ich, auch den Fokus darauf legen, bereits versiedelte Flächen zu wählen, zum Beispiel Schulen oder Hochschulen, die haben meistens auch ganz praktische Flachdächer, auf die man Photovoltaikanlagen stellen kann, wo man dann auch den gestiegenen Energiebedarf auch für die Digitalisierung auch ein bisschen zum Trage kommen könnte. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Annabelle. Als nächstes bitte ich dann Kerstin Hansen, ihre Antworten uns zu geben. Und ich kann ja schon mal sagen, danach ist dann Ann-Kristin Hahn dran. Kannst dich schon mal bereit machen, Ann-Kristin. Bin ich zu sehen und zu hören? Ja, kannst loslegen. Vielen Dank, Hildegard, für die Frage. Das ist ja eine spannende Frage, dieser Zielkonflikt. Und das betrifft uns natürlich in Dithmarschen ganz besonders mit über 1000 Windkraftanlagen hier. Ist das ja sehr sichtbar. Aus meiner Sicht geht es nur im Dialog. Wir brauchen den Ausbau. Wir wollen die Klimakrise angehen. Wir brauchen diesen Ausbau. Und dafür sind die Eingriffe notwendig. Und wir brauchen mehr Windkraftanlagen. Und ich finde, wir dürfen auch nicht verhehlen. Und das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, dass es eben nicht geht, ohne Eingriffe in die Natur vorzunehmen. Aber wir müssen versuchen, das im Dialog hinzukriegen und die Folgen minimieren. Die Natur selbst ist ja auch von der Klimakrise betroffen. Das heißt, wir brauchen es von beiden Seiten sozusagen. Und ich glaube, da muss im Dialog Lösungen gefunden werden. Und mein Eindruck ist, dass das auch funktioniert. Außerdem schreitet ja auch die Technik deutlich voran. Und ich baue und hoffe sehr darauf, dass wir da Lösungen finden, dass es vielleicht weniger zum Beispiel Windkraftanlagen braucht, um mehr, das ist ja auch schon gelungen in den letzten Jahren, um mehr Energie zu produzieren. Also weniger und dann effizienter. Und da müssen wir weitermachen. Und da müssen wir auch mehr Geld reingeben. Der andere Punkt ist die Bürgerbeteiligung. Das ist mir zu wenig, nur die Bürger sozusagen zu dritt überhin zu beteiligen. Ich möchte, dass die Bürger richtig partizipieren, nicht über günstigeren Strom, sondern sie sollen die Anlagen mittragen. Und zwar auch nicht so, wie es jetzt immer läuft, nur für Menschen, die das schon können, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, die diese Windkraftanlagen um sich herum haben. Die müssen beteiligt werden. Und wenn wir das hinkriegen, dann freuen sie sich, wenn die Windräder sich drehen und sie sagen, okay, und jetzt habe ich noch einen Euro verdient. Ich muss nicht nur darauf gucken und habe nicht nur die Folgen zu sehen. Das Nächste ist, finde ich auch, dass die Gemeinden, und zwar nicht nur die Gemeinden, die die Standorte haben, daran partizipieren, sondern dass ein Grund... Liebe Kerstin, kommst du bitte zum Ende? Das war es auch schon. Ich glaube, da gibt es Lösungen und im Dialog, glaube ich, kriegen wir es hin. Danke. Danke, Kerstin. Dann hat jetzt an Christine Hahn das Wort. Und danach Sina Chlorius. Gut. Ich bin wieder an R, glaube ich. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. Alles klar. Okay, also das Dilemma EEG-Ausbau versus Flächenverbrauch. Das ist ja im Wesentlichen. Ja, das ist ein ganz schwieriger Zielkonflikt, der nicht einfach zu lösen ist, weil sonst wäre er schon gelöst, weil es wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz hart ringen werden müssen, weil wir können ja nicht immer mehr Fläche aus der Natur nehmen für die Dinge, die wir uns so vorstellen, sondern wir müssen immer mehr dazu übergehen, auch Flächen, die anderweitig genutzt werden oder die mal genutzt wurden und brach liegen, wieder zu recyceln. Denn wir haben die für Schleswig-Holstein runtergebrochen, ja ein 1,3-Hektar-Ziel im Moment im Flächenverbrauch darstellen und die aber perspektivisch irgendwann auf einen kompletten Null-Neuverbrauch heruntergebrochen werden soll. Was ja auch wichtig ist, damit wir eben nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr einnehmen und der Natur immer weniger lassen. Und das wird ein Thema sein, um das hart gerungen werden muss. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem kommunalpolitischen Thema, dass man sagt, wir hätten gerne einen Fahrradweg, da war bisher keiner. Was weicht denn dafür? Also das wird eine sehr harte Verhandlung sein. Und wir müssen gleichzeitig immer aufpassen, dass wir diesen selbstgesteckten Rahmen, den Flächenfraß zu stoppen, dabei nicht verlassen. Und müssen, glaube ich, sehr sorgfältig gucken, an welchen Stellen man da reingehen kann. Also Schwieriges, das man sehr gründlich angehen muss. Das kann keine befriedigende Antwort sein, aber das Thema kann man auch noch nicht befriedigend beantworten. Das ist, dusch mich aber, mach mich nicht nass, wird da nicht funktionieren. Wir können nicht immer nur die guten Dinge wollen, ohne zu sagen, an welchen Stellen es wehtut. Und das gehört eben zu einer Suche nach den besten Lösungen dazu, das gut zu verkaufen. Danke. Vielen Dank. Ihr habt gemerkt, das Video hat immer mal gehakt. Solange man aber trotzdem den Inhalt versteht, lassen wir das weiterlaufen. Dann bitte ich jetzt Sina Chlorius und danach Kirsten Bock und Susanne Baumann, die Fragen zu beantworten. Sina. Ja, vielen Dank. Meine Vorrednerinnen haben schon das Wichtigste gesagt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass in Schleswig-Holstein tatsächlich beim Ausbau der Windenergie zumindest gar nicht der Gegensatz zwischen Naturschutz und Windenergie das größte Problem ist, sondern zum Beispiel Drehfunkfeuer. Und da wird auch auf Bundesebene schon daran gearbeitet, dass das neu definiert wird, der vorgegebene Abstand zwischen Drehfunkfeuern und Windkraftanlagen. Wir haben in Schleswig-Holstein auch eine gute Lösung gefunden mit den Regionalplänen, in dem schon bevor neue Windräder gebaut werden, eben von der Landesplanung festgelegt wird, wo sind Flächen, die sich für Windkraft, für Windfarmen eignen und wo sind andere, bei denen sich das verbietet, weil das eben schon Naturschutzgebiete sind oder weil da Seeadler brüten oder weil der Denkmalschutz dagegen steht. Und so etwas gibt es in vielen anderen Bundesländern noch nicht. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Lösung. Für die Solarenergie gibt es das auch nicht. Da müssen die Gemeinden selbst entscheiden. Und da ist es eben, wie meine Vorrednerinnen auch gesagt haben, sehr wichtig, dass die Gemeinden mit allen Anwohnerinnen und Anwohnern von Anfang an mit einbezogen werden und dass die Möglichkeiten, sich finanziell zu beteiligen, erweitert werden, auch durch flexible Strompreise. Auch daran wird zurzeit auf Bundesebene gearbeitet. Danke. Vielen Dank. Dann ist jetzt Kirsten Bock an der Reihe. Ja, vielen Dank. Der Ausbau erneuerbaren Energien, der muss auch für mich Vorrang haben, weil unsere Lebensgrundlagen davon abhängen. Für mich hat aber daneben auch der Ausbau von Green IT dabei eine zentrale Bedeutung, weil hier derzeit der größte und ein noch wachsender Energieverbrauch stattfindet. Und wir müssen unseren Energieverbrauch verringern parallel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zum Beispiel Rechenzentren und die Nutzung von Abwärme, die muss kommen. Hierfür muss es eine Pflicht geben. Das ist noch nicht der Fall. Hier haben wir super viel Potenzial. Und dafür möchte ich mich auch einsetzen. Und beim Flächenverbrauch müssen wir daran denken, dass Umwelt- und Klimaschutz natürlich keine Verbotsthemen sind. Das müssen wir auch transportieren. Wir wollen Flächennutzung intelligenter gestalten. Und damit haben wir in Schleswig-Holstein ja auch schon angefangen. Zum Beispiel mit Formen nachhaltiger Landwirtschaft und naturnaher Bewirtschaftung der Flächen und zum Beispiel die Nutzung von Dächern für Solaranlagen. Und hier gibt es noch so viel Potenzial, dass wir auch der Bevölkerung auch noch über verstärkte Bürgerinnenbeteiligung, die dafür begeistern können. Es geht einfach auch darum, tatsächlich neue Beteiligungsformen auf allen Ebenen für den Dialog zu finden und in der Gestaltung, aber auch im Nutzen. Und denn letztlich, wer beteiligt ist, wer involviert ist, der wird sich viel stärker für konsensuale Entscheidungen gewinnen lassen. Und dafür stehen wir ja auch. Und ich glaube, das können wir als Grüne auch super gut transportieren. Vielen Dank. Wir danken dir. Und dann ist Susanne Baumann zum Abschluss mit der Beantwortung der Frage dran. Ja, mir bleibt jetzt zum Schluss natürlich nicht mehr so viel zu sagen. Die Vorrednerinnen haben schon alle möglichen Argumente vorgebracht und das unterstütze ich natürlich alles. Mein Gedanke dazu. Das war ein kurzer technischer Fehler. Entschuldigung, es geht gleich nochmal von vorne los. Susanne, du darfst gleich nochmal neu starten. Kannst du dich nochmal neu anmelden, bitte? Ja. Super. Und jetzt hast du nochmal zwei Minuten. Ja, danke schön. Ich kann jetzt, habe ich eben schon gesagt, nicht mehr viel hinzufügen. Meine Vorrednerinnen haben viele Argumente vorgebracht und die unterstütze ich natürlich alle. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir Bürgerbeteiligung machen, das Ganze professionalisiert und qualifiziert machen. Ich glaube, dass die Gemeinden das machen, das führt manchmal dazu, dass die Kommunen einerseits überfordert sind, andererseits die BürgerInnen sich dann nicht so wirklich mitgenommen fühlen. Ich glaube, da ist eine wichtige Schnittstelle, die wir besetzen müssen, dass wir die Bürgerbeteiligung professionalisieren. Und das Zweite, was ich noch anbringen will, ich lebe hier auf dem Lande und weiß, dass Landwirte im Grunde genommen die Energiewirtschaft so ein bisschen nebenbei machen wollen. Ich finde, wir müssen Anreize schaffen, dass Landwirte sich wirklich zu Energiewirten professionalisieren und benennen. Denn das kann doch nur die Lösung sein, dass wir wirklich die Landwirte, weil wir da die größten Flächen natürlich haben, dazu bringen, statt Monokultur dann für erneuerbare Energien dazustehen. Ich weiß, dass es auch da sicherlich einige Gegenstimmen gibt, nur ist es aus meiner Sicht wirklich die einzige Möglichkeit, dort diese Menge an erneuerbaren Energien zu schaffen, die wir brauchen. Das war es schon von meiner Seite. Vielen Dank an alle Kandidatinnen. Ihr habt jetzt alle die Fragen beantwortet. Das heißt, wir können in den Wahlgang starten zur Abstimmung um den Listenplatz 15. Die Abstimmung ist eröffnet. Ihr seht die Namen aller zur Wahlstehenden jetzt vor euch. Ich lese einfach noch einmal vor, solange ihr abstimmt, dann haben wir sie alle noch mal. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit mit Nein oder Enthaltung zu stimmen. Wir haben jetzt 126 abgegebene Stimmen und geben den letzten noch ein paar Sekunden Zeit, auch noch abzustimmen. Und dann schließen wir jetzt den Wahlgang. Vielen Dank für die Abstimmung. Also ich lese einmal vor von 126 abgegebenen Stimmen. Entfallen 12 auf Susanne Baumann, 13 auf Kirsten Bock, 9 auf Sina Chlorius, 7 auf Ann-Christin Hahn, 14 auf Kerstin Hansen, 29 auf Annabelle Luisa Pescher, 3 auf Irina Petersen, 39 auf Ulrike Teck. Null auf Vera Telisi, 0 auf Vera Telisi und es gibt keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen. Das Wahlverfahren sieht vor, dass im zweiten Wahlgang alle noch mal antreten können, die über 10 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das heißt, die lese ich jetzt noch einmal vor. Das sind Kirsten Bock, Kerstin Hansen, Annabelle Luisa Pescher und Ulrike Teck. Wir gehen davon aus, dass von denen, die ich gerade vorgelesen habe, diejenigen, die nicht noch mal antreten wollen, uns ein kurzes Zeichen geben. Ich warte noch ein paar Sekunden, ob hier irgendwo Zeichen ankommen. Das ist nicht der Fall. In der Übersicht hat Susanne Baumann auch 10 Prozent. Das scheint wieder dieser Rundungsbilder zu sein. Also nehmen wir Susanne Baumann auch mit rein oder nicht? Dann erkläre ich einmal kurz, das haben wir im Dezember schon mal gehabt. In der Übersicht hat Susanne Baumann auch 10 Prozent. Das liegt aber daran, dass die Prozentzahl bei ihr aufgerundet wurde. Bei uns sind das 9,52 Prozent und damit ist sie nicht für den zweiten Wahlgang zugelassen. Es bleibt also bei den vieren, die ich eben vorgelesen habe und wir starten in einem zweiten Wahlgang mit Kirsten Bock, Kerstin Hansen, Annabelle Luisa Pescher und Ulrike Teck. Und natürlich könnt ihr auch hier mit Nein oder Enthaltung stimmen. Vielen Dank. Wir haben jetzt 125 abgegebene Stimmen und warten noch ein paar Sekunden, ob noch jemand mitmachen möchte. Das sieht nicht so aus. Dann können wir den Wahlgang jetzt schließen. Gut, dann haben wir ein Ergebnis von 125 abgegebenen Stimmen. Entfallen 13 auf Kirsten Bock, 15 auf Kerstin Hansen, 32 auf Annabelle Luisa Pescher und 64 auf Ulrike Teck. Es gibt eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Keine Enthaltung, Entschuldigung. Damit ist Ulrike Teck im zweiten Wahlgang mit 51,2 Prozent der Stimmen und damit ist das Quorum erfüllt für Listenplatz 15 gewählt. Ulrike, nimmst du die Wahl an? Ulrike, wenn du jetzt sprichst, müssen wir dich hören. Ja, hallo? Hört ihr mich? Natürlich auch, ich nehme an, ich freue mich so, ich freue mich so. Ich möchte hier Energie machen. Ich darf jetzt Energie machen und ich mache Energie für euch. Danke. Das glauben wir dir sofort. Herzlichen Glückwunsch, Ulrike. So, dann übernehme ich an dieser Stelle wieder, wir fahren fort mit der Wahl des Listenplatz 16. Und auch hier wieder, wie im eben schon vorgestellten Verfahren, stelle ich euch einmal zunächst vor, wer auf diesem Platz kandidiert. Und zwar liegen uns die Bewerbungen vor von Christoph Binett aus dem KV Lübeck, von Nils Bollenbach aus dem KV Stormann. Dann hat Knut Zug aus dem KV Herzogtum Lauenburg, der noch in euren Übersichten steht, erklärt, erst auf Listenplatz 18 kandidieren zu wollen. Das heißt hier noch nicht. Ansonsten liegt uns noch die Bewerbung vor von Wolfram Setsche aus dem KV Segeberg. Und bereits sich vorgestellt im Dezember haben sich Oliver Brandt aus dem KV Herzogtum Lauenburg, Klaus-Peter Jessen aus dem KV Pinneberg, Christian Judith aus dem KV Schleswig-Flensburg, Finn Petersen aus dem KV Schleswig-Flensburg, Gerold Rahmann aus dem KV Stormann, Mark Rheinstein aus dem KV Nordfriesland und Ralf Sonntag aus dem KV Pinneberg. In der Übersicht ebenfalls stand bislang noch Lukas Stratmann. Lukas hat heute uns gegenüber erklärt, seine Kandidatur zurückzuziehen. Und Gerold und Dings haben gesagt, gegebenenfalls. Sie sagen das an. Genau. Und für Gerold Rahmann und Mark Rheinstein hieß es, sie würden gegebenenfalls auf diesem Platz kandidieren. Uns hat dazu noch keine Info erreicht. Deswegen gehen wir zunächst davon aus, dass sie tatsächlich hier kandidieren, würden aber beide bitten, uns wenn möglich noch ein Zeichen zu geben. So, jetzt frage ich einmal, gibt es neben den eben verlesenen Kandidierenden weitere Kandidaturen auf Listenplatz 16? Das sehen wir hier vorne zumindest bislang nicht. Würden noch fünf Sekunden Zeit lassen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gucke einmal zur Technik rüber. Euch liegt auch nichts anderes, Gegenteiliges vor. Das ist auch nicht der Fall. Dann können wir direkt anfangen und würden als erstem Redner Christoph Binett aus dem KV Lübeck die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Christoph hat sie noch nicht vorgestellt. Das heißt, er hat acht Minuten Zeit. Genau, lieber Christoph, wir holen dich ins System. Du solltest jetzt reinkommen können und wenn du sprichst, sehen wir dich auch. Ihr könnt mich hören und sehen. Das sieht sehr gut aus. Hallo Christoph, du hast acht Minuten Zeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind Stadt, Land, Schleswig-Holstein. Hier finde ich mich wieder in der Mitte des Slogans, der uns im Wahlkampf in diesem Jahr begleiten wird. Auf dem Land, ganz in der Nähe der Stadt und mit dem Herzen in und für Schleswig-Holstein. Mein Name ist Christoph Binett. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und Familienvater von drei schulpflichtigen Kindern. Landwirtssohn, regionaler Lebensmittelhändler und Gastronom in einem eigenen kleinen Café in Lübeck. Außerdem war und bin ich in diversen sozialen und ökologischen Ehrenamtern tätig. Und ich bewerbe mich heute auf den Listenplatz 16, um dann später mit eurer Unterstützung eine Reihe von Dingen im Landtag in Bewegung zu bringen. Das ist mein persönliches Leitmotiv, Bewegung. Denn ohne Bewegung bewegt sich nichts, wie ein Freund immer sagt. Will sagen, schöne Worte reichen nicht. Man muss die politischen, sozialen und ökologischen Prozesse real in Bewegung bringen, auch eben im Landesparlament. Auf die Umsetzung kommt es zukünftig an. Ich möchte eben nicht in der Starre der Pläne verharren, sondern mit einem grünen Herzen konkret etwas für unser Land tun. Einige mir wichtige Themen will ich versuchen, in der Kürze anzureißen. Aufgewachsen auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Lübeck-Israelsdorf habe ich schon als Kind gelernt, wie wichtig es ist, Menschen, Natur und Tiere in einen Einklang zu bringen, der auch wirtschaftlich tragfähig ist. Die Landwirtschaft zukünftig weiterzuentwickeln mit geeigneten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist ein wichtiges Ziel für mich. Ein anderes Bewegungsziel ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. In meinem privaten Umfeld, in diversen ehrenamtlichen Tätigkeiten, höre ich den Bürgerinnen immer gut zu. Es gibt viele Ängste, die die Menschen unseres Landes beschäftigen. Vielen fehlt oft das Vertrauen in die Politik. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir als Grüne gute Argumente für einen verbesserten gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch und gerade für die Bekämpfung der Klimakrise und viele andere weitere schwierige Themen haben. Mit diesen Argumenten können wir den Menschen ihre Ängste durchaus nehmen. Jedenfalls möchte ich mich politisch dafür einsetzen und Verantwortung übernehmen. Hier liegt mir besonders der Natur- und Artenschutz am Herzen, aber natürlich auch der umfassende Klimaschutz und speziell die hierfür benötigte Energiewende. Diese großen Aufgaben können wir in unserem Land gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden, Tourismusverbänden, Bauernverbänden, Jagd- und Naturschutzverbänden und den Bürgerinnen voranbringen. Aus meiner bisherigen Arbeit in verschiedenen Verbänden weiß ich, wie wichtig es ist, Ziele gemeinsam und nicht gegeneinander zu verfolgen. Eine zukunftsorientierte Bewegung sollten wir zum Beispiel im Tourismus zustande bringen. Viele Regionen haben ja bereits erkannt, wie wichtig es ist, einen nachhaltigen Tourismus zu betreiben. Große Hotelklötze und mein Blick geht Richtung Büsum oder bei uns hier vor der Haustür in Lübeck auf dem Priwall sind sicherlich nicht die Zukunft eines erfolgreichen Tourismus in Schleswig-Holstein. Ich jedenfalls setze auf einen Tourismus, der unsere Küstenregionen in ihrer Natur- und Artenvielfalt achtet und in der Geschäftsentwicklung berücksichtigt. Gleiches gilt für die in Schleswig-Holstein so wichtige Landwirtschaft. Sie stellt sich mehr und mehr auf einen Wandel im Sinne des Klimaschutzes. Gemeinsam mit den Bauernverbänden erreichen wir in Gesprächen bald schon neue Ziele, die auch und insbesondere zum Erhalt der oft ortsprägenden Betriebe beitragen müssen. Gemeinsam mit den Landwirten werden wir das Thema Tierwohl vertiefen, ebenso das Thema erneuerbare Energien. Die Zerstörung fruchtbarer Böden ist unverantwortlich und nicht das eigentliche Ziel unserer Bauern. Die Sicherung der Biodiversität ist gewissermaßen überlebenswichtig. In diesem Zusammenhang ist es für mich und auch für uns Grüne auch von großer Bedeutung, den Flächenverbrauch im Bereich Bauen stark zu reduzieren. Denn Flächenversicherung zerstört Natur- und Artenvielfalt und ist dabei ein Treiber des Klimawandels. Zum Glück haben inzwischen große Wirtschaftsunternehmen in der Industrie erkannt, wie wichtig die Energiewende ist und sehen hier neue wirtschaftliche Chancen. Die Politik muss hierfür den geeigneten Rahmen und die passende Unterstützung schaffen. Wir müssen dabei lernen, den Betroffenen genau zuzuhören und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Lösungen brauchen wir unbedingt auch sehr bald im Bereich des völlig überspannten Wohnungsmarktes. Es gibt für uns Grüne ein Recht auf Wohnen. Wohnungsbaupolitik darf nicht nur für Investoren und Vermögende da sein. Wir müssen versuchen, eine Bewegung Richtung neuer Balance am Markt loszutreten, sodass der übermäßige Mietanstieg gestoppt wird und der soziale Wohnungsbau wirklich wiederbelebt werden kann. Klimagerechtes Wohnen muss auch sozial gerecht sein. Ein weiteres mich bewegendes Thema ist die Integration von Flüchtlingen. Vor vielen Jahren habe ich aus eigener Kraft ein Projekt für unbegleitete Flüchtlinge in Lübeck ins Leben gerufen. Wir konnten einigen von ihnen ein Zuhause geben, in einer Wohngemeinschaft gemeinsam mit jungen deutschen Studenten. Hier konnte und kann schön voneinander gelernt werden. Die Sprache, die Kultur der neuen Heimat, Werte und Sitten, aber auch über persönliche Ängste und Sorgen gesprochen werden. Die Integration darf halt nicht am Schreibtisch des Sachbearbeiters der Ausländerbehörde enden. Ich selbst war in den vergangenen Jahren viele Monate in Auslandseinsätzen der Bundeswehr und weiß um die Schicksale der zu uns Kommenden in ihrer alten Heimat. Ich habe hier dann viele junge Menschen kennenlernen dürfen, die sich hier einbringen möchten. Das müssen wir unterstützen. Ich möchte schließlich Holstein als ein offenes Land für alle Kulturen dieser Welt sehen. Ein Land, in dem wir erschaffen, unsere Werte und Sitte mit denen zu teilen, die nach ihrer Flucht aus den Krisengebieten in unserem Land leben wollen. Ich möchte Rassisten und Populisten in unserem Land auf allen Ebenen den Wind aus den Segeln nehmen und mich dafür einsetzen, eine breite Anerkennung der Flüchtlinge zu schaffen. Einheimische Bürgerinnen und neuheimische Flüchtlinge sollten einfach viel mehr voneinander lernen. Dann entstehen Perspektiven statt Vorurteilen. Last but not least möchte ich noch den Themen- und Bewegungsbereich der Kultur im engeren Sinne erwähnen. Die Corona-Pandemie hat insbesondere Künstler und kleine Einrichtungen leiden lassen. Viele Gespräche zeigen mir, wie wichtig es ist, hier die Rahmenbedingungen für Kulturschaffende zu verbessern. Die Politik, wir werden sicherlich hinsichtlich der Folgen der Pandemie auch noch in den kommenden Jahren gefragt sein. Natürlich brauchen auch insbesondere der Einzelhandel, die Gastronomie und unsere Kinder weiterhin eine große Unterstützung. Also, auf diesen und anderen Feldern möchte ich die politischen Dinge auch auf Landesebene in Bewegung bringen. Auf die politische Arbeit bin ich aufgrund meiner langjährigen guten Vernetzung in diversen Vereinen und Verbänden um meiner Selbstständigkeit gut vorbereitet. Viele Menschen kennen mich aus meinen Tunen in allerlei Ehrenämtern. Lasst uns gemeinsam in einen offenen, ehrlichen Wahlkampf gehen. Offensiv, bewegt und bewegend. Selbstbewusst, mit einem klaren Ziel vor Augen. Ein Land, in dem soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze mehr sind. Und liebe Freundinnen und Freunde, eins ist mir ganz besonders wichtig, eine Politik, die über Generationen denkt und nachhaltig handelt. Vielen Dank, ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt. Herzlichen Dank, lieber Christoph. Erlaubt mir noch, bevor sich als nächster Kandidat Nils Bollenbach vorstellen darf, den Hinweis, wir haben mittlerweile Rückmeldung von Marc Rheinstein bekommen, dass er auf Listenplatz 20 kandidieren wird. Das heißt, hier noch nicht. Und von Gerold Rahmann würden wir uns weiterhin über ein kurzes Zeichen freuen. Ansonsten noch der Hinweis, ihr könnt selbstverständlich auch jetzt schon wieder Fragen an die Kandidierenden einwerfen. Fragen könnt ihr sehr zielgerichtet an einzelne Kandidierende stellen, was natürlich dann einen gewissen Zeitersparnis im Vergleich zu Fragen an alle Kandidierenden bedeutet. Das als kurzer Hinweis. Beides ist natürlich legitim. Und jetzt hat aber Nils die Bühne und Zeit, sich acht Minuten vorzustellen. Ich muss das höher machen, ne? So, okay. Alles klar. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auch da draußen an den digitalen Bildschirmen. Wir alle scharren jetzt seit Wochen und wir alle sind bereit für diese Landtagswahl. Und wir alle sind bereit, das Land mit Monika und Aminata voranzubringen. Auf der Liste wird es langsam eng. Platz 16 ist nach aktuellen Umfragen einer der letzten, der noch eine sichere Chance hat, in den nächsten Landtag einzuziehen. Ich weiß, wir werden am Wahlkampf noch ganz viel rocken und dann werden das auch noch mehr sein. Aber ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit an der Stelle und deshalb bewerbe ich mich eben auf diesen Listenplatz und kämpfe jetzt um euer Vertrauen. Wer sich erinnert, weiß, ich stand auch schon einmal vor euch zur Bundestagswahl. Auch im Wahlkreis 8 durfte ich unsere Partei schon vertreten und auch damals im Wahlkampf habe ich kein Hehl darum gemacht, dass ich selbst schwul bin und eine Autismusdiagnose habe. Ich möchte der erste Asperger-Autist in einem deutschen Parlament sein. Und damit habe ich meiner Meinung nach etwas, was unserer Partei ziemlich gut tut. Wer mich kennt, weiß aber, ich mache keine reine Betroffenheitspolitik, sondern aus meiner Betroffenheit, aus meinen ganz individuellen Erfahrungen, daraus ziehe ich meine Kompetenzen und mein Fachwissen. Und Betroffenheit ist meiner Meinung nach Trumpf in einer modernen Demokratie. Denn es garantiert, dass unsere Politik nahbar bleibt, dass die Menschen uns vertrauen und das ist jetzt, wo Hass, Hetze unsere Demokratie gefährden, wo Corona-SchwurblerInnen und Fake News unsere Gesellschaft bedrohen. Da ist das von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir da zusammenhalten und dass wir an den Menschen dranbleiben. Betroffenheit, das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Und wir alle sind betroffen von einer Sache und das ist der Klimawandel. Seit drei Jahren bin ich jetzt an vorderster Stelle bei Fridays for Future dabei. Ich habe die Ortsgruppe im Kreis Stormann gegründet. Wir sind da auf die Straße gegangen, haben Druck gemacht, haben Tempo gemacht. Aber jetzt in den kommenden fünf Jahren geht es auch bei uns im Land Schleswig-Holstein um die Umsetzung. Ich möchte, dass wir weiterhin Vorreiter sind beim Ausbau erneuerbarer Energien. Ich möchte, dass wir weniger bauen, denn der Bausektor macht inzwischen ein Drittel unserer Treibhausgasemissionen aus. Ich möchte, dass wir Küsten schützen, schneller von Ost nach West kommen. Ich möchte, dass wir den Anschluss an Hamburg schaffen. Und ich möchte, dass wir auf grüne Landschaften blicken. Die Kuh, das habe ich im Wahlkampf gelernt. Es gibt auf den Butterpackungen immer so eine grinsende Kuh, die eigentlich in der Realität nicht existiert. Ich möchte, dass diese Kuh im Land Schleswig-Holstein existiert. Dass wir eine artgerechte Haltung haben. Dass wir würdig mit Menschen und mit Tieren umgehen. In der Fraktion, da sehe ich mich vor allem als Bindeglied zwischen den Themen Gesundheit, Bildung, Vielfalt und Kultur. Denn den Schwerpunkt meiner Politik würde ich gerne auf die Belange und die Menschen legen, die mit psychischen und seelischen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Krankheiten zu tun haben. Das ist ein Thema, was gerade jetzt in der Pandemie nochmal unglaublich an Fahrt gewonnen hat. Wir haben Zahlen von 8,2 Prozent. Jährlich sind 8,2 Prozent der Bevölkerung von Depressionen betroffen. Wir haben Suizidzahlen. Wir haben Suizidversuche, die jetzt während des Lockdowns unter Jugendlichen nochmal gestiegen sind. Das dürfen wir als Grüne nicht zulassen. Und deshalb braucht es Inklusion. Wir brauchen, und dafür trete ich an, dafür stehe ich ein, für ein anderes Miteinander. Ich möchte, dass wir faire Chancen von der Kita bis ins hohe Alter gewährleisten. Dass Bildungsgerechtigkeit in diesem Land endlich Realität wird. Ganz konkret stelle ich mir folgende Sachen vor. Ich möchte, dass die Klassen kleiner werden. Ich möchte, dass LehrerInnen besser geschult werden, was soziale und psychische Krankheiten und Störungen und Behinderung angeht. Ich möchte aber auch, dass diese LehrerInnen mehr Zeit bekommen für individuelle Förderung. Weil auch das ist immer wieder ein Problem. Ich möchte, dass das Konzept Schule an sich ein anderes wird. Dass wir einen freien Raum zum Lernen, zum Austausch, zur Weiterentwicklung schaffen. Und nicht dieses, ich gehe von morgens bis abends in die Schule, mache dann noch 20 Hausaufgaben und bin dann irgendwann so am Ende, dass ich nicht mehr mit dem Lernen hinterherkomme. Das möchte ich ändern. Es braucht mehr Zeit für Familie, für Freizeitaktivitäten. Weil wir daraus eben ganz andere Kompetenzen erlernen können. Ich möchte, dass auch das Thema Sport und gesunde Ernährung ab der Kita zum Thema wird. Das ist meiner Auffassung nach unglaublich wichtig. Aber, wohlgemerkt, ohne den Leistungsdruck, den wir jetzt aktuell noch haben. Es ist so, dass dieser Druck viele SchülerInnen beim Lernen blockiert und davon haben wir gar nichts. Und ich stelle mir dann immer die Frage, was kosten uns denn eigentlich kranke Menschen? Was kosten uns Menschen, die wie ich fast keinen Schulabschluss geschafft hätten, aufgrund ihrer Behinderung? Was kosten uns die Menschen, die wir in sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung beschäftigen, sie ausbeuten, anstatt sie auf den ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren? Ich finde, es wird Zeit für ein anderes Miteinander. Es wird Zeit für einen anderen Umgang. Es wird Zeit für mehr Grün. Es wird Zeit, dass Monika Heinold die zweite Ministerpräsidentin im Land Schleswig-Holstein wird. Und es wird Zeit, dass wir den ersten Aspergerautisten in ein deutsches Parlament wählen. Und deshalb trete ich an, deshalb bitte ich um euer Vertrauen. Und ihr alle wisst, die Ungerechtigkeit der Welt passt nicht in eine Redezeit von acht Minuten, aber vielleicht passt ein Teil davon in die nächsten fünf Jahre. Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen. Ich möchte dieses Amt mit Engagement füllen, mit ganz individuellen Ideen. und bedanke mich an der Stelle und wünsche uns allen noch einen erfolgreichen Parteitag. Vielen Dank. Herzlichen Dank dir, lieber Nils. Als nächster Redner wird Oliver Brandt sich in Erinnerung rufen. Lieber Oliver, dafür hast du vier Minuten Zeit. Ich gucke einmal zur Technik rüber. Das sieht gut aus. Von daher sollte es jetzt klappen, wenn du anfängst, zu uns zu sprechen. Noch sehen wir dich nicht. Jetzt müsste ich zu hören. Prima, jetzt hören und sehen wir dich. Hallo Oliver, deine Zeit beginnt jetzt. Wunderbar, vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich war bei der allerletzten Abstimmung beim Parteitag im Dezember dabei. Da hat es ganz knapp nicht gereicht. Deswegen freue ich mich, dass ich mich jetzt noch einmal kurz vorstellen darf. Und ich möchte vor allen Dingen auf ein Thema eingehen, was mir besonders am Herzen liegt. Und das ist die Mobilitätswende. Wir hatten in dieser Woche bei uns im Kreis im Herzogtum Laumburg eine digitale Mobilitätswerkstatt. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für eine nachhaltige Mobilitätswende in der Region einbringen. Und die Resonanz war riesig. Es gab über 100 Teilnehmern bei diesem digitalen Format. Diese Mobilitätswerkstatt war Teil des Mobilitätskonzeptes unseres Kreises. Dieses Konzept hat unsere Kreistagsfraktion auf den Weg gebracht. Dafür habe ich als Fraktionsvorsitzender seit langem gekämpft. Und ich freue mich, dass wir da jetzt endlich starten können. Diese enorme Resonanz bei der Veranstaltung hat mir aber auch gezeigt, Mobilität bewegt die Menschen, sowohl in den Städten als auch im Land. Und auch in der aktuellen Wahlumfrage des NDR zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wurde Mobilität nach Corona als zweitwichtigstes Thema genannt. Denn Mobilität betrifft die Leute direkt. Sei es der kaputte Radweg, der verspätete Zug oder der Schulbusverkehr während der Corona-Pandemie. Allerdings hat unser Land hier auch einen riesigen Nachholbedarf. Gleichzeitig ist die Mobilitätswende Voraussetzung dafür, dass Schleswig-Holstein klimaneutral werden kann. Dabei ist Mobilitätswende mehr als nur E-Mobilität und Antriebswende. Wir müssen es schaffen, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn und auf das Fahrrad umsteigen. Dazu gehört auch Schluss für die Vorfahrt für den Autoverkehr. Wir wollen das dritte Gleis von Elmshorn nach Hamburg, aber keine sechsspurige Autobahn A23. Auch unsinnige Großprojekte wie die Weiterführung der A20 über die Elbe, die unsere Natur zerstören und Milliarden kosten, passen nicht zur Mobilitätswende. Mobilitätswende bedeutet vielmehr mehr Geld, mehr Personal für Schiene- und Radverkehr, für neue Mobilitätskonzepte in der Stadt und im ländlichen Raum. Und wir benötigen mehr Unterstützung für unsere Kommunen. Denn die Kommunen sind das Rückgrat der Mobilitätswende. Klimafreundliche Verkehrskonzepte entstehen vor Ort, wie zum Beispiel derzeit bei uns im Kreis. Gerechte Mobilitätspolitik heißt für mich aber auch, alle Regionen im Land gleichermaßen zu entwickeln. Als Laumburger weiß ich, dass der Hamburger Rand von Kiel aus manchmal ganz schön weit weg ist. Durch unsere enge Verflechtung mit Hamburg haben wir besondere Rahmenbedingungen. Mit unserer AG Mobilität der Hamburg-Randkreise der Grünen, bei der ich als Co-Organisator mit aktiv bin, haben wir diese besondere Perspektive mit einem Positionspapier für die Mobilitätswende deutlich gemacht. Besonders wichtig ist dabei die Kooperation mit unseren Nachbarn Hamburg, vor allen Dingen beim ÖPNV, aber auch bei Radschnellwegen. Und hier haben wir für die nächste Wahlperiode besondere Möglichkeiten, da Hamburg bekanntlich einen grünen Verkehrssenator hat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich setze mich seit zehn Jahren für ein besseres Mobilitätsangebot auf Kreisebene ein und bin auch in der LAG Mobilität und Verkehr aktiv. Der Landesnahverkehrsplan ist für mich kein Fremdwort. Ich kenne die Akteure vor Ort. Nun möchte ich diese Erfahrung auf Landesebene einbringen. Ich bin außerdem Sprecher der LAG Wirtschaft und Finanzen, mache im Kreistag Haushaltspolitik und arbeite seit mehreren Jahren für Monika Heinold im Finanzministerium. Ich bewerbe mich daher als Kommunalo vom Hamburger Rand, für den die Mobilitätswende eine Herzensangelegenheit ist und der etwas von nachhaltigen Finanzen versteht. Dafür bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Oliver. Das war eine Punktlandung auf die Sekunde. Vielen Dank auch dafür. Als nächster Kandidierender auf unseren Listen steht Klaus-Peter Jessen aus dem KV Pinneberg. Bei Klaus-Peter ist nicht ganz klar, ob die Technik funktioniert. Er hat wohl immer mal wieder Probleme. Wir würden jetzt einmal probieren, ihn reinzuschalten. Und falls das nicht gelingen sollte, liegt uns eine Mail vor, die wir dann in seinem Namen verlesen würden. So ist es ausgemacht. Ich gucke einmal zur Technik rüber. Konntet ihr Klaus-Peter finden? Ja, das sieht gut aus. Bin ich zu hören? Ja, hallo Klaus-Peter. Du bist zu hören und zu sehen. Wie schön, du hast vier Minuten Zeit. Die werden auch reichen. Also ich habe heute Morgen oder gestern die Mail geschrieben, mein alter Schwacher Lebi, von dem ich mich kaum trennen mag, hat dann doch noch mal sich besonnen. Und es scheint ja zu funktionieren. Ich habe seit neun Uhr schon daran teilgenommen. Mein Name ist Klaus-Peter Jessen. Ich bin 65 Jahre alt aus dem Kreis Verband Pinneberg, aus Verband Barmstück und Umland. Ich bezeichne mich, habe das in einer Mail auch gestern getan, als, ich zitiere mich selber, dennoch Kandidat. Zitat Ende. Denn am 11.12. hatte ich das sagenhafte Ergebnis von null Prozent bei null Stimmen erzielt. Warum versuche ich nochmals, meinen Hut in den Ring zu werfen? Ich bin 65 Jahre alt, kurz vor der Berentung. Ich arbeite in einem nicht-akademischen Beruf, seit 40 Jahren. Und beides, die Nicht-Akademiker und die 65-Jährigen, sind mir, wie mir scheint, in Parlamenten und auch auf den Listen, die jetzt aufgestellt werden, auch von anderen Parteien und Verbänden, unterrepräsentiert. Ich bin auch nicht aus dem KV Kiel, sondern aus dem KV Pinneberg, Mitglieder stärkste, nein, nicht Mitglieder stärkste, sondern Bevölkerungskreisverband im Land. Warum sage ich das? Ich bin ein Freund von Parität und würde es begrüßen, wenn auch mehr Alters- und Berufserfahrung im Parlament getreten ist. Ich selber arbeite seit vielen Jahren, über 30 Jahren als Krankenpfleger auf einer Intensivstation. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder. Ich bin aus dem Ortsverband-Darmstil. Ich sagte ja schon, habe da die Gründung initiiert, vor fast zehn Jahren bin ich ein Mandatsträger da im Stadtparlament, leide er für die kleine Fraktion und bin somit mit all den Themen einer kleinen Kommune vertraut. Das wäre auch mein politischer Schwerpunkt, die Stärkung des ländlichen Raumes, der Dörfer. Vielen mehr gibt es nicht zu sagen. Ich gucke noch mal in meine Mail von gestern. Da habe ich alles gesagt. Wer noch Kandidat im Kreisverband-Darmstil, nicht aus dem Kreisverband-Darmstil, 65 Jahre als nicht akademischer Beruf und politisch aktiv. Das sind alles. Ich glaube, es waren drei Minuten. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Klaus Peter. Als nächster Redner und Kandidierender kann sich bereithalten Christian Judit aus dem KV Schleswig-Flensburg und danach Finn Petersen aus dem KV Schleswig-Flensburg. Christian sollte jetzt gleich ins System geholt werden. Christian, wir finden dich gerade noch nicht. Vielleicht magst auch du noch einmal schauen, ob du mit dem richtigen Namen angemeldet bist. Wir gucken hier derweil weiter. Wir können dich bislang nicht finden. Falls du dich gerade noch umbenennst, warten wir noch mal eine kleine Sekunde ab. Jetzt haben wir dich gefunden. Sehr schön. Holen dich einmal ins System. Das sollte jetzt auch geklappt haben. Ich gucke noch mal rüber. Gib dir mir ein kurzes Zeichen. So. Das sieht gut aus. Wir sehen ein Bild. Dich noch nicht, aber ein Bild. Ja, ich komme. Sehr gut. Ich komme ins Bild. Jetzt bin ich im Bild. Hi, Christian. Hallo. Auch du hast vier Minuten Zeit, dich uns allen einmal in Erinnerung zu rufen. Okay, liebe Freunde, liebe Freunde. Was für ein Moment. Mein Dreirad steht auf festem Boden. Ich kann meine Rampe zu Hause lassen. Das Pult lässt sich herunterfahren und zwar komplett. Das Licht blendet mich nicht. Und anders als eben, die Kamera ist auf Augenhöhe eingestellt. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, was das bedeutet, dass ein Mensch an einem Rednerinnenpult treten kann und dort gleichberechtigt seine Rede halten kann. Das wäre es gewesen, wenn wir uns in Kiel hätte treffen können. So war es versprochen und abgemacht. Doch Corona hat es verboten. Wir brauchen doch endlich eine Politik, die eine Vorstellung davon hat, was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben. Mit einer Behinderung in die Schule zu gehen, verschiedene Berufe auszuüben, Künstlerin zu sein, selbstständig zu sein, Unternehmerin zu sein, so wie ich, die seit 17 Jahren mit dem Thema Inklusion sein Geld verdient. Als behinderter Mensch, sich um Angehörige kümmern zu können, im ländlichen Raum zu leben und mit allen Mobilitätsproblemen Freizeit zu leben, aber auch mit der Angst, jetzt ins Krankenhaus zu müssen aufgrund von Corona. Genau das Thema hatten wir gerade vom Bundesverfassungsgericht. Dieses fordert die Gesetzgeberin auf, Regeln für die Triage festzulegen, die Menschen mit Behinderung nicht mehr nachteiligen. Und da ist es genau richtig, dass unsere BAG-Behindertenpolitik einen Eilantrag bei der nächsten BDK einbringt. Denn Menschen mit Behinderung müssen von Anfang an an gesetzlichen Prozessen beteiligt werden. Sie müssen Teil der Gesetzgebung werden. Menschen mit Behinderung gehören ins Parlament. Darum stehe ich hier. Nothing about us without us. Nichts ohne uns über uns. Und genau darum geht es mir. Auch heute, ich möchte in den nächsten Landtag. Und ich möchte dort eine authentische Stimmung für Menschen mit Behinderung und für das Thema Inklusion sein. Was möchte ich ändern? Wir brauchen mehr Aktivations- und Mitspracherecht. Wie kann es sein, dass in Wohnheimen zwar Wohnbeiräte vorgeschrieben sind, aber deren Ausstattung überhaupt nicht festgeschrieben ist? Ich habe 14 Jahre lang solche Wohnbeiräte begleitet. Die UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert die Menschenrechte für Menschen mit Behinderung. Deutschland wird von der UN kritisiert. Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsmarkt ganz besonders. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung werden als auseinanderneinrichtungen bezeichnet, sollen nach und nach aufgelöst werden. Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten, wollen das aber in der Regel nicht. Und was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Kommission. Eine Kommission ausschließlich aus Menschen mit Behinderung, die in diesen Werkstätten arbeiten oder ein Recht haben, dort zu arbeiten. Und diese Kommission, lasst es mich Expertengruppen lagen, die soll beschließen, wie sich Werkstätten weiterentwickeln, transformieren sollen. Wir brauchen funktionierende Instrumente, um den Übergang zwischen den Werkstätten auf dem ersten Arbeitsmarkt zu realisieren. Das ist ein Teil von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. und ich möchte Sozialpolitik mit allen meinen Facetten, all diesen Facetten machen. Ich wünsche mir eine solidarische Gesellschaft. Bei meiner Bewerbungsrede auf dem letzten LTT habe ich den Faden verloren. Ich stand am Mikro und ich wusste nicht mal weiter. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt angefangen zu klatschen. Ihr habt geklatscht und ihr habt mir geschafft, mich getragen damit und es hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder mich zu fangen. Vielen Dank dafür. Lasst uns mutig sein, lasst uns Veränderung wagen. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn ich für uns Grüne in den nächsten Landtag rolle und dort mit die Politik bestimmen darf? In diesem Sinne, wir sind mehr als die Summe unserer Einzelteile. Wir werden gemeinsam in dieser Gesellschaft gestalten können. Ich freue mich drauf. Das wird großartig. Vielen Dank. Ja, danke dir, lieber Christian. Das war deine Chance, dich kurz in Erinnerung zu rufen. Als nächster Kandidierender hat ebenfalls die Chance, dies zu tun. Finn Petersen aus dem KV Schleswig-Flensburg. Das sieht gut aus, lieber Finn. Hi, wir sehen dich und hören dich hoffentlich auch gleich. Du hast vier Minuten Zeit. Ja, vielen Dank. Da ich mich schon mal vorgestellt habe und wir heute auch noch viel vorhaben, gibt es von mir nur eine ganz kurze Auffrischung meiner Bewerbungsrede und von meinen Themen. Abgeschieden, aber glücklich. So habe ich meine Bewerbungsrede im Dezember begonnen. Diese Sonderkategorie hat das Berlin-Institut im Teilhabeatlas für meinen Kreis Schleswig-Flensburg erfunden. Aber genau dieses Glücklich ist derzeit gefährdet. Immer weniger junge Menschen können sich vorstellen, auf dem Land wohnen zu bleiben oder gar dorthin zu ziehen. Corona hat viele Ehrenamtler in krass gefordert und einige haben für sich entschieden, sich diesen Stress nicht mehr auszusetzen. Und der Fachkräftemangel verschärft sich durch Corona immer weiter, da es in den letzten Monaten so gut wie keine Möglichkeit zur Berufsorientierung für Ausbildungsberufe gegeben hat. Wir müssen eine starke Stimme für Kinder und Jugendliche sein, denn ohne uns wären sie in den Entscheidungen gar nicht repräsentiert gewesen. Das hat die Corona-Zeit nur zu gut gezeigt. Wir müssen die Anliegen der Ehrenamtler in ernst nehmen und das Ehrenamt spürbar einfacher machen. Einfachere Fördermöglichkeiten, langfristige finanzielle Planungssicherheit für die Jugendverbände sind nur zwei von vielen Möglichkeiten in diesem Bereich. Wir müssen die Situation von Azubis verbessern und die Ausbildungsgarantie auf Landesebene umsetzen. Und wir müssen das Thema ländliche Räume weiterdenken als Landwirtschaft und Mobilität. Kurzum, wir müssen dafür sorgen, dass diese Gruppen nicht wieder übersehen werden. Das sind bei Weitem nicht alle Ziele und Forderungen, für die ich mich einsetze, aber sie geben einen guten Überblick über mein Portfolio. Ich bin Finn Pedersen und ich möchte meine Erfahrungen aus der Jugendarbeit, aus meiner Zeit als Azubi und als junger Mensch vom Land in unseren Wahlkampf und die kommende Landtagsfraktion einbringen. Dafür hat mir die Grüne Jugend Schleswig-Holstein ihr Votum gegeben und dafür bitte ich euch um euer Vertrauen und eure Stimmen. Vielen Dank. Danke dir, lieber Finn. So, das war Finn Pedersen aus dem KV Schleswig-Flensburg. Wir haben jetzt als nächsten Redner auf unserer Liste Gerold Rahmann aus dem KV Sturmann und wir haben bislang von Gerold kein Zeichen bekommen, sehen ihn bislang auch noch nicht im elektronischen System. Falls du uns hörst, Gerold, würden wir dir jetzt nochmal 30 Sekunden die Chance geben, aber ansonsten mit dem nächsten Kandidierenden weitermachen. Da Mark Rheinstein, wie vorhin schon gesagt, erklärt hat, erst auf Listenplatz 20 anzutreten, wäre das dann Ralf Sonntag aus dem KV Pinneberg, aber wie gesagt, wir warten nochmal 15 Sekunden ab, ob du dich, Gerold, noch einmal bei uns meldest. Das kannst du auf unterschiedlichen Kanälen tun, über Zoom, im Chat, per Telefon. Dörte hat dir auch gerade noch eine Mail geschrieben. Gut, ich gucke noch einmal zur Technik rüber. Gut, dann würden wir, wie angekündigt, an dieser Stelle mit Ralf Sonntag aus dem KV Pinneberg weitermachen. Ralf, auch du hast vier Minuten Zeit, dich in Erinnerung zu rufen. Ja, vielen Dank. Die Technik holt dich ins System. Hallo, da sehen wir dich. Prima, dann kannst du direkt starten. Ja, hallo und vielen Dank. Guten Mittag, sage ich jetzt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an mich. Mein Name ist Ralf Sonntag. Ich bin der Schwabe, der kein Hochdeutsch kann, aber das ist nun mal so bei uns Schwaben. Dafür können wir andere Dinge und ich kann, glaube ich, eine ganze Menge an Artenschutz und Naturschutz. Ich bin promovierter Meeresbiologe und seit gut 25 Jahren als Artenschutzprofi tätig. Am Anfang als Wissenschaftler, später dann bei den Umweltverbänden wie Greenpeace, dem EFW oder dem Pew Charitable Trust. In dieser Zeit konnte ich eine ganze Menge an Erfahrung in politischer Arbeit sammeln und eben auch sehr gute Netzwerke in die Umweltpolitik, sowohl in die Politik als auch in die Wissenschaft und in die Verwendewelt schaffen. Mein Kernthema ist die Biodiversitätskrise, eine Krise, bei der unsere Seegraswiesen, unsere Korallenriffe, Fischbestände und so weiter verloren gehen. Eine Million Arten sind konkret im Moment vom Aussterben bedroht und etwa alle zehn Minuten stirbt eine Art aus. Das heißt, am Ende unseres Parteitags sind wieder 50 Arten ausgestorben. Das ist etwas, was mich unheimlich bewegt, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich denke, das muss eine große Priorität haben und da müssen wir auf allen Ebenen rangehen. All Hands on Deck und zwar in allen Politikbereichen, nicht nur in der Umweltpolitik, sondern auch in der Wirtschaft, in der Finanzpolitik, in der Europapolitik und so weiter. Ganz wichtig ist mir natürlich auch die Klimaproblematik und dass wir daran arbeiten, beides, Klimakrise und Biodivkrise, unter einen Hut zu kriegen. Eine Klimapolitik darf nicht die Biodiversitätskrise anfeuern und andersrum. Beides ist einfach ganz eng miteinander verbunden und beides muss gemeinsam gedacht werden und da haben wir noch keine endgültige Lösung, aber da müssen wir intensiv daran arbeiten, glaube ich, um das voranzubringen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Flächen für erneuerbare Energien, aber wir brauchen auch Flächen für den Artenschutz. Wir brauchen Flächen für Nullnutzungszonen, Zonen, in denen sich die Natur komplett erholen kann, Zonen, aus denen sich die Natur auch wieder rausverbreiten kann und sozusagen die Umgebung reparieren kann. Da unterstütze ich auch sehr stark die Herangehensweise von Steffi Lemke, mit der ich in der Vergangenheit schon mehrmals in Sachen Meeresschutz zusammenarbeiten durfte. Ich finde, sie macht da einen sehr guten Job und schiebt das Richtige an. Ein anderes Thema, das mich sehr interessiert, das ist die Europapolitik. Hier wachsen wir in Europa mehr und mehr zusammen, was ich sehr gut und sehr wichtig finde. Aber hier müssen wir uns auch einbringen, auch einbringen als Umweltpolitiker. Nicht zuletzt eben mit diesen Naturschutzthemen, denn viele von diesen Themen, die gehen einfach nur auf EU-Ebene, ganz besonders, wenn wir in die Fischerei oder in die Landwirtschaft schauen. Leider finde ich, dass unser Haus- und Hausthema, nämlich der Natur- und Artenschutz inzwischen bei uns, als sogenannte Ökopartei, inzwischen etwas zu kurz kommt. Ich finde, das haben wir vorher auch bei der Koch-Wahl gesehen. Und das ist etwas, was ich sehr gern ändern würde und würde ich gern, wenn ich das darf, und darum würde ich um eure Unterstützung bitten. Vielen Dank bis dahin und ich hoffe auf gutes Gelegen. Danke. Vielen Dank, lieber Ralf. Unseren Listen zufolge, das hatte ich euch vorhin schon gesagt, wäre jetzt als nächster Lukas dran. Lukas hat gesagt, er zieht seine Kandidatur zurück. Knut aus dem KV Herzogtum-Lauenburg hat gesagt, er geht erst auf den Listenplatz 18, sodass der nächste Kandidierende Wolfram Zetsche aus dem KV Segeberg wäre. Wolfram hat sich noch nicht vorgestellt, ist hier vor Ort und hat nun die Möglichkeit, acht Minuten zu euch zu sprechen. Lieber Wolfram, the stage is yours. Ups, runter. Ein bisschen runter. So. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Wolfram Zetsche, bin 57 Jahre alt, komme aus dem Kreisverband Segeberg, bin dort Direktkandidat für den Wahlkreis Segeberg-West und meinen Werdegang stelle ich erst mal nach hinten, sondern ich stelle an vorderster Linie, wofür ich stehe. Denn für eine Mobilitätswende, die größte Baustelle am Hamburger Rand, man braucht nur an die Autobahn zu gucken, man muss nur schauen, wie die Radwege sind oder auch wie Schüler vom Kreis Segeberg oder Pinneberg nach Hamburg vielleicht reinpendeln wollen, aber es nicht sich trauen, weil die Radwege zu gefährlich sind und sie nicht die Chance haben. Und da ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen unsere Kinder erziehen, dass sie selbstständig werden, eine Selbstständigkeit fördern und nicht mit den SUVs die Kinder zur Schule fahren und etwas gegen die Umwelt tun. Wir müssen gemeinsam den Eltern ihren Freiraum geben, andere Dinge zu tun und die Kinder stärken mit ihrer Selbstständigkeit. Des Weiteren fällt mir auf und mit vielen Gesprächen mit den Bürgern. Mobilitätswende, wo ist sie? ÖPNV, Fahrpläne, wo in Orten der Bus zweimal am Tag fährt, so sieht es nicht aus. Ich will gemeinsam mit euch oder wir, dass wir einen ordentlichen ÖPNV haben im Hamburger Rand, dass man aus Segeberg auch nach Poppenbüttel, Wellingsbüttel überall hinkommt und nicht einen Riesenumweg über den Hauptbahnhof machen muss. Mobilitätswende bedeutet aber auch Elektromobilität. Nach Hause zu bringen, aber es scheitert doch schon bezüglich Ladestationen. Familien haben Reihenhäuser, der Parkplatz ist 40 Meter entfernt und sie können sich keine Ladestationen leisten, weil einfach der Weg zu lang ist. Wir müssen gucken, dass wir Ladestrukturen aufbauen und sie dem Bürger nahe machen. Zum Beispiel auch in Einkaufszentren, wo abends die Parkplätze leer sind. Was könnte man dort an Ladestationen bauen für Bürger, die abends ihre Fahrzeuge laden können? Gleichzeitig könnte man auf öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen anbringen, wo man gleichzeitig auch Ladestationen und zum Beispiel auch für sozial Schwache den Strom günstiger abgeben könnte. Das Gleiche könnte man auch machen, dass man sagt, man ist sozial und bringt den Klimawandel auch für die Leute, die Geringverdiener sind. Nämlich, dass wir den ÖPNV stärken und gleichzeitig ein Bürgerticket haben. Schule, Radwege, ein wichtiges Thema, Autobahn und auch Mobilitätswende. Denn in der Elektromobilität, wo ich tätig bin, ist schon der Knackpunkt, dass die neuen Autos gefördert werden, aber die gebraucht nicht und somit nicht zugänglich sind für die Bürger, die auch vielleicht Elektromobilität haben wollen. Das ist aktive Klimapolitik. Es gibt noch weitere Themen in Bezug auf Bildung, Schule, Fachkräfte. Hamburger Rand hat leider, dadurch, dass es der Speckgürtel ist von Hamburg, hat Hamburg eine so große Anziehungskraft, dass uns die Fachkräfte fehlen. Lehrer, Direktor an Schulen, Erzieher, Altenpfleger. Sie wandern ab. Wir müssen den ÖPNV stärken, dass Hamburger auch zu uns kommen und bei uns arbeiten, unsere Region Schleswig-Holstein attraktiv machen. Und wenn ich nach Kiel schaue und sehe, Monika, Aminata, Eker, das Team, was sie schon voranbringen, aber leider in einer Konstellation, wo wir noch gebremst werden. Und da geht noch mehr. Nämlich mit Monika als unsere Ministerpräsidentin. Nämlich ab der nächsten Legislaturperiode. Und dann können wir auch aktiv angehen und uns nach vorne bringen in Schleswig-Holstein. Seniorenpolitik oder auch Jugendpolitik gehört auch zusammen. Das haben wir bezüglich Corona gemerkt. Vereinsamung. Schulen wurden geschlossen. Kinder sind nicht abgeholt worden. Da müssen wir darauf achten, dass die Kinder alle abgeholt werden und wir eine Chancengleichheit haben in der Bildung. Bildung ist das wichtigste Gut. Das habe ich selber in meiner Jugend erfahren. Und wer fleißig ist, kann von ganz unten sich ganz nach oben arbeiten. Mit viel Kraft, mit viel Willen und Ehrgeiz. Und das macht auch Spaß. Und ich will jungen Leuten sagen, wenn ihr den Glauben an euch habt und an euch glaubt und arbeitet und wissbegierig seid und euch austauscht, dann könnt ihr alles erreichen. Und mein Punkt ist, ich möchte Jugendpolitik machen, Politik der Mitte, auch Seniorenpolitik. Ich will die Bürger abholen. Ich will bei den Bürgern sein. Ich möchte Sprachrohr sein. und Politik nicht für heute und jetzt machen, sondern für unsere nachfolgende Generation. Ich will Politik machen, dass unsere Erde wieder schöner wird, wir Fehler korrigieren können, die wir durch jahrelange Fehlpolitik in Berlin entstanden ist. Diese will ich mit korrigieren und in Kiel wirklich für soziale Klimapolitik dastehen, die für jeden erreichbar ist. Das ist mein größtes Anliegen. Meine Erfahrungen habe ich gesammelt als Familienvater von vier Kindern, als Opa von zwei Enkeln und in meiner beruflichen Zeit in der Mobilität, die ich schon 30 Jahre mache und die politischen Erfahrungen sind seit 2009 bei den Grünen als Gemeindevertreter, Kreistagsabgeordneter und auch in einer Wählergemeinschaft, wo ich dann natürlich auch ganz gut vernetzt bin und das Sprachrohr auch für Menschen, die sagen, na, Grün ist nicht ganz, aber sehr viele grüne Themen und diese Wähler will ich auch noch mit erreichen und ich möchte einfach, dass Schleswig-Holstein grüner wird, lebenswerter wird und seine Vielfalt behält und ich sage einfach danke, dass ihr zuhört, gehört habt und ich hoffe auf euer Vertrauen und ich würde mich gerne in Kiel stark machen für euch. Ganz herzlichen Dank, lieber Wolfram. Du kannst im Grunde genommen gleich vorne bleiben, Friederike gibt dir sogar einen Stift und einen Zettel, dass du ein bisschen mitschreiben kannst, uns liegen nämlich zwei Fragen vor und wir gehen so vor wie vorhin, wir würden jetzt den Kandidierenden in umgekehrter Reihenfolge die Möglichkeit geben, auf diese Fragen zu antworten, auf beide Fragen zwei Minuten beziehungsweise eben auch auf eine Frage nur zwei Minuten und zwar liegen uns folgende Fragen vor. Von Iris Werner aus dem KV Rendsburg Eckernförde geht eine Frage nur an Christoph. Christoph, du hast sehr viele Themen angesprochen, welche zwei Themen wären deine Schwerpunkte? Und von Nelly Lücke aus dem KV Kiel geht folgende Frage an alle Kandidierenden. Welche Rolle spielt Feminismus in deiner politischen Arbeit? Wir würden dir, Wolfram, noch kurz Gelegenheit geben, dir ein, zwei Stichworte aufzuschreiben. Dann bist du, wie gesagt, als Erster dran, die Frage in zwei Minuten zu beantworten. Ich lese jetzt einmal die Kandidierenden in der umgekehrten Reihenfolge noch mal vor. Das ist Wolfram, Ralf, Finn, Christian, Klaus-Peter, Oliver, Nils und Christoph. In der Reihenfolge könnt ihr euch bereithalten und jetzt hast du, lieber Wolfram, zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten. Bezüglich Feminismus, ja, was ist Feminismus? Ich finde mich da auch wieder, ganz einfach, bezüglich der Rollen. Die Rolle hat sich in unserer heutigen Gesellschaft verändert. Wir haben die Möglichkeit, alles zu tun. Frau, Mann, egal welcher Geschlechter und der Punkt ist der, ich habe das in meiner Ehe, erlebe ich es und es ist einfach der Punkt, ich koche gerne, ich mache gern sauber und eine Ehe zum Beispiel ist auch ein partnerschaftlicher Konstrukt, wo man sich gegenseitig auskühlt. Und egal welche Rolle, man kann in die Rolle der Frau immer kurz schlüpfen, man schlüpft in die Rolle des Mannes und man muss den Feminismus auch stärken und man muss auch in, wenn man in die Betriebe geht, wenn Fehlverhalten sind, muss man sie aufzeigen und aufstehen und auch dafür reden, dass die Menschen Verständnis haben, was Feminismus ist. Viele wissen gar nicht, sie haben das einfach als Schlagwort und sie haben es eigentlich gar nicht verstanden. Wichtig ist der Punkt Kommunikation, das faire Miteinander und bezüglich Rollen, Kinder in Rollen zu stecken etc. ist vollkommen falsch. Wenn ein Junge im Kindergarten Frauenklamotten anziehen, dann soll er es doch machen. Man sollte jedem seinen Entwicklungsweg gestatten. Und was ist richtig, was ist falsch, da gibt es keinen Punkt, sondern das ist einfach ein Stand der Entwicklung und jeder sollte die Chance haben, sich entwickeln zu können. Und das ist auch ein Punkt, den ich sage bezüglich Erziehung, wir müssen unsere Kinder prägen und nicht therapieren, sondern die Kinder brauchen Zeit, sich zu entwickeln und jeder entwickelt sich anders und jeder Mensch ist auch anders und Feminismus ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auch bei mir auf die Fahne schreiben würde. Danke. Herzlichen Dank, lieber Wolfram, das war ebenfalls genau in der Zeit, als nächster Kandidier hat Ralf die Gelegenheit auf die Frage von Nelly zu antworten. Auch du, lieber Ralf, hast dafür zwei Minuten Zeit. Ich schaue wieder zur Technik. Das sieht gut aus, dann freuen wir uns auf deine Antwort in zwei Minuten. Ja, vielen Dank. Das Thema ist weit weg vom Artenschutz, aber egal. Für mich ist auf jeden Fall klar, für mich persönlich ist es klar, dass Gleichberechtigung etwas Selbstverständliches sein sollte. Etwas, an dem wir alle arbeiten und etwas, hinter dem wir alle stehen. Mir ist aber auch klar, dass wir im Alltag noch sehr weit davon entfernt sind und darum eben, wie gesagt, daran arbeiten müssen. Vielen Dank. Danke dir, lieber Ralf. Als nächster ist Finn an der Reihe und bereithalten kann sich Christian. Ja, genau. Für mich auch die Frage mit der Rolle des Feminismus. Also für mich ist Feminismus einfach ein Querschnittsthema, das zu allen Themen passt. Und im Prinzip geht es, oder habe ich es in meiner Arbeit bis jetzt immer als Sichtbarkeit schaffen vor allem gesehen. Ich mache es mal einen Sportverein, als wir da reingegangen sind, war das eine Männerklüngelrunde und ich habe da angefangen zu gendern und immer mehr Leute aus dem Jugendprojekt reinzuholen mit einer Quote und einfach mal darauf zu achten, wer überhaupt welche Posten da übernimmt und zuerst wird man da doof angeguckt, aber wenn man es immer wieder erklärt, wenn man die Leute damit reinholt und die Hintergründe auch erklärt, warum man das macht, zum Beispiel auch beim Gendern, dann gewöhnen sich die Leute dran und inzwischen unser erster Vorsitzender vom Sportverein gendert inzwischen, obwohl er mich zuerst komplett bescheuert angeguckt hat und für verrückt erklärt hat und daneben geht es vor allem um Care-Arbeit, Lohngerechtigkeit, Azubis zum Beispiel, da ist noch kein Lohnunterschied, aber über die Jahre, über die Berufserfahrung entwickelt sich halt dieser Gender-Pay-Gap zum Beispiel, den müssen wir abbauen, also es ist einfach ein Querschnittsthema, das wir überall mit angehen müssen, auch in meiner Arbeit, Ehrenamt, Fördermöglichkeiten an solche Projekte geben zum Beispiel, genau, da wäre wir es belassen. Prima, danke dir, lieber Finn und dann ist Christian an der Reihe. Danach bereithalten können sich Klaus-Peter und Oliver. Gut, Feminismus, also ehrlich gesagt, Feminismus und Behindertenbewegung ist ganz dicht beieinander. Die Behindertenbewegung hat unendlich viel aus der Frauenbewegung, aus dem Feminismus heraus gelernt und erfahren dürfen. Der Kampf um Gleichberechtigung, der Kampf darum, seine Möglichkeiten umsetzen zu können, die gleichberechtigten Teilhabe zu ermöglichen, das ist absolut identisch und sehr, sehr ähnlich. Ich finde es allein auch in der Behindertenbewegung natürlich so, dass wir da noch Meilen weiter davon wechseln, dass wir wirklich eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen erleben. Das zu erreichen ist wichtig. In der Behindertenbewegung heißt es ganz klar immer noch die doppelte Diskriminierung, Frau und Behinderung und das gilt es anzufassen. Ja, und ich denke, das ist der wichtigste Punkt dabei. Für mich ist der Feminismus und die Frauenbewegung ein Meilenstein gewesen in meiner eigenen Entwicklung, in meiner eigenen Orientierung herauszukommen, meine eigenen Rechte zu entdecken. Von daher freue ich mich und bin stolz darauf, dass wir auch kennengelernt haben zu dürfen und dafür mich einsetzen zu können. Jo, das war's. Danke dir, lieber Christian. Als nächster Antwortender kann sich Klaus-Peter bereithalten, danach Oliver, Nils und abschließend Christoph. Wir schauen mal, ob wir Klaus-Peter schon im System haben. das sieht gut aus. Klaus-Peter, dann hast auch du zwei Minuten Zeit. Klaus-Peter, du müsstest einmal deine Kamera anmachen und sprechen, damit wir dich sehen. dann geben wir dir wiederum ein kleines Zeichen, ob das hier alles gut ankommt. Bislang sehen wir dich noch nicht. Klaus-Peter, kannst du noch mal probieren, deine Kamera anzumachen und dich zu entstummen? Bislang haben wir noch Probleme, dich ins System zu nehmen, aber da es vorhin ja gut geklappt hat, wird es diesmal auch wieder klappen. gut, unser Vorschlag von Seiten des Präsidiums wäre, erst mal mit den anderen Antwortenden weiterzumachen und dann schauen wir am Ende noch mal, ob das bei Klaus-Peter klappt. Ansonsten, Klaus-Peter, wenn du uns irgendwie was zukommen lassen willst, kennst du die üblichen Kanäle, dann ist als nächster Oliver, jetzt kriege ich ein Zeichen, jetzt klappt es doch, es tut mir leid, Oliver, dann würden wir jetzt Klaus-Peter die Gelegenheit geben, seine Antwort uns noch zu geben. Ja, vielen Dank, ich kann mich auch kurz fassen, kein vernünftig denkender Mensch kann die Rolle des Feminismus gering achten. Es geht um die Termini, man könnte sie endlos ausweiten, Selbstbestimmung, Menschen über die Gleichberechtigung, wiederhole, kein vernünftiger Mensch wird sich dagegen aussprechen können und auch nicht handeln können. Ich füge noch hinzu, ich bin verheiratet und habe schulpflichtige Kinder, davon eine Tochter, einen Sohn und 19 Jahre alt, die Tochter geht aufs Gymnasium, da würde man sich nicht feministische Artikulationen leisten können. So viel dazu, das war glaube ich weniger als eine Minute. Ich danke, dass es doch noch geklappt hat, mein alter, schwacher Levi scheint ja doch noch zu funktionieren, vielen Dank. Das hat wunderbar geklappt, Klaus-Peter, danke dir und dann ist als nächster Oliver mit der Beantwortung dran und danach Nils. So, kann man mich hören? Sehr gut hören und sehen, lieber Oliver, los geht's. Ja, vielen Dank. Als Sprecher der LRG Wirtschaft und Finanzen möchte ich mal die finanzpolitische Perspektive auf das Thema Feminismus lenken und da ist ein Riesenthema die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, also Gender Pay Gap. Daran müssen wir auch als grüne Partei, denke ich, weiter arbeiten und leider Gottes ist es so, dass in Schleswig-Holstein der Gender Pay Gap noch größer ist als in anderen Bundesländern. Also hier verdienen Frauen im Durchschnitt immer noch deutlich weniger als Männer im Vergleich zu anderen Bundesländern. Hier müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Ein zweiter Punkt ist die Parität in Gremien. Ich glaube, als Land sind wir da schon sehr gut, dass zum Beispiel Verwaltungs- und Aufsichtsräte paritätisch besetzt sind. Auch in kommunalen Gremien erlebe ich das als Kommunalpolitiker. Da gibt es die entsprechenden Rahmenbedingungen, aber wo es immer noch fehlt, ist in den Vorständen, da sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert und insbesondere in der Finanzwirtschaft ist es noch schlechter als in anderen Branchen. Hier gilt es auch, Frauen gezielter zu fördern auf ihrem Berufsweg, sodass sie auch in solche Positionen kommen können. Ein anderes Thema aus Haushaltspolitik ist das Thema Gender Budgeting, wo wir uns auch schon viel mit beschäftigt haben, aber noch weiter daran arbeiten sollten. Das ist auch ein wichtiges Thema aus meiner Sicht für die nächste Legislaturperiode. Was heißt Gender Budgeting, das heißt auch frauenpolitische Themen stärker im Haushalt zu berücksichtigen. Auch aus Sicht der Mobilitätspolitik, glaube ich, müssen wir stärker die Frauenperspektive mit einbeziehen. Allein deswegen, weil zum Beispiel Männer viel häufiger im Schnitt Autofahrer sind als Frauen Autofahrerinnen. Frauen sind viel häufiger Fußgängerinnen und diese Perspektive ist leider auch in der Mobilitätspolitik häufig unterrepräsentiert. Also aus meiner Sicht ist das auch ein wichtiges Thema für Mobilitätspolitik. Das geht über Frauenparkplätze, die sehr, sehr wichtig sind, deutlich hinaus, sondern es geht auch um Teilhabe im öffentlichen Raum. Dankeschön. Herzlichen Dank dir, lieber Oliver. Und dann ist nun Nils hier wieder vor Ort mit zwei Minuten Zeit zur Beantwortung und dann kann sich Christoph bereithalten, an denen ja zwei Fragen gestellt wurden. Ja, Nelly, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, welche Rolle spielt Feminismus in deiner Arbeit? Wir reden schon lange bei den Grünen über Queer-Feminismus. Das wäre so das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Ich glaube, dass wir diesen Kampf nur zusammen bestreiten können für Gleichberechtigung und für Vielfalt. Und als schwuler Mann halte ich sowieso nicht so viel von toxischer Männlichkeit und Klischees und Rollenbildern. Das haben die Vorredner aber auch schon gut zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn Männer in der Politik sind und über Feminismus reden, ist, dass Männer einfach auch mal die Klappe halten. Ich finde es klasse, dass wir als Grüne paritätisch aufgestellt sind, damit eben Frauen mindestens die gleiche Chance hat. Ich finde es auch klasse, dass wir jetzt drei Frauen sozusagen bei uns an der Spitze haben. Um die Frage dennoch gut zu beantworten, habe ich einfach mal rausgesucht, was an Frauenthemen gut zu meinen Themen passen könnte, wo man da Synergien entstehen lassen kann. Das sehe ich beim Thema Femizide. Da müssen wir gegen vorgehen, dass wir da Strategien entwickeln, die aber meiner Auffassung nach eher mit betroffenen Frauen auch erarbeitet werden müssen. Frauenhäuser sollten wir weiterhin stärken. Was ich schon im Bundestagswahlkampf an allen Schulen immer wieder versprochen habe und was ich gerne mal so hätte, wäre, dass wir Hygieneprodukte, also Tampons und der gleichen, dass wir die nach Möglichkeit kostenlos zur Verfügung stellen, gerade für Jugendliche, dass wir mit Pink Washing aufhören, also dass wir rosane Rasierer nicht für mehr Geld verkaufen als blaue Rasierer und das Thema Missbrauch ist, glaube ich, ebenfalls ein ganz wichtiges, wo ich auch denke, dass da Parallelen zu meiner Arbeit entstehen könnten. Ich habe selbst Betroffene in meinem Umfeld weiß, welche psychischen Probleme daraus erwachsen können und deswegen glaube ich, dass wir da auf jeden Fall auch gut zusammenarbeiten könnten. Danke dir, lieber Nils. Und dann hat Christoph noch die Gelegenheit, in zwei Minuten die beiden an Ihnen gerichteten Fragen zu beantworten. Du müsstest dich bitte einmal entstummen, lieber Christoph. So, jetzt bin ich startklar. Sehr gut. Ja. Wir sehen nicht gut. Fangen bitte an. Ja, alles gut. Alles gut so. Prima. Lieber Nils, vielen Dank für deine Frage. Ja, ich habe relativ viele Themen benannt, die mich tatsächlich bewegen für unser wunderschönes Land Schleswig-Holstein. Schwerpunkte liegen bei mir natürlich in der Landwirtschaft, weil ich hier aufgewachsen bin und die Problematik unserer Landwirten hier in Schleswig-Holstein gut kenne. Das Nächste ist natürlich der Natur und der Naturschutz und der Schutz der Artenvielfalt, die Biodiversität, wo ich mich stark machen möchte, eben auch aus meiner beruflichen Erfahrung und meiner Ausbildung. Das sind zwei Schwerpunktthemen, die ich gerne setzen möchte in der Politik, aber auch aus meinen unterschiedlichsten Erfahrungen im Ausland sind es natürlich die Geflüchteten, die hier in unser Land kommen. Und da komme ich auch zu einem Thema, zu der allgemeinen Frage. Da ist es auch ganz besonders schwierig, gerade geflüchtete Frauen, denen entsprechende Chancen zu geben. Aber ich muss auch sagen, es geht eigentlich ja in der Sache um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Ich finde aber, das darf nicht darauf hinauslaufen, dass wir Frauen in männliche Formen drücken, die in unserer Gesellschaft als normal gelten und selbst immer instabiler und letztendlich prekärer werden. Denn dann verlieren wir uns in einer Schleife, in der wir uns noch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausschließlich nur noch verhandeln, jedoch die Ausbeutung in der Arbeitswelt nicht grundsätzlich ändern. Und das sollten wir tun. Es muss aber immer um beides gehen. Gleiche Zugangsmöglichkeiten von Frauen zur Arbeit als eigenständige Einnahmequelle und gleichzeitig um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für uns alle. Vielen Dank. Herzlichen Dank dir, lieber Christoph. Dann haben wir hiermit alle Fragen beantwortet durch alle Kandidierenden und können in den Wahlgang einsteigen. Wir kriegen ein positives Zeichen der Technik, genau. Wenn ihr sie uns noch mal einblendet, beziehungsweise ich kann auch so noch mal die Namen aller Kandidierenden einmal kurz in alphabetischer Reihenfolge vorlesen. Und zwar Christoph Benett, Nils Bollenbach, Oliver Brandt. Entschuldigt, das war etwas schnell. Ich fange noch mal an. Christoph Benett, Nils Bollenbach, Oliver Brandt. Klaus-Peter Jessen, Christian Judith, Finn Petersen, Ralf Sonntag, Wolfram Setsche. 90 Delegierte haben bislang ihre Stimme abgegeben. An all diejenigen, die sich gerade eine Suppe aus der Küche holen. Ihr habt jetzt noch Gelegenheit, schnell abzustimmen. 107, 109, wir warten noch ein wenig. Es kommen immer noch Stimmen rein. 115 haben wir mittlerweile. Wir würden euch jetzt noch 10 Sekunden. Ja, es kommen immer noch einzelne Stimmen. 119. 118, interessant. So, letzte Chance, seine Stimme abzugeben. Und dann schließen wir den Wahlgang an dieser Stelle. Uns liegt das Ergebnis im ersten Wahlgang für Listenplatz 16 vor. Abgegebene Stimmen 119. Auf Christoph empfielen sieben Stimmen. Auf Nils empfielen 18 Stimmen. Auf Oliver 31 Stimmen. Auf Klaus-Peter Jessen keine Stimme. Auf Christian 20 Stimmen. Auf Finn 28 Stimmen. Auf Ralf 9 Stimmen. Auf Wolfram 6 Stimmen. Mit Nein hat niemand gestimmt. Und es gab keine Enthaltung. Dieses Ergebnis bedeutet, dass im zweiten Wahlgang die Chance haben, anzutreten. Das heißt, über 10 Prozent haben. Nils Bollenbach. Oliver Brandt. Christian Judith. Finn Petersen. Und das war's. So, das heißt, wir gehen auch hier wieder davon aus, dass all die gerade genannten weiter kandidieren wollen. Denn, falls das nicht zutrefft, würden wir euch jetzt um ein kurzes Zeichen bitten. Ich frage mal Wolfram und Nils, die hier ja bei uns im Raum sind, ob ihr weiter kandidiert. Das bejahen beide. Und da wir von den anderen jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört haben, würden wir jetzt in den zweiten Wahlgang starten. Die Technik bereitet das gerade noch vor. Wir bitten euch um eine Sekunde Geduld. Wolfram hat 10 Prozent. Nils, ja, Wolfram nicht. Ach so, entschuldige bitte. Das war ein Fehler von mir. Entschuldige bitte, Wolfram. Da du nicht 10 Prozent erreicht hast, sozusagen war es falsch. Es gilt das, was ich vorher gesagt hatte, wer noch im Wahlgang drin ist. Wenn ihr uns das einmal einblendet, kann ich die Namen auch noch einmal vorlesen. Und zwar treten an Nils Bollenbach, Oliver Brandt, Christian Judith und Finn Petersen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es wurden 122 Stimmen abgegeben. Auch hier kommen noch einzelne Stimmen rein. Auch hier die letzte Chance, eure Stimme noch abzugeben. Darum würden wir euch jetzt bitten, lassen die Abstimmung noch 30 Sekunden auf, würden sie aber danach schließen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, es kommen immer noch ganz vereinzelte Stimmen rein. So lange würden wir noch warten. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt noch zusätzliche Stimmen reinkommen. Es kommen immer noch mal welche. Es ist ein bisschen uneinheitlich. Deswegen tatsächlich, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, bitte stimmt jetzt ab. Und dann würden wir diesen Wahlgang hiermit schließen. Damit sind abgegeben 123 Stimmen. Auf Nils Bollenbach entfielen 4 Stimmen. Auf Oliver Brandt entfielen 62 Stimmen. Auf Christian Judit entfielen 26 Stimmen. Und auf Finn Pedersen entfielen 31 Stimmen. Es gab keine Nein-Stimme und keine Enthaltung. Und mit 62 Stimmen hat Oliver Brandt genau 50,41 Prozent damit das Quorum erreicht und ist somit auf Listenplatz 16 gewählt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Oliver. Wir würden auch dir an dieser Stelle gerne die Chance geben, zu erklären, ob du die Wahl annimmst. Dazu holen wir dich noch mal in das System. Das sieht gut aus. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich nehme die Wahl gerne an. Prima. Herzlichen Glückwunsch, lieber Oliver. Wir würden auch, weil wir hier noch gut ein wenig überbrücken können, bevor es dann tatsächlich, das seht ihr in der Tagesordnung, mit der Vorstellung des Landtagswahlprogramms losgeht, würden wir euch dennoch einmal, weil es vorhin etwas gehakt hat mit dem Ton, gerne das Video der bisher auf den Plätzen 1 bis 14 gewählten Kandidierenden vorstellen und schauen uns das jetzt noch einmal gemeinsam an. Ich möchte eine starke grüne Stimme sein und diese Perspektive ins Parlament einbringen. Ich stehe heute hier als Anna Lange, eine Person mit Erfahrungs- und Fachwissen. Es muss schneller anders werden. Auch dafür will ich eure Stimme sein. Pien, Schleswig, Holstein gemeinsam grüner und vor allem kreativer machen. Bäuerinnen und Bauern hören mir zu. Aufenthaltsrecht und Gewaltschutz müssen endlich zusammengedacht werden. Es ist Zeit, gerade jenen Menschen eine Stimme zu geben, die im Gesundheitswesen zu lange vergessen wurden. Mobilität ist ein Grundrecht und eine Voraussetzung für soziale Teilhabe. Wir haben auf den Weg gebracht, auch über den Koalitionsvertrag hinaus ein Sportfördergesetz. Für mich sind diese drei Themen, Naturschutz, Landwirtschaft und Klimaschutz, sehr eng miteinander verknüpft. Kein Fußbreit den Faschisten gilt unfair ändert. Die Erhöhung der Qualität in den Kitas durch mehr Personal. Dafür habe ich auch in zwei Haushalten hintereinander mehr Geld erkämpfen können. Und die logische Konsequenz aus unseren grünen Erfolgen und das Wissen darum, was wir noch erreichen können, ist selbstbewusst zu beanspruchen, stärkste Kraft im Land zu werden. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, das tut unserem Land verdammt gut, wenn Frauen ganz vorne mitmachen. Applaus Und mit diesem Video machen wir es jetzt ganz kurz und übergeben an unseren Landesvorstand, an Anna und Steffen zur Vorstellung des Programms. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle dabei seid immer noch, dass wir so gut durchkommen. Wir sind diesmal richtig gut in der Zeit. Ich weiß, ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber diesmal stimmt es wirklich. Und jetzt kommen wir zu einem Teil zwischendrin, zwischen all den spannenden Wahlgängen. Herzlichen Glückwunsch erstmal an Oliver, an Ulrike, auch von meiner Seite und von Seiten des Landesvorstands. Und jetzt kommt es zu dem zweiten wichtigen Teil für so eine Landtagswahl, nämlich neben den Kandidierenden das Landtagswahlprogramm. Und ihr habt es eben schon gesehen im kurzen Einspieler, wir haben ja einen langen Weg hinter uns. Über ein Jahr, über 365 Tage sind schon vergangen, als wir den Startschuss gegeben haben. Und es haben auch, würde ich mal sagen, mindestens 365 Leute an diesem Programm mitgewirkt. Und für so einen Landesvorstand ist es, glaube ich, eines der besten Gefühle, so einen Programmentwurf vorstellen zu können. Das macht richtig Freude und kann das wirklich einmal sagen, ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, diesen Programmentwurf heute vorstellen zu können, zusammen mit Anna, auch gleich zusammen mit Amina und Monika. Weil es zwei Sachen gibt, auf die wir alle, glaube ich, gemeinsam stolz sein können. Das eine ist einmal diese über 150 Seiten detaillierte, kompakte, präzise und supergrüne Politik, die hier schon drinnen stecken. Und das zweite, auf was wir als Partei wirklich stolz sein können, alle miteinander zusammen, ist, dass wir in einer wirklich auch schwierigen Phase der Pandemie mit so viel Engagement, mit so viel Leidenschaft, mit so viel Fachlichkeit und Expertise an diesem Programm zusammengearbeitet haben. Ganz, ganz viele Mitglieder, die sich schon in Phase 1, ganz zu Beginn des Jahres, des letzten Jahres eingebracht haben, in einem Brainstorming mit vielen, vielen Ideen. Mein Gedanke fürs Programm war da das Stichwort. Und das war der erste Türöffner Richtung Programm. Also wo wirklich ganz, ganz viele Leute einfach drauf losgeschrieben haben, was sie sich wünschen für Schleswig-Holstein, für die Zukunft im Land. Ganz kreativ, viele Ideen, die da schon zusammengekommen sind und die auch wirklich die Augen geöffnet haben. Auch für uns im Landesvorstand, in den Landesarbeitsgemeinschaften, die nochmal viele Anreize gegeben haben, auch für das, was dann im Jahr folgte. Die LAG haben losgelegt, haben Impulspapiere geschrieben, haben geklärt, was sind die Schwerpunkte aus unserer Sicht, aus der fachlichen Seite. Wir sind in die Cluster-Diskussion über den Sommer eingestiegen, mitten in den Sommerferien, in der Phase, wo man auch in Schleswig-Holstein gut und gerne wirklich mal was anderes machen konnte, weil die Pandemie gerade in einer friedlichen Phase war, wo viele Leute vielleicht auch gerade eigentlich gerne mal Urlaub gemacht hätten. Aber ganz, ganz viele Mitglieder und auch externe Experten, Menschen, die an grüner Politik interessiert sind, haben sich eingebracht zu dieser Zeit, Visionen für Schleswig-Holstein entwickelt, Ziele und Maßnahmen entwickelt, die sich dann in den LAG weiter herauskristallisiert haben und währenddessen natürlich auch unfassbar viele LAG-Sitzungen stattgefunden haben, mit viel, viel Ruhe, mit viel, viel Konzentration und vor allen Dingen Engagement an diesem Programm gearbeitet wurde. Und dann kam im September Phase 3, die Schreibgruppenarbeit. Und es gibt ja manchmal das Problem, dass man vor dem weißen Blatt Papier sitzt und nicht weiß, wie man anfangen soll. Ich kann jetzt mal im Namen der Schreibgruppe Hanna, Rasmus, Johanna und ich sagen, wir hatten eher ein anderes Problem, nämlich dass wir ungefähr 1000 Seiten Papier hatten und auch nicht wussten, wo wir anfangen sollten. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben eine Struktur dem Ganzen gegeben. Wir haben mit viel, viel Freude und mit sehr, sehr viel Zeit und Einsatz diesen Programmentwurf verfasst. Ich sage da gleich am Ende noch ein bisschen was dazu, wie vielen Leuten auf dem Wege auch zu danken ist. Und heute können wir Ihnen nach vielen inhaltlichen Rückkopplungsschleifen vorstellen. Dieses Programm, diese über 150 Seiten, werden, wenn es dann beschlossen ist in vier Wochen, die Richtschnur werden für grüne Politik in den nächsten fünf Jahren. Und ich kann sagen, dass dieser Programmentwurf schon jetzt ein Regierungsprogramm ist für die erste grün geführte Landesregierung, die wir hoffentlich ab Mai haben. Es ist vollgepackt, es ist vollumfangreich, es ist detailliert geschrieben. Manchmal wird man sich ein bisschen Kürze wünschen, aber es ist detailreich und die Menschen wissen mit diesem Programm, was sie erwarten können, wenn sie am 8. Mai grün wählen können. Und das ist gut und das ist ein wirklich wesentliches Element dieses Programms. Und es macht das, was grüne Politik in Schleswig-Holstein ausmacht, was Aminas Politik ausmacht, Monikas Politik, unser aller Politik ausmacht. Wir reden das Land nicht schlecht, sondern wir sehen die Potenziale, wir sehen die Möglichkeiten und Chancen in Schleswig-Holstein, für Schleswig-Holstein und die wollen wir nutzen und entfalten und das ist für mich und für uns alle gute grüne Politik in diesem Sinne zu machen. Fürs Land, für Schleswig-Holstein, positiv engagiert, mit Freude und Kreativität. Und jetzt wird Anna ein bisschen was dazu sagen, wie dieses Programm aufgemacht ist. Ihr könnt es ja nachher dann alle sehen, wenn es freigeschaltet ist im Antragsgrün. Aber so ein bisschen einen Überblick möchte ich dann nochmal geben. Steffen sagte ja schon, es ist realistisch geschrieben. Wir versuchen zwar ambitionierte Forderungen zu stellen, aber keine, die nicht erfüllbar sind. Es ist zum Teil sehr detailreich. Es ist ja auch kein Roman und soll sich nur nett lesen, sondern es ist eben bei manchen Details auch wichtig, dass man sie schon so klar definiert. Und tatsächlich hat da dieser Programmprozess auch wirklich dazu beigetragen, schon eben, wie Steffen gerade sagte, mit einzelnen Gedanken. Und zum Teil auch mit diesen Clustern, die wir gebildet haben, wo immer verschiedene Landesarbeitsgemeinschaften zusammengearbeitet haben. Und wo man gemerkt hat, wie befruchtend das auch ist, wenn sich die Landesarbeitsgemeinschaft Frauen mal mit der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft unterhält oder so. Und da kommen einfach Punkte dabei raus, die dann ins Detail gehen und spannend sind. Wir denken, dass das Programm sehr nah am Alltag, sehr lebensnah geschrieben ist. Wir hoffen und vermuten, an irgendwas hat man natürlich immer nicht gedacht, was vielleicht noch jemandem einfällt. Aber wir hatten jetzt den Eindruck, es ist eigentlich an alle Lebenslagen gedacht worden. Den Kern des Programms bildet der Schutz und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in Schleswig-Holstein. Das wird von uns als Grüne Partei sicherlich auch erwartet. Und das möchten wir natürlich gerne leisten. Es gibt drei große Kapitel. Das erste beschäftigt sich tatsächlich mit dem Alltag der Menschen. Also wenn man anfängt, wirklich das Programm von vorne nach hinten zu lesen, sicherlich nicht jeder tun wird, aber einige vielleicht doch, dann geht es tatsächlich los mit, wie das Leben auch, mit Kita, mit Schule, mit Bildung und zieht sich durch den Alltag. In dem zweiten Kapitel geht es dann darum, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und zu verbessern. Denn selbst wenn in Schleswig-Holstein schon ganz viel sehr gut läuft und wir ja hier auch bekanntlich seit Jahren die glücklichsten Menschen sind, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen draufzusetzen. Und das möchten wir natürlich tun. Und in dem dritten Kapitel geht es darum, dass Schleswig-Holstein sich verändern wird in den nächsten Jahren und wie wir dazu beitragen wollen, dass diese Veränderung, dieser Wandel ein guter ist, in Richtung Klimaneutralität geht, in Richtung gute Lebensgrundlagen geht. Wir haben heute Morgen schon drüber diskutiert, Tourismus und Naturschutz miteinander zu verbinden und da nichts hinten unterfallen zu lassen. Und in diesem Sinne sozusagen ziehen sich die Kapitel durch. In PDF gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, nach dem eigenen Lieblingsstichwort zu suchen, was bestimmt auch viele tun werden. Auch das ist gut und wichtig und wir sind gespannt auf all die Änderungsvorschläge, Anträge, die dann kommen werden. Das ist ja immer so und freuen uns auf die Phase, in der wir die dann auch wirklich als Partei noch mal diskutieren können, entlang des Vorschlags, den wir heute als Landesvorstand vorlegen. Beginnen tut das Programm, wie ich schon erwähnte, mit Kitas. Und zwar Kitas als Bildungseinrichtungen und als die Basis, um Interessen und Talente zu erkennen und zu fördern, die Neugier der Kinder zu erhalten und deren vielfältige Kompetenzen zu entwickeln. Alle mitzunehmen, dafür ist es natürlich wichtig, und das war ja auch im Einspieler schon zu hören, bei den Kandidierenden, die Qualität der Kitas zu sichern und zu verbessern. Das Wichtigste dabei sind sicherlich die Erzieherinnen und Erzieher und die anderen Menschen, die in Kitas arbeiten. Ein Bereich, in dem es einen großen Fachkräftemangel gibt, wo wir denken, Ideen zu haben, wie wir dem entgegenwirken können. Denn das müssen wir auch. Gerade im Moment in der Pandemiezeit sehen wir ja noch mal deutlicher, wie schwierig das ist. Und ich glaube, alle Eltern wissen, wie viel Schule und Kita gerade ausfällt. Das ist natürlich so nicht haltbar. Und insofern müssen wir da eine große Fachkräfteinitiative fahren. Und du magst was zum zweiten Kapitel sagen, richtig? Genau so ist das. Im Mittelpunkt und im Kern von grüner Politik geht es ja um Nachhaltigkeit. Und zwar wirklich um den Schutz und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Und das bildet auch den Kern und die Mitte dieses Programms. Im zweiten Kapitel vereinen wir die Antworten, die grünen Antworten für Schleswig-Holstein auf die zwei großen Krisen unserer Zeit. Natürlich die Klimakrise, aber genauso auch den Schwund und das Sterben der Artenvielfalt. Und uns ist es wichtig, an dieser Stelle auch klar zu sagen, dass wir diese beiden globalen und diese Krisen unserer Zeit gemeinsam zu bewältigen haben. Dass wir nicht eins gegen das andere ausspielen dürfen, sondern dass unsere Maßnahmen im ideale Fall die beiden Krisen gemeinsam bewältigen werden. Und das vereinen wir in diesem Kapitel mit Prinzipien zur Klimapolitik, wobei man sagen muss, dass sich ganz, ganz viel Klimaschutz auch in verschiedenen anderen Kapiteln natürlich findet. Im Bereich der Bildung, im Energiekapitel, im Mobilitätskapitel, im Wirtschaftskapitel und so weiter und so fort. Aber wir legen hier an dieser Stelle im Mittelpunkt des Programms wirklich einmal die Prinzipien der Klimapolitik für Schleswig-Holstein dar. Und jeder in Schleswig-Holstein und jeder in Schleswig-Holstein kann sich darauf verlassen, dass wir alles dafür tun werden und alles in unserer Macht stehende tun werden, um Schleswig-Holstein auf den 1,5 Grad Pfad zu bringen. In allen Politikbereichen und deswegen ist es so wichtig, damit das gelingen kann, dass Monika Heinold das aus der Staatskanzlei führt und eben auch verantwortet, weil es dafür eine ganz klare Leitlinienentscheidung der Politik braucht in Schleswig-Holstein. Und deswegen geht es darum, dass die Grünen die Staatskanzlei anführen und damit auch die Landesregierung. Aber genauso geht es in diesem Kapitel um die schönen Seiten Schleswig-Holsteins, um das Meer, um die Küsten, um unsere Moore, um unsere Wälder, um Wiesen und um Tierschutz und so weiter und so fort. Alles, was uns Freude macht, auch in Schleswig-Holstein, das bildet eben den Mittelpunkt dieses Programmentwurfs. Wir schützen unsere Lebensgrundlagen und danach geht es dann weiter im dritten Kapitel, wo wir wirklich die Potenziale und die Chancen Schleswig-Holsteins, unserer Gesellschaft in Schleswig-Holstein in den verschiedensten Bereichen beschreiben, im Energiebereich. Schleswig-Holstein hat die Power, heißt dieses Kapitel, im Mobilitätsbereich. Wir gehen weiter in die Landwirtschaft, wo wir auch wirklich klar sagen, wir sind stolz auf die Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein und wir werden alles dafür tun, damit wir in Schleswig-Holstein auf mindestens 30% ökologische Landwirtschaft bis 2030 kommen. Das ist das Ziel für Schleswig-Holstein und wir haben die Möglichkeiten und die Chancen und wir werden das gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten in Schleswig-Holstein machen, damit es vernünftige Preise für die Erzeugerinnen gibt, damit es vernünftig erzeugte Lebensmittel gibt und damit natürlich die Landwirtschaft einen großen Beitrag auch leisten kann zum Naturschutz, zum Umweltschutz und zum Klimaschutz und daran direkt angeknüpft eben auch zu mehr Tierwohl. Das ist das nächste Kapitel, was direkt dahinter steht. Wir machen dann weiter und wollen alles dafür tun, dass wir eine freiheitlich vielfältige Demokratie in Schleswig-Holstein schaffen, damit Schleswig-Holstein wirklich die Vielfalt, die es im Land hat, auch wirklich repräsentiert, damit wir uns klar aussprechen als Land zwischen den Meeren, als Land fest eingebettet, auch in Europa mit der Partnerschaft zu Dänemark, zu einem Verständnis von Vielfalt, von Aufgeschlossenheit und auch von Weltoffenheit, was uns hier bislang auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark gemacht hat. Wir enden in diesem Wahlprogramm mit dem Kapitel Schleswig-Holstein in der Welt und das war mir ganz wichtig, dass wir auch diesen Bereich in das Wahlprogramm hineinnehmen, eine europapolitische Aussage zum Ende treffen, weil wir in Schleswig-Holstein ganz besonders in der Grenzregion, aber auch von unserem Stil in der Politik und von unserem grünen Politikverständnis sowieso nur in einem geeinten und in einem vielfältigen und auch erfolgreichen Europa eine gute Zukunft für Schleswig-Holstein sehen. Das bildet den Abschluss des Programmentwurfs und Anna hat es schon angedeutet, in den nächsten Tagen und zwei Wochen wird ja das Anderungsantragsverfahren losgehen. Auf Antragsgrün wird quasi jetzt gleich freigeschaltet. Ihr könnt dann diesen Entwurf als PDF bei uns auf der Website lesen und eben auch mit dem Antragsgrün loslegen. Und ich wünsche mir eins an dieser Stelle, ich wünsche mir einfach, dass wir alle gemeinsam sorgfältig mit diesem Programmentwurf umgehen, weil es natürlich viele draußen im Land in Schleswig-Holstein geben werden, die darauf schauen, was haben die Grünen wirklich in ihrem Programm, was wollen die wirklich die nächsten fünf Jahre und ich glaube, wenn wir hier die nächsten Wochen in einer guten Gemeinsamkeit, so wie die letzten Wochen und Monate schon bei der Erstellung des Programms verlaufen sind, auch diese nächsten zwei Wochen verbringen und mit Sorgfalt und Konzentration am Programm weiterarbeiten, dann wird das ein richtig guter Auftakt wirklich in die heiße Wahlkampfphase und dann haben wir ein sauberes und richtig gutes Regierungsprogramm. Und zum Ende will ich ein paar Leuten nochmal wirklich sehr explizit danken und zwar wirklich erstmal euch allen, die ihr euch eingebracht habt in diese Programmarbeit. Das war ja wirklich auch eine Schwerstleistung an verschiedenen Stellen. Ich weiß, wie viel auch in den ERG geackert wurde und wie viel dann auch Diskussionen aufkamen und wie viel wir auch als Schreibgruppe nochmal rückgefragt haben oder zweifelweise mal nicht geantwortet haben oder irgendwas nicht funktioniert hat, man sich mal irgendwo zwischendrin nicht verstanden hat und wir konnten es, glaube ich, immer ganz gut auflösen und dafür wirklich mein ganz, ganz herzlicher Dank. Es ist ja doch eine Mammutaufgabe, die wir da alle gemeinsam zu bewältigen hatten und deswegen ganz, ganz großen Dank vor allen Dingen an die Schreibgruppe, die ich auch leiten durfte in diesem ganzen Prozess an Rasmus Andresen, der das Ganze neben seiner Tätigkeit und auch jetzt ja Fachsprecher hier der Grünen Europa Gruppe gemacht hat, immer Teil in Zugfahrten aus Berlin, aus Brüssel, aus Straßburg in Videokonferenzen mit uns an diesem Programm zusammengearbeitet hat. Ich will ganz, ganz doll mich bedanken bei Hanna Wolf und wir sollten ihr alle die Daumen drücken, denn die schreibt demnächst das erste juristische Staatsexamen und das ist auch eine knüppelharte Aufgabe. Toi, 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 liebe Hanna, wir drücken dir alle Daumen und wir hatten eine ganz, ganz tolle Unterstützung und vor allen Dingen auch Korrektiv mit Johanna Brüggemann, die als Externe uns ganz, 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 ganz viel Schreibarbeit für dieses Programm erledigt hat und auch sehr kritisch mit uns war, wenn wir dort Satzkonstruktionen und Gedankenkonstruktionen drin hatten, wo sie meinte, ich finde ja die Grünen ganz gut, ja, und ich habe auch hohe Sympathien für euch, aber das versteht ja nun wirklich keiner, was ihr da aufgeschrieben habt und dann wirklich auch nochmal dazu beigetragen hat, dass wir ein auch verständliches Programm geschrieben haben und liebe Johanna, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen großartigen Einsatz in dieser Zeit. Genauso möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sonja, ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Liebe Sonja Dietz aus unserer Landesgeschäftsstelle, du hast uns diesen ganzen Programmprozess organisiert und gemanagt und auch uns gemanagt und ohne das wären wir auf jeden Fall nicht so gut durchgekommen. Vielen, vielen lieben Dank dir dafür. Es hat große Freude gemacht. Und last but not least möchte ich kurz Anne Hansen auch auf jeden Fall danken. Die hat nämlich eine wirklich tolle Aufgabe gehabt. Man hat irgendwann ja wirklich jeden Satz schon mitlesen können und singen können und ich weiß nicht was und dachte wirklich, okay, es ist jetzt eigentlich fertig und ich glaube auch, es sind keine Fehler mit drin. Und dann kam Anne und hat dieses Programm nochmal gelesen und auch wirklich Rechtschreib- und Grammatikkorrektur gemacht und naja, es war doch schon noch einiges zu ändern. Liebe Anne, vielen lieben Dank da auch dir für diese Arbeit. Das hat es jetzt wirklich rund gemacht. Ich freue mich aufs Änderungsantragsverfahren und am Ende werden wir in vier Wochen dieses Programm hoffentlich beschließen. Es wird super last uns konzentriert und gemeinsam weiter daran arbeiten. Und jetzt freue ich mich auf eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit dem Listenplatz 17 und auch dafür freue ich mich. Aber erstmal bitten wir jetzt einmal Amina und Monika nach vorne, denn wir wollen euch diesen Programmentwurf schon mal zum Lesen geben. Ich weiß, wir haben ja schon zusammen sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, aber den möchten wir euch nach einer ganz, ganz kurzen Umbaupause gleich erstmal übergeben. Ja, jetzt geht es los. Wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir auch einfach mit Maske oder Abstand oder idealerweise beidem unterwegs sind, auch wenn wir alle getestet sind. Ja, liebe Amina, ich wünsche dir viel Spaß hiermit und hoffe, dass wir gemeinsam noch viel Freude an diesem Programm auch haben werden in den nächsten Jahren. Merci beaucoup. Und eins für dich, Monika. Du wirst es brauchen für die Änderungsantragsverhandlungen und später als Ministerpräsidentin, um damit zu arbeiten, unser Land gut zu regieren. Ja, vielen Dank. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, schaue ich ins Programm. So ist es. Gibt es was, worauf ihr euch am meisten schon freut? Ihr habt ja schon mal reingucken dürfen vor a preview. Ja, also wenn ich persönlich in dieses Programm reingucke, dann finde ich, zeigt es vor allem eins. Und zwar, dass wir, obwohl wir schon zehn Jahre Regierungsverantwortung übernommen haben, dort trotzdem noch super viele Ideen und Ambitionen sind für die nächsten fünf Jahre. Und ich finde, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man ein solches mutiges und ambitioniertes Programm schreibt. Weil ich glaube, das ist eben auch der Kern von Politik. Wenn man eben noch eine Ambition hat und weiß, wofür man das Ganze macht, dann lohnt es sich weiterzumachen. Und zwar als politisch Verantwortliche, eben aber auch als Partei. Und ich finde, dieses Programm atmet davon. Und deswegen freue ich mich vor allem darauf, diese Ideen zu vertreten in den nächsten Wochen, nach draußen zu tragen, mit unseren Kandidierenden diese Ideen umzusetzen und dann in einen Wettstreit zu gehen und zu sagen, das ist das, was ihr bekommt, liebe Schleswig-Holsteinerin, wenn ihr uns wählt. Und wir werden auf jeden Fall angreifen und wollen Platz eins bekommen. Das ist die Ansage. Das klingt ja schon mal gut. Wie geht es dir mit dem Programm jetzt, Monika? Ja, mir geht es gut. Und Steffen, du hast ja alle gelobt. Du hast nur einen vergessen, weil Eigenlob immer ein bisschen schwierig ist. Und deshalb ein ganz dickes Dankeschön wirklich auch an dich von uns allen. Wir haben ja viel Zeit dann doch noch miteinander verbracht in den Videokonferenzen, vier Abende bis spät in die Nacht. Und das Schönste daran war natürlich, dass wir in deinen Geburtstag feiern durften. Unvergesslich auf jeden Fall. Ich glaube, so ein Geburtstag ist nicht allzu oft. So, nun habe ich das Programm, halte ich das hier in der Hand. Und das Programm ist eindeutig eins, was sagt, wir wollen mit der Mitte der Gesellschaft Politik machen, mit allen in unserem Land. Wir wollen mit den Gewerkschaften, mit der Wirtschaft, mit der Landwirtschaft, mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit allen zusammen wollen wir Schleswig-Holstein gestalten. Und unsere Ziele, die hier drin sind, die sind ambitioniert. Ich habe das neulich schon gesagt. Wir nehmen uns echt total viel vor. Aber warum machen wir das? Weil unser Land Dynamik und Veränderung braucht und gleichzeitig eine Sicherheit, dass es funktionieren kann und dass auch alle mitkommen können. Unser Staat muss die Sicherheit geben, dass es funktioniert, dass Verwaltung funktioniert, dass der Alltag funktioniert, dass Mobilität funktioniert. Und deshalb hat die Mobilität hier auch einen sehr, sehr großen Schwerpunkt mit sehr ambitionierten Zielen. Da müssen wir uns anstrengen und kluge Wege finden. Und das Zweite, neben einem funktionierenden, leistungsfähigen Rechtsstaat, brauchen wir natürlich immer den Ansporn, dass es nach vorne geht mit unserem Land, dass wir in unserem modernen Land alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Und auch dieses ist in dem Programm beschrieben. Das Programm ist klar, es ist zielorientiert, es ist ambitioniert und gleichzeitig ein Angebot an alle Menschen in unserem Land, gemeinsam mit uns voranzugehen, in einer neuen Legislaturperiode. Und natürlich, wir wären nicht die Grünen, wenn nicht die Klimaneutralität sich durch den Programm zieht, wie ein roter Faden, auch wenn es ein grünes Programm ist. Und da ihr wisst, dass ich für diese beiden Schwerpunkte Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stehe, ist es ein Programm, ein grünes Programm mit einem roten Faden für Klimaschutz und einem blauen Faden für soziale Gerechtigkeit. Und deshalb geht es mir super gut mit dem Programm. Ich freue mich auf die Debatte und ich bin mir sicher, wenn ihr das lest, kreisen bei euch genauso die Gedanken im Kopf wie bei uns. Und wir werden vermutlich viele Änderungsanträge haben, aber hilft ja nichts. Das ist Demokratie. Auf geht's. Ja, als Teil der Antragskommission freue ich mich ganz besonders auf die vielen Änderungsanträge und die vielen neuen GesprächspartnerInnen, die ich da finden werde in den nächsten Wochen. Und dann sehen wir zu, dass wir in vier Wochen hier stehen und es wirklich bis ins Detail gefeilt haben. Und übrigens, es ist noch nicht olympischer Wettbewerb, Änderungsanträge zu stellen, aber die Masse macht es nicht immer, aber ich bin auch gespannt tatsächlich auf das, was jetzt noch kommt, im Änderungsantragsverfahren sozusagen den letzten Feinschliff noch mal zu geben. Auch darauf bin ich gespannt und freue mich auch drauf und hoffe auf gute Nerven und auf gute Konzentration und einen guten Zusammenhalt auch in den nächsten Wochen. und würde sagen, damit zurück ans Präsidium. Vielen Dank. Danke an Anna und Steffen, danke an unserer Spitzen-Duo Aminata und Monika. Wir machen jetzt 30 Minuten Pause. Das wird nicht ganz reichen, um das ganze Programm zu lesen, fürchte ich, aber ihr könnt ja mal sehen, wie weit ihr kommt. Wir machen 30 Minuten Pause, das heißt um 14.10 Uhr machen wir weiter. Dann geht es weiter hier am Präsidium mit Nina und Rasmus und den weiteren Listenplätzen. Vielen Dank. 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 Und natürlich gibt es Coworking Spaces, damit wir weniger Lebenszeit beim Pendeln verplämpern. Frauen haben die Hälfte der Macht. Um dieses Ziel zu erreichen, will ich mit drei ersten Schritten anfangen. Erstens, eine Reform der demokratischen Strukturen für mehr Gerechtigkeit. Hier in Schleswig-Holstein sind die kleinen Gemeinden in Ämtern zusammengefasst. Die Ämter gehören dann wiederum zu einem Kreis. Die BürgermeisterInnen eines Amtes bilden den Amtsausschuss. Das bildet aber gar nicht die Mehrheitsverhältnisse ab, denn nur die GewinnerInnen sind vertreten. Das ist nicht demokratisch. Ich finde, das Modell der Samtgemeinden könnte eine gute Alternative sein. Dabei schließen sich mehrere Gemeinden zu einer Samtgemeinde zusammen. Die Vertretung wird vom Volk gewählt. Mir gefällt daran besonders gut, dass die Orte ihre Identität und Eigenständigkeit bewahren und sich für übergreifende Aufgaben mit anderen Orten zusammentun. Denn auch die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden, Kreisen und Land sollten wir uns nochmal ansehen und prüfen, ob das noch so, wie es jetzt ist, gerecht ist. Das gilt natürlich auch bei den Fördermitteln, die sinnvoll eingesetzt werden müssen. Ein Beispiel für die sinnvolle Verwendung von Fördermitteln seht ihr übrigens hinter mir. Das hier ist nämlich nicht mein Wohnzimmer, sondern das ist Grammbecks Wohnzimmer. Das ist eines meiner Projekte, bei dem wir aus einem Abstellraum im Dorfgemeinschaftshaus einen Treffpunkt gemacht haben, den die Leute hier für Gruppentreffen, Vereinssitzungen und Familienfeiern nutzen können. Ich habe Fördermittel dafür eingeworben und mich gegen Widerstände durchgesetzt. Denn wir brauchen so einen Treffpunkt. Denn auch bei uns im Dorf schwindet das ehrenamtliche Engagement. Und immer mehr Leute sind nur zum Schlafen und Wohnen hier. Aber ein Dorf braucht Gemeinschaft und Zusammenhalt und nicht immer mehr Neubaugebiete. Die zweite Maßnahme, um die Strukturen auf dem Land zu verändern, ist eine parteiübergreifende Kommunalakademie. Diesen Vorschlag habe ich schon in den Programmworkshops letzten Sommer gemacht. Auf den Dörfern gibt es nämlich viele Wählergemeinschaften und die haben keinen Zugang zu den Seminaren von Parteien. Für so eine Akademie können wir im ersten Schritt schon bestehende Strukturen nutzen, wie zum Beispiel die Volkshochschulen und kommunalpolitisch engagierten Menschen Seminare anbieten. Zum Beispiel darüber, wie man einen Bürgerwindpark aufbaut, wie man die Umstellung der Straßenlaternen auf LEDs hinbekommt oder welche Fördermittel man für nachhaltige Bauprojekte beantragen kann. Nicht jedes Dorf muss das Rad neu erfinden. Es gibt das Wissen. Wir müssen es nur zu den Menschen bringen. Drittens. Gleiche Macht für alle. Nur 25 Prozent aller kommunalpolitischen Ämter sind mit Frauen besetzt. Bei den Führungspositionen sind es sogar noch weniger. Gerade mal zwei von elf Landkreisen in Schleswig-Holstein haben eine Landrätin. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich selbst habe erlebt, wie es ist, die einzige Frau in der Gemeindevertretung zu sein. Meine Vorgängerin hat bei den Sitzungen der Gemeindevertretung die Herren mit Getränken versorgt und den Kaffee gekocht. Einmal im Jahr hat sie das Kinderfest organisiert. Und das war auch die Erwartungshaltung an mich. Als ich meine erste Sitzung als Vorsitzende des Bauerschusses geleitet habe, haben vier Männer aus der gegnerischen Wählergemeinschaft versucht, mich aus dem Konzept zu bringen. Mit so Dingen wie, die Einladung war aber nicht ordentlich gemäß. War sie natürlich doch, aber man kann das ja mal versuchen. Und als dann noch einer nach vorne kam und sich so mit geballten Fäusten auf meinem Tisch aufgebaut hat und mir ins Gesicht geschrien hat, das war ein ganz schön mulmiges Gefühl, kann ich euch sagen. Ich habe die Sitzung trotzdem durchgezogen und mich nicht einschüchtern lassen. Aber ich weiß ganz genau, was Frauen erwarten kann, die auf dem Dorf politisch mehr wollen, als nur das Kinderfest zu organisieren. Und das, liebe Freunde, wird sich nur ändern, wenn wir mehr Frauen zur Übernahme politischer Ämter bewegen. Als Fraktionsvorsitzende bin ich stolz darauf, dass zumindest unsere Fraktion in der Gemeindevertretung inzwischen paritätisch besetzt ist. Ich will auch im Landtag für mehr Frauen in der Kommunalpolitik und somit für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Als Diplomingenieurin weiß ich, dass es in komplexen Systemen keine einfachen Lösungen gibt. In den jetzigen Strukturen laufen wir mit unseren grünen Ideen immer noch zu häufig gegen Wände. Wände aus, das haben wir schon immer so gemacht, dafür haben wir kein Geld und wer soll das denn umsetzen? Damit wir in zehn Jahren nicht immer noch gegen die gleichen Wände laufen, müssen wir jetzt anfangen, die Strukturen zu verändern. Und zwar nachhaltig und ganz konkret. Dafür stehe ich mit meinen Themenschwerpunkten Gleichstellung und Kommunales. Liebe Freundinnen, ich will mit euch gemeinsam die Brücken bauen zwischen Stadt und Land, damit wir sagen können, wir sind Stadt und Land. Darum bewerbe ich mich und dafür bitte ich euch um eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina. Wir kommen dann jetzt zur nächsten Kandidatin, Susanne Hilbrecht aus dem Kreisverband Dittmarschen. Susanne hat vier Minuten, da sie sich ja schon im Dezember uns auch schon vorgestellt hat. Okay, hier gab es jetzt gerade eine kurze Irritation, aber bevor Susanne dran ist, noch einmal ganz kurz der Hinweis an die Frauen, die auf Platz 15 kandidiert haben und jetzt nochmal antreten wollen auf Platz 17. Abgesehen von Annabelle Pescher, da hat uns die Nachricht erreicht. Dann meldet euch bitte bei uns gerne auch über den Chat bei Zoom. Dann wissen wir hier Bescheid und dann können wir in der Technik vorbereiten, dass ihr auch mit im Wahlgang seid. Und der zweite Hinweis ist in Bezug auf Fragen. Die könnt ihr natürlich auch jetzt schon an die KandidatInnen einreichen. Je früher ihr das macht, desto mehr Zeit sparen wir dann nachher auch für den Parteitag. Aber jetzt ist Susanne Hilbrecht als nächstes dran. Ich hoffe, du kannst uns hören und bist zugeschaltet. Ja, ich bin jetzt da. Hört ihr mich? Ja, super. Gut, ich sehe gerade, mein Bild ist auch nicht so toll. Jedenfalls, wie ihr seht, komme ich vom Land. Ich muss mich anders hinsetzen, das geht ja so gar nicht. Ich glaube, jetzt ist etwas besser. Wie ihr seht, komme ich vom Land und ich bin hier etwas gehandicapt. Ich bin vor fast 30 Jahren bei den Grünen eingetreten, bin studierte Volkswirtin und mir war immer wichtig, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht andersrum. Geleitet wurde ich von diesem Spruch, den wir alle kennen, erst wenn der letzte Baum gerodet ist und der dann endete mit, werden Sie begreifen, dass man Geld nicht essen kann. Und bei den Grünen bin ich eingetreten, weil ich dachte, hier hat man das begriffen und ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass es so ist. Ich habe lange in Lübeck Kommunalpolitik gemacht, bin dann aufs Land gezogen, freiwillig, weil ich für meine Tiere gute Lebensbedingungen haben wollte. Und habe von daher Kommunalpolitik, also kommunalpolitische Erfahrungen, sowohl aus der Lübecker Bürgerschaft als auch jetzt aus dem Dithmarscher Kreistag. Von daher weiß ich, wie unterschiedlich das ist und ich weiß auch, wie schwierig Kommunalpolitik ist. Und ich möchte im Landtag gerne die Bedingungen für Kommunalpolitikerinnen verbessern, damit erstens mehr Frauen, aber auch Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können, Kommunalpolitik machen können. Jetzt habe ich vergessen, meine Uhr einzustellen, auch nicht gut. Wir haben im Land ganz viele, also hier auf dem ländlichen Raum, ganz andere Probleme, wenn es um den demografischen Wandel, gesundheitliche Versorgung, Mobilität gibt, da ist schon ganz viel dazu gesagt worden. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass es besser wird. Wir treten, wir wollten eine vielfältige Liste haben. Ich lebe hier auf dem Land mit meiner Frau in Dithmarschen, ich habe kommunalpolitische Erfahrung, ich habe lange in Unternehmen geführt und jetzt kann ich da aussteigen. Deshalb bewerbe ich mich auch erst nach 30 Jahren Parteimitgliedschaft, diesmal ernsthafter um ein Landtagsmandat und würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützt. Ganz wichtig ist mir auch der Bereich Tierschutz. Hier geht es nicht nur um die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, sondern auch Menschen, die anderweitig Tiere halten sollten, die nötige Sachkunde wissen. Und ich bin sehr gespannt auf das Programm. Die Vorstellung hat mir schon richtig Lust gemacht, dieses auch im Landtag zu vertreten. Ja, und wenn ihr mich wählt, dann bekommt ihr jemanden, der mit Herz, Leidenschaft und Verstand für Klimaschutz, Arten- und Naturschutz, für eine gerechte Wirtschaft, für einen inklusiven, geschlechtergerechten Arbeitsmarkt dasteht. So viel dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn ich eure Stimme bekomme und ihr könnt mich ja auch noch nachher als Direktkandidatin wählen. Auch da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da wählt. Ja, ich freue mich auf eure Fragen und hoffe, ich habe jetzt nicht überzogen, weil ich leider vergessen habe, meine Uhr einzustellen. Dankeschön. Liebe Susanne, vielen Dank. Du warst sehr gut in der Zeit und warst auch gut zu hören. Wir kommen dann jetzt zu der nächsten Bewerberin. Das ist Jessica Guduni aus dem Kreisverband Kiel. Auch du hast vier Minuten. Ja, liebe Freundinnen, die meisten, die mich kennen, bringen mich mit dem kommunalen Klimaschutz zusammen. Und ich kann euch sagen, es hakt gewaltig bei der Umsetzung vor Ort. Mal scheitern wir als kommunallos an den gegebenen Gesetzen. Einer ineffizienten Öffentlichkeitsbeteiligung und einer Förderpolitik, die niemanden so richtig voranbringt. Darum brauchen wir Menschen im Landtag, die die Bedürfnisse vor Ort sehr gut kennen und aus gut gemeinten Klimagesetzen Gesetze machen, die ihre Wirkung vor Ort entfalten können. Ich möchte diese Schnittstelle zwischen Landesebene und Kommunen sein und mit frischen Ideen die Umsetzung in Schleswig-Holstein voranbringen. Ich möchte mir dafür die Zeit nehmen und mit den KommunalpolitikerInnen vor Ort eine echte Arbeitsgemeinschaft mit der Landesebene bilden. Liebe FreundInnen, wir leben in einer Gesellschaft, die durch Massenmedien geprägt wird. Und das ist eine gute Sache, denn Medien sind ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Sie sind der Stoff der Meinungsbildung und das Internet hat den Zugang zu dieser Meinungsbildung demokratisiert. Doch immer mehr Menschen fällt es schwer, sachliche Fakten von Meinungen, PR und Desinformation zu unterscheiden. Und nicht alle reflektieren, dass einseitigst informieren sie in Echokammern führt, in denen immer nur die eigenen Vorurteile bestätigt werden. Darum müssen wir die Menschen in Schleswig-Holstein zu starken und kritischen Medienteilnehmern machen. Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in einer digitalen Gesellschaft und sie ist vor allem Landessache. Wir müssen den Lokaljournalismus und die Bürgermedien stärken, um Qualitätsjournalismus uneingeschränkt möglich zu machen. Wir müssen die Menschen daran üben, verantwortungsvoll mit dem Medienkonsum und den sozialen Medien umzugehen. Gleichzeitig sollten wir mit BürgerInnenräten und digitalen Formaten unsere Demokratie zu einem interaktiven Dialog weiterentwickeln. Denn dieser Dialog ermöglicht es den Menschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, statt nur übereinander Gerüchte zu verbreiten. Als Medienwissenschaftlerin mit elf Jahren Berufserfahrung in der Digitalbranche möchte ich moderne Medienpolitik in die Landespolitik etablieren. Hier haben wir noch großen Nachholbedarf. Liebe Freundinnen, am 1. Januar ist das Atomkraftwerk Brockdorf vom Netz gegangen. Nach vorne schauen bedeutet manches hinter sich zu lassen, was sich einfach nicht bewährt hat. Dazu gehört auch unsere derzeitige Lebensweise, denn sie lässt Tag für Tag Arten aussterben, Wälder veröden und macht unsere Meere zu Müllkippen. Ich kandidiere, weil ich an eine klimagerechte Gesellschaft glaube. Mein Name ist Jessica Cordon, ich bin 39 Jahre alt und ich freue mich, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt. Vielen Dank, liebe Jessica. Die nächste ist Nadine May, auch vier Minuten Redezeit. Ich hoffe, ihr seht mich. Liebe Freundinnen, im Dezember habe ich euch drei landespolitische Zukunftsaufgaben vorgestellt. Die Mobilität, das Wohnen und eine gute Kinder- und Familienpolitik. Wohnen und Mobilität sind wichtige grüne Querschnittsaufgaben. Sie stehen für Klimaschutz und Zusammenhalt. Nur mit einer sozial gerechten Transformation schaffen wir Vertrauen in unseren grünen Weg, auch auf dem Land. Und davon bin ich überzeugt und möchte daran mitwirken. Nachhaltige Politik bedeutet aber auch, unsere Kinder, die nächste Generation, in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür möchte ich heute ganz besonders werben. Die LRG Kinder, Jugend und Familie hat mich diese Woche zur Sprecherin gewählt. Für das Vertrauen und auch die Bestärkung meiner Kandidatur danke ich euch. Die Familie ist nämlich der Ort, wo Kinder Liebe und Zugehörigkeit erfahren, aber wo sie auch Selbstvertrauen schöpfen und soziale Kompetenzen ausbilden. Sie ist der Ort, wo wir ansetzen müssen für echte Chancengleichheit. Wir haben alle die Machtlosigkeit gespürt in der Pandemie gegenüber Kindern, die im Homeschooling den Anschluss verlieren und gegenüber der Armut. Nun sind es die Energiepreise, die das Fass zum Überlaufen bringen. Dort, wo Armut schon war, ist sie noch größer und gespenstischer. Lass uns also da ansetzen und da investieren, wo sich Frühgräben auftun, bei den Hilfen für junge Familien, bei digitaler Teilhabe, bei Integration und auch beim Zugang zu Bildungseinrichtungen. Der familiäre Hintergrund darf eben nicht über die Chancen von unseren Kleinen entscheiden. Wir brauchen eine gute Förderung für alle Kinder, inklusiv und passgenau. Ich kandidiere, weil ich dieses Ziel mit ganzer Kraft und großer Leidenschaft im nächsten Landtag vertreten möchte. Denn hier liegt auch viel vor uns. Der Rechtsanspruch im Ganztag oder die Umsetzung vom Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Auch die Kita-Reform befindet sich mitten in der Evaluation. Und EK hat uns in der LAG gesagt, dass sie gern auf einem anderen Gebiet arbeiten möchte. Ich stehe bereit, dieses so wichtige Projekt fortzuführen und für uns gemeinsam mit den Kommunen noch besser zu machen. Neben dem Platzausbau und der Qualität ist die größte Herausforderung natürlich der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich. Hier habe ich im Kreis Pinneberg als Kommunalpolitikerin schon sehr viel bewegt und möchte das nun auch fürs ganze Land. Auch die Kosten für Familien müssen wir im Blick behalten. Mehr Kindfamilien entlasten. Und es ist auch nicht fair, dass PolizistInnen oder KrankenpflegerInnen bedeutend mehr für Betreuung bezahlen müssen, weil sie früher anfangen zu arbeiten. Wir wollen doch als Grüne Menschen in Dienstleistungsberufen, im Sozialbereich oder im Handwerk mehr wertschätzen. Dann lasst uns beginnen. Hier in den Kitas können wir viel tun. Im Ganztag brauchen wir auch flächendeckend Sozialstaffeln und Personalgewinnungskonzepte. Und wir brauchen endlich systemübergreifende Lösungen für unsere Kinder. Denn wir wollen ja nicht nur Betreuung. Wir Grüne, wir wollen doch Bildung und Chancen schaffen. Lehrpersonal und Jugendhilfe müssen daher auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Vereine eingebunden werden. Mehr Mitbestimmung für Kinder brauchen wir auch. Und wir wissen, die meisten Hilfen, den Ausbau, den stemmen unsere Städte und Gemeinden. Und daher müssen wir auch sie gut unterstützen. Und abschließend möchte ich noch einen kleinen Punkt anbringen zum Thema Jugend stärken. Der ist mir sehr wichtig. Jugendliche haben in den letzten Jahren sehr stark zurückgestellt. In den sozialen Kontakten, im Freizeitbereich. Aber auch und vor allem in der beruflichen Perspektive. Auch psychische Erkrankungen nehmen zu. Das sagen uns die Fachleute in den Ausschüssen. Wir müssen also mehr tun gegen Depressionen. Wir müssen die Gesundheitssysteme stärken. Und wir müssen in Berufsberatung investieren, in die berufslichen Schulen. Wir müssen finanzielle und ideelle Unterstützung für Jugendliche mit geringem Einkommen auf ihrem Zukunftsweg herstellen. Liebe Freundinnen, diese und noch mehr Aufgaben, die liegen vor uns. Sie beherzt anzugehen, dafür bitte ich um euer Vertrauen und um eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank, Nadine. Die nächste ist Kirsten Wegner. Sie hat acht Minuten Redezeit, weil dies eine neue Vorstellung ist. Was geht los? Könnt ihr mich sehen und hören? Sehr gut. Ah, wunderbar. Hallo, liebe Freundinnen. Mein Name ist Kirsten Wegner und ich bin keine Meeressäugerin. Mein Gehör ist nicht fantastisch ausgebildet, wie zum Beispiel das von Robben oder Schweinswahlen. Trotzdem bin ich im letzten Sommer jeden Morgen aus dem Bett gefallen, weil in drei Kilometer Entfernung ein gigantisches Möbelkaufhaus eine Riesenbaustelle hat und jeden Morgen mit dem Rammen anfing. Ich bin dann aufgestanden, bevor der Wecker klingelte und habe das Fenster zugemacht. Und wenn es besonders schlimm wurde, habe ich vielleicht Kopfhörer aufgesetzt oder ich bin in die Küche auf die andere Seite der Wohnung gegangen. Meeresbewohner können das nicht. Die haben keine Fenster, die sie schließen können. Die Systeme sind deutlich komplexer. Die müssen irgendwo hinschwimmen. Die sind auf ihre Gehörer angewiesen, weil sie ohne die nicht überleben können. Wenn sie dann aber losschwimmen, dann wird hier vielleicht eine Fehmarn-Bank-Querung gebaut. Da entsteht ein neuer Windpark. Da werden Leitungen verlegt. Überall ist eine riesige Dauerbaustelle. Und am Ende entsteht sowas wie ein Wasteland. Und dann schwimmen sie weiter. Und wenn wir schon mal bei Wasteland sind, dann treffen sie auf Müll. Und wir wissen zum Beispiel aus dem Eissturm-Vogel-Monitoring, dass sich in den Mägen von Eissturm 1,3 Gramm Plastik anlagert. Das klingt jetzt erst mal nicht so viel, aber wenn wir das auf unsere Mägen übertragen, dann würde das bedeuten, dass jeder von uns so ein Tetra-Pack-Saft oder was auch immer, immer mit sich im Magen rumträgt. Was das für verheerende Folgen für Ernährung hat, ist natürlich ganz klar. Oder sie strangulieren sich im Müll. Oder es lagern sich Schadstoffe an ihn ab. Das ist ein globales Problem. Insgesamt kommt 12 Millionen Tonnen jedes Jahr neu dazu. Das Schicksal der Meere und der Tiere kann uns nicht egal sein. Wir sind der blaue Planet und wir sind abhängig von den Meeren. 50 Prozent unseres Sauerstoffs kommt aus den Meeren. Jeder Tropfen Wasser, den wir trinken, war irgendwann mal im Meer. Meere dienen uns als Transportwege. Sie dienen dem Tourismus. Sie dienen der Naherholung. Wir sind wunderbare Orte, um sich dort zu entspannen. Und wir brauchen sie für die Energiewende. Wir wollen 70 Gigawatt offshore zubauen. Das müssen wir auch. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir auch eine Schippe in Sachen Meeresschutz oben drauflegen. Denn Meeresschutz und Klimaschutz sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ohne unsere Meere wären die Temperaturen der Erde schon um mehr als 1,1 Grad, das ist ja das, was wir gerade haben, angestiegen. Die Meere puffern 90 Prozent der Erwärmung ab. Und gleichzeitig steigt natürlich auch die Temperatur in den Meeren. Wir kennen das, zum Beispiel, dass die Korallenriffe absterben. Also wir haben einen Rückgang an Biodiversität. Wir haben Versauerungszonen. Wir müssen dringend was tun. Und es geht weiter. Wir leiten über die Landwirtschaft zu viele Düngemittel und Schadstoffe ein. Das führt zu Übersauerung. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Kinderstuben von Fischen so übersäuert sind, dass Fische da gar nicht mehr groß werden können. Wir überfischen. Wir kennen das aus der Ostsee. Dorsch und Hering müssen jetzt endlich mal weniger gefischt werden, weil sie derart überfischt sind. 34 Prozent aller Fische sind weltweit fast ausgerottet, weil sie überfischt sind. Und weitere 60 Prozent gelten als gefährdet. Diese Probleme, Überfischung, zu viele Nährstoffe, Müll im Meer und Klimawandel lassen sich natürlich nicht von heute auf morgen lösen. Aber ich möchte das gerne zusammen mit euch und zusammen mit den Akteurinnen vor Ort machen. Denn wer, wenn nicht wir, kann Klimaschutz und Küstenschutz und Meeresschutz miteinander verbinden. Wer, wenn nicht wir, kann dafür begeistern, dass nachhaltig genutzt wird. Was zu tun ist, ist relativ klarer als Salzwasser. Wir müssen dafür sorgen, dass Düngemittel und Pflanzenschutzmittel drastisch reduziert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine nachhaltige Fischerei gibt. Und wir brauchen echte Schutzzonen. Wir brauchen richtige Nullnutzungszonen, die dazu führen, dass Tiere sich richtig zurückziehen können. Wenn wir uns unsere Westküste in Schleswig-Holstein angucken, dann gibt es da einen fantastischen Nationalpark mit nachhaltigem Tourismus in den allermeisten Bereichen. Wir haben eine Kette von Infoeinrichtungen, wo wir unsere Besucherinnen darüber informieren können, wie schützenswert der Nationalpark ist. Und dann gucken wir an die Ostsee und da haben wir ein bis zwei Infoeinrichtungen. Aber wir haben kein Konzept, wie nachhaltiger Tourismus gestaltet werden kann. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es einen Nationalpark Ostsee gibt und ich möchte mich für ein großes Meeresvisualisierungszentrum einsetzen, damit wir über die Ostsee informieren können und damit wir für den Schutz der Ostsee begeistern können. Wenn wir auf das Land zwischen den Meeren von oben drauf gucken, dann sind 15.800 Quadratkilometer Landfläche und auf der anderen Seite stehen 9.900 Quadratkilometer Marinefläche. Die brauchen eine starke Stimme im Landtag und die möchte ich gerne sein. Ich bin immer politisch aktiv gewesen. Ich war Bundesjugendsprecherin des BUND. Ich war fünf Jahre Sprecherin der LAG hier im Land. Ich war Ratsfrau bei den Grünen hier. Ich war Bildungs- und jugendpolitische Sprecherin. Und seit über zehn Jahren bin ich jetzt im Umweltministerium. Ich war zuerst fünf Jahre im Ministerbüro und war zum Beispiel Landtagsverbindungsreferentin. Und jetzt mache ich seit fünf Jahren Meereschutz. Ich glaube, dass ich mich in der Landespolitik und in der Verwaltung gut auskenne. Das und meine Kontakte zur Wissenschaft und zu den Verbänden möchte ich gerne zusammen mit euch einsetzen. Politik machen heißt für mich, Probleme offen ansprechen, Konflikte ansprechen, mit allen lösen und dann gemeinsam Entscheidungen treffen. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Ich möchte mit euren Stimmen gerne eure starke Stimme für den Meeresschutz in Schleswig-Holstein sein und mit euch zusammen die Zukunft gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kirsten. Wir würden euch jetzt noch ein wenig Zeit geben, Fragen einzureichen über das Tool. Wir haben bisher eine Frage von einem Mann und würden deshalb jetzt noch mal ein bisschen warten, ob sich von eurer Seite noch etwas tut in Bezug auf Fragen an die Bewerberinnen für Listenplatz 17. Bezug auf Fragen an die Bewerberinnen für Listen. Wer keine Fragen gerade formuliert, kann sich ja auch noch mal ein Stück Kuchen holen oder eine Tasse Kaffee. So langsam kommen wir dann ja in den Nachmittag. Es scheint bei euch keinen weiteren Bedarf zu geben, an die Kandidatinnen Fragen zu stellen. Das ist natürlich auch völlig okay. Von daher würden wir dann jetzt in den Wahlgang gleich einsteigen. Wir haben inzwischen die Information erhalten, dass von den Frauen, die auf Platz 15 angetreten sind und dort nicht gewählt worden sind, neben Annabelle Pescher aus dem Kreisverband Flensburg auch Vera T. Lissi nochmal antreten möchte und dasselbe gilt auch für Irena Petersen. Das heißt, die drei, zwischen den dreien könnt ihr euch sozusagen dann neben denen, die wir gerade gehört haben, auch noch entscheiden. Und wir würden dann jetzt mal die Technik fragen, ob der Wahlgang eröffnet werden kann. Das wird auch gleich soweit sein. Das ist jetzt soweit. Damit eröffnen wir den Wahlgang und ihr bekommt Zeit, euch für Listenplatz 17 zu entscheiden. Das ist jetzt eine Sache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, wir haben noch erst 80 abgegebene Stimmen, das geht noch deutlich besser, deswegen würde ich euch bitten, falls ihr noch nicht eure Stimme abgegeben habt, dass ihr euch das jetzt noch nachholt oder bei euren KollegInnen in den Kreisverbänden nochmal in die Chatgruppe schreibt, dass wir noch ein paar mehr Stimmzettel abzugeben haben, bevor wir dann den Wahlgang schließen. Okay, und vielleicht auch nochmal den Hinweis, dass wenn ihr Probleme habt mit der Seite, dass ihr die vielleicht einfach nochmal aktualisiert und dann könnt ihr auch abstimmen. Wir lassen den Wahlgang noch ein bisschen offen. Okay, wir warten jetzt nochmal. Das sieht schon deutlich besser aus, 109 abgegebene Stimmen wird uns hier gerade angezeigt. Wir warten jetzt nochmal so 30 Sekunden, dann können die Letzten, die abstimmen möchten, das dann halt eben auch noch tun. Gut, dann schließen wir jetzt den Wahlgang und warten auf das Ergebnis. Okay, wir haben jetzt ein Ergebnis. Und ich lese einmal erstmal die Stimmverteilung vor. Bettina Braun hat 28 Stimmen erhalten, das sind 25,2%. Susanne Hilbrecht hat 11 Stimmen erhalten, das sind 9,91%. Jessica Coduni hat 7 Stimmen erhalten, das sind 6,3%. Nadine May hat 19 Stimmen, 17%. Annabelle Pescher hat 28 Stimmen, 25%. Irena Petersen hat 2 Stimmen erhalten, das sind 1,8%. Vera Tillissi hat 1 Stimme erhalten, das sind 0,9%. Kirsten Wegner hat 14 Stimmen enthalten, das sind 12,6%. Es hat eine Nein-Stimme gegeben und keine Enthaltung. Damit sind die Personen, die über 10% liegen, jetzt im zweiten Wahlgang. Wir gehen davon aus, dass alle Personen, die über 10% der Stimmen bekommen haben, auch antreten wollen. Zum einen ist das Bettina Braun, zum anderen ist das Nadine May. Dann gilt dasselbe für Annabelle Pescher und für Kirsten Wegner. Noch mal vielleicht ganz kurz der Hinweis, dass das System, was ihr seht, die Prozentzahlen auf- und abrundet. Im Abstimmungsgrün, wir sehen aber das komplette Abstimmungsergebnis bis auf die letzte Kommazahl und wissen dadurch, dass Kandidaturen, ob sie die eine Stimme mehr oder weniger haben, um über 10% zu landen. Bei Susanne Hilbrecht ist das in diesem Fall so, dass die mit 11 Stimmen in diesem Wahlgang 9,91% bekommen hat, also unter 10%, auch wenn im System 10% vielleicht angezeigt werden. Das können wir hier immer genau einsehen und deshalb kann das manchmal ein bisschen zu Irritationen führen, das war auch in Wahlgängen heute Morgen schon so. Aber nichtsdestotrotz ist es für diesen Wahlgang jetzt so, dass Bettina Braun, das Nadine May, das Annabelle Pescher und Kirsten Wegner alle über 10% der Stimmen haben und damit in den zweiten Wahlgang gehen. Vielen Dank. Also vielleicht nochmal ganz kurze Erklärung. Es gibt hier eine technische Frage, die uns erreicht hat und wir müssen jetzt gerade eben nochmal klären, bevor wir in den zweiten Wahlgang gehen, ob sich diese Irritation klärt und wie wir damit umgehen. Deshalb ist jetzt hier kurz eine Unterbrechung, nur dass ihr euch jetzt nicht wundert, dass gerade hier nichts passiert. Das vielleicht einmal ganz kurz als Hinweis und wir melden uns dann gleich bei euch wieder. Vielen Dank. 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 hat hat hat. Stimmen erhalten. Es gab eine Nein-Stimme und null Enthaltungen. Damit gehen jetzt alle Kandidatinnen mit mehr als 10% der Stimmen in den nächsten Wahlgang. Es sei denn, die Person teilt uns mit, dass sie nicht mehr im zweiten Wahlgang kandidieren möchte. Über 10% der Stimmen haben erhalten. Bettina Braun, Nadine May, Annabelle Pescher und Kirsten Wegner. Bettina Braun, Nadine May, Annabelle Pescher und Kirsten Wegner. Wir bereiten jetzt den Stimmzettel für den zweiten Wahlgang vor. Der Stimmzettel ist vorbereitet und damit eröffne ich den zweiten Wahlgang. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben schon 114 abgegebene Stimmen. Ich würde euch noch mal eine Minute Zeit geben für die letzten 15 Delegierte, die jetzt hier im System noch die Möglichkeit haben. Okay, wir würden dann den Wahlgang schließen. So, dann haben wir ein Ergebnis, das wie folgt aussieht. Bettina Braun hat 54 Stimmen erhalten, das sind 44,2%. Nadine May hat 23 Stimmen erhalten, das sind 18,8%. Annabelle Pescher hat 35 Stimmen erhalten, das sind 28,6%. Und Kirsten Wegner hat 9 Stimmen erhalten, das sind 7,3%. Es gab keine Nein-Stimme und es gab eine damit gehen wir in einen dritten Wahlgang. Damit gehen wir in einen dritten Wahlgang, weil keine der BewerberInnen mehr als 50% der Stimmen bekommen hat und für diesen dritten Wahlgang gehen die beiden Personen in den Wahlgang, die die beiden Personen sind mit den meisten Stimmen. Das ist in dem Fall Bettina Braun und Annabelle Pescher. Das heißt, die Technik bereitet jetzt die Stichwahl im dritten Wahlgang zwischen Bettina und Annabelle vor. So, und dann könnt ihr abstimmen. Damit öffne ich den Wahlgang. Das ist ein Reportsignal. See you. Vielen Dank. Wir würden euch aber trotzdem noch mal eine Minute Zeit geben, um abzustimmen. Ich würde dann jetzt den Wahlgang schließen. Und wir ermitteln das Ergebnis. So, damit liegt uns ein Ergebnis vor. Und zwar ist auf Listenplatz 17 gewählt Bettina Braun mit 70 Stimmen. Das sind 55,56%. Annabelle Pescher hat 51 Stimmen, also 40,48% bekommen. Es gab vier Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit ist auf Listenplatz 17 Bettina Braun gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Den digitalen Blumenstrauß schicken wir zu dir rüber. Und wir machen dann auch schon gleich weiter mit dem nächsten Listenplatz. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Liebe Bettina, natürlich frage ich dich jetzt, ob du die Wahl annimmst. Nachdem ihr das so ganz kleines bisschen spannend gemacht habt, ja, sehr gerne nehme ich die Wahl an. Vielen Dank. Vielen Dank, Bettina und herzlichen Glückwunsch. Ein persönlicher Kommentar sei mir erlaubt. Ich kenne diese Situation sehr gut von Parteitagen und weiß, wie hart es auch ist für Kandidierende, sich hier diesem Wettbewerb zu stellen. Und wenn es dann noch kleine Verzögerungen gibt, dann alle mal mehr. Also großen Respekt auch an euch, dass ihr euch dem hier stellt. Ich gebe jetzt das Wort an Nina, die dann auch gleich weitermacht mit Listenplatz 18. Super. Ja, wir steigen direkt ein in Listenplatz 18. Da haben wir einige neue Kandidaturen. Das ist als erstes Sebastian Bonau aus dem KV Schleswig-Flensburg. Dann haben wir ebenfalls neu heute Stefan Landsberg aus dem KV Plön. Als nächstes Knut Such aus dem Kreisverband Herzogtum-Lauenburg und neu Georg Wilkens aus dem Kreisverband Rendsburg-Eckernförde. Wir haben Kandidaturen vorliegen vom Parteitag im Dezember, die sich mit vier Minuten nochmal bei euch vorstellen können. Das sind zum einen Luca Brunsch aus dem KV Kiel. Das ist Gazi Freitag, auch aus dem KV Kiel. Wir haben die Information, dass Uwe Schreiber zurückgezogen hat. Und dass Ralf Sonntag, achso nee, der hat sich ja heute Morgen schon vorgestellt. Der wäre dann unter denjenigen, die erneut antreten, sich aber heute Morgen schon vorgestellt haben. Das sind Nils Bollenbach aus dem KV Stormann, Christian Judet aus dem KV Schleswig-Flensburg, Christoph Benet aus dem KV Lübeck. Unsere Information ist, dass Klaus-Peter Jessen aus dem KV Pinneberg erneut antritt. Und Ralf Sonntag, auch aus dem KV Pinneberg. Wenn es weitere Kandidaturen gibt, müssten wir das jetzt einmal über Antragsgrün gemeldet bekommen. Oder über Zoom könnt ihr auch Bescheid sagen. Ich warte mal kurz, aber sehe dazu nichts. Die Technik schüttelt den Kopf. Dann würden wir jetzt in der alphabetischen Reihenfolge mit den Vorstellungen anfangen. Das ist als erster Sebastian Bonau. Du hast acht Minuten und darfst dich uns jetzt vorstellen. Und bereit machen kann sich schon mal Luca Brunsch, der ist im Anschluss dran. Danke, Nina. Ich hoffe, ihr seht und hört mich jetzt gut. Ah ja, sorry, wir hören dich. Wir waren kurz mit der Zeit beschäftigt. Du hast jetzt das Wort und acht Minuten. Schwachstellen wie Lock4Shell, Botnetze, die sich für Denial-of-Service-Attacken zusammenschließen, Versand von Imotet-Spam. Ein Blick auf die Seiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ist keine leichte Kost. Spaßige Lektüre ist das definitiv nicht. Liebe Freunde und Freunde, mein Name ist Sebastian Bonau. Ich bin Beisitzer im Kreisvorstand Schleswig-Flensburg und im Ortsvorstand Glücksburg. Und, und das bedeutet mir sehr viel, ich bin Direktkandidat im Wahlkreis 4 Flensburg-Land. Ich möchte heute mit euch über 3D sprechen. Und ich spreche dabei nicht von dem Video-Format, sondern von den Themen, für die ich mich einsetzen möchte. Das erste D steht für Digitalisierung. Digitalisierung, das ist ein Buzzword, das alles und nichts zur selben Zeit aussagt. Und ich möchte euch kurz darstellen, was Digitalisierung für mich bedeutet. Im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes werden gerade viele behördliche Vorgänge digitalisiert. Dabei ist es wichtig, dass sich das nicht bloß auf das digitale Ausfüllen von Papierformularen beschränkt. Vielmehr muss der Prozess selbst aus NutzerInnen-Sicht gedacht und gestaltet werden. Bei den meisten Gesetzesvorhaben muss eben dieser Blick schon von Beginn an berücksichtigt werden. Wir sind im weltweiten Vergleich weit hinterher. Für viele Unternehmen ist die Verwaltungslandschaft in Deutschland ein Minuspunkt bei der Standortbewertung. Genehmigungsverfahren sind langwierig und papierlastig. Und das gilt nicht nur für Verwaltungsakte im Unternehmensumfeld. Das spürt jede und jeder von uns. Ich war nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit dem Schwerpunkt elektrische Energieversorgung und Energiewirtschaft einige Jahre in einem Bundesamt tätig. Dort habe ich ein deutschlandweites Telekommunikationsnetz, naja, ich möchte mal sagen verwaltet. Während dieser Zeit habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie E-Mails ausgedruckt und mit einem Eingangsstempel versehen wurden. Und das ist leider erst wenige Jahre her. Das ist bis heute auch leider keine Seltenheit im Behördenalltag. Und ich finde, davon sollten wir uns nicht nur verabschieden. Nein, davon müssen wir uns ganz einfach verabschieden. Digitalisierung heißt aber auch Hinterfragen der vorhandenen Technik. Ein Beispiel hierfür ist der bereits angestoßene Umstieg auf Open Source Software in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Hier sind wir in Schleswig-Holstein vorne mit dabei. Hier gehören wir sogar zur bundesweiten Spitze. Und hier habe ich dennoch den Anspruch, gemeinsam mit den Vorhaben der Ampelkoalition auf Bundesebene als weltweites Beispiel voranzugehen. Wir müssen uns unabhängig machen von amerikanischen Technologieriesen und Datenkraken. Für meinen Sohn soll es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Systeme für die Allgemeinheit zugänglich und für den speziellen Nutzen anpassbar sind. Dazu muss eben bereits auch in der Schule offene Software genutzt und als Standard vermittelt werden. So wie es beispielsweise auch das Netzwerk freie Schulsoftware seit langem fordert. Es darf von keiner Familie erwartet werden, dass sie hunderte Euro für Software und Geräte ausgibt, damit ihr Kind die schulischen Erwartungen erfüllt. Es leitet mich über zu meinem zweiten D, Datenschutz. Mit dem Umstieg auf Open Source Software machen wir als Land einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Gerade in der öffentlichen Verwaltung muss der Schutz der personenbezogenen Daten an oberster Stelle stehen. Wir müssen die Systeme zukünftig so gestalten, dass jede und jeder ab Werk seine und ihre Daten schützt. Im Fachjargon spricht man hier von Privacy by Default. Der Schutz unserer Daten wird gerade durch eine flächendeckende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt. In diesem Zusammenhang gilt die Maßgabe, Verschlüsselung ist Grundrechtsschutz. Anwendungen müssen so ausgestaltet sein, dass man nicht IT-Recht und Informatik studiert haben muss, um beispielsweise die Mitglieder-Datenbank in einem Sportverein zu pflegen. Das ist eine Pflicht, die wir den zahlreichen Ehrenamtlichen in unseren Vereinsstrukturen landesweit schuldig sind. Das Stichwort Vereine bringt mich zu meinem dritten und letzten D, dörfliches Leben. Ich habe mein Leben stets in Vereinsstrukturen verbracht, sei es als Kind im Fußballverein oder später beim Rudern auf den Gewässern unseres schönen Bundeslandes. Nicht zuletzt aber auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Diese Vereine und Organisationen sind ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie dienen der sozialen Bildung von Kindern und Jugendlichen und sind ein Ankerpunkt der Gemeinschaft. Die Freiwilligen Feuerwehren sind darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil unseres Katastrophenschutzes. Wir haben im vergangenen Sommer erfahren müssen, welche Anforderungen an den Katastrophenschutz zukünftig gestellt werden. Die Auswirkungen und die Folgen des menschengemachten Klimawandels im Ahrtal und in NRW zu sehen, war für uns alle erschreckend. Ich habe einige Zeit in Rheinland-Pfalz gelebt und ich kenne diese Region. Sie ist oder vielleicht muss ich leider sagen, sie war geprägt von einer Idylle des Weinanbaus und verwinkelter Dörfer am Fuße der Hänge. Zu sehen, wie diese Häuser von Flutmassen weggerissen wurden, hat mich stark getroffen. Noch viel mehr aber hat mich das Schicksal der vielen Menschen schockiert, die Hab und Gut und zum Teil ihre Familie oder gar ihr eigenes Leben verloren haben. An dieser Stelle möchte ich meine große Anerkennung an die Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein und aus ganz Deutschland aussprechen, die vor Ort alles gegeben haben. Die Leistung, die diese Menschen in den ersten Tagen, Wochen, Monaten und bis heute anhalten, erbracht haben und erbringen, ist übermenschlich und ihnen gebührt unser Dank und unser Respekt. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns versuchen, aus diesen Schicksalsschlägen Ableitungen für unser Handeln hier in Schleswig-Holstein zu ziehen. Was können und müssen wir tun, um das Leben in Schleswig-Holstein krisenfest zu gestalten? Ich glaube, dass wir gerade im ländlichen Raum die lokale Daseinsvorsorge stärken müssen. Dazu gehören für mich neben dem schon erwähnten starken Katastrophenschutz auch die Dinge des täglichen Lebens. Ärztliche Versorgung, Lebensmittel, Einzelhandel und eine funktionierende Infrastruktur. Wir müssen diese Infrastruktur so gestalten, dass wir die Vielfalt auf dem Dorf erhalten können. Wir brauchen die Menschen, die zur Arbeit in die Büros der Städte pendeln. Genauso benötigen wir aber auch die ErzieherInnen und HandwerkerInnen im Ort. Was nützt uns die tollste Kita, wenn Familien nur als Touristen in den Sommermonaten das Dorf bevölkern? Wie soll sich der Dorfladen halten, wenn im Winter nur die Möwen täglich vorbeischauen? Lasst uns Verkehrswege schaffen, die es allen ermöglicht, auf dem Dorf zu leben. Mit Mobilitätszentren an den Bahnhöfen und Radschnellwegen als Pendelstrecken. Lasst uns eine Internetanbindung schaffen, die es den Menschen freistellt, dort zu leben und zu arbeiten, wo und wie sie es sich wünschen. Mit einem Mobilfunkpakt, der flächendeckend mobiles Internet in unserem Bundesland verfügbar macht. Und lasst uns die Vereinsstrukturen stärken. Sie sind es, die das dörfliche Leben so lebenswert machen. Liebe Freundinnen und Freunde, vieles liegt vor uns. Mein Name ist Sebastian Bohner und ich möchte gerne ein Teil und eine Stütze für das vor uns liegende sein. Ich möchte die 3D, Digitalisierung, Datenschutz und dörfliches Leben hochhalten und mich dafür einsetzen. Lasst mich für euch die Ableitung aus den gruselnden Nachrichten des BSI oder anderer Stellen treffen und umsetzen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bitte um eure Stimme. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das war genau in der Zeit und wir würden jetzt einmal weitermachen mit unserem nächsten Kandidaten. Das ist Luca Brunsch. Luca, du hast jetzt vier Minuten Zeit, dich uns nochmal vorzustellen. Wir warten einmal darauf, dass die Technik das bereitstellt. Wir kriegen ein Ja von der Technik. Luca, ich sehe dich. Wunderbar, da ist die Kachel. Komm zu uns und wir freuen uns auf deine Vorstellung. Sprich, Luca. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bewerbe mich heute noch einmal bei euch. Ich tue das wie vorher für die Themen Energiewende, Wärmewende und den Gasausstieg. Ich freue mich sehr, dass Ulrike jetzt gewählt wurde und wir damit endlich auch das Thema Energiewende besetzt haben. Ganz herzliche Gratulation noch einmal dafür. Ich stehe, das wisst ihr, für eine konsequente 1,5-Grad-Politik, die unsere Politik mit der Klimabewegung verbindet. Ihr wisst, ich komme aus Fridays for Future und anderen Gruppen und ich möchte gerne, dass wir das gemeinsam und partnerschaftlich angehen. Ich habe in dieser Partei mit Ulrike zwei Jahre lang die LAG Energie geleitet, bin dort seitdem immer noch stellvertretender Sprecher und mache den Koordinationskreis Klima, wo wir alle Themen miteinander vernetzen. Und ich glaube, das brauchen wir auch im nächsten Landtag. Wir müssen die Themen zusammendenken, weil wenn wir die Energiewende beschleunigen und den Klimaschutz beschleunigen, dann müssen wir gucken, dass wir die verschiedenen Bereiche miteinander zusammendenken. Ansonsten wird es an der einen oder anderen Stelle immer ein ganz bisschen hacken und dann wird das ganze Gebilde stehen bleiben. Wir haben jetzt, wie gesagt, Energiewende besetzt. Wir haben die Verkehrswende besetzt. Ich freue mich auch sehr darüber, dass Nelly gewählt wurde. Was wir noch nicht besetzt haben, ist die Wärmewende. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil da geht es um die Hälfte des Energiebedarfs, auch hier in Schleswig-Holstein. Da geht es um einen Bereich, in dem bisher noch nichts passiert. Wir werden beim derzeitigen Tempo in ungefähr 300 Jahren fertig mit der Wärmewende. Und wir sehen auch, wie wichtig es ist, dass wir mit dem Ausstieg aus dem fossilen Gas in Gang kommen und dass der Kohleausstieg nicht zu einem Gaseinstieg wird. Und auch das hängt eben maßgeblich an der Wärmewende. Warum ist das so wichtig? Wir sehen gerade, das Ganze hat nicht nur die Dimension Klimaschutz, sondern es hat noch zwei andere Dimensionen. Das eine ist die soziale. Die Energiepreise sind auf einem nie dagewesenen hoch. Und obwohl wir einen CO2-Preis von 90 Euro pro Tonne derzeit haben, viel höher als alles, was wir ins grüne Wahlprogramm uns je getraut haben zu schreiben. Trotzdem ist dieser Klimaschutzanteil nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von dieser Kostensteigerung. Der größte Teil, das sind die fossilen Energien. Demgegenüber sind die erneuerbaren Energien unschlagbar billig und verlässlich. Das müssen wir kommunizieren und diese Politik müssen wir jetzt machen und beschleunigt angehen. Wir sehen gleichzeitig, fossile Energien sind ein geopolitisches Risiko. Die Gasspeicher in Deutschland reichen zurzeit noch für 40 Tage. Über die Yamal-Pipeline fließt derzeit kein Erdgas. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten sehen, genauso wie Nord Stream 2 politisch ist, wird auch das LNG-Terminal in Brunsbüttel jetzt wieder politisch werden. Und die Antwort, die wir darauf geben müssen, ist nicht, wir ersetzen das eine Erdgas durch das andere Erdgas, sondern wir sind gegen Erdgas generell. Und dann müssen wir aber ganz massiv in den nächsten ein, zwei Jahren, wo wir diese Diskussion haben werden, dafür sorgen, dass wir die erneuerbaren Energien beschleunigt ausbauen. Dass wir jede Wärmepumpe bauen, die wir nur irgendwie können. Dass wir dämmen, dämmen, dämmen. Dass wir Wärmenetze bauen, noch und nöcher. Ansonsten kommen wir nämlich wieder in einen fossilen Login, wo für die nächsten 20 Jahre fossile Infrastruktur gebaut wird. Und das müssen wir verhindern. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen das Ganze sozialverträglich tun. Dazu haben wir Konzepte erarbeitet. Wir haben verwiesen auf Modellprojekte, die wir kennen und die wir unterstützt haben, wo es zum Beispiel darum geht, Energieberatung zu machen, anstatt Leuten den Strom oder das Gas abzudrehen. Wir haben Konzepte entwickelt, wie wir zum Beispiel eine solare Baupflicht mit Krediten für Menschen verbinden können, die vielleicht nicht mehr an Kredite kommen können. Oder für junge Familien, die ansonsten sich vielleicht kein Haus bauen würden. Diese Maßnahmen, die wir jetzt so schön geplant haben für das Wahlprogramm, müssen wir jetzt auch umsetzen. Und dafür würde ich mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen gebt. Danke. Super. Ganz herzlichen Dank, Luca. Auch vielen Dank, dass ihr selber so super auf die Zeit achtet. Das ist ja auch alles gar nicht so leicht gleichzeitig zu managen. Das merken wir hier auch. Als nächstes kommt Gazi und ruft sich uns nochmal in Erinnerung mit vier Minuten. Und bereit machen kann sich schon mal Stefan Landsberg im Anschluss. Gazi, du kannst zu uns kommen. Wir brauchen ganz kurz einen Moment. Die Technik zeigt wild auf Bildschirme. Aber wir hoffen, Gazi gleich zu sehen. Einen Moment noch. Geduld, bitte. Ich war noch nicht in der Position, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das schwer ist. Das ist ja auch schon ein langer Tag. Gazi, die finden dich nicht unter deinem Klarnamen. Gazi, wie könntest du noch heißen? Sigi Kahn oder? Sonst schreibt mir. Akil? Wir haben dich gefunden. Beziehungsweise die Technik. Schon mal der Hinweis vielleicht an alle anderen Kandidierenden, die sich im Laufe des Tages noch vorstellen wollen, dass Klarnamen bei Zoom sehr hilfreich sind. Und für die Technik, die euch hier immer unter sehr vielen herausfinden muss. Man kann sich selber umbenennen unter Zoom. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Okay. Könnt ihr das einmal recherchieren vielleicht kurz? Jetzt, Gazi, wir sehen und kriegen das Zeichen, dass du jetzt bei uns bist. Du kannst loslegen. Rasmus, stopp die Zeit. Du kriegst vier Minuten. Wir freuen uns. Danke. Moine, liebe Menschen. Und auch danke, dass ich mich euch nochmal in Erinnerung rufen darf. Ich möchte ein Teil der kommenden Landtagsfraktion sein und mich dort um die Rolle als sozialpolitischer Sprecher bewerben. Das klingt jetzt so weit hinten auf Platz 18 vielleicht ein bisschen vermessen. Das ist eigentlich auch nicht meine Art. Aber es liegt jetzt vor allem daran, dass ich gelernt habe. Gelernt habe, mich noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Noch mehr in den Vordergrund zu stellen, was ich eigentlich möchte. Nämlich, dass wir Sozialpolitik zum Kernthema machen. Ich habe in meiner Rede im Dezember versucht zu betonen, wie wichtig es mir ist, dass jeder Mensch gleichwertig an dieser Gesellschaft und an ihrer Gestaltung teilhaben kann. Das sehe ich vor allem als politischen Auftrag, als unseren Auftrag. Wir setzen den Rahmen, in dem die Menschen ihr Lebensbild zeichnen. In der LAG Soziales, von deren Sprecherinnen-Team ich jetzt ein Teil bin, arbeiten wir in einem stärkeren sozialpolitischen Profil unserer Partei. Wir wollen eine Politik, die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Eine Politik, der soziale Gerechtigkeit wirklich wichtig ist und die eine Gesellschaft der vielen anstellt. Und das erreichen wir nur, wenn wir Sozialpolitik noch mehr in den Fokus bringen. Ich wurde vor über 41 Jahren in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen geboren. Als ich zehn war, sind meine Mutter, meine Schwester und ich vor meinem Erzeuger in ein Frauenhaus in Preetz geflogen. Mein Abi habe ich auch in Preetz gemacht und mein Zivildienst in einer Behinderten- und Altenpflegeeinrichtung ebenfalls dort geleistet. Mittlerweile lebe ich mit meiner Frau und unserem in Eckernförde geborenen Sohn in Kiel. Ich wohne hier in Kiel, ja. Aber nicht mein Wohnort hat mich zu der Politik gebracht, die ich vertreten möchte, sondern das, was ich in meinem Leben erfahren habe oder eben nicht erfahren habe, aber gerne gehabt hätte. Ich sehe mich deswegen nicht als Repräsentant eines Kreisverbandes. Ich sehe mich als Repräsentant einer Politik, einer Haltung und einer Lebensrealität. Eine Lebensrealität, von der ich glaube, dass sie andere Prioritäten gibt. Nicht zuletzt die Arbeit in unserem provisorischen Vielfaltsrat in Schleswig-Holstein oder aber vor allem die Arbeit im Bundesdefizitätsrat zeigen mir, wie wichtig unterschiedliche Lebensrealitäten und Erfahrungen innerhalb einer Partei sind, wie stark uns Vielfalt machen kann. Die lassen uns auf Probleme blicken, die wir sonst nicht erkennen. Die machen Missstände relevant, die sonst kaum Beachtung finden. Und sie lassen uns aber auch Lösungen finden, weil wir mehr Perspektiven nutzen können. Es ist das Zusammenwirken von Erfahrung und Expertise, die eine gute Sozialpolitik gestalten kann, die alle Menschen sieht. Durch das Mitwirken einer Kampagne des Landesverbandes Frauenberatung, bei der ich Männern, die Gewalt an Frauen verüben, sagen durfte, wie scheiße sie sind, habe ich sehr viele Frauenhäuser bzw. deren Leitung getroffen. Und überall das gleiche Problem. Den Frauenhäusern fehlt das Geld. Zu wenig Zimmer, zu wenig Schutzwohnung. In Rendsburg werden teilweise Frauen aus Platzmangel von der Polizei vorübergehend in ein Gefängnis gebracht. Ich hatte damals das Glück, wenn man so möchte, dass wir nicht abgewiesen wurden, dass wir einen Platz bekommen haben. Und ich möchte nicht, dass Frauen diesen Schutzraum nicht bekommen, nur weil sie gerade zur falschen Zeit von ihrem Partner verprügelt wurden und jetzt gerade kein Platz ist. Das ist eine Priorität, die ich vor allem deswegen setze, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe. Ich möchte mithelfen, dass die Menschen nicht nur bei Klimaschutzpolitik zuerst an die Grünen denken, sondern vor allem auch bei gerechter Sozialpolitik. Denn wir sind die Partei, die beides miteinander verknüpfen muss. Das schlechte Klimapolitik wird vor allem soziale Folgen haben. Selbst gute Klimapolitik, die das 1,5-Grad-Ziel erreicht, wird soziale Folgen haben, für die wir Lösungen parat haben müssen. Deswegen wir beides immer miteinander denken müssen. Ich will zudem, dass wir Lösungen gegen das teure Wohnungen in der Stadt liefern, aber auch gegen die mangelnde Anbildung der ländlichen Region. Dass Jugendliche die Dörfer verlassen, weil ihnen dort keine Zukunftsperspektive geboten wird. Ich möchte Lösungen dafür finden, warum die Niedriglohnquote in Ostholstein doppelt so hoch ist wie zum Beispiel in Kiel. Warum in Flensburg fast die Hälfte aller Schülerinnen Abitur macht, in Schleswig-Flensburg hingegen nur ein Viertel. Warum die Kinderarmut in kreisfreien Städten höher ist als im restlichen Bundesland. Ich möchte, dass wir Konzepte liefern, wie wir Altersarmut verhindern werden. Klar können wir hier nicht die Rente erhöhen. Wir haben aber genug Möglichkeiten, die Lebenskosten für alte Menschen zu verringern. Ich möchte auf die Menschen zugehen, eine Politik des Dialogs und der Begegnung prägen. Und ich möchte, dass wir das Licht auf diejenigen richten, die sich bisher nicht gesehen fühlen, denen eine Stimme geben, die sich bisher nicht gehört fühlen und für diejenigen einen Stuhl ranholen, die für sich bisher keinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Ich möchte mitwirken, diese Gesellschaft gerecht und gleichwürdig für alle Menschen zu machen. In der Stadt, auf dem Land, in ganz Schleswig-Holstein. Danke. Vielen Dank, Gasi. Auch das war eine Punktlandung. Meine Kinder haben mich darauf hingewiesen, dass ich einen schweren Präsidiumsfehler mache und nicht in die Kamera gucke. Das ändere ich jetzt natürlich. Wir haben als nächstes Stefan Landsberg. Der ist aus dem KV Plöhn. Hat sich bei uns auch noch nicht vorgestellt. Wird jetzt technisch dazugeholt und bereit machen kann sich danach schon mal. Das ist ein Fehler hier. Knut, such. Stefan, komm zu uns. Die Technik hat Stefan gefunden. Er kann anfangen, wenn er möchte. Stefan, leg los. Ja, bin ich zu hören und zu sehen? Jawohl, wunderbar. Ja, wunderbar, das klingt gut. Ja, moin, moin ins Wissenschaftszentrum und nach Hause in die Wohnstuben. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Stefan Landsberg. Ich bin Diplomgeograf, 53 Jahre jung und lebe meiner Frau und meinen beiden Töchtern in Schönkirchen im Kreis Plöhn. Hier bin ich seit vier Jahren kommunalpolitisch aktiv, unter anderem als Ausschussvorsitzender Finanzen, Wirtschaft und Verkehr. Ich kenne also die lokalen Spannungsfelder zwischen Gestaltungswillen, finanziellen Grenzen und zwischenmenschlichen Herausforderungen. Vor meinem beruflichen Hintergrund habe ich zwei große Themenfelder anzubieten, die ich landespolitisch in die Waagschale werfen möchte. Nach 40 Jahren Hobby und mit sieben Jahren Berufserfahrung als Meteorologe kann mir in Sachen Wetter und Klima keiner etwas vormachen. Die berühmten 1,5 Grad, die immer in aller Munde sind, sind für Schleswig-Holstein bereits Realität. Vor diesem Hintergrund kämpfe ich mit Leidenschaft für Klimaschutz und Energiewende. Dafür und für die Zukunft meiner beiden Töchter gehe ich seit 2019 mit Fridays for Future auch auf die Straße. Das zweite große Themenfeld ist die Entwicklung unserer ländlichen Räume. In der ländlichen Regionalentwicklung durfte ich zunächst als Regionalmanager der Aktivregion Ostseeküste, die erstreckt sich über den Nordteil des Kreises Plöhn, Projektentscheidungen vorbereiten und zur Umsetzung bringen, Netzwerkarbeit aufbauen und am Laufen halten. Nach sieben Jahren habe ich dann die Seite gewechselt und bin nun seit sechs Jahren in der Landesverwaltung, aber weiter für die Förderung der ländlichen Räume unterwegs. Und nach diesem Persönlichen nun ein paar Schlaglichter auf das, was mir politisch wichtig ist. Als PolitikerInnen sind wir in besonderer Weise den Menschen verpflichtet. In Stadt, Land, Schleswig-Holstein. Das gilt für alle politischen Ebenen. Wenn wir zum Beispiel unsere Innenstädte weiterentwickeln wollen, müssen wir diese in erster Linie als soziale Räume denken. Vom Menschen her und nicht vom Auto. Ich gehe davon aus, dass wir Schleswig-Holsteiner auch weiterhin in Glückswachstumsgebieten leben möchten. Das ist eine frühere Werbekampagne der Tasch. Glücklich und gesund zu sein sind Grundbedürfnisse aller Menschen, die wir in unserer politischen Arbeit nie aus dem Blick verlieren dürfen. Um gesund zu sein, benötigen wir Menschen zuallererst etwas zu trinken, zu essen, zu atmen und erträgliche Temperaturen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Dieses Zitat ist nicht von mir, sondern von Eckart von Hirschhausen. Aber es soll im Mittelpunkt meiner politischen Arbeit stehen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Deshalb werde ich mich zum Beispiel dafür einsetzen, mit einer vorausschauenden, vorsorgenden Klimaschutz- und Gesundheitspolitik die Menschen in unserem Land noch besser vor den Auswerten Wirkungen von Extrembetter zu schützen. Dabei reicht es nicht, Deiche zu bauen. Nein, auch im Binnenland gibt es mehr Starkregen, der zuverlässig abgeleitet werden muss. Effizientes Regenwassermanagement ist eine wichtige Aufgabe für unsere Kommunen. Die Zunahme von Starkregen, Hitze und Dürre erfordert außerdem eine fortlaufende Überprüfung und Anpassung des Katastrophenschutzes. Im engen Schulterschluss mit den Kommunen sollten wir auch Hitzeaktionspläne und Hitze-Warnsysteme in Schleswig-Holstein flächendeckend etablieren. Der Ausbau der Erneuerbaren und damit der Verzicht auf die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas macht unsere Erde gesunder. Deshalb möchte ich das Ausbautempo bei den Erneuerbaren mindestens verfünffachen, bei PV auch verzehnfachen. Bei der Windenergie dürfen zwei Prozent der Fläche keine Obergrenze, sondern eine Mindestgrenze sein. Pauschale Abstandsregelungen gehören abgeschafft. Für die Solaroffensive müssen wir alle verfügbaren Dächer, Fassaden und Flächen nicht nur für Investoren, sondern gerade auch für Bürgergemeinschaften wirtschaftlich interessant machen. Die solare Bau- und Nutzungspflicht muss ebenfalls ausgebaut, Investitionen bei Mietwohnungen vereinfacht werden, damit wir auch in Sachen Wärmewende endlich weiter vorankommen. Außerdem müssen wir in Schleswig-Holstein über den guten und vorhandenen Bürgerenergiefonds hinaus mutig vorangehen und mit dem Konzept der Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften Energy Sharing als Beteiligungsformat etablieren. Durch mein berufliches Umfeld fühle ich mich auch politisch unseren ländlichen Räumen besonders verpflichtet. Auch hier stehen für mich die Menschen und deren Wohlergehen im Zentrum. Im Rahmen einer nachhaltigen Daseinsvorsorge ist es mir ein wichtiges Anliegen, die ländlichen Räume als wirtschaftlich, ökologisch und sozial stabile Lebensräume zu stärken. Gemeinsam mit den Kommunen möchte ich die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig verbessern. Dabei geht es mir zum Beispiel darum, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, die medizinische Versorgung sicherzustellen, Bildungsangebote für Jung und Alt miteinander zu vernetzen und damit zu sichern, sowie Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen in den ländlichen Gemeinden zu erhalten. Darüber hinaus sollten wir es uns als Land leisten, die kommunale Familie bei der Erarbeitung regionaler digitaler Agenten zu fördern. Um erstens damit vor Ort die Frage zu beantworten, welche Beiträge die Digitalisierung zur Gestaltung unserer Zukunft leisten kann. Und zweitens die Menschen beim Finden digitaler Lösungen für lokale Herausforderungen zusammen zu bringen. Gesunde Menschen und eine gesunde Erde fördern wir auch, wenn wir bei der Mobilität die Alternativen zum Auto stärken. Dazu gehören für mich zum Beispiel die Taktverdichtung funktionierender Buslinien, weitere stillgelegte Bahnstrecken zu reaktivieren, die Ausweitung von Carsharing-Konzepten auf dem Land wie das Dörps-Mobil, Mitfahrbänke, Sammeltaxen, Anruf- und Bürgerbusse. Zusätzlich möchte ich durch den massiven Ausbau von Fahrradinfrastrukturen und die Verknüpfung des Radverkehrs mit Bus und Bahn gerade auch in ländlich geprägten Regionen nicht nur das Klimaschützen, sondern auch den Schutz und die Stärkung der Gesundheit der Menschen fördern. Dagegen strebe ich ein Moratorium für den Bau neuer Straßen in Schleswig-Holstein an. Eine weitere Versiegelung von Flächen für Autos ist nicht mehr zeitgemäß. Letztendlich möchte ich erreichen, dass wirklich alle Menschen an Mobilität teilhaben können. Gesellschaftliche Teilhabe in ländlichen Räumen setzt vor allem Teilhabe an Mobilität voraus. Als Abgeordneter möchte ich meinen Traum von einem Klimaticket nach österreichischem Vorbild für Schleswig-Holstein und die norddeutschen Bundesländer verwirklichen. Damit kann man mit einem Ticket ein Jahr alle Linienverkehre im ganzen Land nutzen. Weiterhin setze ich mich ein für die Umsetzung einer sozial-ökologischen Landwirtschaft, weil wir auch damit die Böden und die belebte Welt darüber, und dazu gehören ja auch wir Menschen, gesunder gestalten. Dazu gehören für mich die Ziele, die ökologische Anbaufläche bis 2030 zu vervierfachen, die Nutztierhalter umzubauen für mehr Tierwohl und für alle Menschen einen sozial gerechten Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu schaffen. Und schließlich ist Naturschutz für mich seit meiner Jugend, ich bin seit 16 im NABU tätig, eine Herzensangelegenheit. Deshalb setze ich mich für eine konsequente Umsetzung der Biodiversitätsstrategie ein, der Natur wieder mehr Raum geben, zerstörte Ökosysteme neu schaffen und vernetzen, beispielsweise die Wiedervernässung von Hochmooren vorantreiben, auch um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Auch das trägt zum Klimaschutz bei und zu einer gesunden Erde für gesunde Menschen. Gesunde Menschen erreichen wir aber nicht nur durch eine gesunde Atmosphäre und eine gesunde Biosphäre. Voraussetzung ist auch ein gesundes, soziales Miteinander. Auch dafür setze ich mich ein. Ich habe so richtig Lust, im neuen Landtag, in der größten grünen Fraktion, die der Schleswig-Holstein-Landtag je gesehen hat, unsere vielfältigen grünen Themen in Stadt, Land, Schleswig-Holstein, zu kommunizieren und umzusetzen. Deshalb trete ich an und bewerbe mich um Listenplatz 18. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimmen. Ich freue mich auf einen gesunden, ehrlichen und kraftvollen Wahlkampf mit euch. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank dir, Stefan. Das war top in der Zeit. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch nochmal alle daran zu erinnern, dass ihr Fragen stellt. Die könnt ihr über Antragsgrün einreichen. Uns liegen zwei Fragen vor, aber das sind ja auch eine Menge Kandidaten. Wir haben jetzt noch zwei weitere Kandidaturen, die sich uns vorstellen. Als nächstes kommt Knut Such. Und im Anschluss bereit machen in der Halle kann sich dann schon mal Georg Wilkens. Knut, komm aus den Untiefen des digitalen Raums zu uns. Ich schwinke so lange in die Kamera für meine Kinder. Das ist eine gute Gelegenheit. Rasmus, sing mal ein Lied. Wir haben Knut gefunden. Wunderbar, Knut, dann kannst du loslegen. Du bist noch stumm gestaltet, kriegen wir gerade mitgeteilt. So, jetzt solltet ihr mich aufhören. Jawohl, lege ich los. Du hast acht Minuten. Ja, dankeschön. Moin. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Knut Such. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, elf und zwölf. Vom Beruf bin ich Mediator und Journalist. Aktuell bin ich Hausmann und Bürgermeister der Sachsenwald-Gemeinde Aumühl. Eine Gemeinde mit 3.300 Einwohner. Außerdem bin ich Direktkandidat für den Wahlkreis 35, Herzetum Lauenburg-Süd. Vor gut zehn Jahren hatte meine Partnerin und ich uns entschieden, Pflegekinder bei uns aufzunehmen. Ein fast zweijähriger mit seiner einjährigen Schwester aus schwierigen Verhältnissen wurde von heute auf morgen Teil unserer Familie. Alles änderte sich. Ich gab meine Berufe auf und kümmerte mich fortan um Kinder und Hausamt. Statt in Redaktionssitzungen saß ich plötzlich in Windelbergen und Bleiwüsten. Mein Tag bestand aus Windeln wechseln, waschen, kochen, putzen und mich um die Bedürfnisse der Kinder. Ja, das tun Millionen andere auch, ich weiß. Aber als Hausmann in den Runden der Mütter war ich immer noch ein Exot. Ob beim Sport, bei Therapien oder Kindergarten. Fast immer sind es noch die Frauen, welche ihre Kinder dorthin begleiten. Ich für meinen Teil kann sagen, ich möchte diese Erfahrungen nicht missen. Liebe Väter, macht es bitte genau wie ich. Nur dafür, weiß ich, müssen wir die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen schaffen. Das ist mir wichtig. Als die Kinder in die Kita kamen, hatte ich wieder ein paar Stunden für mich. Der Vereinsverstand des Montessori-Kinderhauses suchte neue ehrenamtliche Vorstandsmitglieder für den Trägerverein. Gemäß meinem Motto, nicht meckern, sondern machen, stieg ich ein. Eine Kita mit 60 Kindern ehrenamtlich zu betreiben, ist schon sportlich, kann ich euch sagen. Vier Jahre wurden daraus. Umso mehr schmerzt es mir jetzt, dass die aktuelle Kita-Reform zur Folge hat, dass es diese ehrenamtlichen Trägerschaften in Zukunft nicht mehr geben wird. Das müssen wir grün in der Regierung ändern. Als ich ein paar Jahre zuvor, im Jahre 2009, den grünen Ortsverband Sachsenwald mitbegründet hatte, ging es mir damals lediglich darum, in meinem neuen Heimatort Aumühle auch grün wählen zu können, so wie ich es aus Berlin und Hamburg gewohnt war. Es kam anders. Mit der Wahl 2013 zog ich mit einer Parteifreundin erstmalig in die Aumühler Gemeindevertretung ein. Nun hieß es auch hier, nicht meckern, sondern machen. Als Sprecher des OV Sachsenwaldes und Fraktionssprecher in Ormühle sammelte ich die nötige Erfahrung in kommunalpolitischer Arbeit. Im Jahr 2014 übernahm ich die Geschäftsführung unserer Kreissatisfraktion und erweiterte damit mein politisches Wirken erstmals über die Gemeindegrenzen hinaus. Zwei Jahre später kam die Geschäftsführung unseres Kreisverbandes interimsmäßig dazu. Im gleichen Jahr noch rückte ich in den Kreistag nach. In der darauffolgenden Kommunalwahl 2018 konnte ich dieses Kreistagsmandat verteidigen. In der Gemeindevertretung konnten wir die Anzahl unserer grünen Sitze mit fünf mehr als verdoppeln. Durch die Unterstützung der örtlichen Freien Wähler wurde ich mit großer Mehrheit zum ersten Bürgermeister Aumühler gegründet. Mittlerweile gibt es im Wahlkreis 35 drei grüne Bürgermeister. Diese Entwicklung hat zu einem Mitgliederanstieg in der gesamten Region geführt und uns viel Sympathien und Ansehen über die Parteigrenzen hinausgebracht. Diesen Rückenwind müssen wir auch auf Landesebene nutzen. Lasst uns um das Vertrauen der Menschen werben. Lasst uns um ihre Stimmen kämpfen. Um beide Stimmen. Erst- und Zweitstimmen. In meiner täglichen Arbeit als Bürgermeister erlebe ich immer wieder, woran es im Land arbeitet. Mein enger Kontakt und Austausch mit anderen Bürgermeisterkolleginnen aus verschiedenen Parteien bestätigen das. Die Gesetze, Verordnungen und Fördermaßnahmen des Landes gehen zu häufig an den Bedürfnissen der Kommunen vorbei. Die Umsetzung und Antragstellung ist oft zu kompliziert, umständlich und damit Zeitraum für die Verwaltung. Die Amtsverwaltung bei mir zu Hause betreut neben meiner Heimatgemeinde noch neun weitere Gemeinden. Für jede einzelne Gemeinde ist für jedes einzelne Projekt ein gesonderter Förderantrag zuständig. Wir müssen diesen Dschungel aus Fördermaßnahmen entfliehen. Stattdessen, schlage ich vor, sollten die Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt werden. Zum Beispiel in Klimaschutz oder Inklusion planungssicher zu investieren. Das Schüren von Förderpaketen für eine ganze Reihe von Maßnahmen könnte ein Weg sein. Fördergemeinschaften von mehreren Kommunen ein anderer. Denn wenn eine Kommune die energetische Sanierung ihrer Liegenschaften nicht durchführen kann, weil sie da aktuell kein Geld für hat, ist das eine Schande. Denn der Klimaschutz muss überall entstehen. Die Kommunen müssen voranschreiten bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude. Und den Umstieg auf erneuerbare Energie. Hierbei brauchen wir die Unterstützung von Bund und Land. Ich bin davon überzeugt, wenn wir zum Beispiel meine zehn grünen Bürgermeisterinnen, Kollegen aus Schleswig-Holstein, mehr gibt es leider im Moment noch nicht, an einen Tisch setzen würden, Um die größten Hemmnisse der kommunalen Arbeit zusammenzutragen, gäbe es sicherlich viele Übereinstimmungen. Es ist halt eine Sache, in Kiel Gesetze zu verabschieden, eine ganz andere, sie vor Ort auch durchzusetzen. Die Leistungskraft, die Landespolitik kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie nicht an die Kommunen vorbeigetrieben wird. Die Leistungskraft der kommunalen Selbstverwaltung hängt unweigerlich mit der Ausrichtung der Landespolitik zusammen. Starke Kommunen gibt es nur dort, wo die Landesregierung dies auch tatkräftig unterstützt. Hier sollte eine starke grüne Regierung mit den Amtsträgern vor Ort in ständigen Austausch stehen, um zielgenaue Entscheidungen zu erarbeiten und dem Land und den Städten und Gemeinden wirklich zu retten. Ich möchte Politik verständlicher machen. Auch wenn die politischen Entscheidungen, die wir treffen, in der Sache richtig sind, erklärt sich daraus noch nicht, dass diese auch so wahrgenommen werden. Sei es von der Presse, den politischen Gegnern, den Wählerinnen oder der eigenen Partei. Als Bürgermeister habe ich gelernt, das Handeln muss immer auch verständlich kommuniziert werden. Hier gilt es, Betroffene ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und sie frühzeitig einzubinden. Besonders, wenn man neue Wege geht oder unbequeme Prozesse anschiebt. Jede Entscheidung ist nämlich nur so gut, wie die Akzeptanz, die sie erfährt. Und dass wir vor riesigen Transformationsaufgaben stehen, ist uns als Grüne doch völlig klar. Alles muss dem Klimaziel untergeordnet werden. Sei es in der Mobilität, Energiewirtschaft, Landwirtschaft oder Industrie. Für mich steht das Einhalten des neuen Klimaziels und damit die Bewahrung unseres Planeten an erster Stelle. Die Menschen müssen verstehen, alles ändert sich. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben bereits viele tolle Kandidatinnen gewählt. Experten in Bildung, Recht, Landwirtschaft, Kultur und Migration für Klimaschutz, Gesundheit, Digitalisierung und Mobilität. Für Natur- und Tierschutz und für Finanzen. Lasst mich euer kommunales Gewissen sein. Ich bitte euch um euer Vertrauen und eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Knut. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die erste Schicht der GebärdendolmetscherInnen. Die sind nämlich jetzt fertig und haben hier seit heute Morgen Gebärdendolmetscht. Und zum Teil, wenn die Reden sehr schnell und sehr leidenschaftlich sind, dann ist das, glaube ich, nicht ganz einfach hinterherzukommen. Ich sehe hier hektische Bewegungen immer neben mir. Also hektisch sind die wahrscheinlich gar nicht. Aber das war eine Herausforderung. Und vielen Dank für eure Dolmetscher-Tätigkeit. Genau, deswegen haben wir da jetzt einmal kurz einen Wechsel und da hat sich der Nächste bereit gemacht und bereit machen kann sich jetzt auch Georg, der auch schon seit heute Morgen mit uns hier in der Halle sitzt. Georg, du hast jetzt das Wort und die Bühne. Georg Wilkens aus Fleckebüh. Das liegt zwischen Schleswig und Eckernförde an der Schlei. Bin Mitglied im Kreisverband und auch im Vorstand Rendsburg-Eckernförde und unter anderem auch im Sprechteam der LRG Energie. Und deswegen auch mein Glückwunsch an Ulrike, dass die schon mal drin ist auf der Liste. Ich bewerbe mich auf Listenplatz 18. Lange Zeit war ich dort alleine, weil alle auf die vorderen Plätze wollten. Dann kam Sebastian dazu und kurz vor dem Listenparteitag im Dezember noch Stefan. Wir drei standen zur Wahl. Nun drängen viele nach, die es zuvor noch nicht geschafft haben und wir sind, glaube ich, 10 oder 11, keine Ahnung, jetzt hier, auch egal. Aber was für ein Wahnsinnsbewerberinnen fällt. Das reicht mindestens für zwei Landtage. Und was für ein Stakkato von Parteiprogrammen und was wir alles wollen und auch nicht wollen. Ein Stopp hier für mich. Ich werde nicht versuchen, meine Punkte auf acht Minuten zu quetschen. Ihr könnt das in Antragsgrün ja ausführlich nachlesen und am Ende gerne auch Fragen noch dazu stellen. Es geht aber für uns alle erstmal darum, einen Wahlkampf zu gewinnen. Klar ist der innerparteiliche Diskurs wichtig und produktiv, aber damit alleine werden wir nicht neue Wähler auf unsere Seite ziehen. Und die brauchen wir. Nicht 15 oder 18 Prozent, wir brauchen 28 Prozent und eine grüne Ministerpräsidentin, um möglichst viel davon, von diesen Zielen wirklich umsetzen zu können. Dank an dieser Stelle nochmal ausdrücklich an unsere super Doppelspitze und auch an Monika, dass sie nochmal antritt für uns und damit haben wir eine echte Chance. Es geht nicht um die Verbotspartei oder um Belehrung der Wähler, sondern es geht um Möglichkeiten und Chancen. Klar sind Grenzen und Ordnungsrechte nötig. Wir müssen dieses vor allem dann aber jedoch auch durchsetzen. Aber nicht so viele Erzählungen zu, wogegen wir sind, lieber erzählen, welche Chancen und Möglichkeiten wir sehen. Gegen LNG Terminal. Es ist klar ein Auslaufmodell, aber vor allem nehmen wir uns damit die Chance dazu, die begrenzte seegängige Gewerbefläche für bessere Möglichkeiten zu nutzen. Multipurpose Hafen, Wasserstoffumschlag, da gäbe es noch einiges andere. Klar gegen die A20. Um Segeberg nach oben führen, wo sie nun mal da ist und an die A21 maximal noch an die A7 als Verhandlungsmasse anschließen. Aber dann die LNG-Fähre Brunsbüttel-Cuxhaven, leider hat sie gerade Insolvenz angemeldet, als bessere Alternative unterstützen und stärken. Meine Papiere noch gar nicht rausgenommen hier. 150 Kilometer Ersparnis für Lkw und dafür Bundes- und Landesstraßen ertüchtigen, gegebenenfalls auch teilweise dreispurig, um Lkw zu verholen, aber dann auch gleich eine vierte Spur extra für Fahrradfahrerinnen. Wie viele Fahrradwege und auch Instandsetzungen, Verbreiterungen ließen sich mit den eingesparten Milliarden herstellen. Echte, nicht nur weiße Striche auf den Straßen für Kraftfahrzeuge. Nötig sind neue Stromtrassen, zum Beispiel von Heide nach Schweringen oder auch Gasleitungen, dann aber nur noch für Wasserstoff. Wo es Sinn macht, diese nutzen, um die eh befestigten Flächen als breiten Fahrerschnellweg zu nutzen, mit PV-Überdachten vielleicht, gegebenenfalls für selbstfahrende Busse oder auch für On-Demand-Systeme mitnutzen. Und dies bitte auch neben den Bahngleisen mitdenken, auch gerade die, die wir jetzt vielleicht aktivieren wollen. Dies nur als Beispiel zur Veranschaulichung von dem, was ich meine. Aber noch wichtiger, wir müssen die Menschen da abholen, wo sie stehen, mit ihren Ängsten und Sorgen, aber auch mit ihren Hoffnungen und Wünschen. Es geht vor allem um Vertrauen dabei. Die Menschen haben ihre eigenen Aufgaben und Sorgen, gerade in Corona-Zeiten. Sie sind auch teilweise überfordert mit der Bewertung der Absichten und Programme. Sie geben uns ihre Stimme, weil sie hoffen oder denken, dass wir in ihrem Sinne entscheiden und den besten Weg für unser Land, für die großen Herausforderungen unserer Zeit finden und auch gehen werden. Hier genau ist es wichtig anzusetzen, uns auf die Wähler und Bürger einzustellen. Auch auf die, die uns bis jetzt noch nicht gewählt haben. Und auf Augenhöhe und in Respekt ihnen zu begegnen. Ihnen zu zeigen, dass wir ihre Lebenswirklichkeiten sehen, bestenfalls auch wirklich kennen und uns eben nicht darüber stellen. Und genau um dieses Vertrauen werbe ich jetzt auch bei euch. Das Vertrauen in eurem Sinne, Politik zu machen in einer starken und vielfältigen grünen Fraktion. Ich bringe mit Erfahrung aus meinen Lebenswirklichkeiten, mit meinem Alter, meiner Selbstständigkeit im Handwerk und dort 25 Jahre aktiv auch im Ehrenamt. Knapp mit Geld kann ich sagen, knapp mit Geld sein kenne ich auch gut, dem Leben im ländlichen Raum, habe aber auch in Städten gelebt und schon in den 70ern in Kiel an der CAU studiert. Ich bringe mit die Loyalität zur Partei, den Willen zu gestalten, auch mal quer zu denken und das mit Beharrlichkeit und frohem Mut. Außerdem bringe ich die Begeisterung vor allem dafür mit, zusammen mit den jüngeren und ganz jungen Bewerberinnen hier einen starken und vielfältigen grünen Fraktion für unsere Ziele zu streiten. Ich finde, ein älterer, etwas querdenkender, lösungsorientierter Handwerker würde gut passen in das tolle Team und auch in den Landtag. Deshalb bitte ich gleich um eure Stimme, aber erst mal auch um eure Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's schon. Vielen Dank, Jörg. So, das waren jetzt alle Vorstellungen. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Uns liegen aktuell, oh, da kommt noch eine dazu. Gerade, wunderbar. Uns liegen jetzt zwei, vier Fragen vor. Ich fange mit den zwei Fragen von Frauen an. Das erste ist Uta Bergfeld. Die fragt an Sebastian. Wie kann Digitalisierung bei der Energiewende helfen? Was muss da passieren? Und die zweite Frage kommt von Anne-Dore Kranz an Knut. Hast du weitere Themen, die du im Landtag umsetzen möchtest, neben den Nöten der Kommunen? Dann haben wir noch zwei Fragen von Männern. Einmal von Martin Drees aus dem KV Plön. An Christian. Lieber Christian, liebe alle. Ah, das ist nicht nur an Christian, sondern an alle gerichtet. Also nochmal, die Frage richtet sich an alle. Wie möchtest du dem Fachkräftemangel in den Bereichen Gesundheit und Soziales begegnen? Und die letzte Frage von Gerd Weichelt, auch an alle. Was wollt ihr im Landtag machen, damit bei Photovoltaik ähnliche landesweite Vorgaben beziehungsweise Planungen gelten, die die bisherige, teilweise regionale Kirchturmpolitik gegen den Ausbau verhindert? Wir rufen euch jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder auf. Alle Kandidaten, die sich heute zum ersten Mal vorgestellt haben, haben zwei Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Alle, die sich beim letzten Mal schon vorgestellt haben, haben eine Minute Zeit. Und diejenigen, die keine, ah ne, das sind aber auch Fragen an alle. Das entfällt dann. Dann fangen wir jetzt an mit dir, Georg. Du darfst als erstes antworten. Du hast dich heute zum ersten Mal vorgestellt. Deswegen kriegst du jetzt zwei Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Okay, ich will vielleicht einen Punkt vorweg schicken, weil ich wurde gerade angesprochen, dass ich den Besuch Querdenken benutzt habe, aber ich habe ihn ganz bewusst benutzt, weil Querdenken ist ja nicht grundsätzlich negativ. Wir haben im Moment die Querdenker-Szene, die weiß ich was für eine Geschichte in die Welt bringen. Aber kreativ zu sein, quer zu denken, mal einfach von einem anderen Blickwinkel auf Probleme zu achten, das ist für mich Querdenken und mit den anderen habe ich wirklich nichts zu tun. So, wirksam Digitalisierung für die Energiewende, soweit ich das jetzt eben noch mitbekommen habe, weil da war ich ein bisschen abgelenkt. Natürlich ist das gerade eine super Chance, weil mit den erneuerbaren Energien müssen wir ja gucken, dass wir die verschiedenen Bereitschaften oder die verschiedenen Energien, die gerade anliegen, versuchen zu steuern. Das war früher, hat man eine Stromleitung im Haus gehabt, einen Zähler gehabt, am Ende des Jahres wurde abgerechnet, das war es. Und wenn wir intelligent das, was wir alles im System haben, inklusive Speicherkapazitäten, inklusive Elektrofahrzeuge, wenn wir das intelligent steuern wollen, brauchen wir Digitalisierung, ohne geht es nicht. Und da haben wir auch noch einiges aufzuholen, weil auch wenn wir den Verbrauchern verschiedene Preise anbieten wollen, damit sie mitarbeiten, dass sie auch motiviert sind, dann den Strom zu nehmen, wenn er da ist und nicht gerade dann, wenn alle ihn brauchen, dafür brauchen wir Möglichkeiten, die können wir nur digital bereitstellen. Technisch ist das ja alles vorhanden. Wir können alle Zähler haben, die das irgendwie zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Leitungen ansteuern, nur wir müssen es halt tun. Das ist die eine Baustelle. Fachkräftemangel, Gesundheit ist jetzt nicht mein Thema. Ich würde eher über Fachkräftemangel im Handwerk reden können und wie wir da gegensteuern, da haben wir auch noch eine ganz schöne Aufgabe vor uns, die Handwerker einfach zu uns zu holen, zu den Grünen. Und das wäre so ein Thema, was ich mit in den Landtag integrieren wollte, weil ich aus dem Handwerk kommen, da wirklich aktiv war und die ganzen Kontakte noch habe. Aber in, okay, Gesundheit, gut, lasse ich jetzt mal aus, aber die Verhältnisse da müssen sich ändern, sonst wird es nie was. Und der letzte Punkt war Photovoltaik. Deine Zeit ist abgelaufen. Okay, ich bin wieder weg. Dankeschön für deine Antworten. Dann darf jetzt als nächstes sich bereit machen, Knut Such. Du hast dich heute auch zum ersten Mal vorgestellt, deswegen kriegst du jetzt auch zwei Minuten, um die Fragen zu beantworten. Ich sage nochmal die Fragen. Ah, du bist schon bei uns. Wunderbar. Okay, Knut, du hast die Fragen mitbekommen? Ja, so halbwegs. Soll ich halbwegs nochmal wiederholen, die Fragen, die an alle gerichtet waren? Also der Fachkräftemangel in den Bereichen Gesundheit und Soziales, wie dem begegnet werden soll. Und die zweite Frage an alle. Was wollt ihr im Landtag machen, damit bei Photovoltaik ähnliche landesweite Vorgaben gelten, die die bisherige, teilweise regionale Kirchturmpolitik gegen den Ausbau verhindert haben? Und die letzte Frage, die nur an dich gerichtet war, war, hast du weitere Themen, die du im Landtag umsetzen möchtest, neben den Nöten der Kommunen? Und dafür hast du jetzt einmal zwei Minuten Zeit zu antworten. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst einmal, was meine weiteren Themen sind. Einmal ist es ein Thema, was ich tatsächlich je auf unserem Landesverteiltag noch gar nicht gehört habe. Und das sind unsere Senioren. Das ist letztendlich die größte Wählerschicht, die wir haben im Land. Und das sind die, die in Zukunft von uns auch bedacht werden müssen mit vernünftigen, zukunftsweisenden Konzepten. Ich bin sehr interessiert an allen, was alternative Lebensformen angeht. Wenn es um Generationshäuser geht, wenn es darum geht, dass man Arbeitszeitkonten macht mit jungen und alten Menschen. Die Verbindung zwischen alt und jung ist mir sehr wichtig. Das habe ich auch hier bei uns in der Gemeinde immer wieder gesehen. Es kann nicht sein, dass wir den Alten letztendlich Pflege angedeihen und das war es dann. Nein, wir müssen sie weiter in die Gesellschaft mit einbinden. Sie sind wichtige Ratgeber. Sie sind wichtige Multiplikatoren. Und deshalb wäre es mir wichtig, auf Landesebene die Seniorenpolitik noch mehr zu verstärken. Ist auch zu einem grünen Thema zu machen. Aber bis jetzt sehe ich es nur verankert bei den anderen etablierten Parteien. Wir sollten uns auch viel, viel stärker engagieren bei dieser Bevölkerungsgruppe. Denn sie ist in Zukunft die größte und wird ständig sozusagen für uns als demokratischer Wandel vor unseren Augen stehen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ein weiteres, da komme ich dann auch schon zur zweiten Frage, ist tatsächlich der Fachkräftemandel. Wir können noch so viele Gesetze veranlassen, die bestimmte Ausbaustandards oder sowas festlegen. Bestimmte Photovoltaikmengen. Wenn wir die Fachkräfte nicht haben, die das installieren, planen und bauen, werden wir es nicht schaffen. Das heißt, im Handwerk werden wir ganz extrem gegensteuern müssen in der Ausbildung. Die Berufsbildung muss von Grund auf erneuert werden. Wir müssen Quereinstieg leicht machen. All diese Geschichten werden wir auf den Weg bringen müssen. Von daher, wir haben bei uns in Aumühle schon angefangen, indem wir schon mittlerweile vier PIA-Stellen finanzieren, um den Fachkräftemangel in den Kindergärten zu beheben. Wir wollen uns für die Zukunft so aufstellen, dass wir genug Fachkräfte in den sozialen Arbeitsbereichen haben, genauso wie im Handwerk und in der Industrie. Das wäre mir wichtig. Zu den Planungsgeschichten Photovoltaik, da muss ich zugeben, das würde ich den Fachleuten überlassen wollen. Ich denke, da ist es auch ganz wichtig, dass man sich den Experten einholt. Du müsstest langsam zum Ende kommen. Deine Zeit ist um. Vielen Dank. Dann darf als nächstes jetzt Stefan Landsberg auf die Fragen antworten. Auch Stefan kommt jetzt zu uns. Genau, du hast zwei Fragen. Der Fachkräftemangel im Bereich Gesundheit Soziales und die Vorgaben zur Photovoltaik. Wir warten kurz. Ja, hallo. Ich glaube, ich bin zu hören und zu sehen. Ja, wunderbar. Das waren ja zwei Fragen. Die eine war von Martin zum Fachkräftemangel Gesundheitssoziales. Wie begegnen? Ja, wie begegnen? Ich denke mal, damit ist gemeint, Fachkräftemangel in Pflegeberufen, auch Pflege, Quatsch hier, Fachkräftemangel im Bereich Kita. Da haben wir auch einen Fachkräftemangel zu beklagen. Ich denke, wir könnten dem begegnen mit einer breiten Ausbildungsoffensive, dass wir die Menschen begeistern, die jungen Menschen begeistern, diese Berufe auch zu wählen und die Ausbildung zu machen. Dafür bräuchten wir natürlich eine gute Bezahlung auch, also auch eine Ausbildung, dass es schon attraktiv ist, aber eben auch nachher, wenn man nach der Ausbildung dann einen Pflegeberuf ergreift, ob das nun in der Altenpflege ist oder in der Krankenhauspflege, das muss einfach besser bezahlt werden. Das war jetzt auf Bundesebene ja immer wieder auch ein Thema im Zusammenhang mit Corona, dass die natürlich völlig überlastet sind. Ich glaube, ich bin ja schon über eine Minute hinaus. Ich muss die andere Frage auch noch einen Blick behalten. Das wäre so meine Antwort dazu. PV, ja, bisherige Kirchturmpolitik. Wie kann man das verhindern mit landesweiten Vorgaben? Also ich würde mir wünschen, dass es eine, eine von Landesseite eine PV-Pflicht geben würde auf neuen Gebäuden und zwar nicht nur auf privaten neuen Neubauten, sondern eben auch auf gewerblichen Neubauten. Da müsste man anfangen. Wir haben in Schönkirchen ein neues Gewerbegebiet, wo zum Beispiel es keine Mehrheit gab, in diesem kommunalen Gewerbegebiet die Firmen zu verpflichten, Photovoltaik zu nehmen. Zum Teil funktioniert das ja auch so, aber da würde ich mir wünschen, dass da von Landesseite auch noch mehr Vorgaben kommen. An Verkehrstrassen funktioniert das ja auch schon ganz gut. An Bahntrassen, an Autobahnen, da wird ja auch schon nicht Kirchturmpolitik betrieben, sondern da wird ja auch schon fachübergreifend und zusammenhängend gedacht. Da würde ich mir wünschen, dass wir da als Land noch offensiver vorangehen. Ja, das vielleicht, ich bin glaube ich sowieso fast an der Zeitsgrenze, von daher, das war's. Danke. Wunderbar. Vielen Dank, Stefan. Dann darf jetzt als nächster Gazi antworten. Du musst dich noch mehr beeilen, weil du nur eine Minute hast, um die Fragen zu beantworten, die beiden. Und bereit machen danach kann sich schon mal Luca, der auch schon mal für eine Minute trainieren darf. So ist die Minute dran. Danke, dass ich die Fragen beantworten darf und dass ich immer eine Minute bekomme. Ich zur Frage des Fachkräftemangels in Gesundheit und Soziales. Also natürlich müssen wir Anreize schaffen. Das sagt man immer, wenn Leute Jobs kriegen sollen, wir müssen Anreize schaffen durch mehr Geld. Wir müssen deswegen die ganzen Bereiche mehr wieder in die Verstaatlichung hineinholen, weg aus der Privatisierung, um die Löhne so zu gestalten, dass Familien davon ernährt werden können, dass es nicht mehr nur halbe Stellen sind. Das ist auch wirklich anreizbar ist, dort in diesen Bereichen zu arbeiten. Wir müssen den 6K-Verbund stärken, die kommunalen Kliniken stärken und besser ausstatten, um zu stärken. Das sind Jobtickets für die Menschen, die sich da beschäftigen. Wir müssen eventuell wieder auch über ein verpflichtendes soziales Jahr reden. Mir hat es wahnsinnig geholfen. Das bringt die Menschen näher ran an diesem Beruf, erhöht die Attraktivität dieses Bereiches. Man lernt vor allem die Menschen kennen, die sowohl in diesem Bereich arbeiten oder auch von diesem Bereich profitieren. Für die anderen Frage zu Photovoltaik muss ich leider sagen, das ist nicht mein Fachbereich. Ich habe Kompetenzen in anderen Bereichen, vor allem im Sozialen, in der Vielfalt. Für Photovoltaik gibt es ganz, ganz viele andere Fachmenschen. Aber ich finde, wir können einfach nach Frankreich gucken und sagen, packt einfach mal überall Solaranlagen drauf auf die Dächer. Das ist verpflichtend und man kommt damit nicht raus. Aber ansonsten ist wirklich die Energiepolitik nicht mein Schwerpunktthema. Ich bitte euch, das zu verzeihen. Da gibt es andere tolle Menschen, die das richtig gut machen, denen ich die Arbeit anvertraue. Vielen Dank, Gazi. Vielen Dank dir. Dann darf jetzt Luca innerhalb einer Minute antworten. Luca Brunsch. Ja, vielen Dank für die Fragen. Bei PV, also einmal, wir wollen keine landesweit einheitliche Planung durch das Land haben wie bei Windkraft. Da haben wir uns bewusst beim Wahlprogramm auch gegen entschieden. Weil wir das juristische Gewirke, das wir mit der Windkraft erleben, mit PV uns zurzeit nicht antun wollen. Dafür geht es zurzeit diese Kirchturmpolitik verhältnismäßig gut genug. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann müssen wir natürlich gegebenenfalls nochmal gucken und nachsteuern. Wir wollen Handreichungen machen zur Frage, wie können wir PV-Ausbau auf der Freifläche und Biodiversität besonders gut zusammenbringen. Und auch zu so Fragen wie Agri-PV, also PV auf landwirtschaftlichen Flächen. Insofern kann dort das Land etwas machen. Und wir wollen natürlich eine Bauflicht auf Landesebene machen. Und zwar nicht nur für Photovoltaik, sondern auch für Solarthermie. Das ist mir ganz wichtig, wie gesagt, vergesst die Wärmewende nicht. Und zwar nicht nur im Neubau, wie das jetzt auf Bundesebene geplant ist, sondern eben auch bei Sanierungen im Bestand und beim Eigentumsübergang. Also zum Beispiel, wenn Häuser verkauft werden. Das brauchen wir ganz, ganz dringend, sonst kriegen wir den notwendigen Ausbau nicht hin. Genau, das war deine Minute. Weil ich vorhin einige Nachrichten bekommen habe von unserer Seite nochmal der Hinweis, der Stream mit dem Gebärden-Dolmetschen läuft über die Seite der Grünen SH. Das ist nicht der YouTube-Stream. Und wenn ihr auf die Seite der Grünen SH geht, sind da zwei Streams. Und es ist der zweite, in dem Gebärden gedolmetscht wird. Jetzt kommt die letzte Antwortrunde. Das ist Sebastian Bonau. Du hast zwei Minuten, um die Fragen zu beantworten. Nochmal zur Erinnerung. Es gab die Frage Fachkräftemangel, Gesundheit Soziales, Photovoltaik. Und es gab an dich die Frage die Digitalisierung der Energiewende. Ja, danke Nina. Ich beantworte die Fragen von hinten nach vorne. Das heißt, ich fange mit Gerds Frage an zu den landesweiten Vorgaben. Ja, ich gehe ein bisschen auf das, was Luca gesagt hat. Vielleicht sind die landesweiten Vorgaben eher ein Problem. Dennoch können wir als Land natürlich Anreize setzen. Welche Anreize können wir setzen? Wir können Fördermittel für öffentliche Gebäude ausgeben. Das heißt zum Beispiel Sporthallen. Es gibt so viele Sporthallendächler in Schleswig-Holstein, wo kein PV drauf ist. Warum nicht? Es gibt Orte in Deutschland, die haben das vor Jahren gemacht. Die zehren heute davon, dass Sportvereine, die diese Hallen nutzen, quasi keinen Mitgliedsbeitrag mehr nehmen. Das gesamte Dorf ist im Sportverein, weil es kostet nichts. Alle Kinder können teilhaben. Das ist total super. Ich glaube, dahin müssen wir gehen. Wir können auch Anreize schaffen. Wir haben hier im Kreis Schleswig-Flensburg einen PV-Park jetzt, der einfach auch auf Biodiversität geachtet hat. Und wir müssen bei solchen Lösungen dann nicht in solche Diskussionen gehen, wie wir es in Prunsdorf machen mussten, im Kreis Segeberg, wo gesagt wurde, die Landwirtschaft wird kaputt gemacht, dadurch, dass da PV hingestellt wird. Und ich glaube, da müssen wir einfach zeigen, Anreize setzen, wenn wir es gut auch gestalten, dann bekommen wir das auch hin. Das ist, denke ich, der richtige Weg. Und wir müssen die Überbauung von eh bereits versiegelten Flächen wie Parkplätzen fördern. Das ist Fläche, die wir direkt nutzen können. Die ist, glaube ich, gut zu nutzen. Ganz kurz zu Martin, zu dem Fachkräftemangel. Ich denke, dass wir mit bezahlter Ausbildungsförderung mal anfangen sollten. Meine Frau ist Erzieherin und hat einfach die gesamte Ausbildung nicht einen Cent gesehen, unbezahlte Praktika und sowas alles. Das kann einfach nicht sein. Da müssen wir gucken, dass wir da rangehen. Und da müssen wir genau dahin, wo Gazi gesagt hat, wir müssen vielleicht auch einfach mehr öffentliche Einrichtungen wieder finden und erschaffen oder wieder entprivatisieren. Und in denen dann auch sowas wie Weiterbildungsmöglichkeiten, die Förderung der Weiterbildung da stärken, sodass Leute auch einen Anreiz haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt als Erzieherin, als SPA oder was auch immer in diese Einrichtung rein und kann mich danach weiterentwickeln, weil ich da auch gefördert werde. Ich denke, das sind gute Punkte. Kurz noch zu der Frage von Uta, wie kann Digitalisierung die Energiewende unterstützen? Ich glaube, wir müssen da vor allen Dingen Acht geben, was wir machen. Wir reden im Energiewende-Bereich auch mal viel von Smart Meter. Und Smart Meter kann nur so lange funktionieren, wie wir auch da offene Standards nutzen, die wir selber dann auch einsehen können. Und wo nicht ein Energieversorger uns sagt, das ist dein Smart Meter und was damit passiert, ist blöd. Marc Alsberg hat in seinem Buch Blackout das Ganze mal beschrieben, was passieren kann. Ich bin durch. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank dir für deine Antwort. Das waren jetzt alle Vorstellungen und die entsprechenden Fragen und Antworten. Wir fragen dann jetzt an der Stelle einmal noch, müssen wir noch mal fragen. Nee, wir fragen jetzt nichts mehr, sondern gehen in den Wahlgang. Wir haben die Kandidaten, die sich gerade vorgestellt haben in dem Wahlgang. Und darüber hinaus ist unsere Information, dass Nils Bollenbach erneut antritt. Christian Judith tritt erneut an. Christoph Bennet tritt erneut an. Klaus-Peter Jessen. Und Ralf Sonntag. Das ist eine lange Liste. Ich lese die gerne noch mal in Gänze vor, wie sie mir jetzt vorliegt. Wenn euch daran etwas auffällt, ihr seid die Kandidaten, meldet euch gerne. Mein jetziger Stand ist der folgende. Sebastian Bonau aus dem KV Schleswig-Flensburg. Luca Brunsch aus dem KV Kiel. Gasi Freitag, auch KV Kiel. Dann haben wir Stefan Landsberg aus dem KV Plön. Knut Such aus dem Herzogtum Lauenburg. Georg Wilkens aus Rendsburg-Eckern-Vörde. Nils Bollenbach aus dem KV Stormann. Christian Judith aus dem KV Schleswig-Flensburg. Christoph Bennet aus dem KV Lübeck. Klaus-Peter Jessen aus dem KV Pinneberg. Und Ralf Sonntag aus dem KV Pinneberg. Das sind die mir vorliegenden Kandidaturen. Ich sehe Nicken. Dann steigen wir jetzt ein in den ersten Wahlgang. Die Technik ist bereit. Der Wahlgang ist eröffnet. Der Wahlgang ist eröffnet. der zwei Jahren. Dann weg advancing weiter. Du bist wirst du unterwegs. Also, wir haben jetzt 118 abgegebene Stimmen. Wir würden jetzt noch ein Minütchen warten. Es ist schon spät, die Finger werden langsamer, die Liste ist lang. Mhm. 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 Gut. Da es noch Stimmen gibt, die eintreffen, warten wir das noch kurz ab. Ich würde den Wahlgang dann jetzt schließen. Der Wahlgang ist geschlossen. Dann haben wir jetzt ein erstes Ergebnis vorliegen. Das lese ich euch jetzt einmal vor. Das ist Christoph Bennett, hat zwei Stimmen erhalten. Sebastian Bonau 22, Nils Bollenbach 16, Luca Brunsch hat 6 erhalten, Gasi Freitag 30, Klaus-Peter Jessen 0, Christian Judith 18, Stefan Landsberg 3, Ralf Sonntag 10, Knut Zuck auch 10, Georg Wilkins 5. Wilkins 5, es gab 0 Nein-Stimmen und auch 0 Enthaltungen. Das heißt, wir gehen in einen zweiten Wahlgang, an dem dürfen alle teilnehmen, die über 10% erreicht haben. Auch das verlese ich jetzt einmal. Das ist Sebastian Bonau mit 18,03%. Nils Bollenbach hat 13,11%. Gasi Freitag hat 24,59%, Christian Judith hat 14,75% und das war's. Für diese wird jetzt ein zweiter Wahlgang vorbereitet. Die Technik ist bereit, ich eröffne damit den zweiten Wahlgang. Es ist ein zweiter Wahlgang, das ist ein zweiter Wahlgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang. Der Wahlgang ist geschlossen. Die Technik bereitet das Ergebnis vor. Das liegt uns jetzt vor. Wir haben keinen Kandidaten, der das erforderliche Quorum von 50 Prozent erreicht hat. Ich lese euch die Ergebnisse einmal vor. Das ist Sebastian Bonau mit 40 Stimmen, hat 32,5 Prozent. Nils Bollenbach hat 22 Stimmen und 17,89 Prozent. Gasi Freitag hat 42 Stimmen und damit 34,15. Christian Judith hat 18 Stimmen bekommen und damit 14,63 Prozent. Es gab 0,9 Stimmen und eine Enthaltung. In den letzten Wahlgang dürfen jetzt die beiden Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen gehen. Das sind Sebastian und Gasi. Dafür wird jetzt ein dritter Wahlgang vorbereitet. Der Wahlgang ist bereit. Dann bitte ich euch einmal um eure Stimmen. Danniones Jungs. instability, ja. Für das ist sicherlichутств gigantes pageant. Sehr schön. Vielen Dank. the David Giffner, die Argumacher, Die Argumacher, Vielen Dank. Wir sind jetzt bei 118 Stimmen, 119, deswegen würde ich euch auch hier nochmal eine Minute geben, das zu entscheiden. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, den Wahlgang zu schließen. Der Wahlgang ist geschlossen, dann haben wir jetzt ein Ergebnis. Wunderbar. Sebastian hat 69 der Stimmen erhalten und Gasi 51. Daher frage ich Sebastian, ob er die Wahl annehmen möchte. Ja, selbstverständlich möchte ich das. Vielen, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Gasi, ganz tolle Rede, die du gehalten hast. Und ich freue mich auch, Gasi, ich möchte euch trotzdem in den Arm nehmen von Glücksburg nach Kiel. Vielen Dank für die Stimme. Ich mache das alles super gerne. Wunderbar. Dann haben wir jetzt einen Platz 18 gewählt. Ich habe euch gerade noch zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltungsstimme vorenthalten. Die reiche ich jetzt der Vollständigkeit halber nach. Und jetzt macht Rasmus weiter mit dem nächsten Platz. Genau, das mache ich sehr gerne. Wir kommen dann jetzt auch gleich zu Platz 19. Uns sind bisher folgende Kandidaturen bekannt. Zum einen von Sina Clorius aus dem Kreisverband Schleswig-Flensburg, von Nadine May aus dem Kreisverband Pinneberg, Kerstin Hansen aus dem Kreisverband Dittmarschen und Annabelle Pescher aus dem Kreisverband Flensburg. Ich frage jetzt aber noch mal, da es ja sehr, sehr viele Kandidaturen auch am heutigen Tag schon gegeben hat und wir sehr viele Bewerbungen hier am System haben, ob es noch weitere Bewerbungen gibt. Ich würde das jetzt auch noch mal eine Sekunde abwarten, ob bei der Technik weitere Bewerbungen eingehen. Und kann euch aber schon sagen, dass die vier Frauen, die uns bisher als BewerberInnen vorliegen, sich alle ja schon vorgestellt haben. Und wir deshalb bisher, wenn jetzt nicht noch eine neue Kandidatur dazukommt, auch danach dann in den Wahlgang gehen, können wir keine Vorstellung mehr hören für Platz 19 und auch keine Fragen mehr für Platz 19 zulassen. Aber ich frage jetzt, ich kriege jetzt hier gerade noch mal Signale und darauf warte ich noch mal kurz. Okay. Okay, gut, gut, dass wir noch mal nachgefragt haben. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Kandidatur und das ist die Vera Telissi aus dem Kreisverband Nordfriesland. Auch sie hatte ja schon die Möglichkeit, sich vorzustellen auf einem vorherigen Platz. Das heißt, die Technik wird jetzt Vera mit aufgreifen. Und ich lese dann auch einfach noch mal alle Namen ganz ruhig vor, sodass wir das dann auch alles noch mal noch mal haben. Aber auch durch diese Kandidatur verändert sich die Situation nicht, dass wir jetzt gleich schon direkt auch in den Wahlgang einsteigen können. Ich lese euch jetzt noch mal vor, wer auf Platz 19 antritt. Zum einen ist das Sina Chlorius aus dem Kreisverband Schleswig-Flensburg. Dann ist es Kerstine Hansen aus dem Kreisverband Dittmarschen. Nadine May aus dem Kreisverband Pinneberg. Annabelle Pescher aus dem Kreisverband Flensburg. Und Vera Telissi aus dem Kreisverband Nordfriesland. Die Technik ist soweit. Wir sind es hier vorne auch. Das heißt, wir eröffnen den Wahlgang und ihr könnt jetzt abstimmen. Die Technik ist soweit. Die Technik ist soweit. Wir sind jetzt bei 110 abgegebenen Stimmen. Das bedeutet, dass wir noch etwas Zeit geben. Vielleicht schaffen wir das zusammen wieder über 120 abgegebene Stimmen zu kommen. Wir sind jetzt bei 115. Jetzt geht es noch mal nach oben. Das freut uns. Jetzt sind wir bei 121. Ich würde euch jetzt noch mal so 30 Sekunden geben. So, dann würde ich den Wahlgang schließen. So, okay. Wir haben das Ergebnis jetzt vorliegen. Ich lese euch jetzt erst mal vor, wie die Stimmenverteilung ist. Sina Chlorius hat 18 Stimmen erhalten. Das sind 14,63%. Kerstin Hansen hat 22 Stimmen erhalten. Das sind 17,89%. Nadine May hat 35 Stimmen erhalten. Das sind 28,46%. Annabelle Pescher hat 45 Stimmen erhalten. Das sind 36,59%. Und Vera Telissi hat zwei Stimmen erhalten. Das sind 1,63%. Mit Nein haben 0 Delegierte gestimmt. Und eine Delegierte hat sich enthalten. Da alle, die über 10% in diesem Wahlgang erhalten haben, noch mal antreten können, können für den zweiten Wahlgang jetzt noch mal antreten. Sina Chlorius, Kerstin Hansen, Nadine May und Annabelle Pescher. Wir gehen immer automatisch davon aus, das läuft ja den ganzen Tag schon so, dass die Kandidierenden mit mehr als 10% in den nächsten Wahlgang gehen. Wenn die Kandidierenden das anders sehen, müssen sie sich aktiv bei uns melden. Das vielleicht an dieser Stelle noch mal als Hinweis. Die Technik bereitet den nächsten Wahlgang vor. Und ich eröffne den Wahlgang. Okay, wir sind schon bei 120 abgegebenen Stimmen. Deshalb können wir das, glaube ich, gerade ein bisschen abkürzen. Ich gebe euch jetzt noch eine Minute Zeit, damit die Letzten auch noch ihre Stimme abgeben können. Und dann ermitteln wir das Ergebnis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, jetzt ist die Minute um und wir haben 126 abgegebene Stimmen, was ein sehr, sehr toller Zwischenstand ist und ich schließe hiermit den Wahlgang. Nadine May hat 50 Stimmen erhalten und ebenso hat Annabelle Pescher 50 Stimmen erhalten. Es gab eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Damit gehen die beiden Kandidatinnen mit den meisten Stimmen in die Stichwahl im dritten Wahlgang und es sind in dem Fall sehr eindeutig Nadine May und Annabelle Pescher. Die Technik bereitet das gerade vor und wir eröffnen den Wahlgang. Die Technik bereitet das gerade vor und wir eröffnen den Wahlgang. Die Technik bereitet das gerade vor und wir eröffnen den Wahlgang. Wir sind jetzt bei 120 abgegebenen Stimmen. Ich gebe euch noch eine Minute, um abzustimmen. ki ranks mal ein bisschen 아닌dem kann. ... ... Für alle, die jetzt vielleicht gerade aus der Kaffeepause kommen oder noch kurz was einkaufen wollen, nochmal kurz die Erklärung. Wir sind gerade im dritten Wahlgang im Fühlistenplatz 19. Wir haben gerade 122 abgegebene Stimmen. Ich habe vor 30 Sekunden gesagt, eine Minute habt ihr noch. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein paar Sekunden, um abzustimmen. Gut, da tut sich nicht mehr viel und die Minute ist um. Damit schließen wir den Wahlgang. Und wir ermitteln das Ergebnis. Ah ja, okay, das Ergebnis liegt uns vor. Wir haben 123 abgegebene Stimmen. Nadine May hat 66 Stimmen erhalten. Das sind 53,66%. Annabelle Pescher hat 52 Stimmen erhalten. Das sind 42,28%. Es gab drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Damit ist Nadine gewählt. Und ich darf dich fragen, liebe Nadine, ob du die Wahl annimmst. Ja, ich nehme die Wahl an und ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch hier aus dem Wissenschaftszentrum in Kiel. Wir kommen dann jetzt zur Listenplatz 20 und dafür darf ich das Wort dann wieder an Nina übergeben. Vielen Dank, Rasmus. Genau, wir steigen direkt ein in Listenplatz 20. Ich sage euch einmal, welche Kandidaturen uns da jetzt schon vorliegen. Das Erste, was mir vorliegt, ist die Kandidatur von Maik Torben Christen. Das ist auch eine neue Bewerbung, die wir noch nicht gehört haben. Im Anschluss, ah ne, die Reihenfolge sage ich euch später nochmal. Ich habe weitere Kandidaturen, die sich bereits im Dezember vorgestellt haben. Das ist Hauke Bruns, Falko Siering, Marc Rheinstein und dann habe ich die Nachricht erhalten, dass Nils Bollenbach erneut antritt, Wolfram Zetsche auf diesem Platz erneut antritt und Gazi Freitag. Und genau, ich gucke einmal durch den Raum, Georg Wilkens tritt auch erneut an. Dann würden wir jetzt, ne, das habe ich nicht gelesen. Einen Moment, gebt uns den mal eben kurz, wir kriegen noch ein paar Meldungen. Also, wir kriegen gerade das Signal, dass Christian Judit außerdem antritt. Wir kriegen noch mehr Nachrichten, beziehungsweise die liebe Dörter kriegt ganz viele Nachrichten. Auch Christoph Bennet tritt erneut auf 20 an, weil vorhin die Frage im Chat war, sage ich das schon mal an der Stelle. Alle, die sich heute schon einmal vorgestellt haben und das erste Mal heute angetreten sind, kriegen nicht erneut die Gelegenheit, sich vorzustellen, damit es vom Verhältnis ungefähr gleich bleibt. Der neuen Kandidatur würden wir gleich acht Minuten Zeit geben zum Vorstellen und denjenigen, die sich in Erinnerung rufen dürfen, vom letzten Parteitag, würden wir gleich vier Minuten geben. Liegen weitere Kandidaturen für Platz 20 vor? Wir gucken das noch mal eben nach, ganz in Ruhe. Hauke Bruns hatte ich bereits aufgerufen, das ist uns wichtig, dass da kein Fehler erfolgt. Ich kann die auch jetzt noch mal einmal vorlesen. Wir haben Mike Torben Christen, der sich gleich mit acht Minuten vorstellen würde. Wir haben Hauke Bruns, der sich mit vier Minuten gleich vorstellen könnte. Falko Siering, auch vier Minuten. Mark Rheinstein, auch vier Minuten. Und heute bereits haben sich vorgestellt Nils Bollenbach, Wolfram Zetsche, Gasi Freitag, Georg Wilkens, Christian Judith und Christoph Bennet. Ralf Sonntag wird mir noch reingerufen. Ralf Sonntag hat sich heute schon vorgestellt. Den ergänzen wir dann noch an unserer Liste. Liegen uns weitere Bewerbungen oder Rückmeldungen von den vorherigen Plätzen für die Wahl zum Platz 20 vor? Ich würde sagen Nein. Dann würden wir jetzt in die Vorstellungsrunde einsteigen. Als erstes darf sich Hauke Bruns noch mal mit vier Minuten vorstellen. Und wartet mal, die Dörte telefoniert und kriegt noch eine Rückmeldung. Hauke, warte noch mal ganz kurz. Okay, gut. Wir kriegen die Meldung, dass Wolfram Zetsche für den Platz 20 zurückzieht und dafür gleich auf Platz 22 noch mal antreten wird. Wir fangen jetzt in der Vorstellungsrunde an mit Hauke Bruns. Der wird jetzt einmal dazugeholt und bereit machen kann sich schon mal Mike Torben Christen. Der ist dann nach dran mit seiner Vorstellung. Hauke, du kriegst jetzt vier Minuten, wenn du bei uns bist. Ja, das klappt. Seht ihr mich? Könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Lege ich los. Prima, vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, zu meiner Person habe ich ja bereits Informationen in meiner schriftlichen Bewerbung ausführlich zur Verfügung gestellt. Ich freue mich aber trotzdem, dass ich heute noch einmal die Chance bekomme, mein politisches Schwerpunktangebot, was ich im Dezember auf dem LBT schon gemacht habe, noch einmal kurz vorstellen und in Erinnerung rufen zu dürfen. Mein Name ist Hauke Bruns. Ich bin 44 Jahre alt. Geboren bin ich und aufgewachsen bin ich in Kiel. Und nach meiner Ausbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesiologie und operativer Intensivmedizin und meiner fast über zehnjährigen Tätigkeit am Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein in Kiel, habe ich Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Gesundheit, Ökonomie und Marketing studiert. Ich trete heute erneut an, um der Pflege und der Gesundheitspolitik in Schleswig-Holstein und darüber hinaus Gehör zu verschaffen. Und ich glaube, hierfür braucht es mehr denn je starke Stimmen. Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie sollte einverdeutlicht haben, wie vulnerabel unser Gesundheits- und Pflegesystem ist. Bis 2030 fehlen je nach Szenario 130.000 bis 150.000 Pflegefachkräfte. Für Schleswig-Holstein bedeutet das ein Ersatz- und Nachfragebedingten Erweiterungsbedarf von zusätzlich 30.000 Vollzeitstellen alleine im ambulanten und stationären Pflegebereich. Schon heute beträgt die durchschnittliche Verweildauer einer ausgebildeten Pflegefachkraft im Beruf nur zwischen 8 und 13 Jahren. Die Bedingungen sind schlecht. Und das, obwohl Schleswig-Holstein Gesundheitsland ist. Die größten Arbeitgeber sind Krankenhäuser, Medizinproduktehersteller, Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. 180.000 Menschen, das sind 18,4 Prozent der Erwerbstätigen und jeder beziehungsweise jeder Fünfte in Schleswig-Holstein arbeitet somit in der Gesundheitswirtschaft. Und in den Parlamenten und Ausschüssen, wer macht da die Politik? Dort wird Gesundheits- und Pflegepolitik oftmals von Akteuren bestimmt, die kaum eine eigene Fachexpertise vorweisen können. Und ich finde, das muss sich dringend ändern. Auch Schleswig-Holstein steht in den kommenden Jahren vor großen pflege- und gesundheitspolitischen Herausforderungen. Die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum. Verbesserung der Arbeitsbedingungen und deutliche Lohnsteigerungen in den Pflegeberufen. Das Vorantreiben der Digitalisierung innerhalb der Gesundheitswirtschaft. Deckung der Personalbedarfe unter Berücksichtigung des demografischen, aber auch des Klimawandels. Und die Senkung des ökologischen Fußabdrucks des Gesundheitswesens selber, das ja auch Teil des Klimaproblems ist, um nur einige zu nennen. Was das Land bei all diesen großen Herausforderungen nicht gebrauchen kann, ist ein vollständig kollabierendes Pflege- und Gesundheitssystem. Wir müssen jetzt gemeinsam und vor allem mit Fachexpertive aus den betroffenen Berufsgruppen heraus geeignete Maßnahmen ergreifen, damit es nicht dazu kommen kann. Ich möchte gemeinsam mit einer starken grünen Partei und einer starken grünen Regierung meinen Teil dazu beitragen und bitte euch heute hierfür um euer Vertrauen in eure Stimme. Ihr könnt heute ein deutliches Zeichen für die Pflege setzen. Mir ist es ein Herzensanliegen und ich danke euch. Wir danken dir, Hauke. Vielen Dank für deine Vorstellung. Dann ist jetzt Maik Thorben Christen dran. Maik Thorben, du hast acht Minuten gleichzeitig vorzustellen. Und ich erinnere alle, die uns zuhören und abstimmen dürfen, daran, dass sie uns Fragen schicken dürfen zu den Kandidaten über Antragsgrün. Maik, du darfst sprechen. Schieß los. Moin. Ja, liebe Menschen, mein Name ist Maik Christen. Ich werde nächste Woche 30 Jahre alt, bin in Hamburg groß geworden und bin im Moment Rechtsreferant in Kiel und Mitglied im Ortsbeirat. Als ich 2017 aus dem hessischen Marmuth nach Kiel gezogen bin, um mein Examen zu schreiben, hatte ich damals vor allem auch gehofft, dass ich durch den Umzug den Teil meiner Familie öfter sehen kann, der in Dittmarschen lebt. Dabei hatte ich die Rechnung aber zum einen ohne Pandemie, aber vor allem auch ohne die Bahn gemacht. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass es so schwierig ist, mit der Bahn von der Ostsee zur Nordsee zu gelangen. Dazu kam noch der schlechte Zuschauer unserer Radwege hier, den wir wahrscheinlich alle zu gut kennen. Das hat mir den Anschluss gegeben, etwas ändern zu wollen. Und so bin ich im VCD, dem Verkehrsflub Deutschland, aktiv geworden und habe mich seitdem oft und regelmäßig zunächst auf kommunaler Ebene mit Verwaltung und Politik in den verschiedensten Gremien ausgetauscht. Seit September 2020 kümmere ich mich als Teil des Landesvorstands auch um landesweite Themen, vor allem um den Fuß- und Radverkehr und die Barrierefreiheit. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass unsere Kommunen häufig eigentlich viel mehr wollen und viel modernere Ansichten haben, als Landes- oder Bundesrecht zulassen. Und deswegen möchte ich gerade auf dieser Ebene Veränderungen herbeiführen, die wir auch schnell auf die Straße kriegen können. 2018 bin ich auch bei den Grünen in Kiel aktiv geworden. Und das nicht nur, weil ich bei Roberts Theaterstück 1918 auf der Niederdeutschen Bühne mitgespielt habe. Nein, die Grünen waren und sind für mich die einzige Partei, die die Gefahren der Klimakrise klar benennt und an konkreten Lösungen Interesse hat, in der weder Gazprom-Lobbyisten noch eine ominöse, unsichtbare Hand den Ton angeben, sondern allein der Wille darüber, unsere Erde und das Klima so zu schützen, dass auch die nächsten Generationen eine möglichst gute Zukunft vor sich haben. Wir sind auch die Partei, die stabil und konsequent gegen Rassismus und jede Art der Diskriminierung ankämpft. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass sich am 18. Januar der rechtsextreme Brandenschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Hafenstraße in Lübeck vor 26 Jahren gejährt hat. Einem Anschlag, bei dem zehn Menschen getötet und 38 weitere Menschen verletzt wurden und bei dem die Täter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Ich halte die Forderung der Gedenkinitiative für richtig, dass im nächsten Landtag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Denn die Opfer und Angehörigen haben ein Recht darauf, dass alles Mögliche getan wird, um diese Tat aufzuklären. Und so klar, wie wir als Partei konsequent gegen Ausgrenzung und Ungerechtigkeit eintreten, müssen wir auch weiter für eine sozial gerechte Klimapolitik kämpfen. Bei dieser sozial gerechten Klimapolitik ist mir und ja auch den Menschen im Land die Mobilitätswende ein ganz besonderes Anliegen. Wir haben heute schon gehört, wo die Probleme überall liegen. Es darf eben nicht mehr sein, dass Orte mit den Öffis kaum erreichbar sind, weil noch nicht einmal regelmäßig ein Bus fährt. Dass ich in der Stadt mit dem Fahrrad an den Rand gedrängt werde und ich auf dem Land ohne Auto quasi aufgeschmissen bin, weil zum Beispiel der Supermarkt auf der grünen Wiese die Läden im Ort pleite gehen hat lassen. Mobilität heißt Teilhabe. Aber unsere jetzige Infrastruktur diskriminiert Kinder, Frauen und Menschen mit Behinderung. Und es ist an die Bedürfnisse des Autos und nicht auf die Bedürfnisse von Menschen ausgelegt. Als Aktivist für die Verkehrswende habe ich mich in den letzten Jahren zu genau diesem Wandel zu einer menschenfreundlichen Mobilität eingesetzt und mich dabei mit vielen Aspekten der Verkehrswende auseinandergesetzt. Ich weiß, an welchen gesetzlichen und fachlichen Stellschrauben wir drehen müssen. Ich will mich dafür einsetzen, dass wir in Schleswig-Holstein eigene PlanerInnen ausbilden und einen modernen Standard für den Radwege- und Straßenbau entwickeln. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass wir ein Mobilitätswendegesetz beschließen. Darin müssen wir Ziele und Mittel festlegen, um die Mobilität in Schleswig-Holstein klimafreundlich zu gestalten. Damit wir nicht nur Energiewende Land Nummer eins sind, sondern damit wir auch Mobilitätswende Land Nummer eins werden. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das muss unser Anspruch sein. Und Stichwort Gesetze. Mir ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass wir im Land eine gerechte und moderne Justiz und eine gute bürgerinnenfreundliche Verwaltung haben. Lasse hat beim Parteitag im Dezember ganz richtig gesagt, der Kampf gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung und Verschwörungsmythen kann nicht nur durch Bildungsarbeit in den Schulen und Hochschulen passieren, sondern muss auf allen Ebenen stattfinden. Eine dieser Ebenen ist unsere Justiz. Grüne Justiz und Rechtspolitik heißt für mich vor allem, dass wir unseren freiheitlichen Rechtsstaat verteidigen und ausbauen. Dass wir für die selbstbestimmte Verwirklichung der Grundrechte eines jeden Menschen in allen Lebensbereichen einstehen. Es muss allen Menschen möglichst einfach gemacht werden, ihre Rechte in Anspruch nehmen zu können. Das heißt auch, dass sie darüber informiert werden, welche Rechte ihnen überhaupt zustehen und dass sie diese Rechte auch einfordern dürfen. Unabhängig von Herkunft, Vermögen, Alter, Behinderung oder anderen Merkmalen, die in unserer Gesellschaft zur Ausgrenzung führen können. Leider habe ich jetzt als jemand, der keinen Jura- oder Uni-Background vorher hatte, immer wieder erlebt, dass Menschen sich gerade wegen fehlendem Wissens oder Angst vor Behörden nicht trauen, ihr Recht durchzusetzen. Und damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Als Jurist in Ausbildung ist es mir auch ein besonderes Anliegen, dass wir unsere Justiz als attraktive Arbeitgeberin gut und modern ausstatten und angemessene Gehälter bezahlen. Die Justiz also fit zu machen für die Zukunft, indem wir sie mit genügend Personal und guter Technik ausstatten. Wir müssen jungen Menschen mit vielfältigen gesellschaftlichen Hintergründen überzeugen, dass sie gebraucht werden und dass sie auch willkommen sind. Außerdem müssen wir uns immer wieder klar machen, eine der Hauptursachen für Straftaten ist immer noch Armut. Die beste Verbrechensbekämpfung ist und bleibt daher die Prävention und nicht die Repression. Justizpolitik darf nicht erst ansetzen, wenn es zu spät ist, sondern muss im Vorfeld aktiv werden. Statt neuer Sicherheitsgesetze müssen wir vorrangig dafür sorgen, dass unsere jetzigen Gesetze auch durchgesetzt werden können. Das geht mit einer immer besser werdenden Polizei, die für alle BürgerInnen gleichermaßen da ist und in der Rassismus und menschenfeindliche Ansichten keinen Platz haben. Die auch weiß, dass rechtsextreme Ansichten sich hinter einer bürgerlichen Fassade verstecken können, die zwar vordergründig nach Liebe und Freiheit schreien mag, aber diesen Staat eigentlich in seiner Gesamtheit ablehnt. Liebe Menschen, es gibt noch so viele andere Themen, für die ich mich einsetzen möchte, dass wir den Justizvollzug reformieren, dass wir allen Obdachlosen eine Wohnung besorgen und Obdachlosigkeit beenden, dass wir unsere Verankerung in Europa und die Zusammenarbeit mit den Ostdea Staaten aufrechterhalten, auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Burkhard Peters hat auf dem Parteitag 2017 gesagt, es ist sinnvoll, einen erfahrenen Juristen in der Fraktion zu haben. Und ein Jurist auf zehn Abgeordnete ist, glaube ich, ein wirklich ganz gutes Verhältnis. Das heißt aber, denke ich auch, dass bei 20 oder mehr Abgeordneten, die wir ja werden wollen, zwei Juristen sinnvoll werden. Ich habe einen frischen Blick auf alle Bereiche der Justiz und habe gesehen, wo es hakt. Ich möchte gerne aus der Zivilgesellschaft in den Landtag und für eine gute Justiz und Verwaltung zu sorgen, um Diskriminierung zu bekämpfen, die Mobilitätswende hinzubekommen und die Fraktion juristisch zu unterstützen, damit wir die 20er Jahre weiter gut grün prägen können. Ich bitte euch daher, mich auf Platz 20 der Liste zu wählen. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Maik. Wir kommen dann jetzt zu den nächsten beiden Vorstellungen. Das ist als nächstes Marc Rheinstein. Und bereit machen für die Vorstellung danach kann sich schon mal Falko Siering. Ihr habt beide jeweils vier Minuten und ich erinnere noch mal daran, dass uns auch Fragen eingereicht werden dürfen, trotz der fortgeschrittenen Stunde. So, ich sehe eine Kachel. Marc, bist du's? Ja, also ich bin da. Wunderbar. Dann leg ich los. Du hast vier Minuten Zeit, um dich vorzustellen. Super. Moin. Ich bin Marc, 44 und seit 2008 im Energiebereich mit meinem Ingenieurbüro tätig. Vor knapp einem Jahr bin ich an Bord des Parteibootes gekommen und Awareness für meine Person geht daher in erster Linie exklusiv über diesen Kanal, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Und daher bedanke ich mich schon jetzt für die Möglichkeit, nochmals vier Minuten reden zu dürfen. Recht herzlich. Ich habe eine große Sehnsucht nach einer Politik, in der Menschen mit Lebenserfahrung, mit Lust auf Entscheidungen und auch Mut, Dinge durchzusetzen, die unpopulär, aber für uns erforderlich sind. Dazu braucht es Kompetenz und auch Rückgrat. Wir reden gerne viel von vernetzten Denken und systemischen Ansätzen, die erforderlich sind, damit die richtigen Dinge richtig gemacht werden. Nur wer füllt diese Worthülsen tatsächlich mit Leben? Wer von uns bringt hierfür de facto eine Kompetenz mit ein, systemisch die Dinge vernetzt zu betrachten? Ich möchte Dinge verändern und bin der Meinung, dass wir auch in der Partei Veränderung brauchen. Strukturen, die nicht mit der Zeit gehen, sind irgendwann obsolet. Dazu gehört vernetztes Denken mit systemischer Betrachtung in die politische Arbeit zu integrieren. Seit circa 14 Jahren bin ich hier aktiv und in bisher 13 Workshopsitzungen letztes Jahr zum Thema BGE über Landkreis und Bundesländergrenzen hinweg habe ich das in politische Arbeit mit eingebracht. Apropos BGE, das allgemeine Interesse in der Partei hieran scheint seit meinem Eintritt letztes Jahr überschaubar zu sein. Neben geringen Teilnehmerzahlen in LRG-Sitzungen keinerlei Vertreter der grünen Jugend gibt es auch bisher niemand auf der Landesliste, der sich dezidiert diesen Themenkreis annimmt. Es ist toll, wenn Lasse sich stark dafür macht, keinen Strom für sozial schwache Haushalte abzuschalten. Das bekämpft ein Symptom und Symptombehandlung ist natürlich ein erster Schritt. Wir alle wissen, dass die Themen vielfältiger und tiefgründiger sind und von uns mehr Aufmerksamkeit in einem größeren Fokus verlangen, damit wir die Ursachen angehen können. Es gibt im Zuge der großen Transformation auch nicht nur eine Wende. Das Wuppertal-Institut spricht von sieben Wänden. Wir Grüne müssen Klimawandel und soziale Gerechtigkeit zusammendenken und vor allem das Feld soziale Gerechtigkeit prominenter nach außen hin thematisieren im Landeswahlkampf. Ich besetze das Feld vernetztes Denken, bringe über 20 Jahre Erfahrung aus dem Energiebereich ein, bin selbstständiger Unternehmer, kenne das Leid und Wohl und Wehe der kleinen mittelständischen Unternehmen und nehme mich im Themenkomplex, wie muss unser Sozialstaat reformiert werden, insbesondere dem BGE. Darüber hinaus möchte ich gerne die Initiative ergreifen, bei ausreichendem Interesse in der Partei die Gründung einer LAG vernetztes Denken voranzubringen. Dann können wir dieses so wichtige Thema langfristig und kontinuierlich in unsere politische Arbeit verankern. Wir sollten Worten auch Taten folgen lassen. Nehmt mich beim Wort, wenn ihr so seht wie ich und meine Kandidatur unterstützen wollt. Vielen Dank, dass ich eure Aufmerksamkeit hatte. Euer Marc, Grüße von der Westküste. Vielen Dank. Grüße aus Kiel zurück. Dann haben wir jetzt als letztes in der Vorstellung Falko Siering und nochmal an alle die Aufforderung, Fragen einzureichen. Falko Siering, du darfst dich jetzt einmal mit vier Minuten vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Falko Siering, ich komme aus der nordöstlichsten Ecke unseres schönen Landes. Von der Insel Fehmarn in Ostholstein. Letzte Woche hat es die größte Herausforderung meiner Region wieder in die Medien geschafft. Ein Teilbaustopp für die Baustelle zur festen Fehmarn-Beltquerung. Anlass war, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben hat, erst die Frage, um die zu zerstörenden Riffe zu klären, bevor Tatsachen geschaffen werden. Einen Tag später sagte Bernd Buchholz, dass die Riffe zu großen Teilen bereits zerstört sind. So geht das nicht. Wir als Grüne waren immer gegen dieses Projekt. Wir sind dafür angetreten, dass wenn dieses Wahnsinnsprojekt schon umgesetzt wird, dann bitte mit so wenig Schaden für Mensch und Natur wie möglich. Wir müssen vor allem jetzt, da die Bauarbeiten begonnen haben, unseren Blick auf dieses Projekt schärfen. Nur so können wir die Projektpartner zu vorausschauender und transparenter Umsetzung animieren. Diesen politischen Druck braucht es. Sonst werden wir unser Versprechen nicht halten. Ich bin Direktkandidat in meinem Wahlkreis in Ostholstein. Als dieser liegt mir vor allem das Land am Herzen. Im Land setzen wir die Energiewende um. Wir wollen noch besser werden und dafür müssen wir die genehmigenden Behörden entsprechend ausstatten. Und noch wichtiger, Konzepte fördern, die Bürger und Gemeinden proaktiv beteiligen. Im Land setzen wir auch die Agrarwende um. Die Landwirtinnen sind bereit, neue Wege zu gehen. Jedoch schaffen wir dies nur als Gesellschaft. Jeder muss sich auch an die eigene Nase fassen. Denn nur wenn die Verbraucherinnen mitziehen, schaffen wir die Wende. Das können wir im Land leisten. Und hier haben wir viel zu gewinnen. Doch um dies im Land zu schaffen, müssen wir uns auch um die Menschen vor Ort kümmern. Hierzu braucht es eine allgemeine Gesundheitsversorgung, die für alle in angemessener Zeit erreichbar ist. Für Schulen und Kitas muss auch weiter das Konzept gelten, kurze Beine, kurze Wege. Und individuelle Mobilität darf nicht erst starten, wenn man eine 2000 Euro teure Prüfung bestanden hat. Über die letzten Jahrzehnte ist für Schleswig-Holstein der Wirtschaftszweig Tourismus immer wichtiger geworden. Und die Pandemie hat auch ein stärkeres Bewusstsein für innerdeutschen Urlaub geschaffen. Aus klimapolitischer Sicht ist es sinnvoll, möglichst vielen Menschen einen wohnortnahen Urlaub zu ermöglichen. Doch Tourismus wirkt auf viel Konfliktpotenzial, wie der Antrag zum Speicherkook heute schön gezeigt hat. Auch die Menschen vor Ort sehen sich durch den wachsenden Tourismus immer neuen Herausforderungen gegenüber. So wurden allein in meinem Wahlkreis in der zurückliegenden Zeit drei Hotelprojekte durch Bürgerbegehren gestoppt. In vielen Gemeinden spricht man von Sylter Verhältnissen, da zunehmend Wohnraum für die heimische Bevölkerung fehlt. Und die Gemeinden schaffen es nicht allein, diesen Trend entgegenzusteuern. Daher müssen wir zur Bedingung in den Landesförderprogrammen machen, dass touristische Projekte auch immer einen Mehrwert für Mensch und Natur vor Ort mit sich bringen müssen. Nur so können wir das Potenzial nutzen und verlieren nicht weiter an Akzeptanz. Dafür möchte ich mich für euch im Land einsetzen. Ich möchte neue Wege, nicht irgendwann, sondern schnell. Das ist mein Antrieb, die Zukunft von Schleswig-Holstein, die Zukunft unserer Kinder. Dafür bitte ich, Falko Siering, um eure Unterstützung. Vielen Dank, Falko. Das waren die Vorstellungen. Genau, ich hatte vorhin möglicherweise was falsch vorgelesen, das korrigieren wir jetzt nochmal. Wolfram Zetsche tritt nicht auf Platz 20 an, das machen wir aber auch gleich nochmal, wenn ich die Abstimmung aufrufe. Der tritt auf Platz 22 an. Jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. Da liegen uns aktuell drei Fragen vor. Und ich beginne einmal mit der Frage von Vera Telisse aus dem KV Nordfriesland. Und zwar die Frage an Mark Rheinstein. Du sagst, Themen seien vielfältiger und tiefgründiger. Was meinst du damit? Also nochmal an Mark Rheinstein die Frage. Du sagst, Themen seien vielfältiger und tiefgründiger. Was meinst du damit? Dann haben wir die Frage von Matthias Albig aus dem KV Kiel. Die geht einmal an alle. Und was heißt Feminismus für euch in eurem politischen Alltag, lautet die Frage. Und eine letzte Frage. Eine nicht eine letzte Frage. Wir haben noch eine Frage gerade reinbekommen. Ich lese euch jetzt erstmal die dritte Frage jetzt vor. Iris Werner aus dem KV Rennsburg-Eckern-Vörde fragt Mike Torben. Was ist dein juristischer Blick auf das Begriffspaar Femizid versus Eifersuchtsdrama? Also dein juristischer Blick auf das Begriffspaar Femizid und Eifersuchtsdrama. Und die letzte Frage kommt von Nora Pfaff aus dem KV Stormann und richtet sich an alle. Was wirst du für den Feminismus in deinem Job als zukünftiger Abgeordneter tun? Das ist ja weitestgehend deckungsgleich mit der Frage von Matthias Albig. Ich wiederhole die nochmal, weil das vorhin mal zu Irritationen geführt hat oder vielleicht so schnell auch gar nicht immer zu notieren ist. Vera stellt die Frage an Marc Rheinstein. Du sagst, Themen seien vielfältiger und tiefgründiger. Was meinst du damit? Matthias stellt die Frage, was heißt Feminismus für euch in eurem politischen Alltag? Iris Werner stellt die Frage an Mike. Was ist dein juristischer Blick auf das Begriffspaar Femizid versus Eifersuchtsdrama? Und Nora stellt die Frage, was wirst du für den Feminismus in deinem Job als zukünftiger Abgeordneter tun? Wir rufen jetzt die Antworten in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge auf. Das heißt, als erstes darf Falko mit einer Minute antworten und bereit machen darf sich schon mal Marc mit ebenfalls einer Minute. Falko. Ja, was bedeutet Feminismus für mich im politischen Alltag? Ich bin Ortsverbandsvorsitzender hier bei den Grünen vor Ort auf Fehmarn und vor allem der letzte Mitgliederzuwachs hat auch viele junge Frauen bei uns in den Ortsverband hineingebracht und die sich halt auch engagieren wollen. Und für mich bedeutet das, dass es halt vor allem darum geht, in dieser kommunal dominierten Männerdomäne die jungen Frauen auch dazu zu animieren, sich dem zu stellen, sie durch viele Gespräche darauf vorzubereiten, dass sie keine Angst haben, sich hier auch mal durchzusetzen und auch mal Gehör zu verschaffen. Das ist für mich Feminismus im politischen Alltag vor allem innerhalb unseres Ortsverbandes, die Frauen zu stärken und zu animieren, hier auch wirklich auf die Plätze nach vorne zu gehen. Und vor allem für die Kommunalwahl wird das für uns natürlich auch sehr wichtig sein. Ja, die gleiche Frage noch bezogen auf mein politisches Wirken in Zukunft. Genauso möchte ich auch in Zukunft verfahren. Für mich als Mann gilt es auch häufig, sich zurückzunehmen, um auch hier und da den Frauen auch den Raum zu geben, sich zu entfalten. Und das möchte ich auch so weiter auf Landesebene dann gerne tätigen. Danke, Falko, das war eine Minute. Dann darf jetzt Marc auch mit einer Minute auf die Fragen antworten. Marc Rheinstein. Die Technik sucht dich und wird dich gleich finden. Es kann losgehen. Dann hast du eine Minute, Marc. Hallo, sieht man mich schon? Ja, du darfst loslegen. Okay, alles klar. Wenn du sprichst, dann läuft eine Minute los. Okay, wunderbar. Ja, Vera, vielen Dank für die Frage. Das war ja, was ist vielfältiger und tiefergehender gemeint hier bei den Themen? Ich sage mal, Thema BGE zum Beispiel. Wir können natürlich jetzt für mehr Stromkosten, für mehr Mobilitätskosten, für mehr Ernährungskosten immer einen Zuschuss machen an der einen und anderen Stelle. Nur am Ende wird es so kompliziert wie unser Steuersystem, fürchte ich. Ich bin Unternehmer und ich kann dieser Sache, dass wir eine einfache Lösung haben, indem wir den Leuten einfach eine Pauschale geben und ihnen das dann ermöglichen, teilzuhaben am Leben und den sozialen Frieden schützen, effiziente Verwaltungsprozesse haben und, und, und einfach was abgewinnen. Das meine ich mit, sie sind vielfältiger und, und da hängt noch so viel mehr dran, was wir gesehen haben bei unseren systemischen Untersuchungen für das Thema neue soziale Sicherungssysteme, auch natürlich das Thema Sicherheit, internationale Migration, finanzierbarer Wohnraum. Eine Minute ist leider sehr kurz. Vielen Dank. Ja, war kurz. Vielleicht unterhalten wir uns demnächst nochmal drüber. Wunderbar. Vielen Dank, Marc. Eine Minute ist wirklich wenig Zeit. Dann darf jetzt einmal Mike zwei Minuten antworten. Mike Torben Christen. Entschuldigt. Genau. Für die Technik ist das einfacher, wenn ich den vollen Namen sage. Das ist Mike Torben Christen. Und da er sich heute zum ersten Mal vorgestellt hat, bekommt er zwei Minuten, um zu antworten auf die Fragen, die an alle gingen. Und du hattest auch eine Frage, die an dich ging. Ja, ich bin zu hören und zu sehen, ja. Ich fange mal mit der Frage an, die direkt an mich gestellt wurde, bezüglich des juristischen Blicks auf die Wortwörter Femizid- und Eifersurztdrama. Und unabhängig vom juristischen Blick ist Eifersurztdrama ein völlig, ja, unpassendes, fast ekliges Wort für das, was eben passiert ist. Für einen Mord und dann häufig halt eben den Mord an einer Frau. Und diesen, das sagt ja, das Wort Femizid gerade, das hat durch die Endung, zeigt es, dass es ein Mord ist. Das wäre sozusagen der juristische Begriff. Aber Eifersurztdrama, Familiendrama, was man leider ja immer noch viel zu häufig hört und sieht, das sind einfach Begrifflichkeiten, die so verharmlosend sind und nicht sagen, was wirklich ist, nämlich, dass Gewalt gegen Frauen passiert ist. Zu den anderen beiden Fragen. Ja, gerade im Verkehrsbereich ist es ja leider vielfach so, dass das seit Jahrzehnten von Männern dominiert ist. Und ehrlich gesagt, mich nervt das auch. Wir haben diese männlichen Verhaltensweisen viel reden, wenig wissen. Und ich möchte aber vor allem in der Planung und in der Zukunft dazu kommen, dass wir die Sichtweisen von Frauen genauso aber wie von anderen Gruppen, die bisher nicht bedacht werden, mehr einbeziehen. Also die feministische Mobilitätswende, dazu gibt es ja auch AktivistInnen, die sich dafür einsetzen und das müssen wir wirklich auch umgesetzt kriegen. Generell ist Feminismus eine ganz klare Gesellschaftsaufgabe, die ich mir stellen will, der ich mich stellen will. Und ja, das wäre es erst mal soweit zu den Fragen. Vielen Dank, Maik, für deine Antwort. Das bringt uns jetzt zur letzten Antwort. Die Fragen darf jetzt noch einmal Hauke beantworten. Hauke Bruns, auch du hast eine Minute Zeit, um auf die Fragen zu antworten. Und wir warten, dass du zu uns kommst. Jetzt kannst du anfangen zu sprechen. So, ja, also für mich, ich komme ja noch aus einem Beruf, sage ich mal, der sehr frauendominiert ist. Die Pflege ist ja immer noch ein Bereich, in dem überwiegend oder zum größten Teil Frauen arbeiten. Das heißt, also Frauen sind in meinem ganzen Leben auch immer meine Vorgesetzten gewesen. Insofern habe ich also dieses gewohnte Geschlechtermusterdenken eigentlich nicht. Und dafür Sorge zu tragen, dass das auch in den Köpfen der allgemeinen Bevölkerung halt einfach sich so verankert, dass halt also eine über, also es ist eine, 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 diese Ungleichheitsbehandlung, zum Beispiel auch im Bereich des Verdienstes oder auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf irgendwie, dass das, dass das abgeschafft werden muss, dort dafür zu werben, klar zu machen, dass es keine Unterschiede mehr geben darf zwischen Mann und Frau und dass diese gewohnten Geschlechtermuster, dass man da einfach ausbrechen muss. Ich finde, da kann zum Beispiel auch eben der Pflegeberuf durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass dort das schon sehr gut gelingt. Und das würde ich gerne weiter transportieren. Okay, super. Vielen Dank für eure Antworten. Das war dann die Vorstellungsrunde. Dann kommen wir jetzt zum Wahlgang. Und weil ich vorhin einen Namen falsch vorgelesen habe, weise ich nochmal darauf hin, dass Wolfram Zetsche nicht auf Platz 20 antritt, sondern er ist auf Platz 22. So, soll ich die jetzt alle nochmal vorlesen? Gut, dann steigen wir jetzt ein in den Wahlgang und da sind folgende Personen zu wählen. Christoph Bennet, Nils Bollenbach, Hauke Bruns, Gazi Freitag, Christian Judet, Mike Torben Christen, Mark Rheinstein, Falko Siering, Ralf Sonntag und Georg Wilkens. Wunderbar. Das ist vorbereitet, dann eröffnen wir jetzt den Wahlgang. Und dann, Vielen Dank. Die Abstimmung läuft noch, es trudeln noch ein paar Stimmen ein, deswegen warten wir nochmal kurz. Wir haben 130 Delegierte, deswegen geben wir uns jetzt nochmal eine Minute. Und... ... 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 Eine, Georg drei und Wolfram sechs. Es gab eine Nein-Stimme und null Enthaltung. Nach unserem Wahlverfahren ist es so, dass alle KandidatInnen über zehn Prozent im zweiten Wahlgang sind. Das sind einmal Christian mit 24,58 Prozent, einmal Mike mit 13,56 Prozent, einmal Malte mit 10,17 Prozent, Finn mit 21,19 Prozent und Ralf mit 10,17 Prozent. Dann bitte ich für diese Personen einen zweiten Wahlgang zu eröffnen. Das ist bereit und dann legt bitte los und stimmt ab. Vielen Dank. Wir haben mittlerweile fast eine Stunde vor Zug. Wenn ihr konstant gerne schneller habt. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Das bedeutet, dass wir jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit gewonnen haben. Es gibt eine weitere Kandidatur haben, für eine Kandidatur, So, kann man mich sehen? Man kann mich sehen und hören. Ja, prima. Ups, jetzt bin ich plötzlich auf 23 und ziemlich aufgeregt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen für unser Land Schleswig-Holstein viel bewegen. Energiewende, Klima- und Artenschutz, Mobilitätswende, gute Familie und Bildungspolitik, um nur einige Themen zu nennen. Und deswegen müssen wir zusammen das beste Wahlergebnis einfahren. Anders geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das schaffen wir auch. Gerne möchte ich die Liste mit meiner Expertise noch verstärken. Ich bin 56 Jahre alt, geboren an der Ostsee in Eckernförde und habe in Hamburg Biologie studiert. Jetzt lebe ich mit meiner Familie in Wedel bei Hamburg. In meiner Diplomarbeit habe ich eine messanalytische Methode zum qualitativen und quantitativen Nachweis von polyzyklischen aromatischen Luftschadstoffen am Hamburger Flughafen entwickelt. Da ging es zum Beispiel unter anderem auch um krebserregendes Benzol. Das in Benzin und Kerosin steckt. Ziel meiner Arbeit war, herauszufinden, welche Schadstoffbelastungen Anwohnerinnen und Umwelt durch den Flugverkehr ausgesetzt sind. Das war sozusagen die Urantriebsfehler für mich, mich mit Klima- und Naturschutz zu beschäftigen und mich später auch in der grünen Politik zu engagieren. Heute bin ich Ortsvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, bildungspolitische Sprecherin und Mitglied im Umwelt- und Bauausschuss in Wedel. Lange Jahre habe ich als Wissenschaftsredakteurin bei der Deutschen Presseagentur in der Grafik gearbeitet, habe aus familiären Gründen den Beruf aber wechseln müssen und beschäftige mich nun mit der Bewertung von Stoffen beziehungsweise Chemikalien, die uns auch vielfältig in unserem Alltag begleiten. Ich beurteile, ob diese als umweltgefährlich oder gesundheitsgefährlich eingestuft werden müssen. Die Registrierung dieser Stoffe mit ihren Eigenschaften bei der Europäischen Chemikalienagentur, abgekürzt ECHAN genannt, sorgt unter anderem in Folge dafür, dass es mehr Arbeitssicherheit und Umwelt- und Gesundheitsschutz in allen Ländern der EU gibt. Das ist wirklich eine richtig gute Sache. Weiterhin beschäftige ich mich mit der Notifizierung von gesundheitsschädlichen Gemischen bei der Europäischen Giftnotzentrale. Unter diesen gefährlichen Gemischen befinden sich übrigens auch viele marktübliche Pflanzenschutzmittel beziehungsweise Pestizide und Herbizide, die zum Teil krebserregende oder erbgutschädigende Eigenschaften besitzen. Dazu komme ich noch mal später. Außerdem bin ich als Integrationslotsin des Landessportverbandes in unserem größten Breitensportverein in Wedel tätig. Geflüchtete Menschen, Menschen aller Kulturkreise, Menschen aus allen Einkommens- und Bildungsschichten über den Sport zusammenzubringen und für Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen, ist eines meiner Herzensanliegen. Zusätzlich engagiere ich mich beim Arbeitskreis Integration und beim Arbeitskreis gegen Rechts in unserer Stadt. Das Vorantreiben der Gleichstellung aller Geschlechter ist ebenfalls ein besonderes Herzensanliegen von mir. Lokal konnte ich schon einiges bewegen. Und wer mich besser kennt, weiß, dass ich mich in anstehende Themen richtig reinhänge und hartnäckig die gestärkten Ziele verfolge. Um unsere Klimaziegel zu erreichen, müssen wir CO2 einsparen. Raus aus den fossilen und rein in die Erneuerbaren. Wir Grünen setzen alles daran, dafür die Leitplanken beim Ausbau von Wind- und Solarenergie zu legen und als ersten Schritt aus der Kohle rauszukommen. Aber noch laufen sie, die Kohlekraftwerke, auch in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das Kohlekraftwerk Wedel. Es ist das älteste Deutschlands, das immer noch läuft, obwohl es schon 2012 und dann 2019 abgeschaltet werden sollte. Die Anwohnerin mit ätzenden Partikelregen belastet und nach wie vor über eine Million Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Dass dieses Kraftwerk immer noch laufen muss, um Fernwärme zu erzeugen, ist ein Beispiel dafür, dass wir uns mit aller Kraft für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen müssen. Aber zusätzlich auch wirklich alle Mittel und Wege ausreizen müssen, schon jetzt Kohle und CO2 im Sinne des Klimaschutzes einzusparen. Das darf nicht wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Fridays for Future ist für die Kohleansparung und die Abscheidung des Kohlekraftwerks Wedel schon mehrfach auf die Straße bei uns gegangen. Insofern bin ich sehr erfreut darüber, euch berichten zu können, dass wir letzte Woche ein länderübergreifendes Gespräch mit Grünen aus Schleswig-Holstein und Hamburg zur Kohleansparung und Heizkraftwerk Wedel mit positiven Ergebnissen führen konnten. Es muss so viel Kohle eingespart werden wie möglich. Dafür möchte ich mich auch weiter im Sinne unserer grünen Klimaschutzpolitik länderübergreifend einsetzen. Das Kraftwerk soll jetzt im Zuge der Wärmewende in Hamburg endgültig im Jahr 2025 abgeschaltet werden. Die Wärmewende, also Umstellung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien in Hamburg, ist ein unglaublich tolles Vorzeigeprojekt von uns Grünen, um Wege aus der Klimakrise zu finden. Durch eine starke Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein könnten in Zukunft auch die Gemeinden in der Metropolregion mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Das sollten wir unbedingt fest im Blick behalten und vorantreiben. Und weil wir gerade beim Überleben sind, Ökosysteme sind unser Kapital, bilden unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten. Wir müssen die Vernichtung von Millionen von Insekten und Kleinstlebewesen durch Pestizideinsatz, durch Überdüngung, durch Flächenversiegelung und Flächenverbrauch stoppen. Nur ein Sicherheitsnetz geschützten Naturlandes ermöglicht die Erhaltung von Biodiversität. Wir müssen die Zahl der Naturschutzgebiete mindestens verdoppeln, indem wir auch zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete höher einstufen. In Landschaftsschutzgebieten ist normale Landwirtschaft mit Pestizideinsatz erlaubt. Unser Amphibienwandergebiet in Wedel, das größte und wichtigste im Hamburger Rand, ausgestattet mit Amphibienleitsystemen, die von unserem Umweltministerium finanziert wurden, ist zum Beispiel ein Glyphosateinsatz in der Landwirtschaft zum Opfer gefallen, weil es aktuell nur als Landschaftsschutzgebiet eingestuft ist. Die Amphibien, die auf dem Weg zu ihren Winterquartieren waren, verdorrten zusammen mit dem vernichteten Grünland. Lasst uns so einen erneuten Totalherbizideinsatz zum Amphibienwandergebiet unmöglich machen. Dafür muss dieses Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Dafür setze ich mich auch jetzt schon bereits auf lokaler Ebene ein. Ich bin sehr froh darüber, dass das Ende von Glyphosat eingeläutet wurde, das unter Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Ich möchte euch aber auch darauf hinweisen, dass hunderte andere Pestizidgemischer am Markt sind und nur darauf warten, als Ersatz für Glyphosat eingesetzt zu werden. Das Verbot von Glyphosat wird keinen Einfluss auf die Menge der eingesetzten Pestizide haben, die unsere Artenvielfalt, unsere Ökosysteme so stark belasten und zerstören. Wir müssen also gesetzlich regulierend eingreifen, wenn wir den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft insgesamt deutlich verringern wollen. Und das ist dringend notwendig. Dafür müssen wir Grün uns einsetzen. Dafür werbe ich. Wir benötigen neben mehr Naturschutzgebieten auch mehr Naturwald, um die Vielfalt durch die Schaffung von Rückzugsorten zu bewahren. Auch kleinere Waldgebiete in den Gemeinden können aus der Holznutzung genommen werden und zu Hotspots der Artenvielfalt heranwachsen. Ich setze mich dafür ein, dass Kommunen auf diesem Weg unterstützt, beraten und gefördert werden. Als Bildungspolitikerin in Wedel könnte ich jetzt noch die Themen Kita-Reform, Schulsozialarbeit und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung aufgreifen, bei denen es noch ein großes Feld zu beackern gäbe. Das lasse ich aber. Die Zeit ist zu kurz. Und Nadine May, mit der ich gut zusammenarbeite, hat dazu ja auch schon viel gesagt und wird auch da viel vorantreiben. In vielen Gemeinden müssen Schulbauten neu errichtet oder grundsaniert werden. Hier gilt es nicht nur einen Schatz der innovativen Raumgestaltung, sondern auch der Energieeinsparung zu heben. Und das soll viel stärker, viel stärker gefördert werden als bislang. In Wedel bauen wir bereits auf meinen Antrag zwei Schulgebäude fast energieneutral. Das möchte ich auch landesweit anregen. Noch ein Wort zum Sport. Sport ist einer der wichtigsten Integrationsmotoren und sollte in der Breite besser gefördert werden, auch durch Bürokratieabbau und bei der Beantragung von Fördermitteln. Der Sport beziehungsweise Sportvereine sollten beim Schulhallenbau mitgedacht und auch in den Schulbetrieb viel stärker integriert werden. Das hilft auch, den verlässlichen Ganztag gut zu gestalten. Dafür möchte ich mich einsetzen. Wir Grünen machen Klima- und Artenschutz. Wir arbeiten für eine reale Mobilitätswende. Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt und die Umsetzung der Inklusion ein. Wir sind die Partei für die Zukunft unserer Kinder, unserer eigenen Zukunft. Deswegen bin ich hier und deswegen freue ich mich auf unseren Wahlkampf. Wir rocken das. Ich hoffe auf euer Vertrauen und eure Stimme. Danke. Vielen Dank, liebe Petra. Eine Punktlandung, was die Redezeit betrifft. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, oder ihr habt besser gesagt, die Möglichkeit, Petra Fragen zu stellen. Wir haben im System auch schon eine Frage, die ist allerdings von einem Mann. Das bedeutet, dass wir diese Frage nicht stellen werden, falls es nicht Fragen auch von Frauen gibt. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit. Das ging schnell. Fragen einzureichen. Wir haben jetzt zwei Fragen. Ich würde dann jetzt erst mal die beiden Fragen an Petra vorlesen und dann hat Petra gleich zwei Minuten Zeit, die beiden Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist von Katrin aus dem Kreisverband Pinneberg. Sie fragt, wie denkst du, deine berufliche Expertise und deine Erfahrung als Kommunalpolitikerin im Landtag oder in der Regierung konkret einbringen zu können? Also wie denkst du, dass du deine berufliche Expertise und deine Erfahrung als Kommunalpolitikerin in die Arbeit im Landtag einbringen kannst? Und die zweite Frage ist von Matthias Schmitz, ebenfalls aus dem Kreisverband Pinneberg. Wie würdest du den Konflikt zwischen Artenschutz und wirtschaftlichen Nutzungen in bestehenden FFH-Gebieten und sonstigen Naturschutzgebieten angehen? Wie würdest du den Konflikt zwischen Artenschutz und wirtschaftlichen Nutzungen in bestehenden FFH-Gebieten und sonstigen Naturschutzgebieten angehen? Das sind deine beiden Fragen. Petra, du hast zwei Minuten Zeit für die Beantwortung. Vielen Dank für die Fragen. Ich sehe mich als Naturwissenschaftlerin, die sich in viele Themen einarbeiten kann und da ganz fix immer davor ist. Deswegen konnte ich mich auch in LNG, Kohlendioxid, Treibhausgase einarbeiten. Und natürlich ist es bei dem Pestizideinsatz, geht das natürlich auch um Nitratbelastung oder unseres Grundwassers, auch natürlich um Mikroplastik. Ich habe jetzt also viele Themen hier nicht erwähnt, die in meiner Bewerbung aber stehen schriftlich. Da kann ich, ich bin im Prinzip da als Allrounderin einsetzbar und würde jetzt nicht das Thema nennen können, bei dem ich sagen kann, da bin ich jetzt die Richtige für eine Landtagsfraktion, weil sich nicht unbedingt ständig mit Gefahrstoffen beschäftigt wird, aber geschafte Gefahrstoffe beeinflussen halt unseren Alltag. Und ich sage nur Emissionen auch von Stühlen. Ich habe mich hier auf den Umweltleitfaden in Wedel veranlassen können durch meinen Antrag. Dadurch werden jetzt auch emissionsfreie Möbelstücke, Computer etc. gekauft. Also das hatte natürlich den Hintergrund, dass ich eben auch diese Kenntnisse habe. Wie ich das vereinbaren will, die Nutzung, da muss ich ja fast radikal werden. Also ich denke, das wurde ja auch schon gesagt, manchmal geht eigentlich eine Vereinbarung nicht wirklich. Also man kann keine Win-Win-Situation schaffen. Wenn wir davon sprechen, dass wir wirklich die Arten schützen wollen und die Naturräume unter Schutz stellen wollen, dann ist das einfach so, dass Landwirtschaft in diesem Falle zurücktreten muss. Vor allen Dingen geht es natürlich auch um biologische Landwirtschaft, die man natürlich in diesem FFH-Gebiet auch nicht mehr betreiben kann. Ich sehe hier auch schon einen Zielkonflikt in Wedel. Wir haben ja den Heidenhof, der betreibt eine ganz spezielle Landwirtschaft, wo der Boden auch wieder aufgearbeitet wird, also verbessert wird. Liebe Petra, die zwei Minuten sind vorbei. Und natürlich Diskussionen, Gespräche, man muss es abwägen und einschätzen. Das ist regional auch abhängig davon. Okay, vielen Dank. Den Resten könnt ihr dann ja noch bilateral weiter besprechen. Wir sind damit dann am Ende der Vorstellung von allen anderen Kandidatinnen, haben wir heute ja schon gehört. Das bedeutet, dass wir jetzt Richtung Wahlgang kommen. Und ich euch nochmal vortrage, welche Frauen jetzt auf oder für Listenplatz 23 antreten. Das ist zum einen Petra Kergel aus dem Kreisverband Pinneberg, die wir gerade eben mit ihrer Vorstellung gehört haben. Das ist Sina Chlorius aus dem Kreisverband Schleswig-Flensburg. Das ist Ann-Christin Hahn. Okay, Entschuldigung. Dann fange ich jetzt einfach nochmal von vorne an. Das ist nämlich falsch. Die tritt weiter hinten an. Dann fangen wir jetzt nochmal an. Also, auf Listenplatz 23 treten jetzt an Sina Chlorius, Kerstin Hansen, Petra Kergel und Vera Tillissi. Damit eröffne ich den Wahlgang und ihr habt die Möglichkeit, zwischen den Personen euch zu entscheiden. Vielen Dank. So, wir sind inzwischen bei 105 abgegebenen Stimmen. Da geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Von daher einfach nochmal die Bitte abzustimmen. Ich habe jetzt auch ein bisschen lauter gesprochen. Das wirkt bei mir auch, Nina, übrigens. Das ist fantastisch. Ich kann euch auch den vielen schleswig-holsteinischen Handball-Fans erzählen, dass Island gerade erfreulicherweise sehr deutlich gegen Frankreich führt. 20 zu 13 bei der Handball-EM. Zumindest ist das jetzt meine Wertung, dass das erfreulich ist. Vielleicht schließt ihr euch der Haltung an. Ich werde euch auch versprechen, als Flensburger jetzt nicht über die Handball-Bundesliga zu sprechen. Das ist, glaube ich, polarisierender hier. Wir haben jetzt 116 abgegebene Stimmen. Ich würde nochmal so 30, 40 Sekunden euch geben, um zu schauen, ob ihr noch eine Stimme abgeben möchtet. Vielen Dank. So, dann sind wir jetzt ungefähr bei den 30, 40 Sekunden, die ich angekündigt habe. Damit würde ich den Wahlgang schließen. Und wir haben auch schon ein Ergebnis vom ersten Wahlgang. Und zwar hat Sina-Clorius 41 Stimmen erhalten. Kerstin Hansen hat 47 Stimmen erhalten. Petra Kergel hat 25 Stimmen erhalten. Vera hat drei Stimmen erhalten. Es gab eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Damit haben folgende Kandidatinnen mehr als 10 Prozent der Stimmen bekommen. Es ist zum einen Sina mit 34,45 Prozent. Es ist Kerstin mit 39,5 Prozent. Und es ist Petra mit 21,01 Prozent. Das heißt, wir werden jetzt eine Stichwahl haben zwischen Sina, Kerstin und Petra. Es sei denn, eine der drei Personen teilt uns mit, dass sie nicht mehr in diesem Wahlgang zur Verfügung stehen. Aber wir gehen davon aus, dass diese drei Personen jetzt auf eurem Wahlzettel auftauchen. Der Wahlgang ist somit eröffnet. Das heißt, wir werden jetzt eine Stichwahl haben zwischen Sina, Kerstin und Petra. So, die Stimmung wird hier immer besser. Ich hoffe, bei euch zu Hause auch. Wir sind jetzt bei 110 abgegebenen Stimmen. Wieder die 30, 40 Sekunden, die ich euch gerne noch geben möchte. Auch nochmal einen großen Dank an euch, dass ihr immer noch so zahlreich mit dabei seid. Und auch einen großen Dank an alle die Kandidatinnen, die wir hier heute gehört haben. Und auch beim letzten Mal. Das ist nicht einfach und mit sehr, sehr vielen Nerven aufreibenden Momenten verbunden für Menschen, sich bei so einem Verfahren hier zur Wahl zu stellen. So, wir haben jetzt 40 Sekunden hinter uns gebracht und damit würde ich den Wahlgang schließen. Das ist passiert und wir ermitteln das Ergebnis und haben ein Ergebnis und zwar sieht das im zweiten Wahlgang wie folgt aus. Auf Sina entfallen 39 Stimmen, auf Kerstin entfallen 54 Stimmen und auf Petra entfallen 17 Stimmen. Es gab keine Nein-Stimme und vier Enthaltungen. Damit hat keine Kandidatin die notwendige Mehrheit von 50% plus erhalten und wir kommen dadurch in eine Stichwahl und zwar zwischen den beiden mit den meisten Stimmen und das sind Sina mit 34,21% und Kerstin mit 47,37%. Die Technik hat das bestimmt schneller vorbereitet, als ich spreche und deshalb öffnen wir dann gleich den Wahlgang. Ich kann mir keine Erzählung, dass jeder in der nächsten Uhr weiß. Ich kann mich keine Erzählung, dass jeder in der nächsten Uhr weiß. So, wir sind bei über 100 Stimmen. Ich mache jetzt wieder den Final Countdown, 40 Sekunden. Ich werde aber nicht singen, da gibt es auch anonyme Landtagsfraktionsvorsitzende, die uns dazu schon aufgefordert haben vor einigen Stunden. Das wird nicht passieren, das verspreche ich. Okay, wir schließen dann den Wahlgang und haben ein Ergebnis. Und zwar hat im dritten Wahlgang für Listenplatz 23 Sina 46 Stimmen erhalten. Auf Kerstin entfielen 65 Stimmen. Es gab zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Damit ist Kerstin gewählt auf Listenplatz 23 und wir fragen dich, liebe Kerstin, ob du die Wahl annimmst. Ja, vielen Dank. Ich nehme die Wahl gerne an. Das freut uns. Herzlichen Glückwunsch auch nach Dithmarschen und alles Gute. Und wir machen jetzt auch gleich weiter und zwar mit Listenplatz 24 und mit Nina. Wunderbar. Dann versuchen wir mal weiter ein bisschen Zeit aufzuholen. Der Samstagabend ruft. Wir haben den Listenplatz 24 und da liegt uns eine Bewerbung vor von jemandem, dem wir noch nicht gehört haben. Das ist Jonas Kähler aus dem KV Schleswig-Flensburg. Und dann haben wir folgende Rückmeldungen erhalten zu Kandidierenden, die erneut antreten wollen. Das sind einmal Mike Christen, Stefan Landsberg, Malte Matzen, Falko Siering, Finn Petersen, Vera Telissi und nach einer kurzen Verständigung im Raum würde ich noch einmal fragen, ob es weitere Menschen gibt, die ihre Bereitschaft zu einer Kandidatur für Platz 24. Wartet mal kurz, wir fragen noch einmal nach und dann haben wir es gleich. Okay, also unklar ist uns das gerade bei Hauke Bruns. Da würden wir dich noch einmal bitten, das zu präzisieren, ob du für Platz 24 antrittst. In meiner Liste wird noch ergänzt, dass auch Wolfram Zetsche antreten möchte auf Platz 24. Das reiht sich alphabetisch gut ein. Wir warten noch einmal kurz die Rückmeldung von Hauke ab. Der ist aber bei uns im Chat und antwortet hoffentlich zeitnah und dann würden wir gleich zur Vorstellung von Jonas kommen. Ich kriege das Zeichen, dass Hauke dabei ist. Jonas, dich haben wir heute noch nicht gehört. Du darfst dich bereit machen, uns acht Minuten zu präsentieren, wofür du stehst auf Platz 24. Alle anderen können sich schon mal Fragen überlegen, auch zur fortgeschrittenen Stunde. Bitte, das ist Jonas Kähler natürlich entschuldigt, liebe Technik. Das macht es auch nicht einfacher, wenn ich immer nur Jonas sage. Jonas Kähler, KV Schleswig-Flensburg, stellt sich uns jetzt acht Minuten vor. Und wer eine Frage hat, möge sie einwerfen. Das machen wir dann direkt im Anschluss. Perfekt, hört ihr mich? Wunderbar, legt los, du hast acht Minuten. Super, vielen herzlichen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, 2015 haben 196 Staaten in Paris beschlossen, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Um das zu erreichen, haben wir jede Menge zu tun, jede Menge Aufgaben zu erledigen und keine Zeit zu verlieren. In Schleswig-Holstein sind wir dank unserer Regierungsbeteiligung, dank der hartnäckigen Arbeit unserer grünen Landtagsfraktion bereits auf einem guten Weg. Und mit einer grünen Ministerpräsidentin Monika Heinold können wir diese Arbeit nicht nur fortsetzen, wir können auch noch eine Schippe oben drauflegen. Das gilt nicht nur für das 1,5 Grad Ziel von Paris, das gilt auch für die Folgen des Klimawandels. Selbst in den denkbar besten Prognosen werden sie uns vor gewaltige Herausforderungen stellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Für Schleswig-Holstein bedeutet das zum Beispiel, Sturmfluten und Starkregen treten häufiger und heftiger auf. Konkret steigt damit überall im Land die Gefahr von Überschwemmung, auch im Binnenland. Wir haben das heute schon einmal gehört. Gleichzeitig werden auch Dürreperioden in kürzeren Abständen auftreten. Konkret steigt damit auch die Gefahr von Waldbränden, von Moorbränden und von größeren Flächenbränden, die wir vielleicht so in Schleswig-Holstein noch nicht hatten, sondern bis jetzt nur in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg beobachten konnten. Genau deswegen möchte ich meinen Beitrag leisten, um Schleswig-Holstein gut aufzustellen. Ich möchte die Debatte über die Anpassung an die Folgen des Klimawandels voranbringen und gemeinsam mit euch nach Lösungen finden. Gemeinsam auch mit Kommunen, Stadtplanerinnen, Stadtplanern, Architektinnen, Architekten, Ingenieuren, Ingenieuren und vielen weiteren, um mit ihm im Dialog die besten Lösungen herauszuarbeiten. Denn wir müssen unsere Städte und Gemeinden anders planen und anders bauen, um für Fluten, Starkregen und Hitze gewappnet zu sein. Über die Städtebauförderung haben wir als Land auch ein passendes Instrumentarium zur Hand. Es liegt an uns als Landesregierung zu gucken, wie die Städtebauförderungsrichtlinie konkret ausgestaltet ist. Dort können wir konkret regeln, wie zum Beispiel mehr Versicherungsflächen im öffentlichen Raum einzuplanen sind. Stichwort Niederschlagsmanagement. Oder wie mehr Schatten spendende öffentliche Räume hergerichtet werden müssen. Stichwort Hitzeaktionspläne. Denn wenn wir mehr Tage haben, wo die Temperatur über 30 Grad steigt, dann müssen wir halt auch gucken, dass die Menschen geschützt sind, die im öffentlichen Raum leben. Ich spreche da ganz bewusst auch von Obdachlosen, Leuten, die nicht so viel Geld haben, sich sowieso mehr im öffentlichen Raum aufhalten, weil sie vielleicht auch nicht in einer guten Wohngegend sind, nicht diesen Standard haben, die andere vielleicht genießen, die ein Einfamilienhaus haben. Mit Hilfe dieser vorsorgenden Planung können wir Schäden verhindern. Schäden für Menschen und Natur. Damit Katastrophen gar nicht erst auftreten. Und wenn es doch zu Katastrophen kommt, brauchen wir einen starken Bevölkerungsschutz. Das heißt, starke Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Regieeinheiten und Verwaltungen, die Krisen erfolgreich managen können. Gerade erst im letzten Jahr hat die Flut im Ahrtal uns vor Augen geführt, wie wichtig ein funktionierendes Warnsystem und schnelle und verständliche Warnungen sind. Verständliche Warnungen. Also auch Warnungen, die Menschen mitbekommen können, die vielleicht eine Sehbeeinträchtigung haben oder Hörbeeinträchtigung haben, die jetzt nicht auf Warentafeln lesen können, was gerade abgeht. Oder die Sirenen vielleicht auch nicht hören können. Wichtig ist auch, ein gutes Krisenmanagement vorzuhalten. Ich selber habe das mitbekommen, wie im Ahrtal ganze Verwaltungsstrukturen zusammengebrochen sind. Ich selber habe früher an der Bundesakademie in Ahrweiler selbst Kurse belegt und kenne dort viele Leute. Das, was dort abgegangen ist, ist ein Szenario, das auch in Schleswig-Holstein vonstatten gehen könnte, wenn hier Deiche brechen. Und es ist extrem wichtig, deswegen darauf zu achten, dass die ehrenamtlich Aktiven im Bevölkerungsschutz die bestmögliche Ausstattung haben und eben nicht mit 40 oder 50 Jahre alten Fahrzeugen versuchen müssen, Menschen zu retten. Dank Monika als Finanzministerin konnte in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren in diese Bereiche bereits kräftig investiert werden. Es gibt neue Fahrzeuge, Hochleistungspunkten, Netzersatzanlagen. Und genauso müssen wir weitermachen, dürfen nicht nachlassen. Einerseits, um den bestehenden Investitionsstau abzubauen. Andererseits, um in neue Fahrzeugkonzepte oder Ausstattungssysteme zu investieren. Stichwort Tanklöschfahrzeuge. Wieso braucht man für Flächenbrände? Gleichzeitig gilt es auch, die vorhandenen städtebaulichen Konzepte mit Leben zu füllen, die die Folgen des Klimawandels in den Blick nehmen. Und sie eben nicht in der Schublade verschwinden zu lassen, wie das leider unter manchen CDU-geführten Häusern noch passiert. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Jonas Kehler. Seit zwölf Jahren bin ich Mitglied der grünen Jugend. Und ja, falls jetzt jemand nachrechnet, tatsächlich, ich stehe kurz vor der Biogrenze. Leider, dieses Jahr werde ich 27. Seit acht Jahren bin ich auch Mitglied der Grünen und in Schleswig seit 2013 kommunalpolitisch aktiv. Dank des grandiosen Wahlergebnisses 2018 bin ich nun auch stellvertretender Bürgermeister der wunderschönen Stadt Schleswig. Deswegen kenne ich auch die Sorgen der Kommunen, die finanziellen Nöte und die personellen Probleme der Kommunalverwaltung. Und ich weiß, was es heißt, Kompromisse auszuhandeln und zu verhandeln, Kooperation und Koalition zu schmieden und grüne Politik ins Praktische zu übersetzen. Durch meine früheren Jobs im Innenministerium, im Referat für Katastrophenschutz und in der Landesplanung und meinen aktuellen Job im Leitungsstab des Ministeriums kenne ich auch die politische Arbeit auf Landesebene sehr gut. Ich weiß, wie Parlament und Landesregierung funktionieren und zusammenarbeiten, wie die Prozesse hinter einem politischen Vorhaben aussehen und wie die verschiedenen politischen Ebenen ineinandergreifen und zusammenarbeiten können und müssen. Und seit der Corona-Pandemie bin ich mittendrin im Krisenmanagement und sehe, wir können noch besser werden. Liebe Freunde und Freunde, mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Kommunalpolitik und aus der Landesverwaltung möchte ich gerne in den Landtag einbringen, um den Bevölkerungsschutz und unsere Infrastruktur in Schleswig-Holstein fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft. Mein Name ist Jonas Kehler. Ich bewerbe mich auf Listenplatz 24 der Landesliste. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. Dankeschön. Vielen Dank, Jonas. Das war wunderbar in der Zeit. Ich gucke einmal, ob wir Fragen eingereicht bekommen haben. Das ist nicht der Fall. Das wäre dann für euch jetzt die letzte Möglichkeit. Habt ihr noch was? Manchmal ging das dann so, dass das dann tatsächlich nochmal auftauchte. Das ist nicht der Fall. Wunderbar. Dann würden wir jetzt direkt einsteigen in den Wahlgang für Platz 24. Ich sage nochmal, wen wir da jetzt gleich wählen können. Das sind einmal Jonas Kehler, der sich gerade vorgestellt hat. Und dann treten erneut an. Mike Torben Christen, Hauke Bruns, Stefan Landsberg, Malte Matzen, Finn Petersen, Falko Siering, Vera Tillissi und Wolfram Zetscher. Habe ich wen vergessen, möge er sofort hier und jetzt schreien. Die Technik sagt unsere Listenstimme überein. Das ist ganz wunderbar. Dann schlage ich vor, dass wir den Wahlgang eröffnen. Das ist der erste Wahlgang für Listenplatz 24. Der ist jetzt offen und ihr könnt eure Stimme abgeben. Das ist der erste Wahlgang. 106 Stimmen, 107, das läuft wunderbar, wie am Schnürchen. Dann haut die Stimmen ordentlich raus. Dann können wir ein bisschen Zeit wettmachen. Das ist der erste Wahlgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Jonas Kähler 25, auf Mike Torben Christen 16, auf Stefan Landsberg 2, auf Malte Matzen 16, Finn Petersen 37, Feiko Siering 7, Vera Tillissi 0, Wolfram Zetsche 8, 0 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Das heißt, wir gehen munter in den nächsten Wahlgang. Den dürfen alle mitmachen, die über 10 Prozent gekommen sind. Das wird mir jetzt schon direkt angezeigt, dass das Jonas Kähler, KV Schleswig-Flensburg sind, Mike Torben Christen, KV Kiel, Finn Petersen, Gott, welcher Kreisverband ist das? Schleswig-Flensburg wird mir netterweise souffliert. Dann dürft ihr einmal wählen. Ja. 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 So. Entschuldigt. Das gab kurz eine kleine Umstimmigkeit. Zeit, wer es alles in den zweiten Wahlgang geschafft hat. Daher noch einmal die Namen. Jonas Kähler, Mike Torben Christen, Malte Matzen und Finn Petersen. Und für den zweiten Wahlgang für Listenplatz 24 müssten euch jetzt vier Namen angezeigt werden und ich eröffne den Wahlgang. Vielen Dank. 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 Oder den Rotwein, ich möchte da nicht diskriminieren. Jeder stellt sein Getränk zur Seite, kommt aus der Küche und wie immer funktioniert das ganz wunderbar. Vielen Dank, dass ihr bei uns noch seid. Wir wissen, es ist spät. Werft eure Stimmen ein und dann haben wir gleich ein Ergebnis für diesen zweiten Wahlgang. Ein bisschen kriegt ihr noch Zeit, wenn ich euch jetzt erst dazu gebracht habe, ins Antagsgrün, euch zu entscheiden zwischen den Kandidierenden. So, 117 Stimmen, das sieht gut aus. Dann würde ich diesen Wahlgang jetzt schließen. Wir sind im zweiten Wahlgang. Der Wahlgang ist jetzt geschlossen und wir haben auch dafür ein Ergebnis, nämlich hat keine der Personen das erforderliche Quorum erreicht. Das heißt, wir gehen in eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidierenden, die die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten. Das sind Malte Matzen und Finn Petersen. Entschuldigung, auch für mich ist es langsam spät. Genau, das Ergebnis lese ich euch trotzdem gerne noch einmal vor. Jonas Käler. Jonas Käler, du hast 30 Stimmen erhalten. Das sind 25,64%. Mike Torben Christen hat 10 Stimmen erhalten. Das sind 8,55%. Malte Matzen. Malte Matzen, 32 Stimmen. Und das sind 27,35%. Und Finn Petersen 43 Stimmen. Das sind 36,75 Stimmen. 0,9 Stimmen und 2 Enthaltungen. Nochmal, wir gehen jetzt in den dritten Wahlgang zwischen Malte und Finn, die jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten. Die Technik nickt und ist bereit und ihr könnt eure Stimmen abgeben. Die Technik nickt und ist bereit und ihr könnt eure Stimmen abgeben. Die Technik nickt und ist bereit und ihr könnt eure Stimmen abgeben. Natürlich, die letzten paar Delegierten mögen sich entscheiden zwischen den beiden Kandidaten. Ich gebe euch noch einmal kurz 30 Sekunden, aber dann wollen wir den Wahlgang auch gerne schließen. Und dann wollen wir den Wahlgang auch gerne schließen. So, liebe Leute, ich würde den Wahlgang dann jetzt schließen. Der ist geschlossen. Wir haben 117 abgegebene Stimmen und die verteilen sich wie folgt. Malte Matzen hat 55 Stimmen erhalten und das sind 47,01%. Finn Petersen hat 58 Stimmen erhalten, das sind 49,57%. Es gab eine Nein-Stimme, es gab drei Enthaltungen und damit hast du, lieber Finn, ganz knapp diesen Platz gewonnen. Und ich frage dich einmal, es gab eine Nein-Stimme, weil es hier gerade eine Nachfrage gibt. Ich würde Finn einmal zu uns bitten und fragen, ob er die Wahl annehmen möchte. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für den Support. Finn, du warst sehr ausdauernd. Herzlichen Glückwunsch. Und dann machen wir jetzt direkt weiter und ich gebe wieder zurück an Rasmus für den Platz 25. Genau, vielen Dank. Wir können noch, ich hoffe, ihr alle auch, auch nochmal von meiner Seite Glückwunsch an die bisher Gewählten. Wir kommen jetzt zu Platz 25. Wir haben auf Platz 25 bisher eine Kandidatur von einer Bewerberin, die sich noch nicht vorgestellt hat, weder heute noch im Dezember. Das ist Sophie Pott aus dem Kreisverband Lübeck. Wir haben das Signal erhalten von Sina Glorius, von Ann-Christin Hahn, von Petra Kergel und von Vera Telissi, dass sie auf diesem Platz nochmal antreten möchten. Das klären wir jetzt auch nochmal ab, ob es da weitere Kandidaturen gibt, wie gerade eben schon auch. Macht euch bitte bemerkbar bei uns, am besten über Zoom im Chat mit einer klaren Ansage, ob ihr auf Platz 25 kandidieren wollt. Also bitte auch immer schreiben Ja auf Platz 25 und nicht schreiben Ja oder ich möchte gerne weiter kandidieren, weil das dann für die Technik und für uns nicht eindeutig genug ist, um zu wissen, ob ihr jetzt auf Platz 25 antreten wollt oder ob ihr die Bereitschaft für einen anderen Platz erklärt. Wie dem auch sei, jetzt geben wir aber erstmal das Wort an Sophia Marie Pott aus dem Kreisverband Lübeck. Ich hoffe, dass du uns zugeschaltet werden kannst. Das sieht gut aus. Du kannst loslegen, glaube ich. Du hörst uns. Ja, moin ihr Lieben. Ich hoffe, man kann euch hören. Ja, super. Ein langer Tag liegt hinter uns. Wir haben alles schon gehört. Viele von euch sind sicher erschopft von Energie, Sozialem, Digitalisierung und ich kann gut verstehen, wenn man jetzt müde ist, sich nochmal anzuhören, was wir alles erreichen können. Und doch müssen wir uns immer wieder in den Kopf rufen, worum es geht. Wir reden hier schön über alle gesellschaftlichen Wandel, loben die neue Regierung in Berlin und beschließen Parteiprogramme mit neuen Klimazielen und ambitionierten Plänen. Große Versprechen, maximal schöne Worte, fantastisch. Wir haben uns alle so oft eingeschworen auf ein positives Framing, auf ein Wir schaffen das, natürlich ohne CDU. Mit dem Fokus auf den Weg, den wir gehen wollen. Und das ist richtig. Aber wir müssen währenddessen immer wieder anerkennen, was der Status Quo eigentlich bedeutet. Wir stehen in einer existenziellen Krise der Menschheit. Die Klimakrise wartet nicht auf Parteitage oder Wahlen, sondern schreitet immer weiter voran. Sie nimmt jetzt schon tausenden Menschen das Leben, das nicht nur im Ahrtal, sondern vor allem den Menschen im globalen Süden, die leiden, die Hochwasser und Dürre erfahren, die aber trotzdem den kleinsten Teil zu diesem Wahnsinn beigetragen haben. Das ist Ungerechtigkeit. Das ist Härte. Das ist Realität. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum das auf einem Parteitag? Wir sind in Schleswig-Holstein und nicht in der UN-Generalversammlung. Aber es geht wie so oft um den einen kleinen Stein. Den einen Stein, der vieles ins Rollen bringt, denn genau der können wir sein. Wenn wir die höchsten Maßstäbe an uns setzen, nämlich die Notwendigkeiten, um Krisen zu bewältigen. Wenn wir nicht darauf schauen, was andere machen, sondern auch das, was möglich ist. Wenn wir bei uns bleiben und nicht vergleichen, dann können wir dieser Stein sein. Dann können wir die vielbeschworene sozial-ökologische Transformation ins Rollen bringen und Sachen machen, von denen andere denken, dass sie unmöglich sind. Dann können wir die Ersten sein, die Klimaziele tatsächlich einhalten und das nicht nur, weil sie viel zu niedrig gesetzt sind. Dann sind wir das Vorbild, der Leuchtturm, an dem sich andere Bundesländer orientieren. Dann können wir als erstes Bundesland eine grüne Ministerpräsidentin stellen und eine neue Ära hier in Schleswig-Holstein beginnen. Aber dafür muss viel passieren. Und dafür möchte ich kämpfen. Ich bin Sophia Marie Pott, Klimaaktivistin, Landessprecherin der Grünen Jugend Schleswig-Holstein und Botenträgerin des KV Lübeck. Ich möchte einen Politikstil pflegen, in dem wir den Status Quo anerkennen und keine Zahlen fälschen. Ich möchte auch die unangenehmen Themen angehen, bei denen wir dann am Ende nicht den Ruhm bekommen, aber vielleicht die eingesparten Emissionen. Ich möchte mit euch einen Wahlkampf machen, der so schnell nicht vergessen wird. Auch wenn ich vielleicht nicht mit Lebensjahren pumpen kann, habe ich dennoch ein wenig Erfahrung. Sei es der Masterplan Klimaschutz, der Flächennutzungsplan oder eine Machbarkeitsstudie zur Straßenbahn in Lübeck. Ich habe schon vieles begleitet, mitgeschrieben, mit erarbeitet. Ich kenne die realen Probleme in den Kommunen, vor allem in denen mit wenig Geld. Und ich kenne die Notwendigkeiten, die Perspektive als außerparlamentarische Klimaaktivistin. Wenn wir uns in den Parteien über Strategien und Mehrheitengedanken machen, war es auf der Straße kompromisslos. Wir müssen handeln. Diese Kompromisslosigkeit möchte ich mitnehmen, damit wir öfter Ansagen machen und weniger schwafeln. Damit wir keine Klientelpolitik machen, sondern Generationenpolitik. Und damit unser Horizont weiterblickt als bis zur nächsten Wahlperiode. Insbesondere im Bausektor ist all das ein echtes Problem. Die Bauwende wird teuer, benötigt Fachkräfte, die wir nicht haben und es ist nicht einfach, den Menschen zu kommunizieren. Denn es geht um die eigenen vier Wände. Und doch können wir es nicht schaffen, wenn wir einfach die Augen verschließen. Wir brauchen das Geld, die Leute, die Kompetenzen. Das neu geschaffene Bauministerium im Bund ist nicht in grüner Hand. Das bedeutet für uns, wir müssen noch stärker sein, uns noch mehr anstrengen und versuchen, alle Handlungsspielräume im Land auszuschöpfen. Und bei allem gilt Suffizienz für Effizienz. Zuerst müssen wir neue Bauten reduzieren und versuchen, die Gebäude, die wir haben, umzunutzen. Das bedeutet auch, weniger abzureißen und mehr zu sanieren. Wo es nicht möglich ist, Neubau zu reduzieren, müssen wir Flächen nutzen, die bereits versiegelt ist oder auf bestehende Bauten aufstocken. Recyclingfähige Baustoffe nutzen, Beton vermeiden. Gleichzeitig sollten wir auch auf die Wohnungsnoten in Schüttek-Holstein schauen. In Berlin hat die Erfolgsgeschichte von Deutsche Wohnen und Co. Enteignung gezeigt, dass es für deutliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt gesellschaftliche Mehrheiten gibt. Entgegen dem, was konservative Kräfte immer wieder behaupten. Wir müssen also auch hier alles tun, um allen Menschen in Schüttek-Holstein eine preiswerte, lebenswerte Wohnung zu ermöglichen. Wohnen darf kein Privileg sein. Und ich könnte jetzt noch lange weiterreden über gerechte Flächenaufteilung und Kreislaufwirtschaft. Ich weiß, wie es ist, Menschen auf die Straße zu bringen. Fridays for Future hat die größten Demos überhaupt organisiert. In Lübeck, in Schüttek-Holstein, auf der ganzen Welt. Genau diese Menschen möchte ich mit euch im Wahlkampf auf die Straße bringen, damit wir Impulse geben und Monika Heino zur 16. Ministerpräsidentin Schüttek-Holsteins machen. Als Landessprecherin der Grünen Jugend beschäftige ich mich tagtäglich und intensiv immer wieder mit dem Wahlkampf und grübele über Strategien, Materialien, Narrative. Das möchte ich gerne nutzen und auch in unseren Grünen-Wahlkampf einbringen. Frischer Wind, damit wir stärkste Kraft werden, bei den ErstwählerInnen und insgesamt. Damit wir einhalten, was wir versprechen. Ich würde mich freuen, wenn ich diesen Wahlkampf auch als Kandidatin gemeinsam mit euch gestalten darf und wir das angeblich Unmögliche möglich machen. Oder wie wir auf Demos sagen würden, another world is possible. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Sophia. Auch sehr gut in der Zeit. Wir kommen dann jetzt... Achso, Entschuldigung. Wir haben natürlich auch oder ihr habt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Sophia Fragen zu stellen. Bei uns ist bisher keine Frage eingereicht worden. Aber da ich das vor der Kandidatur nicht angekündigt habe, würde ich jetzt dann doch auch nochmal kurz warten, ob es zu der Vorstellung Fragen gibt. Jetzt ist auch gerade schon eine reingekommen. Okay, dann lese ich die Frage vor. Falls noch eine zweite kommt, dann greife ich die gleich auch noch auf. Die Frage kommt von Ruth Kastner aus dem Kreisverband Stormann. Wie wichtig ist dir innerparteiliche Kommunikation? Ich sehe, dass es keine weiteren Fragen gibt. Damit hast du, Sophia, das Wort für zwei Minuten zu der Frage, wie wichtig ist dir innerparteiliche Kommunikation? Von Ruth Kastner aus dem Kreisverband Stormann. Ja, also Kommunikation insgesamt ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir eine Transformation nur schaffen können, wenn wir alle Menschen mitnehmen. Und ich glaube, anfangen müssen wir damit immer in einer eigenen Partei und schauen, dass wir gemeinsam geeint handeln. Dafür, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir uns immer absprechen, gemeinsame Strategien entwickeln und versuchen, alles möglichst basisdemokratisch anzueignen. In der grünen Jugend machen wir das schon ganz schön viel. Und ich hoffe, dass wir vieles davon auch für die Grünen immer weiter übernehmen können. Und dass wir möglichst partizipativ an die Sachen rangehen. Und wenn wir unsere eigenen Kreisverbände, unsere eigenen Leute nicht mitnehmen, wie sollen wir es dann schaffen, eine ganze Gesellschaft mitzunehmen? Deswegen ist mir auch Diskurs sehr wichtig und dass wir über viele Dinge einfach mal diskutieren und versuchen, Konsens zu finden. Und wenn das nicht möglich ist, zumindest die gegenseitigen Meinungen zu akzeptieren. Sonst, glaube ich, schaffen wir es nicht, als Partei geeint aufzutreten. Und ich glaube, wir haben schon bei vielen Parteien gesehen, was dazu führt, dass man sich dann in der Partei spaltet. Und ich glaube, wir haben da vieles, wovon wir lernen können. Genau, deswegen hoffe ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber ich glaube auch, wir sind eine der Parteien, die den besten Diskurs und die beste Partizipation in der Partei pflegen. Genau, das wäre so meine Antwort. Ja, vielen Dank an dich. Und dann sind wir auch so weit, dass wir in den Wahlgang für Listenplatz 25 eintreten können. Ich lese noch einmal vor, wen ihr jetzt wählen könnt. Das ist zum einen Sophie Pott aus dem Kreisverband Lübeck. Das ist zum anderen Sina Glorius aus dem Kreisverband Schleswig-Flensburg. Das ist Ann-Christin Hahn aus dem Kreisverband Pinneberg. Das ist Petra Kergel aus dem Kreisverband Pinneberg. Und das ist Vera Telissi aus dem Kreisverband Nordfriesland. Ich schaue zur Technik und bin mir sicher, dass ihr den Wahlgang vorbereitet habt. Sehr schön. Und damit eröffne ich den Wahlgang. Und damit eröffne ich den Wahlgang. Und damit eröffne ich den Wahlgang. So, wir sind bei 99a. Jetzt 100 abgegebene Stimmen kurz vor der Tagesschau am Samstagabend zur besten Sendezeit. Wir warten noch mal etwas vom Abendbrot. Solltet ihr ja jetzt wieder mit voller Konzentration im Zoom-Raum sein. Und unsere Listenaufstellung ist sicherlich spannender als der Schleswig-Kolstein-Magazin oder Fußball-Bundesliga oder was da jetzt gerade laufen mag im Fernsehen. Wir sind jetzt bei 109 Stimmen. Ich würde euch jetzt noch mal 30 Sekunden Zeit geben, eure Stimme abzugeben. Das war jetzt übrigens keine Kritik oder so, sondern einfach nur ein Hinweis darauf, dass unser Parteitag nach wie vor sehr spannend ist und wir uns sehr freuen, wenn ihr weiter daran teilnehmt. Und es gehen tatsächlich sogar noch ein paar Stimmen ein. Für die Wartezeit kann man ja auch schon mal in den 147 Seiten Wahlprogrammentwurf beginnen zu lesen. Denn da sehen wir uns dann ja bald alle wieder mit ganz vielen Änderungsanträgen. Und ich glaube, dass es da sehr, sehr viel guten Stoff drin gibt. Ich durfte das Programm ja schon lesen im Vorfeld. So, dann würde ich den Wahlgang jetzt schließen. Das ist passiert und wir haben ein Ergebnis aus dem ersten Wahlgang um Listenplatz 25. Und zwar wie folgt. Sina enthält 31 Stimmen. Ann-Christin enthält 15 Stimmen. Petra 18, Sophie Marie 46, Vera 2, es gab 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Damit sind folgende Personen im zweiten Wahlgang. Zum einen Sina mit 27,19%. Ann-Christin mit 13,16%. Petra mit 15,79%. Und Sophie Marie mit 40,35%. Ich schaue noch mal zur Technik und frage, ob es Kandidierende gibt, die nicht mehr antreten wollen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und die Technik hat auch schon den nächsten Wahlgang vorbereitet. Und den eröffne ich jetzt. Viel Spaß beim Abstimmen. Vielen Dank. So, während ihr noch ein bisschen Zeit habt abzustimmen, 107 abgegebene Stimmen. Ich würde ab jetzt mal eine Minute euch noch geben. Dann kann ich euch zumindest erzählen, dass bei der Handball-EM Island gegen Frankreich gewonnen hat, 29 zu 21. Zumindest meine Laune jetzt hier deutlich noch mehr steigert, als sie ohnehin schon gut ist. Vielen Dank. Okay, ich schließe den Wahlgang. Und wir haben ein Ergebnis aus dem zweiten Wahlgang. Und zwar sind auf Sina 46 Stimmen entfallen. Das sind 38,66%. Auf Ann-Christin 7 Stimmen, das sind 5,88%. Auf Petra 16 Stimmen, das sind 13,45%. Und auf Sophia sind 49 Stimmen entfallen, das sind 41,18%. Es gab keine Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Damit haben wir eine Stichwahl im dritten Wahlgang zwischen Sina und Sophia Marie. Die Technik ist schneller als der Moderator. Und damit eröffne ich den Wahlgang. Während die Stimmen noch eintrudeln, vielleicht an euch nochmal der Hinweis, wie es gleich weitergeht. Zum einen wählen wir gleich, nachdem wir hier ein Ergebnis haben, Listenplatz 26 in dem Verfahren, was wir hier in den letzten Stunden schon alle gut miteinander eingeübt haben. Danach wird es, dazu gibt es nachher noch mehr Informationen, aber auf jeden Fall kurze Unterbrechungen geben, da die weiteren Listenplätze bis Listenplatz 50 dann nachher gemeinsam gewählt werden sollen. Dazu kriegt ihr nachher noch ein Verfahren und um das sozusagen zu organisieren, wird es auf jeden Fall für die Delegierten, die nicht antreten auf den Plätzen, nochmal eine kleine Pause geben. Da ist es dann wichtig, dass ihr nicht wegrennt. Es erreichen uns nur schon Fragen, wie lange geht das noch und wie sieht es mit der weiteren Abendplanung aus. Deswegen wollte ich das hier an dieser Stelle einmal noch sagen, dass es nach Listenplatz 26 da noch ein weiteres Verfahren gibt, aber dazu bekommt ihr später dann auch noch mehr Informationen. Nur das vielleicht schon mal vorab als Info. Ich sehe, dass während ich darüber gesprochen habe, 118 Delegierte ihre Stimme abgegeben haben. Ich würde jetzt nochmal 20 Sekunden warten, um euch nochmal die letzte Möglichkeit zu geben, bei Listenplatz 25 mit abzustimmen. Das tun auch tatsächlich noch Menschen. Okay, dann schließe ich den Wahlgang und wir haben ein Ergebnis und das sieht wie folgt aus. Sina hat 63 Stimmen erhalten, das sind 51,64%. Sophia Marie hat 55 Stimmen erhalten, das sind 45,08%. Es gab 4 Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Damit ist Sina gewählt und wir dürfen dich fragen, liebe Sina, ob du die Wahl annimmst. Nein, 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 nein. Sehr gerne, ja, vielen Dank. Super, sehr schön, herzlichen Glückwunsch nach Schleswig, sieht nach der Kreisgeschäftsstelle aus, die haben wir heute ja schon ein paar Mal gesehen. Euch einen schönen Abend dort und bleibt dabei für die nächsten Wahlgänge und ich gebe jetzt für Platz 26 das Wort an Nina. Genau, und das ist auch schon der letzte Listenplatz, den wir in diesem Verfahren wählen, dass er jetzt bisher mit uns so tapfer durchgestanden hat und das schaffen wir jetzt auch noch ein letztes Mal. Das wird nämlich schnell gehen, weil mir nicht bekannt ist, dass wir auf diesem Platz nochmal jemanden neu vorstellen. Es ist vielmehr so, das ist ein offener Platz, dass folgende Personen uns gesagt haben, dass sie erneut antreten. Ich lese das einmal vor und bitte alle im Raum mit mir die Liste nochmal abzugleichen. Das ist Hauke Bruns, Jonas Kähler, Stefan Landsberg, Malte Matzen, Falco Siering, Vera Telissi und Wolfram Zetscher. Gibt es, ich kriege ein Zeichen, das nehmen wir mal kurz auf und dann sehe ich gerade, Sophia von Platz 25 geht mit auf den Platz 26. Ich lese das mal kurz auf und dann sehe ich gerade mal kurz auf den Platz 26. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei Nachmeldungen erhalten von Personen, die auch auf diesem Platz antreten wollen. Ich lese die gesamte Liste nochmal vor. Und weil wir vorhin darum gebeten wurden, ergänze ich die Kreisverbände und bitte Myrasmus mir zu helfen, wenn ich das nicht spontan weiß. Hauke Bruns ist aus dem Kreisverband Kiel. Mike Christen ist auch aus dem Kreisverband Kiel. Jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen. Das ist klar, deswegen muss ich das jetzt nochmal schnell überprüfen. Jonas Kähler ist aus dem Kreisverband Schleswig-Flensburg. Stefan Landsberg ist aus dem Kreisverband Plön. Sophia Marie Pott, haben wir gerade gehört, ist aus dem Kreisverband Lübeck. So, bei Malte Matzen müsst ihr mir einmal helfen. Kreis Stormann wird reingerufen. Wunderbar, das ist hier echte Teamarbeit um diese Zeit. Dann haben wir Falko Siering, der ist aus dem KV Ostholstein. Vera Telissi ist aus dem Kreisverband Nordfriesland. Und dann haben wir noch Wolfram Zetsche aus dem Kreisverband Sägeberg. Ihr habt alle Bewerbungen gehört. Wir steigen daher jetzt direkt ein in den ersten Wahlgang zu Listenplatz 26. Der Wahlgang ist eröffnet und ich bitte euch, eure Stimmen abzugeben. Der Wahlgang ist eröffnet und ich bitte euch, eure Stimmen abzugeben. So, wir haben 104 abgegebene Stimmen. Ihr seht, dass ich mich schon auf das Ende vorbereite. Aber ihr bleibt alle schön hier, bis wir erstens diesen Platz fertig gewählt haben und wir dann miteinander besprochen haben, wie das Verfahren weitergeht für die Listenplätze 27 bis 50. 112 Stimmen, werft noch die letzten Stimmen ein. und dann haben wir es alle fast miteinander geschafft. 117 Stimmen, ich würde euch jetzt noch mal ein paar Sekunden, 118, aber wirklich nicht mehr viele geben. Mit Blick auf die Uhr. Genau, da kommen noch die letzten, werfen ihre Stimmenkarten ein. Neben der Heiterkeit macht sich hier langsam auch das ein oder andere Genen mal bemerkbar. Nein, Rasmus schüttelt den Kopf. Der ist taufrisch. Gut, der ist auch noch sehr jung, habe ich mir sagen lassen. Dann würde ich den Wahlgang jetzt bitte einmal schließen. Der ist geschlossen. Wir haben 120 abgegebene Stimmen und ich verlese euch einmal das Ergebnis. Und zwar Hauke Bruns hat eine Stimme erhalten. Jonas 23 Mike 12 Stefan 1 Malte 29 Sophia 38 Falco 9 Vera 2 Wolfram 5 Null Nein Stimmen und Null Enthaltungen. Das heißt, wir gehen genauso munter in einen zweiten Wahlgang. Mit all denjenigen, die über 10% gekommen sind. Das sind Jonas Kähler Mike Torben Christen Malte Matzen Sophia Marie Pott Und auf geht der zweite Wahlgang. Zweiter Wahlgang ist eröffnet. Schmeißt eure Stimmen ein. Zack, zack. Oh, das ging schnell. Okay, zack, liegen wirklich ein paar Stimmen vor. Okay, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit. Nein, ich gut Lao Tzu. Okay, ihr habt jetzt eine Stimme. Okay, ich würde euch Dit oktober machen. Nee, ich würde mit der Spiegel hören. So, 111 Stimmen, 13, 113. Entscheidet euch, Platz 26, ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass hier einige drängeln. Es ist 20.05 Uhr, 114, 115 Stimmen, das ist mein letzter Platz, den ich hier moderiere. Da gilt jetzt auch für mich nochmal, werft mir bitte nochmal ein paar Stimmen ein. Kommt, es ist spät, für mich auch, ja, 116. So, noch ein paar Sekunden, aber das sieht gut aus. Mein letzter Countdown. Gibt es noch jemanden, der mir seine Stimme zu dieser späten Stunde schenken möchte? Das ist nicht der Fall. Okay, ich, doch, ah, da ist sie, wunderbar. Die nehme ich persönlich mit in mein Herz, das sind 119 abgegebene Stimmen, dann schließe ich jetzt den Wahlgang. Der ist geschlossen und dann haben wir auch dafür ein Ergebnis. Jonas, zu Listenplatz 26, ah, das ist schon da, ja, entschuldigt bitte. Jonas Kähler hat 20 Stimmen erhalten. Das heißt, wir sind an keiner Stelle über das erforderliche Quorum und gehen in einen dritten Wahlgang mit Malte Matzen und Sophia Marie Pott. Vielen Dank. So, 108 Stimmen, werft noch eure letzten paar Stimmen ein und dann bleibt bitte alle bei uns, auch wenn wir dann nochmal ganz kurz, wenn wir das Ergebnis vorgestellt haben, unterbrechen werden. Das ist noch nicht die in der Tagesordnung versprochene Pause, sondern wir würden dann einmal ganz kurz hier Rücksprache halten, wie wir euch das weitere Verfahren ankündigen können. Also wir haben jetzt die 26 ersten Plätze dann erfolgreich gewählt in dem Verfahren, wie wir das bisher gemacht haben und würden dann das Verfahren wechseln und das wollen wir euch gleich einmal erklären, aber um da jetzt keine Verwirrung entstehen zu lassen, warten wir jetzt noch einmal diesen Wahlgang ab, führen den noch einmal konzentriert zu Ende. 115 Stimmen, das waren vorhin noch ein paar mehr. Es gibt immer so ein paar, die lassen sich bitten, ne? Los. 120 ist das Ziel. Ich wette dagegen, dass du das nicht mehr schaffst mit den 120. Okay, das nehme ich an, sonst muss der Rasmus mir ein Bier ausgeben. Wir haben nämlich gleich Schichtende. Das schafft ihr. Nee, okay, das würde ich uns allen jetzt nicht mehr antun. Genau, die Technik bringt mich sonst um, habe ich Sorge. 117. Ja, gut. Ich fühle mich da jetzt auch irgendwie unter Druck gesetzt. Also, okay, gut. Zwei Sekunden noch. Drei, genau, 118. Ich schaffe das. Vier Sekunden. Okay, drei, zwei, eins. Gut. 119 habe ich geschafft. Damit kann ich gut leben. Ich bin eh so. Genau, knapp gerissen die Latte. Ich schließe den Wahlgang, dass wir hier die Formalia nicht vergessen. Zur späten Stunde, der ist geschlossen und wir haben tatsächlich ein Ergebnis, das denkbar knapp ist. Ich lese euch das dann jetzt einmal vor. Malte Matzen hat 59 Stimmen erreicht und Sophia Marie Prott 56 Stimmen. Es gab vier Nein-Stimmen und null Enthaltungen. Damit hat Malte Matzen Platz 26 gewonnen und wir fragen auch ihn jetzt noch ein letztes Mal, ob er diesen Platz annehmen möchte. Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Malte, wir gratulieren dir herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle anderen, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgehalten haben, durchgehalten haben für alle Kandidierenden. Bis zu dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an alle Delegierten, an alle, die das hier vor Ort möglich machen. Wir unterbrechen das jetzt einmal ganz kurz, das ist aber noch nicht die Pause. Ihr wartet wirklich nochmal, wir sind sofort zurück. Wir besprechen uns jetzt einmal kurz, wie es jetzt weitergeht, damit ihr eine klare Ansage habt, wie lange die Pause dauert und wie das Verfahren dann weitergeht. Wir besprechen uns jetzt einmal kurz, wie es jetzt weitergeht. Wir besprechen uns jetzt einmal kurz, wie es jetzt weitergeht. Wir besprechen uns jetzt einmal kurz, wie es jetzt weitergeht. Also, wenn wir uns jetzt heute Abend machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt das weitere Verfahren, eine allerletzte Ansage und ich erzähle euch jetzt einmal, wie es weitergeht. Dafür würde ich nochmal einmal um Konzentration bitten, weil das eine wichtige Ansage ist für alle, die jetzt noch auf weiteren Listenplätzen kandidieren wollen. Wir haben jetzt für die Listenplätze 27 bis 50 folgendes Verfahren. Einige von euch haben bereits für einen dieser Plätze ihre Kandidatur erklärt. Einige haben uns eine Rückmeldung gegeben auf anderem Wege, dass ihr auf einem dieser Plätze noch kandidieren wollt. Wer jetzt noch nicht seine Kandidatur erklärt hat, möge das bitte jetzt einmal über Abstimmungsgrün erklären und auch erklären, auf welchem Platz er oder sie antreten möchte. Da gibt es einen Button in Abstimmungsgrün, der heißt Kandidatur erklären. Da drückt ihr bitte drauf und schmeißt da eure Bewerbung rein. Um dafür etwas Zeit zu geben, unterbrechen wir jetzt zunächst für zehn Minuten, dann treffen sich alle, die kandidieren wollen, in dem Zoom-Link, den Dörte dazu schon rumgeschickt hat und den ihr auch im Chat von Zoom findet. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr weiterhin kandidieren wollt, in zehn Minuten euch in der Videokonferenz einfindet, weil dort über die weiteren Listenplätze entschieden wird. Nach meiner Uhr ist es jetzt, wenn ich euch das zu Ende erklärt habe, 20 nach. Das heißt, alle Kandidierenden treffen sich bitte um 20.30 Uhr in der Videokonferenz in dem Zoom-Call. Der Link steht im Chat. Alle Delegierten haben ab 20 nach 40 Minuten Pause, wenn sie nicht kandidieren und deswegen in die Viko gehen, die um 20.30 Uhr startet. Wer Probleme hat, möge bitte Dörte kontaktieren oder sich auf anderem Wege im Zoom-Chat bemerkbar machen. Dort wird euch geholfen. Ich hoffe, das Verfahren ist soweit klar. Gibt es irgendwas, was ich ergänzen muss? Habe ich was vergessen? Noch mal ganz wichtig, dass wir alle Delegierten bitten, um 21.30 Uhr zu gehen. Wieder bereit zu sein, hier an den Bildschirmen, um dann nicht nur die Wahl der Plätze 27 bis 50 durchzuführen. Wir befinden uns ja in einer Wahlversammlung, deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr um 21 Uhr wieder da seid. Sondern wir werden dann auch die WahlkreiskandidatInnen, die schon von den Wahlkreisen aufgestellt wurden, bestätigen. Das ist euch mit der Tagesordnung schon mal verschickt worden. Das sind eure letzten beiden Wahlgänge. Um 21 Uhr bitte alle wieder hier sein und um 20.30 Uhr alle, die noch kandidieren wollen für 27 bis 50 in die Viko. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.